Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Mitglieder des Landtages. Die vierte Sitzung des Wiener Landtages ist eröffnet. Entschuldigt haben Sie Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin Mag. Vasilakou, Frau Amtsführende Stadträtin Mag. Brauner, Abgeordneter Dr. Aigner, Abgeordnete Korosek, Abgeordnete Mag. Nittmann, Abgeordneter Mag. Reindl, Abgeordneter Seidl, Abgeordnete Teiber, Abgeordnete Wiederkehr, Abgeordneter Kovarik, Abgeordneter Hurski von 12 bis 14 Uhr, Abgeordneter Mag. Jung bis 10.30 Uhr, Abgeordnete Mag. Meindl-Reisinger bis 9.30 Uhr und Abgeordneter Mag. Dr. Wansch ab 15 Uhr. Wir kommen zur Fragestunde. Die erste Anfrage wurde zurückgezogen. Wir kommen damit zur zweiten Anfrage, die von Frau Abgeordnete Mag. Ramona Duster gestellt und an die Frau Amtsführende Stadträtin der Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke gerichtet ist. Bitte, Frau Stadträte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Meine Frage beschäftigt sich mit der Never-Ending-Story, kann man fast sagen, Copacagrana. Ja, ich freue mich sehr, hier berichten zu können, dass wir den Prozess gegen den Generalpächter, den Herrn Weber, endgültig gewonnen haben, sprich auch in der letzten zivilrechtlichen Instanz. Das hat bedauerlicherweise über fünf Jahre gedauert, bis wir dieses Urteil bekommen haben, um genau zu sein, fünf Jahre und vier Monate. Eine Zeitspanne, die mir persönlich sehr, sehr lang vorkommt für einen, ja, für einen Tatbestand, der ehrlich gesagt für mich relativ einfach zu entscheiden gewesen wäre. Aber so ist es halt. Man muss da einfach die Justizentscheidungen abwarten. Ja, der Generalpächter hat natürlich auch versucht, die Geduld und Ausdauer der Justiz da herauszufordern und auf doch sehr fragwürdige Weise auszureizen. Es hat sehr viele, ja, zwar legale, aber aus meiner Sicht sozusagen vor allem auf Zeitverzögerungstaktik zielende Versuche gegeben, diesen ganzen Prozess hinaus zu zögern, indem man zum Beispiel die Richterin für befangen erklärt hat oder eben andere Dinge, wo es gelungen ist, das einfach zeitlich noch um ein Jahr alleine dadurch zu verschleppen. Entschuldigung, Frau Stadtrittin, die kurze Unterbrechung. Ich darf bitten, den Lärmpegel der Kommunikation sowohl in den Bankreihen wie vor allen Dingen hinter dem Bandreihen etwas einzuschränken, weil das ist fast lauter für mich als die Rednerin am Pult vor mir. Also ich werde versuchen, meine Ausführungen ein bisschen spannender zu gestalten, auch wenn die Copacagrana eine Geschichte ist, die wir hier schon öfter besprochen haben. Es ist jetzt doch ganz schön, dass wir hier gute Nachrichten auch verkünden können. Wir haben alle relevanten Verfahren in diesem Bereich gewonnen. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Sache, weil es uns jetzt eben möglich ist und das auch ermöglicht, den Bereich bei der Copacagrana neu zu gestalten. Aber ich komme noch einmal ein bisschen zurück, um kurz die Geschichte zusammenzufassen. Wir haben 2010 unsere Räumungsklage eingebracht, haben dann uns sehr bemüht, auch in der Zeit, wo die Verfahren gelaufen sind, trotzdem auch die desolaten Lokale, die teilweise baupolizeilich schon gesperrt waren, weil sie eben halb abgebrannt waren oder andere Genehmigungen gefehlt haben, zu entfernen. Wir haben ein schwimmendes Lokal entfernt Ende 2014, weil davon eine drohende Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und Umwelt ausgegangen ist. Das Lokal war 750 Quadratmeter groß- und wasserrechtlich nicht genehmigt. Wir haben weitere sieben Lokale entfernen können nach einer Bestätigung des Verwaltungsgerichtshofes im Juni 2015, weil diese ebenfalls nicht wasserrechtlich genehmigt waren. Und wir haben durch einen privatrechtlichen Vertrag weitere acht Lokale entfernen können. Und jetzt in den letzten Wochen konnten wir dann eben durch das letzte und damit endgültige Urteil in der Räumungsklage die restlichen Lokale entfernen. Aber auch dazu war es nötig, dass der Gerichtsvollzieher persönlich auf die Copacagrana kommt, weil der Generalpächter keine Anstalten gemacht hat, irgendetwas freiwillig zu machen. Ja, durch diese vielen Zwischenmaßnahmen ist es uns aber gelungen, auf der Copacagrana auch schon im letzten Sommer eigentlich eine schöne Nutzung zustande zu bringen. Es hat den Copa Beach gegeben, eine temporäre Nutzung, die sehr, sehr gut angenommen worden ist, die wir auch im heurigen Jahr fortführen möchten. Und wir haben zwei neue Lokale errichtet mit unseren Direktpächtern, der sogenannte Grieche und der Mexikaner. Ich sage es jetzt einmal umgangssprachig, wie es auch auf der Copa genannt wird. Das heißt, es ist uns gelungen, auch jetzt in der letzten Sommersaison eigentlich schon einen schönen Zustand zumindest auf Teilen des Geländes herzustellen. Und wir planen jetzt auch für den nächsten Sommer das eben fortzusetzen. Ja, gestern haben wir dann das Ergebnis eines internationalen Gestaltungswettbewerbes präsentiert, wo wir 74 Interessenten aus dem In- und Ausland gehabt haben. Es hat eine Jury ausgesucht, dann neun weitere Architekten und dann das Gewinnerprojekt. Man hat das, glaube ich, auch heute in den Medien schon sehen können, weil ein Bild sagt in diesem Zusammenhang natürlich wesentlich mehr als tausend Worte. Ich glaube, es ist ein sehr gelungener Entwurf geworden, wo es gelungen ist, diese drei Ebenen, die wir dort haben. Es gibt dort einen Weg am Wasser, einen Weg in der Mitte und einen Weg oben, die miteinander nur mit sehr steilen Treppen verbunden waren und das auch hinten mit der Platte sehr getrennt. Und dieser Entwurf verbindet eigentlich alles sehr schön miteinander mit durchgängigen Wegen, mit vielen Grünflächen. Das war mir auch wichtig. Wir haben dort sehr viele Bereiche jetzt, wo man nicht konsumieren muss. Man kann, aber man muss nicht. Man kann einfach auch seine Freizeit dort verbringen und dann wird es bis zu acht Bauplätze für mögliche Gastronomie und Lokale geben. Es wird auch einen Bereich geben für Trendsportarten, das heißt so Container, die quasi jedes Jahr wechselnd bespielt werden können. Wir alle kennen das ja. Im einen Jahr ist Stand-up-Paddling-In, im nächsten Jahr ist es vielleicht Tauchen und im übernächsten ist es Windsurfen oder was weiß ich, was da noch einen neuen Sportarten auf uns zukommt. Also auch dafür gibt es dort Platz und Raum. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt einmal einen schönen Masterplan haben und wir werden jetzt beginnen, die einzelnen Umsetzungsphasen dorthin auf den Weg zu bringen. Danke. Die erste Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Mag. Emmerling. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrte Frau Stadträtin, Sie haben gestern in Ihrer Pressekonferenz auch gesagt, dass noch offen sei, welche Lokale konkret errichtet werden. Es gibt aber bereits zwei, die von sogenannten Direktpächtern betrieben werden. Jetzt habe ich da recherchiert und ich bin eigentlich nicht draufgekommen, wo dieser Begriff herkommt in diesem Zusammenhang. Also es liegt irgendwie die Vermutung nahe, dass es zu keiner öffentlichen Ausschreibung kam. Und meine Frage ist jetzt, wie das Verfahren bei den weiteren Lokalvergaben erfolgen soll. Also ob hier eine öffentliche Auftragsvergabe und potenzielle Pächter vorgesehen ist. Frau Stadträtin. Also diese sogenannten Direktpächter haben die Pacht zu einer Zeit übernommen, wo es das Bundesvergabegesetz in dieser Form noch nicht einmal gegeben hat. Das möchte ich nochmal dazu, die sind halt historische Pächter mit langfristigen Verträgen und ich war sehr froh, dass wir uns mit denen geeinigt haben, weil dadurch ist es uns gelungen, anstatt einer Baracke jetzt ein sehr schönes Haus dort zu haben, das auch ansprechend ist, ganzjährigen Betrieb hat und sozusagen auch ein erster Vorgeschmack darauf war, wie wir uns die Kopa neu vorstellen. Bei den neuen Lokalen wird es auf jeden Fall notwendig sein, eine Interessentensuche zu machen. Nicht zuletzt deswegen, weil das Interesse natürlich enorm ist. Es ist ein sehr attraktiver Platz direkt am Wasser mit U-Bahn-Zugang. Du hast dahinter jetzt die Skyliner Platte. Das ist ja nicht so wie in den Anfängen. Da werden sich viele wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können, aber da haben wir eigentlich Werbung machen müssen, dass die Leute auf die Donauinsel gehen, weil das war halt ein neuer Bereich, den niemand gekannt hat. Dahinter war nichts, daneben war nichts. Es war nicht jetzt wahnsinnig attraktiv als Freizeitgebiet. Das hat sich ja total geändert, weil es mittlerweile mitten in der Stadt ist, mitten am Wasser und ich glaube, es hat das Potenzial, wirklich ein toller Ort zu werden und selbstverständlich werden wir da eben eine Interessentensuche durchführen. Danke. Die zweite Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Diplom-Ingenärin Oli Schaub. Bitte, Frau Abgeordnete. Ja, guten Morgen, Frau Stadtrittin. Mich würde interessieren, den Kostenpunkt des Projektes und möchte daher fragen, wie viel aus Ihrer Sicht die Sanierung kosten wird und wie das Geld dafür aufgebracht wird. Danke. Frau Stadtrittin. Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt seriös wirklich noch nicht sagen, weil es ja auch für die einzelnen Lokale, sozusagen die sind dort angedeutet, es ist ja ein Masterplan und noch kein detailliert ausgearbeiteter Plan. Das heißt, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen. Wir werden jetzt einmal beginnen, einen Stufenplan vorzubereiten und dann glaube ich, dass man auch jeder Stufe dann sozusagen einen Kostenpunkt zuordnen kann. Aber jetzt für das Ganze, wenn wir auch noch nicht wissen, in welchem Zeithorizont das umgesetzt wird und werden es dann vier Lokale sein oder acht. Wir haben einmal acht Bauplätze maximal ausgewiesen. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt dann acht Lokale geben muss. Vielleicht werden es auch nur drei. Das wird man dann einfach sehen. Das soll auch ein bisschen sozusagen mit der Entwicklung wachsen. Ich halte nichts davon, dass man da quasi das fertige Ding hinsetzt, sondern wir werden das immer Stück für Stück gemeinsam entwickeln dort. Danke. Die dritte Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Mag. Marisch. Bitte, Herr Abgeordnete. Sehr geehrte Frau Landesrätin, es gibt ja immer wieder Gerüchte, Gossip, was auch immer, dass dort die große Edelgastronomie hinkommt. Wie schauen die Pläne aus? Wie wird das dort sein? Welche Gastronomie ist da vorgesehen, geplant oder erwünscht? Vorstandrätin? Also ich sage gleich vorweg, ich habe noch kein Gespräch mit Gastronomen oder so in diesem Bereich geführt. Ich kann nur sagen, was ich mir vorstelle. Also ich glaube, es sollte ein schöner Mix werden, so wie wir es auch im letzten Sommer versucht haben. Wir haben dazu einen Foodtruck gehabt, wo man so quasi kleine Imbisse kaufen konnte und daneben waren der Griecher und der Mexikaner, wenn man unter Anführungszeichen richtig essen gehen wollte. Und so stelle ich mir das auch vor, dass man dort dann einen Mix hat aus sozusagen vielleicht höherwertiger Gastronomie, mittlerer Biergarten, also so einmal quer durch den Gemüsegarten, so stelle ich mir das vor, dass jeder bei dem Angebot für sich was findet und dass man dann in den Bereichen, wo es eben sehr viel freie Zugänge, freie Grünflächen gibt, dass man dort vielleicht auch sieht mit so wechselnden Bespielungen wie Foodtrucks oder kleinen Kiosken hilft. Das muss man sich einfach noch anschauen, wie das dann auch passt, was auch angenommen wird im letzten Sommer. Das hat sehr gut geklappt und wir haben auch vor, dieses Konzept dann für den Sommer 2016 auf die restlichen Bereiche der Koper auszudehnen, weil es natürlich völlig unmöglich ist. Wir haben jetzt März, jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen restlichen Bereiche abzureißen. Also bis Juli dort irgendwas zu bauen, konform mit dem Bundesvergabegesetz ist unmöglich. Danke. Die vierte und letzte Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Ingenieur Guckenbiegler. Bitte, Herr Abgeordneter. Ich freut mich, Sie heute zu sehen. Wir haben ja im Ausschuss vor knapp einem Jahr für die ersten zwei Lokale einen Baukostenzuschuss von 2,5 Millionen Euro beschlossen. Das war ein nicht rückzahlbares Darlehen. Und wir haben seit damals zwei- oder dreimal nachgefordert, dass der Rahmenvertrag mit der WGM an den Ausschuss zur Verfügung gestellt werden soll. Jetzt haben wir im letzten Ausschuss erfahren, dass es angeblich sogar zwei gibt. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Akten vollständig dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden? Und wenn, wann? Die Akten werden im Ausschuss immer vollständig zur Verfügung gestellt. Und ich kann Sie darauf hinweisen, dass natürlich der Grönungsvertrag mit der WGM im Ausschuss beschlossen worden ist. Das war eine Ausschussunterlage, die dem Ausschuss vorgelegt worden ist. Es tut mir wirklich leid, wenn Sie es im Club nicht mehr finden. Da dürfen Sie sich wirklich nicht bei mir beschweren. Danke. Wir kommen damit zur dritten Anfrage, die von Herrn Abgeordneten Christoph Wiederkehr gestellt wurde. Da der Herr Abgeordnete für die heutige Sitzung entschuldigt, ist in Feld gemäß § 34 Absatz 2 der Geschäftsordnung die Beantwortung dieser Anfrage. Wir kommen damit zur vierten Anfrage, gestellt von Herrn Abgeordneten Dr. Wolfgang Ulm und an den Stadtrat der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadternährung gerichtet. Bitte, Herr Stadtrat. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, hoher Landtag. Zur Beantwortung des Abgeordneten Dr. Ulm möchte ich wie folgt antworten, nämlich dass durch die geplante Novelle zur Bauordnung die Möglichkeit geschaffen werden soll, hilfs- und schutzbedürftigen Menschen, die aufgrund von Naturereignissen oder aus humanitären Gründen, etwa im Fall der Flucht aus Krisengebieten, vorübergehend eine Unterkunft benötigen, eine solche rasch und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. Da die staatlich organisierte Bereitstellung geeigneter Unterkunftsmöglichkeiten im öffentlichen Interesse liegt, kommen bei einer Nutzungsdauer von Bauwerken bis längstens sechs Monaten die Bestimmungen der Bauordnung nicht zur Anwendung, beziehungsweise kann die Behörde bei einer Nutzungsdauer bis längstens fünf Jahren auf die Einhaltung von Bestimmungen, also teilweise Bestimmungen der Bauordnung, mit Bescheid verzichten. Bei Baumaßnahmen, die für die genannten Zwecke getätigt werden, ist aber jedenfalls auf die allgemeine Anforderungen an die mechanische Festigkeit, also das, was wir insbesondere als Statik zusammenfassen und auf Standsicherheit sowie auf Brandschutz, die Hygiene und Gesundheit sowie die Nutzungssicherheit des Bauwerkes, Bedacht zu nehmen. Im Hinblick auf die kurzfristige Nutzung dieser Bauwerke sind somit wesentliche Beeinträchtigungen der Nachbarliegenschaften nicht zu erwarten. Der Bewilligung derartiger Bauvorhaben mit einer Nutzungsdauer von längstens 15 Jahren dürfen subjektiv öffentliche Nachbarrechte nicht entgegenstehen. Wenngleich das geplante Gesetz selbst nicht befristet ist, ist doch durch die befristete Nutzung von Bauvorhaben für die oben genannte Zwecke gewährleistet, dass Bauwerke oder Bauteile, die nicht voll der Bauordnung für Wien entsprechen, nicht auf Dauer bestehen bleiben. Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass über Berufungen das Landesverwaltungsgericht Wien entscheidet. Dabei handelt es sich um eine weisungsfreie Behörde. Danke. Wir kommen damit zur zweiten Zusatzfrage, weil die erste zurückgezogen wurde. Herr Abgeordneter Nepp, bitte. Guten Morgen, Herr Stadtrat. Sie haben ja selber gesagt, dass es sich hierbei um eine Notmaßnahme handelt, dieses Verfahren zu beschleunigen und vielleicht auch Bürgerrechte dadurch auszuschließen. Eine Not, die ja eigentlich wegen dieser Willkommenskultur erst herbeigeführt wurde. Andere Länder oder Städte gehen da auch weiter wie Berlin oder Hamburg, wo es ja auch eine rot-grüne Regierung gibt. Und zwar gehen die so weit, dass leerstehende Wohnungen vorübergehend beschlagnahmt werden können für die Unterbringung von Flüchtlingen. Wenn man immer wieder hört von ihrem Koalitionspartner von den Grünen, was da gewünscht wird, einmal mit Leerstandserhebungen oder so, könnte man den Anschein haben, dass das dann auch in Zukunft so in Wien gewollt wird. Und jetzt möchte ich Sie fragen, ob Sie uns hier zusichern können, dass solche Beschlagnahmungen von Eigentumswohnungen privater für Flüchtlingszwecke in Zukunft auch in Wien ausgeschlossen ist. Herr Stadtrat. Ja, eine solche Maßnahme, wie Sie das aus anderen Städten schildern, schließe ich für Wien aus. Ich würde das auch nicht für zweckmäßig erachten. Und die Maßnahme, die wir jetzt vorschlagen mit der Novelle der Bauordnung, insbesondere in § 71c, bezieht sich im Wesentlichen auch auf Unterbringungsmöglichkeiten, die auch schon bestehen und die für die Nutzung, für diese Notsituationen herangezogen wird. Ich denke nicht daran, hier auch Privatquartiere durch solche Maßnahmen für derartige Zwecke heranzuziehen. Danke. Die dritte Zutatsfrage wurde zurückgezogen. Wir kommen zur vierten, die von den Abgeordneten Dr. Ulm gestellt wird. Bitte, Herr Abgeordneter. Guten Morgen, Herr Stadtrat. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Behörde bei Bauprojekten der Kategorie 2 und 3 befristet bis 5 oder bis zu 15 Jahre auf die Einhaltung von Bestimmungen der Bauordnung verzichten kann. Und ich habe das so verstanden, dass Sie gemeint haben, na ja, es wird verzichtet auf die Einhaltung von einzelnen Bestimmungen der Bauordnung. Da muss ich Ihnen jetzt aber schon den Gesetzestext vorhalten, denn da steht ganz eindeutig drinnen im Absatz 4 und im Absatz 6, die Behörde kann im Bescheid auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes verzichten. Und das kann ja nicht anders interpretiert werden, als dass dann die Bauordnung überhaupt nicht gilt. Ja, also die Bestimmungen der Bauordnung werden dann nicht angewandt. Und selbstverständlich kommt es damit zu einem Eingriff in subjektive Rechte, denn selbstverständlich bietet die Bauordnung, wie wir alle kennen, eine Menge von Schutzvorschriften. Es steht ja auch ausdrücklich drinnen bei der Kategorie 2, bei der Befristung mit fünf Jahren, dass subjektive Rechte einer solchen Baubewilligung nicht entgegenstehen. Das heißt, es kommt zum Eingriff in Grundrechte, zum Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum, zu Eingriffen in das Grundrecht auf ein faires Verfahren. Wie werden Sie versuchen, dass in der Praxis diese Eingriffe zumindest so gering als möglich erfolgen werden? Herr Stadtrott. Also ich möchte vielleicht noch einmal zusammenfassen, dass es drei Stufen gibt, wie Sie zu Recht ansprechen. Nämlich zum einen jene Unterbringungsmöglichkeiten, die auf sechs Monate befristet sind. Hier genügt eine Mitteilung an die Baubehörde. Anders verhält sich das bei jenen Unterbringungsmöglichkeiten, die eine Frist bis zu fünf Jahre haben beispielsweise. Hier sind auch die Bestimmungen der Bauordnung weitgehend einzuhalten, insbesondere was die einfache Statik betrifft, den Brandschutz, auch die Fluchtwege. Die müssen auch bei diesen Objekten eingehalten werden. Bei den Objekten, die dann bis zu einer 15-jährigen Frist ausgerichtet sind, sind alle Bestimmungen der Bauordnung einzuhalten, mit Ausnahme des Schallschutzes. Also das ist, wenn man sich die Wertigkeit dieser Bestimmungen der Bauordnung anschaut, ist jetzt der Schallschutz das geringere Problem und das ist der einzige Unterschied, der bei den sonstigen Auflagen, die die Bauordnung vorsieht, eingehalten werden müssen. Was jetzt die Anrainermöglichkeiten betrifft, beispielsweise ein Bauvorhaben zu beeinspruchen, werden die Anrainermöglichkeiten nicht eingeschränkt. Also die bestehen weiterhin. Sie haben allerdings keine aufschiebende Wirkung. Aber selbstverständlich ist es so, wenn der Landesverwaltungsgerichtshof entscheidet, dass ein Objekt aus welchen Gründen auch immer nicht zulässig ist, dann muss das mit allen Konsequenzen berücksichtigt werden, bis hin, dass ein solches Objekt unter Umständen noch abgetragen wird oder nicht mehr für diese Nutzungszwecke verwendet werden kann. Also hier ist meiner Meinung nach auch sichergestellt, dass die Interessen der Anrainer auch in Zukunft gewahrt bleiben und dass es mit der einzigen Einschränkung, dass es keine aufschiebende Wirkung gibt. Aber wenn man sich die Bauordnung anderer Bundesländer anschaut, dann sieht man, dass generell oft im gesamten Verfahren der Bauordnung keine aufschiebende Wirkung besteht. Das ist bei uns in Wien anders. Wir haben die Anrainerrechte sehr stark gewahrt, auch in der Bauordnung. Und hier ist die einzige Ausnahme, dass es durch Anrainer-Einsprüche keine aufschiebende Wirkung gibt. Dass aber die Konsequenzen sehr wohl, wenn der Landesverwaltungsgerichtshof das entscheidet, sehr umfassende sind bis zur Abtragung eines Objekts. Danke. Die nächste Zusatzfrage wurde zurückgezogen. Wir kommen zur dritten Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Pafkowicz. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Stadtrat, ich stelle zumindest fest, wenn ich mir diesen Initiativantrag anschaue zum § 71c, dass man eines sehr deutlich sieht, nämlich dass ganz offensichtlich schon gemäß diesem Antrag diese Willkommenskultur der Stadt Wien in den letzten sechs Monaten klar gescheitert ist. Die Stadt Wien ist an dieser Willkommenskultur in den letzten sechs Monaten gescheitert, weil sonst gäbe es jetzt hier nicht diesen Gesetzesentwurf, der fast 15 Jahre an Notstandsgesetzgebung im Baurecht vorsieht. Und bei allem Respekt, weil Sie es vorher gesagt haben, aber 15 Jahre halte ich nicht für eine vorübergehende Maßnahme. Eines möchte ich Ihnen zugutehalten und da bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass dieses Gesetz nicht aus der Feder Ihres Ressorts stammt, dass Sie dieses Gesetz nicht eingebracht haben. Das würde mich auch wundern, wann die Profis in Ihrem Ressort so eine Beschneidung von Bürgerrechten unterstützen würden, sondern dass das von Rot-Grün als Initiativantrag hier eingebracht worden ist. Aber auch wenn es eben nicht aus Ihrem Ressort kommt, so würde mich trotzdem Ihre Meinung zu folgenden Sachverhalt interessieren, nämlich im Bereich der Nachbarrechte, der Bereich der Beschneidung der Nachbarrechte während der ersten fünf Jahre. Ziemlich jetzt bewusst nicht auf den längeren Zeitraum 15 Jahre, sondern die Beschneidung von Nachbarrechten, von Bürgerrechten während der ersten fünf Jahre, weil hier ist in dem Entwurf zu lesen, sechs Monate lang gibt es ja mal überhaupt keine Nachbarrechte und dann bis zu einer Dauer von fünf Jahren sind die Nachbarrechte doch sehr weitgehend eingeschränkt, nämlich nur auf jene Fälle, wo die Bebaubarkeit des eigenen Grundstückes betroffen ist. Also wenn etwa so ein Container genau an die Grundstücksgrenze kommt oder die Belichtungen nicht passen etc. Aber diese wesentlichen Nachbarrechte, die sehr häufig vom Verfassungsgerichtshof auch angesprochen werden, wo es geht um den Emissionsschutz, Geruchsbelästigung, Lärmbelästigung, ein ganz wesentlicher Faktor und ähnliche, die sind alle fünf Jahre lang ausgeschlossen, wenn es nach diesem Initiativantrag geht. Und auch fünf Jahre ist nicht vorübergehend. Also meine Frage, wie geht es Ihnen mit dieser Beschneidung der Nachbarrechte vor allem für die Dauer von fünf Jahren? Herr Stadtrat. Also Herr Abgeordneter, wie Sie richtig sagen, also eine Frist von bis zu sechs Monaten ist durchaus als geringfügig einzustufen. Bei der Frist bis zu fünf Jahren, das heißt ja nicht, dass Objekte fünf Jahre für die Unterbringung herangezogen werden, sondern es sind Fristen bis zu diesen Möglichkeiten, sieht ja vor, dass trotzdem auch die Anrainerinnen und Anrainer Beschwerden einbringen können. Sie haben allerdings keine aufschiebende Wirkung. Das ist der einzige Unterschied. Und dass sehr wohl der Landesgerichtshof entscheiden kann, dass es hier zu anderen Maßnahmen kommt, bis hin auch, dass ein Objekt nicht weiter herangezogen werden kann für diese Zwecke, beziehungsweise bis hin, dass ein Objekt auch abgerissen werden muss, beispielsweise, wenn es nicht den Bestimmungen entspricht. Also hier werden auch meine Behörden sehr darauf achten, dass die Anrainerinnen und Anrainer sehr wohl gehört werden und dass das in einem ordentlichen Verfahren noch abgewickelt wird und dass die Anrainer auch die Möglichkeit haben, auch ihre Einsprüche einzubringen. Danke, Herr Stadtrat. Die vierte und letzte Zusatzfrage wird für einen Abgeordneten Diplomenschein, Herr Dr. Gara, gestellt. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Stadtrat, ich verstehe, dass es hier eine Krisensituation gibt und dass man hier auch entsprechend schnell handeln muss. Das ist auch etwas, dem wir zustimmen. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum man nicht vorab hier auch eine entsprechende verfassungsrechtliche Prüfung vorgenommen hat, ein Gutachten erhoben hat, denn wir sehen ja dieselbe Situation jetzt in der Diskussion mit der Obergrenze. Auch das hält nicht. Also die Frage, warum hier eigentlich nicht vorab eine verfassungsrechtliche Prüfung vorgenommen wurde bei dieser Baurechtsnovelle. Danke, Herr Stadtrat. Na ja, Maßnahmen, die schnell getroffen werden müssen, müssen getroffen werden zu dem Zeitpunkt, wo sie aufgerufen werden. Rechtliche Prüfungen haben sehr oft den Nachteil, dass es unterschiedliche juristische Meinungen gibt. Das gilt für diese Herausforderung, aber auch für die von Ihnen genannten auch bundespolitischen Weichenstellungen. Auch hier gibt es, wie wir auch der öffentlichen Diskussion entnehmen können, unterschiedliche juristische Positionen. Und es wird sich zeigen, nach einem längeren Diskussionsprozess unter Juristen, wie hier die Entscheidungen getroffen werden. Aber es ist zweifellos notwendig, dass man auch in einer Situation, die eine besondere Herausforderung darstellt, auch zeitgerecht die entsprechenden Entscheidungen trifft. Dass es hier auch eine rechtliche Basis gibt für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch solche Entscheidungen begleiten müssen und solche Herausforderungen begleiten müssen. Also hier muss es eine gewisse Sicherheit auch für jene im Bereich der Verwaltung geben, die tätig sind. Danke. Wir kommen damit zur sechsten Anfrage, die von Frau Abgeordnete Emmerling an die Frau amtsführende Stadträtin der Geschäftsgruppe Umwelt Wiener Stadtwerke gerichtet wurde. Bitte, Frau Stadträtin. Danke, Herr Stadträt. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, die Frage beschäftigt sich mit dem ganzen Thema des Nordbahnhofgeländes. Es ist so, dass es beim Nordbahnhofgelände derzeit noch keine endgültige und definitive Widmung bzw. einen Bebauungsplan gibt. Was derzeit vorliegt, ist meines Wissens nach, weil ich für diesen Bereich ja nicht zuständig bin, ein Leitbild der MA21, das noch in diesem Jahr konkretisiert wird. Genaueres, dazu müssen Sie aber meine Kollegin die Maria Vasilako fragen. Sobald es von Seiten der Stadt Wien an den ersten Entwurf der Flächenwidmung geht, wird in diesem Verfahren, so wie auch in allen anderen Planungsgebieten, das Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung natürlich geprüft werden. Und bejahendenfalls ist dann vor einer allfälligen UVP erst einmal nach den Bestimmungen der Bauordnung von Wien eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. Was mir, glaube ich, noch wichtig ist, das einmal aufzuklären, dass ein UVP-pflichtiges Städtebauvorhaben setzt nicht nur, wie Sie behauptet haben, eine bestimmte Größe von einem unbebauten Gebiet voraus, sondern es hat auch viele andere Planungsvoraussetzungen. Also die Kriterien sind ganz wichtig. Erstens ein gesamtplanerischer Wille. Das heißt, es muss ganz klar sein, dass das sozusagen zentral von einer Stelle gemeinsam geplant wird. Und, auch das ist wichtig, es muss eine multifunktionale Bebauung sein. Das heißt, eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsbauten, wobei die Errichtung von lokalen Nachversorgern hier nicht dazu zählt. Es muss auch eine zeitliche Komponente sein. Das heißt, die gemeinsame Bauweise kann sich jetzt nicht über 20 Jahre erstrecken, sondern muss in einem überschaubaren gemeinsamen Zeitraum über die Bühne gehen. Also das alles ist derzeit noch nicht absehbar, wie sich das entwickeln wird, weil es sozusagen, wie gesagt, noch nicht einmal Widmung gibt. Das heißt, die Frage, die Sie mir da gestellt haben, verlangt eigentlich hellseherische Fähigkeiten, weil ja auch klar ist, dass die ÖBB dieses Gelände jetzt in Kürze verkaufen wird. Es ist zumindest geplant, aber es ist auch noch nicht über die Bühne. Und das wird dann auf die Absicht der Grundeigentümer ankommen und ob ein gemeinsamer Realisierungswillen vorhanden ist und was überhaupt gebaut wird. Wenn es zum Beispiel nur Wohnungen sind mit Nahversorgern, würde das keine OVP-Pflicht auslösen. Wir haben, ich habe das schon mitgelegt, dass Sie fertig sind. In der Zwischenzeit darf ich die Schülerinnen und Schüler und die Frau Lehrerin der Polytechnischen Schule in der Burgkasse recht herzlich bei uns begrüßen. Herzlich willkommen. Die erste Zusatzfrage wurde gestellt von der Abgeordneten Diplom-Ingenieur Ole Schauer. Bitte, Herr Abgeordneter. Frau Abgeordnete. Bitte, Frau Abgeordnete. Kein Problem. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Mich würde interessieren, nachdem das jedoch auch jetzt noch ein paar unsichere Rahmenbedingungen sind, mit welcher Bauverzögerung wäre im Fall einer nachträglichen OVP-Pflichtigkeit zu rechnen und welche Kosten würden dadurch entstehen? Danke. Frau Stadträtin. Also von einer nachträglichen OVP kann man in dem Sinne nicht reden, weil die OVP, wie ich es gesagt habe, wie ich vorher erklärt habe, erst festgelegt werden kann, ob es eine OVP-Pflicht gibt oder nicht, wenn klar ist, was auf diesem Gelände passieren soll, sprich eine endgültige Widmung vorliegt, die derzeit, glaube ich, gerade in Vorbereitung ist und klar ist, wer sozusagen die Grundeigentümer sind und was sie dort konkret errichten wollen, weil selbst sozusagen eine Widmung sagt ja nicht darüber aus, was dann tatsächlich dort gebaut wird. Die Widmung bietet Optionen, die müssen aber ja nicht verpflichtend eingelöst werden. Also das heißt, nachträglich ist in dem Fall falsch. Verzögerung. Ich nehme an, dass, wenn die daran denken, ein multifunktionales, mit gesamtplanerischem Willen verhaftetes Gebäudekomplex so zu errichten, werden sie die OVP eingeplant haben, weil das Geld in Rechtslage ist. Gehe ich jetzt einmal davon aus, es wird niemanden jetzt wahnsinnig überraschen und wenn das nicht der Fall ist, dann ist keine OVP-Pflicht. Zu den Kosten kann ich Ihnen nichts sagen, das ist einfach sozusagen nicht meine Baustelle in diesem Fall. Danke. Die nächste Frage wird gestellt von Herrn Abgeordneten Ingenieur Guggenbiegler. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, Frau Stadträtin, in diesem Fall hat man jetzt gehört, dass es die OVP noch nicht geben kann oder soll, weil die Planungsschritte noch nicht so weit sind. Andere Frage, wir haben ja öfter Ausnahmen von der Umweltverträglichkeitsprüfung und das müsste ja eher Ansinnen als Umweltstadträtin sein, dass grundsätzlich hier keine Ausnahmen gewährt werden und werden sie sich in Zukunft dafür einsetzen, dass vermehrt Umweltverträglichkeitsprüfungen in Wien durchgesetzt werden. Danke, Frau Stadträtin. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das ist keine politische Entscheidung, sondern ein gültiges Bundesgesetz und ich kann mich nur erinnern, als ich im Nationalrat war, habe ich sehr heftige Diskussionen damals mit der schwarz-braunen Regierung geführt, die sehr viele Ausnahmen aus der Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt haben. Also würde ich mal sagen, vor der eigenen Haustür kehren, ist in diesem Fall total angesagt. Danke. Die nächste und letzte Zusatzanfrage wurde gestellt von der Abgeordneten Mag. Mag. Emmerling. Abgeordnete, Frau Mag. Emmerling. Herr Trost ist mit den Damen und Herren. Ich glaube, wir müssen ein bisschen einen Frauentag machen mit dir. Es gibt momentan ein bisschen etwas zu regeln, darum nicht ganz aufmerksam. Bitte, Frau Abgeordnete. Ja, Frau Stadträtin, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wie Sie selbst erwähnt haben, ist das Leitbild ja vorhanden und das sieht offensichtlich eine multifunktiale Nutzung vor. Also da werden Geschäfte entstehen, da werden Büros entstehen, Wohnungen entstehen, Straßenverbindungen gebaut, Tiefgaragen entstehen. Und außerdem interessiert sich die UVP auch nicht für einen gesamtplanerischen Willen. Das sieht das UVP-Gesetz nicht vor, sondern es geht um Auswirkungen der Lärm- und Schadstoffemissionen. Das Gebiet ist bereits extrem vorbelastet. Das heißt, wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt sagt, man macht keine Feststellungsprüfung, also einfach eine Prüfung, ob eine UVP notwendig ist oder nicht, dann würde das bedeuten, dass man sagt, man kann ausschließen, dass es hier zu keinen Auswirkungen auf Lärm- und Schadstoffbelastungen kommt. Ich nehme mal an, das kann nicht der Fall sein. Deswegen auch meine Frage, warum man nicht jetzt schon auch der Rechtssicherheit willens in eine Feststellungsprüfung geht und dann auch für die Widmung hier Klarheit zu haben. Danke, Frau Stadträtin. Also ich glaube, ich muss ein paar Missverständnisse aufklären. Die UVP richtet sich nicht nur nach dem, was im Gesetz ist, sondern auch nach dem, was gültige Judikatur ist. Dadurch wird natürlich immer geltendes Gesetz abgesichert und es ist ganz klar, dass ein wesentlicher Faktor gesamtplanerischer Willen ist. Es liegt jetzt ein Leitbild vor. Es wäre aber nicht das erste Leitbild, dass da möglicherweise bei einer Widmung geändert wird oder möglicherweise, wenn es eine Widmung gibt, dann anders ausgenutzt wird oder teilweise nur ausgenutzt wird. Ich sage nur zum Beispiel, Stichwort Bürohäuser, meines Wissens nach und das beziehe ich in diesem Fall nur aus den Medien, gibt es zurzeit eher ein Überangebot an Bürohäusern, aber ein Unterangebot an Wohnungen. Also es könnte durchaus sein, dass seit dem Leitplan sich auch die Intention geändert hat, dass man eher mehr Wohnungen schaffen will, weil man vielleicht dafür eher einen Abnehmer findet als für Büroräumlichkeiten. Aber wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation auf meiner Seite. Also klar ist außerdem, dass solche Verfahren logischerweise es einen Antragsteller geben muss, so funktioniert das für einen Feststellungsbescheid. Wenn es einen solchen Antrag gibt, dann wird man den behandeln, aber natürlich erst, wenn eine konkrete Widmung vorliegt und auch klar ist, was ist der gesamtplanerische Wille und all dem, was ich vorher erwähnt habe, weil sonst ehrlich gesagt, das ist ein bisschen irgendwie in der Glaskugel lesen, weil über was soll die Behörde entscheiden und es ist im Übrigen eine Behördenentscheidung und keine politische Entscheidung. Es ist nicht so, bitte Frau Stadtrichtlin, machen Sie jetzt drei UVBs mehr, ich entscheide das nicht, sondern das entscheidet die zuständige Behörde, die MA22 und die kann halt nur auf fixen Grundlagen entscheiden, wie eben einer Widmung, wem gehört das, was haben die dort vor. Und wenn die dort vorhaben, nur Wohnhäuser, Straßen und Parks zu errichten, dann würde auch bei dieser Größe keine Umweltverträglichkeitsprüfung dadurch ausgelöst werden, weil das im Gesetz nicht vorgesehen ist. Danke Frau Stadträtin. Zur Information. Ich habe zwar, wird man im Protokoll nachlesen können, die fünfte Anfrage eingeleitet, wurde aber nicht so als fünfte beantwortet. Dazu kam es, dass dann die aufgerufenen Reden noch zur vierten geredet haben. Über die normalen Zusatzfragen hinaus sehe ich nicht als dringendes Problem. Wir kommen nun zur fünften Anfrage nochmals, die von Herrn Abgeordneten, Diplom-Ingenieur Dr. Stefan Garer gestellt und an den Herrn Amts für den Stadtrat der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung gerichtet ist. Bitte, Herr Stadtrat. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, hoher Landtag, erklärt sich natürlich auch dadurch, dass die beiden Fragen jetzt von der inhaltlichen Ausrichtung ähnlich gelagert sind und die jetzige fünfte Anfrage quasi an die vorhergehende unmittelbar anschließt, sich nämlich damit beschäftigt, inwieweit es möglich ist, auch in einer weiteren Novelle sich mit den Auswirkungen der vorhergehenden Anfrage auseinanderzusetzen. Von daher, Herr Abgeordneter Dr. Garer, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir jetzt die Maßnahmen, die mit dem § 71c verbunden sind, also einen ersten Schritt sehen und ein ganzes weiteres Maßnahmebündel bereits auf Schiene gebracht haben, mit dem Schwerpunkt, die Optimierung, die Beschleunigung und auch die Steigerung der Effizienz im Wohnbau zu bewerkstelligen. Zum einen geht es hier uns vor allem durch eine weitere Novelle um die Eindämmung der Planungs- und Errichtungskosten von Bauwerken insgesamt. Wir haben in der letzten und vorletzten Novelle der Bauordnung schon eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir beispielsweise den Zubau von Außenaufzügen und Balkonen erleichtert haben und auch die Möglichkeiten, beispielsweise Balkone nachträglich einzubauen, deutlich erweitert haben. Dass wir beispielsweise in der Bauordnung auf den verpflichtenden Einbau von Notkaminen verzichtet haben und dass wir beispielsweise bei Dachgeschossausbauten Erleichterungen vorgesehen haben, insbesondere bei Aufklappungen, die mehr Wohnraum im Dachgeschoss auch ermöglichen. Dazu haben wir auch den Entfall zur Vorlage von Grundbuchauszügen oder auch die Bewilligungsfreistellung von geringfügigen Änderungen von bewilligten Anlagen vorgesehen. Das sind Maßnahmen, die auch sehr, sehr stark zur Beschleunigung der Verfahren insgesamt mitwirken können. Und ich habe mir auch bei der Präsentation dieses Maßnahmenbündels vorgenommen, dass von der Widmung bis zur Schlüsselübergabe ein Bauverfahren nicht länger als 32 Monate dauern soll. Das wäre eine Reduzierung der Bauverfahren in Gesamtzeiten von mehr als einem halben Jahr und hätte natürlich den Vorteil, dass zum einen Wohnungen schnell auf den Markt gebracht werden können und zum anderen, dass wir auch Bauträgern helfen, auch Kosten einzusparen, was sich natürlich auch auf die Miethöhe auswirkt. Eine wichtige Maßnahme, die wir im Bereich der Verwaltung gesetzt haben, ist, dass wir die Tätigkeit der Baupolizei noch effizienter ausgerichtet haben nach einer sehr umfassenden Organisationsreform, die, wie ich meine, auch gut vorbereitet worden ist und wo wir die Durchlaufzeiten der Akte von 221 Tagen im Jahr 2014 auf 172 Tage 2015 reduzieren konnten. Das heißt, es sind hier sehr viele Bauwerber schneller mit ihren Anträgen behandelt worden und wir konnten da auch die Rückstundsakte um mehr als 10 Prozent in dieser Zeit senken. Also das sind alles Maßnahmen, die deutlich machen, dass wir hier schon gut unterwegs sind, dass aber natürlich es in der Natur der Sache liegt, dass eine Bauordnung einer ständigen Überprüfung unterzogen werden muss und es immer wieder auch neue Maßnahmen gibt, die man hier einbringen kann. Von daher freue ich mich sehr, wenn wir auch im Wohnbauausschuss zu diesem Thema diskutieren, so wie auch in der Vergangenheit und es sind eigentlich auch sehr viele positive Dinge entstanden durch derartige Diskussionen. Also ich kann nur einladen, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Danke, Herr Stadtrat. Die erste Zusatzfrage stellt, Herr Abgeordneter. Dr. Ulm, bitte, Herr Abgeordneter. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat, wie man die Baukosten reduzieren könnte, wurde in der letzten Zeit auch von sehr Berufenen beantwortet, beziehungsweise wurden Vorschläge gemacht und zwar von der Initiative ProBauen und dem Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen gemeinsam, interessanterweise. Ja, also mit den nicht unbekannten Proponenten Mag. Karl Wurm und Mag. Hans-Jörg Ulreich, die das auch der Öffentlichkeit kundgetan haben und einige Beispiele genannt haben, wie man ganz konkret Baukosten reduzieren könnte. Ich glaube, Sie halten auch immer viel davon, die Praktiker zu Wort kommen zu lassen. Wäre es nicht eine gute Idee und könnten Sie nicht eine Initiative starten, die direkt Betroffenen, die da sehr viel Know-how haben, einzubinden und von deren Know-how auf die Art und Weise zu profitieren. Danke, Herr Stadtrat. Ja, ich stehe nicht nur mit diesen beiden von Ihnen genannten Personen im laufenden Kontakt, sondern auch mit den dahinter stehenden Einrichtungen und Organisationen. All diese Einrichtungen, die das erste Mal gemeinsam auftreten, also das ist völlig richtig, sonst immer getrennt, aber auch dieser Diskussionsprozess, der zwischen den ganz unterschiedlichen Einrichtungen geführt wird, ist mir natürlich nicht verborgen geblieben. Viele dieser Anregungen werden bei uns auch derzeit gerade geprüft. Ich stehe da auch im Dialog mit beiden und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder andere auch einfließt in die nächste Novelle der Bauordnung. Man muss noch sehen, dass manche Maßnahmen, die die Bauordnung betreffen, aber nicht nur, zum Beispiel auch das Garagengesetz und die Stellplatzverordnung, dass es da natürlich auch immer unterschiedliche Interessen gibt. Richtig ist, wenn man beispielsweise die Stellplatzverpflichtung reduziert, dass das Baukosten verringert. Ja, das ist richtig, hat aber natürlich auch Auswirkungen auf das Stadtbild, auf die Möglichkeiten, öffentlichen Raum zu nutzen und vieles andere mehr. Also man muss da immer natürlich schauen, dass man unterschiedliche Gegebenheiten, die es in der Stadt gibt, zum Beispiel zwischen dicht verbauten innerstädtischen Gebieten und Bezirken, wo mehr Abstellmöglichkeiten für BKWs sind, dass man hier einen Mittelweg findet. Wir haben das, wie ich meine, im letzten Garagengesetz sehr gut berücksichtigt, also bei der letzten Novelle zum Garagengesetz. Wir haben früher die Stellplatzverpflichtung gehabt, eins zu eins, also einen Stellplatz für eine Wohnung. Und aufgrund der Diskussion, die ich auch mit den Bauträgern geführt habe, egal ob jetzt gewerblich oder gemeinnützig, haben wir dann in Abstimmung auch mit den Bezirken die Stellplatzverpflichtung geändert, Richtung einen Stellplatz für 100 Quadratmeter Wohnfläche, was insbesondere kleine Wohnungen begünstigt hat in der Darstellung der Baukosten. Und das war uns gemeinsam auch ganz wichtig. Also wie damit nur sagen, die Anregungen werden derzeit von mir im Ressort geprüft. Vieles wird auch einfließen. Manches muss auch im Diskussionsprozess, im Wohnbausschuss, aber auch im Diskussionsprozess mit den Bezirken noch geklärt und abgestimmt werden. Danke, Herr Stadtrat. Wir kommen zur dritten Zusatzfrage, nachdem die zweite zurückgezogen wurde. Und Herr Mag. Minister Pafkowicz da. Sehr geehrter Herr Stadtrat, danke. Zusatzfrage zum § 71c, der hier als Initiativantrag eingebracht wird. Sie haben im Zuge der vorhergehenden Anfragebeantwortung schon gesagt, dass grundsätzlich nach Ihrer Ansicht die Nachbarrechte nicht eingeschränkt sind, weil sie ja, so haben Sie gemeint, bestehen, aber halt eine aufschiebende Wirkung haben. Demgegenüber steht aber hier der Gesetzestext der Initiative, wo es ganz klar heißt, im Absatz 4, das für Bauvorhaben nach Absatz 3, wenn man dort nachschaut, sind das dann die, die bis zu fünf Jahre bestehen können. Also für Bauvorhaben bis zu fünf Jahre steht hier wortwörtlich, die Verletzung subjektiv öffentlicher Nachbarrechte steht der Bewilligung nicht entgegen. Das heißt, die Nachbarrechte gelten nicht. Und dann gibt es eine Ausnahme, die ich vorher schon zitiert habe, es darf jedoch die Bebaubarkeit von Nachbargrundflächen nicht vermindert werden. Aber alle anderen, steht hier wortwörtlich, die Verletzung subjektiv öffentlicher Nachbarrechte steht der Bewilligung nicht entgegen. Für Bauwerke nach Absatz 3, das sind die mit den fünf Jahren. Und jetzt gestehe ich Ihnen schon zu, dass es vielleicht anders gemeint war. Darf aber in dem Zusammenhang an die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes aufmerksam machen, der da sagt, der Inhalt einer Regelung und nicht der Zweck der Regelung ist entscheidend. Und immer nach der Frage nach dem Inhalt der in Aussicht genommenen Regelung entscheidet der Verfassungsgerichtshof nicht nach dem Zweck, der vielleicht gemeint war. Der kann ja durchaus gut gemeint gewesen sein. Hier gibt es da verschiedene Sammlungsnummern, wo man das nachschauen kann. Die Sammlungsnummer 2452, 2670, 2977, 3152 und so weiter. Das geht zeitenlang so dahin. Sie können gerne nachschauen. Der Inhalt der Regelung ist wichtig, nicht der Zweck. Und jetzt sage ich noch einmal, die Verletzung subjektiv öffentlicher Nachbarrechte steht der Bewilligung nicht entgegen. Für die Dauer von fünf Jahre. Und meine Zusatzfrage lautet daher jetzt, wie geht es Ihnen mit dieser Beschränkung der Nachbarrechte, insbesondere im Bereich etwa der Emissionen, Lärmbelästigung beispielsweise, ist eine so eine Beschränkung des Nachbarrechts. Und das heißt, dass das fünf Jahre lang nicht geltend gemacht werden darf. Herr Stadler. Ich habe jetzt das Päntchen, aus dem Sie zitiert haben, nicht bei der Hand. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Anrainerrechte dadurch gewahrt bleiben, dass ja der Weg zum Landesgerichtshof möglich ist. Wir dürfen nur zwei Dinge nicht miteinander verwechseln. Das eine ist unmittelbar das, wo die Bauordnung Einflussmöglichkeiten hat. Und das andere ist zum Beispiel bei Geruchsemissionen, was das Gewerberecht betreffen würde. Also wenn beispielsweise dort eine Großküche eingerichtet wird, würde das nicht primär die Bauordnung, sondern das Gewerberecht betreffen. Aber prinzipiell ist sichergestellt, dass über den Landesverwaltungsgerichtshof auch die Anrainerinteressen gewahrt bleiben. Allerdings keine aufschiebende Wirkung haben, sondern erst dann nach einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtshofes unmittelbare Auswirkungen haben. Also ich gehe davon aus, dass die Interessen der Anrainer dadurch gewahrt bleiben. Und wie gesagt, die Situation ist in vielen anderen Bundesländern generell bei allen Bauprojekten so. Also wir haben da in Wien ein ohnehin sehr dichtes Netz, um die Anrainerinteressen auch bei Bauvorhaben zu berücksichtigen. Danke, Herr Stadtrat. Die vierte und letzte Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Diplomische Herr Dr. Gara. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Stadtrat, vielen Dank für die Beantwortung. Ich möchte noch mal kurz replizieren auf die Frage zuerst, nämlich bezüglich der verfassungsrechtlichen Prüfung. Ich meinte damit, ein verfassungsrechtliches Gutachten geht natürlich schon schneller, wäre auch hilfreich. Und im Kontext der Obergrenze hat es eine relativ eindeutige Aussage gegeben. In diesem Kontext des § 71c Bauordnungsnovelle, wenn ich mir vorstelle, ich plane längerfristig eine Novellierung, dann würde ich mir hier schon auch, sage ich, einen Gesamtplan skizzieren, wo ich sage, okay, wir haben eine Notmaßnahme, Schritt 1 müssen wir das machen, aber ich gebe gleichzeitig auch einen Plan für Schritt 2, sprich der Bauordnungsnovelle, eine umfangreicheren. Das würde auch helfen, um, sage ich, Interpretationsschwierigkeiten zu mildern. Das würde auch helfen, um auch Sicherheit zu geben, dass man nicht das Gefühl hat, das ist quasi nur kurzfristig aufgrund des Anlasses, sondern das ist ein Anstoß und wir nutzen die Krise quasi als Chance. Also meine Frage ist, warum hat man sich nicht überlegt, hier von vornherein eigentlich einen Gesamtplan zu entwickeln, wo wir sagen, okay, Schritt 1 ist dieser § 71c und Schritt 2 mit einem klaren Zeitplan möchten wir eine Novellierung der Bauordnung in einer umfangreicheren Form angehen? Herr Statter. Ja, Sie haben das selbst jetzt, glaube ich, sehr gut beschrieben, die Herausforderung, nämlich, dass manches auch unter einem gewissen Zeithorizont zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass wir alle gemeinsam sehr intensiv an einer Novelle der Bauordnung arbeiten werden. Wir wollen auch ernsthaft da auch reinwähende Vorschläge berücksichtigen, aber ich gehe davon aus, dass auch eine Novelle der Bauordnung sicher einige Monate noch dauern wird, wenn man wirklich etwas Tiefgreifendes, Umfassendes, Nachhaltiges tun möchte. Wir haben auch bei den letzten Novellen der Bauordnung alle Fraktionen einbezogen, aber auch alle Expertinnen und Experten, die schon heute zitierten, die Sozialpartner, vieles andere mehr. Also von daher ist davon auszugehen, dass jede Novelle der Bauordnung, die auch eine gewisse Nachhaltigkeit erreichen will, auch sehr viel länger dauert. Und ich möchte mir auch darauf hinweisen, dass wir auch jetzt ja schon Möglichkeiten haben, beispielsweise temporäre Wohnbauten zu errichten, nämlich in § 71. Heute werden wir den § 71c beschließen, der sich ja nicht so sehr um Wohnraum kümmert, sondern um Unterbringungsmöglichkeiten. Der § 71 sieht ja jetzt auch schon vor, dass wir temporäre Wohnmöglichkeiten schaffen können, beispielsweise auch Studentenheime, vieles andere mehr. Da gibt es Projekte, die auch in Umsetzung begriffen sind, wo auch die Maßnahmen der Bauorte, Ordnung auch greifen. Und hier gibt es auch schon Erfahrungen, die wir in der Stadt geschaffen haben. Wie gesagt, der § 71c, den wir heute beschließen, ist eine zusätzliche Ergänzung schon zu den bereits bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen und soll sich ganz stark orientieren an temporär befristete Unterbringungsmöglichkeiten, die nicht für längerfristige Wohnzwecke gedacht sind. Danke, Herr Stadtrat, die Anfrage ist damit beendet. Wir kommen zur aktuellen Stunde. Der ÖVP-Club der Bundeshauptstadt Wien hat eine Aktuelle Stunde mit dem Thema Kanzler schwenkt auf ÖVP-Kurs, Vernunft statt naiver Einladungspolitik, Reform der Wiener Mindestsicherung für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen unerlässlich verlangt. Das Verlangen wurde gemäß § 39 Absatz 2 der GO-Ordnungsmäß beantragt. Ich darf den Erstredner, Herr Abgeordneter Mag. Juwetschka, bitten, die Aktuelle Stunde zu eröffnen. Sie haben zehn Minuten Zeit. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Flüchtlingsthema ist omnipräsent. Wir haben es heute schon in der Fragestunde gesehen. Wir werden uns heute im Zuge dieser Landtagssitzung ja noch mehrfach mit den Auswirkungen beschäftigen können. Und es ist nicht nur ein europäisches Thema, wenngleich der derzeitig stattfindende Europäische Rat natürlich auch nur dieses Thema kennt. Es ist nicht nur ein Bundesthema, auch wenn wir Gott sei Dank vor allem auf Initiative der Frau Innenministerin Hanni Mikl-Leitner und des Außenministers Sebastian Kurz jetzt auch auf Bundesebene ein Einlenken und ein Durchsetzen der Vernunft aufzuweisen haben, indem auch der Bundeskanzler und der Verteidigungsminister die notwendigen richtigen Schritte setzen. Es ist, meine Damen und Herren, und das ist der Grund, warum wir es heute wieder zum Gegenstand auch dieser Aktuellen Stunde gemacht haben, sehr wohl auch ein Thema der Länder und vor allem ein Thema Wiens. Warum ist das so? Noch einmal kurz replizierend die unbestrittenen Zahlen. Österreich hat über lange Jahre rund 15.000 Asylanträge jährlich behandelt. 2014 waren es dann schon 28.000 und 2015. Wir alle wissen, wie wir plötzlich gegen Sommer mit dieser unglaublichen Anzahl von Asylwerbern konfrontiert waren. 2015 waren es 90.000 Asylanträge. Jetzt wissen wir, dass Wien aufgrund der Quote rund 20 Prozent dieser Asylwerber, der Menschen in Grundversorgung beheimaten muss. Tut Wien auch, erfüllt seine Quote. Das heißt, es sind allein in der Grundversorgung rund 20.000 Menschen. Und wir wissen auch, und heute gibt es wieder zahlreiche Medienberichte dazu, dass die Menschen, die einen positiven Asylbescheid bekommen, dann zu einem sehr hohen Maße, zu 70, 80 Prozent, den Weg in diese Stadt suchen. Einerseits, ja, weil die Großstadt an und für sich schon ein Magnet ist, aber andererseits, darauf werde ich noch kommen, weil wir hier verabsäumen, nach wie vor verabsäumen, unser Sozialsystem dementsprechend nachzuschärfen, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir derzeit ansehe, wie aufgrund dieser immensen Herausforderung im Wohnbereich, im Schulbereich, im Integrationsbereich, hier Uneinigkeit und Passivität seitens der rot-grünen Stadtregierung herrscht, dann wird mir für diese Stadt Angst und Bange, meine Damen und Herren. Schauen wir uns die Grünen an. Während Peter Pilz schon durchaus differenziertere Töne einschlägt, haben wir eine Situation, dass gerade heute aktuell in einer Zeitung die Frau Vizebürgermeisterin Vasilako mehr oder weniger offen meint, Mindestsicherung gehört angehoben und die Einladungspolitik munter fortgesetzt. Das ist diese Politik, das moralisch überhöht sein wollen, obwohl ich nach wie vor nicht verstehe, warum es einerseits schlecht sein soll, Menschen in Mazedonien oder bei der mazedonischen Grenze aufzuhalten, aber Menschen an der griechisch-türkischen Grenze aufzuhalten, ist wunderbar. Das müssen mir die Grünen auch noch einmal erklären. Jedenfalls nicht anständig, nicht moralisch hochwertig ist es, wenn man jetzt, wie grünen Aktivisten das getan haben, an die mazedonische Grenze fährt und des Gags wegen Menschen über die grüne Grenze führt und sie dort wirklich teilweise ihr Leben verlieren müssen, weil das so gefährlich ist. Und diese Menschen sind in Griechenland sicher, es gibt dort leere Quartiere, wo diese Menschen selbstverständlich auch dementsprechend versorgt werden können. Und wenn ihr ehemaliger Kultursprecher, Klaus-Werner Lobo, dazu redet, nur Bolzenschneider zu kaufen und den Zivilen ungehorsam zu üben, dann ist das auch signifikant für diese Politik. Und wenn er sich in einem Profilinterview dessen rühmt, dass er im letzten September mehrfach als Schlepper tätig war, dann erübrigt sich, glaube ich, jede Diskussion über die Haltung Ihrer Fraktion dazu. Ich komme zur SPÖ, weil diese Partei ja nicht nur den Kanzler stellt, sondern auch für sich, wie ich annehme, den Anspruch hat, eine staatstragende Partei zu sein. Und ich habe es zuerst schon gesagt, Gott sei Dank hat man sich auf einen Asylgipfel zwischen Bund und Ländern, auf eine vernünftige Vorgangsweise, auf eine Obergrenze von 37.500 Personen für das Jahr 2016 geeinigt. Ich weiß, jetzt wird wieder kommen, Richtwert Obergrenze, selbst der Herr Bundeskanzler hat gemeint, man soll keine Wortglauberei betreiben, das sei wurscht. Ich kann nur sagen, der Bundesgeschäftsführer der SPÖ, er ist heute leider zumindest jetzt nicht in den Bankreihen, hat ja eine Mitgliederinterne Umfrage gemacht mit der Formulierung, finden Sie es richtig, dass wir mit dem Richtwert von 37.500 Menschen den Zugzug begrenzen. Also, dass es ein Grenzwert ist, ist selbst in der SPÖ jedenfalls schon völlig unbestritten und das ist gut so. Aber wie schaut es in Wien aus? Da hat der Bürgermeister zwar den Asylvertrag unterschrieben, zweifach als Landeshauptmann und als Städtebundpräsident, aber Aktivitäten, die gibt es keine. Ganz im Gegenteil, hier gibt es so eine kleine mini Che Guevara-Fraktion in der SPÖ, die diese Einladungspolitik gleich weiter gegen alle Vernunft aufrechterhalten will, auch wenn die Kapazitäten hierfür nicht da sind. Weil wir wissen ja, dass das von uns immer präferierte und ich glaube von allen Parteien präferierte, kleinteilige, verteilende Flüchtlinge in der Grundversorgung jetzt gar nicht mehr möglich ist. Die Flüchtlinge, die Großquartiere in Liesing, in Floridsdorf zeigen, dass man ja schön langsam an die Kapazitätsgrenzen kommt und dass man sich etwas überlegen muss. Und das, was man anderen Problemstellungen entgegensetzt, meine Damen und Herren, das spottet jeder Kritik. Wir wissen, es gab leider vereinzelt Übergriffe, vor allem auch sexuelle Übergriffe in Bädern beispielsweise. Wir wissen, die Tageszeitungen schreiben das ganz gerne. Was hat die Stadt Wien als logische Reaktion darauf? Man überlegt bei den Wiener Bädern, das ist ein Artikel aus ORF online, neue Piktogramme zu machen, wo die Badeordnung gezeigt wird. Ich bin schon gespannt, wie man das visuell aufbereitet, dass Vergewaltigungen und Begrabschen nicht State of the Art in diesem Land ist und man gibt jetzt Polizisten in den Wiener Bädern freien Eintritt. Meine Damen und Herren, ich freue mich zwar für die Polizisten, aber das ist ein Aufschrei der Hilflosigkeit dieser Stadtregierung. Und ich habe nur noch zweieinhalb Minuten. Wir müssen natürlich und damit Wien nicht so ein Magnet, vor allem für positiv Asylbeschiedene ist, auch über unser Sozialsystem nachdenken. Und nein, der Herr Bürgermeister ist leider nicht da. Wir wollen nicht Politik auf dem Rücken der Schwächsten machen. Aber beispielsweise eine Deckelung für Familien bei 1500 Euro ist jedenfalls zulässig. Weil ich sage Ihnen, wie es zu diesen 1500 Euro kommt. 1500 Euro netto sind ein Äquivalent für das österreichische Meridianeinkommen bei rund 2100 Euro. Und wenn man bei 1500 Euro deckelt, die Mindestsicherung, kommt natürlich noch die Kinderbeihilfe. Und wenn eine Familie mit zwei, drei Kindern die Kinderbeihilfe hier zusätzlich erhält, dann ist man irgendwann, je nach Alter der Kinder, bei 18, 19, 2000 Euro netto. Und meine Damen und Herren, das ist zulässig, ja das ist sogar sozial gerecht. Vor allem den arbeitenden Menschen in diesem Land gegenüber der Frau, die für 1200 Euro brutto an der Bielerkasse sitzt und nicht versteht, warum es nicht zumutbar ist, wenn man mit 1500 Euro netto plus Kinderbeihilfe eine Familie ernähren kann. Meine Damen und Herren, hier muss nachgeschärft werden. Und andere Bundesländer, übrigens auch Burgenland, haben beispielsweise auch nachgeschärft, wenn es darum geht, Schutzdürftige anders zu behandeln und hier nicht die volle Mindestsicherung auszuzahlen. Ihr Kollege Nissel macht's. Wir sagen, reden wir drüber, schauen wir uns an, dass Wien nicht zu einem Magneten wird, der das Problem in dieser Art und Weise nicht schultern wird können. Vielen herzlichen Dank. Für die weiteren Wortmeldungen darf ich daran erinnern, dass man sich nur einmal zu Wort melden kann und die Redezeit mit fünf Minuten begrenzt ist. Als nächste Rednerin hat sich Frau Abgeordnete Mag. Meindl-Reisinger gemeldet. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Jüratzka, ich bin immer wieder überrascht, ob der Schwenks in der Tonalität, aber auch die Pressekonferenz hat ja gestern gezeigt, dass die Tonalität einhergeht offensichtlich mit einer neuen blau-schwarzen Einigkeit, die wir hier erleben und wahrscheinlich auch vielleicht, oder ich hoffe nicht, auf Bundesebene. Die Tonalität ist durchaus bemerkenswert. Aber ich danke Ihnen für dieses Thema, denn das Thema, wie man Sozialsysteme nachhaltig gestalten kann und wie Sie auch gewisse Balance sind zwischen der sozialen Auffang- und Schutzfunktion, aber auch natürlich der Trampolinfunktion, Leistungsanreize zu bieten. Das ist ein sehr wichtiges für uns. Ich frage mich allerdings, ob das gerade von Ihnen zu thematisieren ist, die Sie ja bekanntlich doch seit einigen Jahren in der Bundesregierung sitzen. Das Thema Mindestsicherung ist ein sehr spannendes. Wir sehen das jetzt in der aktuellen Diskussion um die Flüchtlingskrise. Ich glaube, es ist aber sozusagen nur jetzt der Anlass, etwas grundlegend zu diskutieren. Wie immer in solchen Situationen, wo eine Krise ist, zeigt sich meiner Meinung nach die Resilienzfähigkeit gewisser Systeme. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass unsere Systeme, auch die Sozialsysteme, nicht besonders resilient aufgestellt sind. Das meine ich in Bezug auf die Mindestsicherung, aber das meine ich auch in anderen Bereichen. Man merkt, wenn eine Krise, wie die Flüchtlingskrise kommt, dann poppen Themen auf, wie zum Beispiel der Bildungsnotstand in Wien. Zweifelsohne nicht erst seit heute oder seit der Flüchtlingskrise ein Thema, aber offensichtlich jetzt so virulent, dass man sagt, wir müssen da näher hinschauen. Wir haben schon letztes Jahr dieses Thema massiv thematisiert. Und wenn man das jetzt zum Anlass nimmt, und zu sagen, ja, wir müssen was tun, dann habe ich hier wirklich nichts dagegen. Schauen Sie, wir glauben auch, dass die Mindestsicherung reformbedürftig ist. Und ich habe mich diesbezüglich auch schon geäußert, auch auf Bundesebene haben wir uns geäußert. Wir sehen vor allem hier vier notwendige Punkte. Das eine ist, dass wir meiner Meinung nach diesen negativen Standortwettbewerb, der jetzt innerhalb von Österreichs, vor allem auch von ÖVP-Bundesländern vorangetrieben, beenden müssen und selbstverständlich eine bundeseinheitliche Sozialleistung brauchen. Also klare Bundeskompetenz, aber auch bundeseinheitliche Sozialleistung, die natürlich kombiniert werden soll stärker. Und da höre ich jetzt auch schon Signale seitens der SPÖ, aber der Grünen, durch Sachleistungen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Der dritte Punkt, und das wissen Sie, dass das uns ein Anliegen ist, ist, dass man stärkere Erwerbsanreize setzt. Mein Kollege Markus Ornig wird da auch aus unternehmerischer Sicht da noch später darauf eingehen. Und natürlich brauchen wir ein einheitliches Kontrollsystem. Was mir nicht gefällt, und das sage ich auch ganz offen, das ist eben dieser negative Standortwettbewerb. Dieses, wer bietet weniger in diesem Bereich. Ich halte tatsächlich diesen Bereich für sehr sensibel. Und ja, auch wenn die entsprechenden EU-Richtlinien das ermöglichen, eine Ungleichbehandlung zwischen Asylberechtigten und Subsidiär-Schutzberechtigten, halte ich für wirklich kurzsichtig. Für wirklich kurzsichtig. Denn es kommen Folgekosten auf uns zu, die man leichter abdecken könnte, wenn man gleich sagt, hier gibt es ein System. Aber, und daraufhin habe ich auch hingewiesen, und ich freue mich, dass die Diskussion aufgegriffen wurde von der Bundes-SPÖ, ich glaube, dass wir vor allem auf die Frage der Integration schauen müssen. Wir müssen uns als Politik die Frage stellen, wie können wir Integration am besten ermöglichen? Und hier ist vor allem auch der Herr Integrationsminister gefragt, den ich hier nämlich nicht sehe. Das ist die Frage, habe ich eine Chance auf einen Arbeitsplatz? Habe ich eine Chance auf einen Ausbildungsplatz? Habe ich die Chance der Unterbringungsmöglichkeiten? Und aus diesem Gesichtspunkt heraus hat der EuGH in Bezug auf die deutsche Regelung auch gesagt, kann man Wohnsitzauflagen, also Residenzbedingungen im Zusammenhang mit dem Bezug von Sozialleistungen stellen. Für Subsidärschutzberechtigte und für Asylberechtigte. Und ganz ehrlich, ich möchte hier eine unaufgeregte Diskussion. Ich glaube, wir haben die Verpflichtung als Politik, für die bestmögliche Integration zu sorgen. Es geht hier nicht um eine Lastenverteilung, das muss man anders lösen, meiner Meinung nach. Das ist eine Frage des Finanzausgleichs, und ich erwarte mir hier von der sonst so unnötigen Landeshauptleutekonferenz, dass sie entsprechend hier agiert. Aber diese Frage der Wohnsitzauflage in Bezug auf Integrationschancen, das halte ich für ganz wichtig, das zu prüfen. Denn nur so kann Integration bestmöglich gelingen. Vielen Dank. Dankeschön. Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Hebein. Bitte, Frau Abgeordnete. Werte Herr Vorsitzende, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, vorweg eines. Ich bin sehr verantwortlich für die humanitäre Katastrophe in Indomene, sind ausnahmslos diejenigen, die die Grenzen dicht gemacht haben. Und das noch dazu ohne der EU, Griechenland und Deutschland, jetzt hierher zu gehen, um die Menschen politisch zu diskreditieren, die dort vor Ort Hilfe leisten, tagtäglich zu schauen, dass die Leute überhaupt was zu essen zu haben. Das weise ich aufs Schärfste zurück. Herr Abgeordneter Juratzka, ich weiß nicht, wie Ihnen das nicht schon peinlich ist. Das befürchte ich. Aber wir sind ja schon beim eigentlichen Thema. Die Mindestsicherung wurde geschaffen, um Menschen in Notsituationen zu unterstützen, und Armut und Ausgrenzung zu vermeiden. Das Einfachste wäre jetzt natürlich herzugehen, im Zuge der 15a-Verhandlungen, die geführt werden, ein Bundesgrundsatzgesetz zu schaffen, zu vereinheitlichen, qualitative Mindeststandards festzulegen. Dann wäre dieses Trauerspiel der Bundesländer, wer wen wie unterbietet, um Menschen noch mehr in Armut zu treiben, schlichtweg erledigt. Das wäre vernünftig und gerecht. Wir brauchen schlichtweg solche Mindeststandards. Was regnen Sie sich auf? Wir reden hier von Menschen in Notsituationen, Herr Abgeordneter Juratzka. Und das, was Sie hier einbringen mit Ihren Anträgen, ist das, was Sie ja schon lange wollen. Sie wollen das Sozialsystem aushebeln. Sie reden ganz offen darüber, denken laut nach, wie man die Arbeitslosigkeit kürzen kann. Sie denken schon seit letztem Jahr laut nach, ob wir nicht Hartz IV brauchen, die 1-Euro-Jobs in Österreich, lange bevor die humanitäre Katastrophe Österreich erreicht hat, die Menschen nach Österreich geflohen sind. Sie wollen nichts anderes, wie hier auf Kosten derjenigen, die in Not sind, auf Kosten derjenigen, die Schwierigkeiten haben, Politik zu machen. Das ist nicht unser Politikverständnis. Schauen wir uns doch an, was Ihre Anträge konkret bedeuten würden. Ich stelle Sie mir vor, in einem Sozialamt, Sie, Herr Abgeordneter Juratzka, und da kommt eine Frau, Friseurin mit zwei Kindern, vielleicht noch ein Mann, der, keine Ahnung, Drucker ist, wo auch immer aus Deutschland. Und Sie sagen der Frau nicht, nicht, sie soll, sie kriegt die Unterstützung, die sie braucht in einer Notsituation, sondern Sie schauen ihr auf den schwangeren Bauch und sagen, na, ein drittes Kind ist bei uns nicht vorgesehen. Oder Sie sagen, zuerst brauchen wir einmal einen Reisepass. Wir wissen nicht, wie lange Sie hier in Österreich sind oder Ihr Mann. oder bei den Subsidiar-Schutzberechtigten. Was sagen Sie, wenn Sie da einen Antrag stellen, längerer Aufenthalt in Österreich? Sagen Sie das jemandem, der aus Deutschland kommt? Sagen Sie da einem anerkannten Flüchtling? Mein Gott, Sie haben ein Pech gehabt. Bei Ihnen hat das Verfahren nur zwei Jahre gedauert. Erst ab fünf Jahren haben Sie Anspruch. Sie arbeiten hier nicht lösungsorientiert, dass die Menschen in unserem Land sich darauf verlassen können, Unterstützung zu erhalten, wenn es notwendig ist. Das ist der springende Punkt. Und wenn wir schon ernsthaft darüber diskutieren, wo denn die Probleme sind, schauen wir uns doch an, genau was hinter den steigenden Mindestsicherungszahlen steckt. Und ich sage Ihnen, meine größte Sorge ist die, dass die Jugendlichen hier zunehmend eine Perspektive brauchen. Hier müssen wir wirklich investieren. Und zwar in die Zukunft, in die Jugendlichen dieses Landes. Und ja, wir haben hier auch ein Migrationsproblem. Und das gehen wir an in Wien mit der Ausbildungsgarantie und mit der Qualifizierung Back to the Future. Und wir lassen uns nicht, werte ÖVP, von Ihnen vorantreiben in einem Verteilungskampf, den Sie hier führen, unappetitlich auf Kosten der Schwächsten in diesem Land. Vielen Dank. Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Hebein, wenn Sie uns vorwerfen, dass wir die Arbeitslosigkeit kürzen wollen, dann kann ich Ihnen nur sagen, ja, wir wollen die Arbeitslosigkeit kürzen und nicht anscheinend, so wie Sie, Arbeitslosigkeit noch weiter anfachen. Vielen Dank, meine sehr geehrte Frau Hebein. Weiter zu meinen Vorrednerinnen. Ich gebe der Frau Kollegin Meindl-Reisinger recht, wenn sie meint, dass der Staat Österreich oder viele auch Teilbereiche und Systeme nicht mehr resilient sind. Ja, es stimmt, aufgrund einer jahrelangen auch SPÖ und ÖVP geiselhaft, sind unsere Systeme nicht mehr fit. Aber vor allem auch nicht mehr fit, wenn jetzt ein Massenansturm kommt, wenn 90.000 Menschen, also jetzt mal Asylanten oder illegale Zuwanderer, zu uns kommen in unser System. Da ist unser Gesundheitssystem nicht fit. Da sehen wir vor allem an den Ambulanzen in den Spitälern, dass wir für diese Masse nicht mehr fit sind. Wir sind im Bildungssystem nicht darauf vorbereitet. Wir sind im Sozialsystem auch nicht mehr vorbereitet. Und vor allem, und das ist ja das Erschreckendste, ist, dass auch unser Bundesheer durch jahrelanges Kaputsparen der SPÖ nicht mehr fit ist, solchen Maßnahmen in Grenzen Einhalt zu gebieten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als ich den Titel der heutigen Aktuellen Stunde gelesen habe, SPÖ schwenkt um auf ÖVP-Kurs, fand ich das sehr erheiternd. Man könnte ihn auch weiterum fortsetzen. SPÖ und ÖVP schwenkt endlich um auf den FPÖ-Kurs. Das ist ja schon einmal etwas Positives. Und ich freue mich, dass hier die verantwortlichen Personen wie Kanzler oder Außenminister endlich eingesehen haben, dass eben diese ganzen Flüchtlingsströme, die aus Syrien kommen, zu zwei Drittel eben nicht von dort stammen, auch nicht vor Krieg fliehen, sondern in unser Sozialsystem einwandern wollen. Aber man muss auch sagen, Worte alleine reichen ja nicht von einem Außenminister Kurz, von einem Kanzler Faymann. Sie müssen endlich Daten beweisen. Und eines muss auch klipp und klar sein, und das muss man auch festhalten, unsere Kapazitäten sind längst erschöpfend. Es wird höchste Zeit, dass gehandelt wird und nicht nur schöne Worte fallen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Applaus Aber der Bundeskanzler Faymann versucht ja auch hier, genauso wie der Bürgermeister Häupl, durch Boxsprünge hier auch krampfhafte Kehrtwänden zu vollziehen. Man könnte sagen, das ist vielleicht eine Neuosität vor den Bundespräsidentenwahlen oder vielleicht hat der Regierungschef hier auch seine eigenen Umfragewerte gesehen, wie schnell die in den Keller rasseln. Er begibt sich auf eine Talfahrt. Da muss man sagen, da werden schon manche Streifexperten neidig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber diese Kehrtwende, die hier vollzogen wird, ist unglaubwürdig. Die kauft Ihnen auch niemand ab. Im Wochentakt wird hier anders umgegangen mit dieser neuen Völkerwanderung, die hier auf uns zukommt. Ihre Linie ist auch nicht mehr nachvollziehbar. Der Bundeskanzler ist ja schon wie ein Chamäleon. Er verfärbt sich jedes Mal, egal wo er hinfährt. Sei es jetzt so, wie er sich in Europa für Österreich versucht, stark zu machen. All das ist nicht glaubhaft. Es gibt nur eine einzige glaubhafte Fraktion hier in diesem Haus. Es gibt nur eine glaubhafte Fraktion im Nationalrat, die eine konsequente Linie gefahren ist. Und das ist die Freiheitliche Partei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unser Sozialsystem ist nicht fit für so einen Ansturm an Menschen. 90.000 Menschen haben letztes Jahr in Österreich um Asyl angesucht. Wenn man das jetzt circa rechnet, dass 40 Prozent anerkannt bleiben. Viele bleiben subsidiär schutzberechtigt. Kommt man auf eine Zahl von in Zukunft 72.000 Mindestsicherungsbezieher. Wenn man davon wiederum denkt, dass zwei Drittel davon in der Bundeshauptstadt dann ansässig werden, sind das 48.000 Menschen. Und das sind Kosten, die kann wie nicht mehr tragen. Denn 48.000 Menschen in Mindestsicherung bedeuten Mehrkosten im Monat von 39 Millionen Euro. Wenn man das hochrechnet auf ein Jahr, sind das 476 Millionen Euro. Das ist fast eine halbe Milliarde Euro, die jetzt belastet werden eben hier in diesem Budget. Und deswegen sagen wir immer wieder, unsere Forderungen sind, dass wir eintreten für eine Halbierung der Kostenhöchssätze nach der Grundversorgung. Eine Umwandlung von Geldleistung in Sackleistung. Endlich darf Wien die Niederlassungsquote nicht mehr überschreiten. Und alles in allem kann man sagen, stoppen wir endlich das Anreizsystem für illegale Zuwanderung in unser Sozialsystem. Der guten Ordnung gebe ich bekannt, dass Herr Abgeordneter Wansch ab 10 Uhr und nicht erst ab 15 Uhr abwesend ist. Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Niedermüll-Bichler. Bitte Herr Abgeordneter. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt haben wir gehört, warum die ÖVP die Mindestsicherung gern reformieren möchte. Und jetzt möchte ich einmal damit beginnen, warum wurde die bedarfsorientierte Mindestsicherung überhaupt eingeführt 2010. Da hat es unterschiedliche Zugänge gegeben. Die Zugänge der ÖVP waren, das ist ein Sozialmissbrauch. Man weiß nicht genau, welche Stelle auszahlt. Die, die sich gut auskennen, holen sich mehr, als ihnen zu steht. Sozialschmarotzertum wurde da in den Mund genommen und es gehört hier endlich eine Stelle, um das zu überprüfen. Die ÖVP hat dann immer auch gleich dazugeschehen, ja, und das sind besonders die Ausländer, die sich da gut auskennen und die da dieses System der Sozialhilfe missbrauchen. Und daher eine Stelle, die auszahlt, wo man auch genau weiß, wer was bekommt. Wir Sozialdemokraten waren auch der Meinung, dass die Sozialhilfe reformiert gehört, aber aus einem anderen Grund. Denn wir haben gewusst, dass viele Menschen, denen Sozialhilfe zusteht, diese nicht bekommen, weil sie nicht wissen, wo holen sie sich alles ab. Und uns war es wichtig, dass Menschen, denen Sozialhilfe zusteht, und in einer Gesellschaft ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich um die Ärmsten kümmert, dass die nicht auf vier, fünf verschiedene Stellen gehen müssen, um sich das Geld, das ihnen zusteht, abholen, sondern das bei einer Stelle erledigen können. Nun, man hat dann sich geeinigt auf die bedarfsorientierte Mindestsicherung und jetzt haben wir sie seit fünf Jahren. Und jetzt kommt die ÖVP daher mit dem Thema Flüchtlinge und möchte diese bedarfsorientierte Mindestsicherung wieder reformieren. Natürlich nach unten, natürlich sparen, sparen bei den Ärmsten. Nur zur Erinnerung, nur zehn Prozent aller Menschen, die in Wien Mindestsicherung beziehen, beziehen nur diese. Das heißt, 90 Prozent bekommen diese Mindestsicherung als Ergänzungsleistung dazu. Als Ergänzungsleistung zur Pension, weil sie zu wenig Pension bekommen. Zur Ergänzungsleistung für Kinder, weil sonst Kinderarmut herrschen würde. Zur Ergänzungsleistung, weil Menschen einen Job haben, aber nicht so viel verdienen, um damit auskommen zu können. Und wenn die Kosten immer angesprochen werden, so darf ich darauf verweisen, dass im Jahr 2014 in Wien die Kosten der Mindestsicherung bei 544 Millionen Euro gelegen sind. Das sind bei einem Budget von 12,2 Milliarden gerade einmal 4,2 Prozent. In Österreich hat die Mindestsicherung 670 Millionen Euro ausgemacht, das sind 2 Prozent vom BIP. Allein die Förderung für Land- und Forstwirtschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren, macht 1,9 Milliarden im Jahr aus. Jetzt will ich denen nichts streichen, die brauchen das auch. Man könnte nur überlegen, ob immer die größten Bauern die Förderung bekommen und man nicht vielleicht Kleinbauern etwas stärker fördern könnte. Ich glaube, dass da auch einiges an Reformbedarf möglich wäre, aber das ist nicht unsere Sorge hier in Wien. Das ist die Verantwortung im Bund. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Mindestsicherung geht es um die Ärmsten der Armen, um die, die es im Leben nicht so leicht gehabt haben, die, die in schwierige Situationen geraten, die, denen man helfen muss. Und für was braucht man eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft, wenn man den Ärmsten der Armen nicht hilft? Wenn man nur hergeht und sagt, die Stärksten setzen sich durch. Dafür brauchen wir Sozialdemokraten keine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist dann stark, wenn man den Schwächsten hilft. Und jetzt will die ÖVP hier in diesem Bereich sparen. Zu welchem Preis, meine sehr geehrten Damen und Herren? Zum Preis, mehr Obdachlosigkeit zu produzieren? Denn wo sollen sich die Menschen, wenn man ihnen die Bedarfssicherung wegnimmt, noch eine Wohnung leisten? Zum Preis, mehr Menschen, die betteln müssen? Denn wo sollen sie sonst das Geld herbekommen, das sie brauchen? Oder zum Preis von hungernden Kindern? Auf jeden Fall würde das der Preis sein für mehr menschliches Leid. Und diesen Preis, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir Sozialdemokraten nicht bereit zu zahlen. Und wenn Sie auf dieser Schiene weiterfahren, meine sehr geehrten Damen und Herren der ÖVP, dann hat der Heinrich Neisser schon nicht ganz Unrecht in dem Moment bei einem Interview, die Etikette christlich-sozial darf sich die ÖVP nicht mehr geben. Darüber sollten Sie sich nachdenken. Heinrich Neisser hat Ihnen das via Zeitung ausgerichtet und der hat damit nicht so Unrecht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Sozialdemokraten stehen zur bedarfssorientierten Mindestsicherung. Wir stehen dazu, dass man den Armen in der Gesellschaft hilft. Sparen wir nicht bei den Ärmsten der Armen. Arbeiten wir gemeinsam gegen einen Sozialabbau. Danke. Danke. Als Nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordneter Ornig. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich auch sehr, dass die Frau Stadträtin Wesseli da ist, um sich das Thema Mindestsicherung anzuhören. Bis jetzt haben wir nämlich leider relativ wenig zur Mindestsicherung gehört. Die Verhandlungen zum Finanzausgleich stehen an und ich will diese Chance vor allem nutzen, um die Mindestsicherung oder um Vorschläge näher zu bringen, um die Mindestsicherung zu reformieren. Was wären hier die wichtigsten Reformen? Es wurde schon kurz angesprochen, es geht um die fehlenden Erwerbsanreize. Die größte Baustelle meiner Meinung nach bei den Mindestsicherungen, denn die momentane Regelung, nach der momentanen Regelung wird MindestsicherungsbezieherInnen bis auf geringe Freibeträge der Verdienst aus der Erwerbstätigkeit eins zu eins abgezogen. Und das darf nicht sein. Ich möchte Ihnen da ein kurzes Beispiel nennen. Ich habe mich vor zwei Wochen mit einem Unternehmer getroffen, der hat eine Promotion-Agentur und hat gesagt, das ist folgende Problemstellung. Er hat den Auftrag eines Unternehmens, das Haushaltsgeräte herstellt bekommen, im Elektrohandel diese Produkte anzupreisen, das vereinzelte Wochenstunden, teilweise am Freitagnachmittag oder am Samstag bei Stoßzeiten. Und dafür sucht der Mitarbeiter. Das hat er auch ausgeschrieben und kriegt auch vom AMS dort Leute geschickt. Und sein Idealbild, diese Produkte zu verkaufen, ist so die klassische Mutter, die sie auskennt, wie man Waschmaschinen bedient. Letztendlich machen es zwar hauptsächlich Männer jetzt den Job, was auch gut funktioniert. Aber er sagt, es ist sehr, sehr schwierig, hier die Leute zu finden, weil er zahlt über den Kollektivvertrag, er macht extrem hohe Bonis bei diesem Job, aber es ist trotzdem sehr schwer, weil viele dieser, vor allem Frauen, sagen, ich kann den Job nicht annehmen, weil erstens zum Teil bringt es nichts und zum Teil ist es für mich überhaupt kein anderes, das zu machen, weil mir bleibt unterm Strich nicht mehr übrig. Und das sehe ich als sehr, sehr großes Problem. Denn es braucht hier stärkere Anreize dazu, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und einer Erwerbstätigkeit in höherem Stundenausmaß nachzugehen. Weil die Erfahrung gerade bei diesem Beruf hat gezeigt, und das macht der Kollege schon seit drei Jahren, dass vor allem die Elektrohandelsketten diese Leute dann sehr, sehr gern danach abwerben, weil die haben schon eine gute Ausbildung bekommen und könnten dann Vollzeit quasi sofort wieder in den Job eintreten. Aber wenn es die Erststufe schon nicht oder die Erststufe schon nicht leisten können, weil es eben einen Unterschied machen muss, ob man jetzt 500 oder 700 Euro im Monat verdient, ist klar, weil nach der momentanen Regelung bleibt genau der gleiche Betrag übrig. Wir fordern hier daher ein dynamisches System mit einer Einschleifregelung, die höhere Freibeträge vorsieht. Es braucht auch dringend eine einheitliche Bundeskompetenz. Nach aktueller Rechtslage legt zwar die 15a-Vereinbarung zur bundesweiten bedarfsorientierten Mindestsicherung fest, welche Mindestwerte nicht unterschritten werden dürfen. Es ist aber sehr wohl möglich, dass Bundesländer höhere Auszahlungsbeträge und zusätzlich finanzielle Leistungen in Form von Zuschüssen gewähren. Ein Rechnungshof aus dem Jahr 2014 zeigt hier auch klar auf, dass bei einer Person mit Betreuungspflichten gegenüber einer minderjährigen unterhaltspflichtigen Person bei geringfügigem Einkommen nach der bundesweiten 15a-Regelung 530 Euro zustehen. Die selbe Person würde aber jetzt in Tirol 1290 Euro bekommen und in Vorarlberg wiederum 934 Euro. Der Föderalismus macht es möglich. Deshalb muss die Zuständigkeit für Geldleistungen in Bundeskompetenz übertragen werden. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch ganz klar betonen, weil es da oft Missverständnisse gibt, dass wir NEOS keine Deckelung und keine Kürzungen fordern. Wir sollten aber weg von den Geldleistungen kommen und verstärkt auf Sachleistungen setzen. Mit Sachleistungen kann nicht nur die Nachhaltigkeit der Leistungen sichergestellt werden, es kann auch sichergestellt werden, dass Leistungen der Mindestsicherung dort angekommen, wo sie gebraucht werden. In welchen Bereichen zum Beispiel? Das ist sehr, sehr wichtig in der Bildung, dass Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen auch als Sachleistungen bereitgestellt werden. Damit eingehen soll natürlich auch eine Pflicht dazu bestehen, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen und die Chance auf Erwerbstätigkeit zu verbessern. Kinderbetreuungsmöglichkeiten sollten als Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden, damit eventuelle Kinderbetreuungspflichten nicht darüber entscheiden, ob man arbeiten gehen kann oder nicht. Und Wohnkosten sollten ebenfalls in Sachleistungen abgegolten werden. Bei den Sachkosten muss natürlich auf allfällige Unterschiede in den Lebenserhaltungskosten Rücksicht genommen werden. Zudem fordern wir ein einheitliches Kontrollsystem und eine verbesserte und einheitliche Datensammlung. Und ich hoffe, dass die kommenden Finanzausgleichsverhandlungen genutzt werden, um eine sinnvolle Reform der Mindestsicherung durchzusetzen. Dem das Thema nur auf dem Rücken der Flüchtlingsdebatte zu führen, halte ich für sinnlos. Vielen Dank. Danke. Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Mag. El-Nagaschi. Bitte, Frau Abgeordnete. Sie haben recht. Als Nächste zu Wort gemeldet ist Herr Stadtrat Blümel. Bitte, Herr Stadtrat. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Kanzler schenkt auf ÖVP-Kurs die Aktuelle Stunde. So ein Kurswechsel ist ja politisch nicht immer leicht. Vor allem dann nicht, wenn man sich um 180 Grad wendet und genau in die Gegenrichtung läuft. Der Parteivorsitzende der SPÖ ist da durchaus talentiert, wenn man sich die Sendung im Zentrum letzten Sonntag angeschaut hat. Zwar mit viel zu langer Krawatte und viel zu kurzer Hose, hat aber doch sehr souverän die ÖVP-Regierungsposition in der Flüchtlingsfrage vorgetragen. Auch wenn es ein halbes Jahr gedauert hat, bis diese Einsicht gekommen ist, besser zu spät als nie, Herr Bundeskanzler. Aber nicht nur der Vorsitzende der SPÖ, auch wesentliche Teile der Wiener Stadtregierung und der Wiener SPÖ haben sich zum Glück schon langsam von dieser Willkommenskultur verabschiedet. In gänzlicher Realitätsverweigerung steht nämlich im rot-grünen Regierungspakt auf Seite 14, dass Rot-Grün für eine Willkommenskultur für Flüchtlinge und Migranten steht, statt einer Festung Europa. Zum Glück hat der Herr Bürgermeister ein paar Monate später das klargestellt und in einem Interview gesagt, ja, die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, muss man reduzieren. Danke, Herr Bürgermeister. Er sei weit weg von jeder Willkommenskultur. Bravo. Und Zitat Ich habe auch niemanden eingeladen. Wir können nicht heuer nochmals die ganze Last wie im Vorjahr alleine schultern. Bravo. Damit stehen wesentliche Teile der Wiener SPÖ gemeinsam mit der Bundesregierung auch für die sogenannte Obergrenze. Weil eine Grenze ist es, das bestreitet mittlerweile niemand. Es ist ein klarer Schwenk, auch wenn das nicht die ganze SPÖ Wien mitmacht. Es ist ein Schwenk von Naivität zu Vernunft, von Unbelehrbarkeit zu Lernfähigkeit und von Irrationalität zu Rationalität. Deswegen verstehe ich nicht, warum manche Teile der Wiener SPÖ noch immer auf dem Status Quo verharren. In einer überzogenen Willkommenskultur, obwohl schon der Herr Bürgermeister sagt, dass das so nicht mehr geht. Die Notwendigkeit von Obergrenzen negierend und auch die Anpassung von Mindestsicherung als Sozialmagnet einfach nicht anerkennend. Alle anderen Bundesländer haben sich dazu entschieden, einen entsprechenden Weg der Realität und der Vernunft zu gehen. Die Stadtregierung in Wien möchte weiterhin zum Sozialmarkt Nummer eins werden. Und das auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener, denn wie wir heute schon gehört haben, mehrere Prozentpunkte des Wiener Stadtbudgets gehen in diese Mindestsicherung. Das ist ja nicht nichts, vier Prozent bitte. Dass trotzdem es nicht möglich ist, darüber zu diskutieren, wie das adaptiert gehört, verstehen wir einfach nicht. Das ist ein Blindflug der Sozialromantik, der gestoppt gehört. Wir müssen schleunigst weg von diesem Magnet der Mindestsicherung, mehr Anreize für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, denn die bedarfsorientierte Mindestsicherung war ursprünglich gedacht als Hilfe in den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, nicht als arbeitsloses Grundeinkommen. Das war damals in den Verhandlungen, war sie schon, vielleicht das eigentliche Anliegen der SPÖ, es zu einem arbeitslosen Grundeinkommen zu machen. Vereinbart war das Gegenteil. Wien führt jetzt das aus, was hinter Vorgehen erhaltener Hand immer das eigentliche Ziel war, nämlich ein arbeitsloses Grundeinkommen, wo man sozialversichert ist, Pensionversichert etc. und die Bezugsdauer mittlerweile der Großteil über 20 Monate hat. Das verhindert einfach Chancen, weil sie den Anreiz für den Arbeitsmarkt einzusteigen verhindert. Unsere Vorschläge liegen am Tisch. Greifen Sie zu. Nun, ich verspreche Ihnen, wir werden Ihnen diesen Kurswechsel nicht nachtragen. Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort erteile, darf ich auf der Galerie Herrn Abgeordneten und zum Nationalrat Magister Gernot Dahmer begrüßen. Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Elna Gaschi. Bitte da. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Reform der Mindestsicherung. Die Mindestsicherung ist eine Sozialleistung. Sie kommt ausschließlich jenen Personen zu, die über keine angemessenen eigenen Mittel verfügen und durch Leistungsansprüche gegenüber Dritten den eigenen Bedarf bzw. den ihrer Angehörigen nicht decken können. Das heißt, sie ist für Menschen, die selber nichts haben, die von anderen nichts haben und, was hinlänglich bekannt ist, es gibt die Verpflichtung zur Arbeitsbereitschaft. Das heißt Bereitschaft der Teilnahme an Schulungsmaßnahmen, an Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen, an Fortbildungsmaßnahmen. Wie gesagt, hinlänglich bekannt, aber wenn ich mir die Anträge der ÖVP heute durchlese, bekomme ich den Eindruck, dass Ihnen beim Schreiben die Zeit ausgegangen ist. Nicht einmal zehn Prozent aller Mindestsicherungsbezieherinnen erhalten die volle Leistung. Der Großteil setzt sich zusammen aus verschiedenen Gruppen, die eine Ergänzungsleistung bekommen, dazu gehören auch die sogenannten Working Poor, das heißt Menschen, die trotzdem, dass sie arbeiten, mit ihrem Einkommen unter der Armutsgrenze liegen. Man kann es nicht oft genug klarmachen, während die ÖVP und die FPÖ immer wieder versuchen, Mindestsicherungsbezieherinnen als faul und als arbeitsunwillig darzustellen. Die Mindestsicherung mit ihren rund 800 Euro liegt selbst unter der Armutsgrenze. Sie ist eine Maßnahme zur Bekämpfung von Armut und von sozialer Ausgrenzung. Hauptbetroffene sind wieder einmal Frauen, Frauen und Kinder. Das sind diejenigen, die am meisten Leistungen aus der Mindestsicherung in Anspruch nehmen müssen. Sie sind im stärkeren Ausmaß auf Unterstützung angewiesen, das sind Alleinerzieherinnen, es sind Paare mit Kindern und genau da will die ÖVP zynisch deckeln. Die Armutskonferenz hat nachgerechnet und auch das ist hinlänglich bekannt. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Leistungshöhe aus der Mindestsicherung und dem Ausmaß an Arbeitslosigkeit. Es geht um etwas anderes. Es braucht höhere Löhne. Es braucht höhere Löhne und es braucht Verteilungsgerechtigkeit. Das Problem liegt in der ungerechten Verteilung des Vermögens. Das Problem liegt darin, dass die reichsten 5 Prozent in Österreich über die Hälfte des Gesamtvermögens besitzen und die unteren 50 Prozent nicht einmal 4 Prozent. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Um dem entgegenzusteuern, brauchen wir Vermögensteuern. Da geht es darum, die reichsten 5 Prozent, die nämlich mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens besitzen, zum Wohl der anderen 95 Prozent zur Kasse zu bitten und zwar nicht als Strafe, sondern als soziale Gerechtigkeit. Das ist soziale Gerechtigkeit. Die soziale Frage bedeutet nicht, die Armen gegeneinander auszuspielen. Aber die ÖVP schreibt tatsächlich soziale Gerechtigkeit in ihren Antrag und meint damit, Arme noch ärmer zu machen. Demgegenüber müssen wir zusammenstehen und dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Nicht die Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte ist zu hoch, sondern das Vermögen in Österreich ist ungerecht verteilt und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die Grundversorgungsleistung, und das wissen Sie, beträgt 40 Euro im Monat. Subsidiar Schutzberechtigte, die im System der Grundversorgung bleiben, tun das vorwiegend deswegen, weil sie keine private Unterkunft finden. Eine private Unterkunft jedoch ist Voraussetzung für die Beantragung der Mindestsicherung. Was fordert das UNHCR angesichts dieser Situation? Sie fordert ein unbefristetes Bleiberecht und besseren Zugang zu Sozialleistungen. Was fordert die ÖVP? Einen zeitlich befristeten, präkarisierten Status, keinen Familiennachzug und Sozialabbau. So sieht also 2016 die Christdemokratische Partei in Österreich aus. Ich weiß nicht, was Sie sich zum Kompass Ihrer Politik machen. Die christliche Soziallehre dürfte es nicht sein. Die Menschenrechte sind es ganz sicher auch nicht. Sie haben Solidarität als Kernwert in Ihrem Parteiprogramm und spielen Menschen auf so schändliche Weise gegeneinander aus. Herr Blümel, Sie hätten die Einladung unseres Landessprechers, sich auf einen Reality-Check einzulassen, annehmen sollen, um zu sehen, wie es sich mit 7,50 Euro am Tag gibt. Dann hätten Sie heute vielleicht andere Anträge gestellt. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. Jung. Ich wollte eigentlich mit etwas anderem beginnen, aber beim Kollegen Blümel hat es mir doch etwas direkt verschlagen. Also ein Wendehals ist gegen Sie gar nichts. Sie können sich dreimal um 360 Grad drehen. Ich erinnere mich, Ihr Präsidentschaftskandidat, der Herr Kollege Kohl, war noch vor nicht allzu langer Zeit der Meinung, und ich meine es noch immer, der Islam ist ein Teil Österreichs. Und Ihr Integrations-Maxi, der noch vor nicht allzu langer Zeit gemeint hat, die durchschnittlichen Österreicher sind dümmer als die Einwanderer, der hat jetzt einen Kurs, der in ganz eine andere Richtung läuft. Also so kann es ja wirklich nicht gehen. Ich glaube ja, dass Sie unter dem Druck der Realität Vernunft angenommen haben. Also das kann nicht stimmen, Frau Präsidentin, dass ich nur noch drei Sekunden habe. Bitte, das wäre doch nachzustellen. Diese Geschichte nimmt Ihnen niemand ab. Aber kommen wir zur SPÖ, die ja das Sagen in der Regierung hat. Sie versuchen ja nur da hinten nachzulaufen. Der Kollege Niedermühlbüchler hat gemeint, der Preis, nämlich diesen Preisverlangen von Mindestsicherungsbeschränkungen, beziehungsweise auch in der Frage der Sachleistungen, den zahlen wir nicht. Herr Kollege Niedermühlbüchler, Sie und Ihre Vertreter haben schon so viel gesagt und haben genauso 180 Grad Schwenks in der Flüchtlingspolitik gemacht, wie es die ÖVP gemacht hat. Die waren ein bisschen schneller. Mit kleineren Booten geht es aber auch schneller. Die größeren Tanker brauchen halt länger, bis sie stoppen. Und die Kurswende vornehmen. Das ist der Fall. Aber Sie sind ja auch dabei. Nur haben Sie die Streitlichkeiten in der Mannschaft. Vor allem ein Backbord oder vor allem ein Steuerbord. Gerade in der Wiener SPÖ ist der Backbordanteil, die Linksschwenker, noch größer. Aber es bröckelt und bröselt. Was hat denn Ihr Kanzler nicht alles gesagt? Noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Österreich hat die Entscheidung treffen, ob wir Kriegsflüchtlinge menschlich aufnehmen oder mit Stacheldraht. Wir haben den Stacheldraht, Herr Kollege. Damals ging es, hat er gesagt, um den Zusammenbruch der Banken. Jetzt um die Menschlichkeit in Europa. Und Feinmann wollte damals schon, das war 5.9.15, dazu einen Sondergipfel. Na, jetzt haben wir den x-ten Sondergipfel dazu. Gelöst haben wir gar nichts. Und auf die Art und Weise den Herrn Orban hat er geschimpft. Und alle diese Sachen, wir kennen es ja zur Genüge. Es gab die Debatte um die Obergrenze, um das berühmte Dürrl mit den Seitenflügeln. Alles das haben wir. Ja, wollen Sie uns jetzt erklären, dass Sie keinen 180 Grad Schwenk in der Flüchtlingsfrage gemacht haben? Natürlich haben Sie ihn gemacht. Es geht noch ein bisschen zögerlicher. Und jetzt finden sich auch Realisten in der SPÖ, die ganz was anderes sagen. Denn es gibt, wie hat der Herr Niedermüßler sogar gesagt, die Parole lautet ganz klar, es gibt nur eine Parteimeinung zum Thema Flüchtlinge, es gibt keinen Konflikt. Na, dann hören wir sich an, was die Kollegin Wesseli oder andere hier sagen, auch im Raum. Und dann hören wir sich an, was der burgenländische Ladeshauptmann sagt. Eine Flüchtlingspolitik, die den Grundsatz hat, dass jetzt eh der Winter kommt und damit weniger Flüchtlinge, halte ich für verantwortungslos und nicht vorausschauend. Oder der Wombastraterrat Ludwig, es wird nicht möglich sein, für alle eine Unterkunft zu finden. Die Donalstädterin Ruth Becher und der Simmeringer Fraktionskollege Troch sagen ganz öffentlich gegen Massenquartiere. Die Bevölkerung erwartet sich eine ehrliche und realistische Flüchtlingspolitik. Von Massenquartieren wie in Liesing halte ich nichts. Das ist kein guter Weg. Solche Unterkünfte sind unzumutbar für Anrainer, Schulen und Kindergärten in der Nähe. Kindergärten in der Nähe, sagt er sogar. Und auf die Art und Weise, wenn die Frau Wesseli festhält, dass Obergrenzen rechtswidrig sind und damit ungültig, dann muss man sich fragen, warum die rechtswidrige Grenze nicht gesichert wird. Ja, das müssen Sie sich wirklich fragen. Denn für die Sicherung der Grenzen sind die Organe der Republik zuständig. Und Troch geht noch einen Schritt weiter und sagt, ein Richtwert hat natürlich was mit einer Obergrenze zu tun. Und das Denken an Obergrenzen ist legitim. Und wenn die Außengrenzen nicht funktionieren, muss man nationale Grenzen machen. Ja, bitteschön, das ist doch unglaublich. Wenn wir das vor einiger Zeit gefordert haben, sind sie uns über uns hergefallen. Ja, dann haben Sie noch immer die anderen, wie die sozialistische Jugend, die beim Integrationspass den Stacheldrahtzaun ums Haus gebaut hat, um das Amt gebaut hat und protestiert hat. Oder die Frau Malcznik, ein Apparat ohne Demokratie bringt nur Apparatschicks hervor, sagt sie in diesem Zusammenhang. Sehr interessant. Alfred Gusenbauer und Werner Faymann sind nichts anderes als Berufspolitiker, die eine intransparente Auswahl in ihrer Partei fördert und nichts anderes. Faymann, ein Apparatschick auf die Frage? Ja, antwortet Malcznik. Faymann ist ein Apparatschick, der machtaktisch geschickt agiert, um es an die Spitze der Partei zu schaffen. Aber das ist eine völlig unnütze Fähigkeit. Für uns ist er auf jeden Fall ein unnützer oder ein sogar schädlicher Bundeskanzler und für die Republik. Und ich hoffe doch, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis man darauf kommt, dass die zwei da überhaupt nicht mehr können auf Regierungsebene und wir Neuwahlen in Österreich haben werden. Applaus Als nächste und letzte Rednerin zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mörck. Ich bitte den Herrn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir erleben heute eine Debatte über die Mindestsicherung, wo Flüchtlinge vorgeschoben werden, um eine Neidebatte anzuheizen, aber Sozialabbau durch das Hintertürchen zu betreiben. Und Sparmaßnahmen, die präsentiert werden, sind im Prinzip ein Anschlag auf unseren Sozialstaat. Einfach zu sagen, du bekommst kein Geld mehr oder du bekommst weniger Geld, löst, meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Probleme, sondern es zerstört Existenzen. Und in meinen Augen, sehr geehrte Damen und Herren, ist das eine menschliche, soziale und gesellschaftliche Bankrotterklärung. Nein, wir sparen nicht auf den Rücken der Ärmsten. Nein, wir sparen nicht bei Alleinerzieherinnen. Nein, wir sparen nicht bei Familien mit Kindern. Und nein, wir sparen auch nicht bei Arbeitslosen und sozial Schwachen. Und wie heute, und da wird ja noch im Laufe der Landtagssitzung ein Antrag eingebracht, geht es um die Deckelung der Mindestsicherung auf 1.500 Euro. Abgesehen davon, dass diese Deckelung verfassungswidrig ist, stelle ich jetzt an Sie, die Herren von der ÖVP, folgende Frage anhand eines Fallbeispieles. Ein Ehepaar mit vier Kindern, eines davon schwer behindert, das 14-jährige Kind, erhält Pflegegeld Stufe 6. Miete und die Familie hat das Glück, in einer behindertengerechten Gemeindewohnung zu wohnen, beträgt 688 Euro. Die Mutter bezieht Kinderbetreuungsgeld von 617 Euro. Der Vater ist seit einem Jahr arbeitslos und erhält vom Arbeitsmarktservice 886 Euro. Abzüglich des anrechenbaren Einkommens von 1.503 erhält die Familie eine Ergänzung aus der Mindestsicherung von 665 Euro. Gesamt ist das 2.168 Euro. Nein, das ist schon alles inkludiert in Oja. Die haben eine 100 Quadratmeter Behindertenwohnung. Würde die Mindestsicherung auf 1.500 gedeckelt werden, würde diese Familie keine Unterstützung mehr aus der Mindestsicherung bekommen und ein Ehepaar mit vier Kindern, eines davon behindert, würde rein nach Abzug der Mietkosten 800 Euro überbleiben. Sechs Personen 800 Euro und dafür sind sie, meine Herren von der ÖVP, das kann es wohl nicht sein. Und solche Maßnahmen zu verlangen, sind in meinen Augen Zynismus und blanker Hohn. Die von den NEOS, sie haben eingebracht, Sachleistungen bei der Reform der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Ja, zu Sachleistungen dort, wo es Sinn macht. Zum Beispiel bei Wohnkosten, bei Energiekosten und bei der Hilfe zur Arbeit. Denn das Wichtigste ist auch Anreize für Arbeit zu schaffen. Da geht es vor allem um Qualifikationsmaßnahmen. Und die Stadt Wien wird mit ihren neuen Wiener Jugendunterstützung Back to the Future einen richtigen Schritt in diese Richtung setzen. Hier geht es um individuelle Bildungs- und Beschäftigungsziele für junge Menschen, damit sie wegen eigenverantwortlich und ein sinnvolles Leben führen können. Und zu Ihnen, Herr Blümel, Bezugsdauer der bedarfsorientierten Mindestsicherung ist in Wien 2014 neun Monate gewesen. Im Schnitt im Jahr, bitte. Im Schnitt im Jahr. Nein, nein. Und im Vergleich zur früheren Sozialhilfe ist der Aktivierungsgrad bei den BMS-Beziehern deutlich erhöht worden. Arbeitspolitische Maßnahmen wurden gesetzt, zum Beispiel Step to the Job, eine Integrationsmaßnahme für BMS-Bezieher in den Arbeitsmarkt. Und in Wien hat es seit Einführung der Mindestsicherung 56.750 Arbeitsmaßnahmenaufnahmen gegeben. Und ich glaube, das zeigt ganz klar, die Mindestsicherung ist ein Sprung wieder in den Arbeitsmarkt und nicht so, wie viele von Ihnen immer wieder bedeuten, eine soziale Hängematte für sozial Schwache. Dankeschön. Die Aktuelle Stunde ist somit beendet. Bevor wir zur Erledigung der Tagesordnung kommen, gebe ich gemäß § 15 Absatz 2 der Geschäftsordnung bekannt, dass von Landtagsabgeordneten des Klubs der Wiener Freiheitlichen 2, des ÖVP-Klubs der Bundeshauptstadt Wien 4 und des NEOS-Rathausklubs eine schriftliche Anfrage eingelangt sind. Vorsitzungsbeginn sind von Landtagsabgeordneten des NEOS-Rathausklubs zwei Anträge eingelangt. Den Fraktionen wurden alle Anträge schriftlich bekannt gegeben. Die Zuweisungen erfolgen wie beantragt. Die Abgeordneten Dr. Kurz-Stürzenbecher, David Ellenson, Mag. Dietbert Kovarik, Dr. Wolfgang Ulm und Christoph Wiederkehr haben am 23. Februar 2016 gemäß § 38b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend ein Gesetz, mit dem das Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien, Landesgesetzplatz Nummer 83 aus 2012, zuletzt geändert durch das Gesetz, Landesgesetzplatz Nr. 12 aus 2015 geändert wird, eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss Frauen, Bildung, Integration, Jugend und Personal zugewiesen. Die Abgeordneten Dr. Kurt Stürzenbecher, Christian Deutsch, Georg Niedermühlbüchler, Barbara Nowak, Mag. Christoph Korherr und David Ellenson haben am 25. Februar 2016 gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend ein Gesetzesvorlage mit dem die Bauordnung für Wien, Landesgesetzplatz Nr. 11 aus 1930, zuletzt geändert durch das Gesetz, Landesgesetzplatz Nr. 8 aus 2015 geändert wird, eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung zugewiesen. Die Abgeordneten Mag. Tanja Wesseli, Friedrich Strobl, Mag. Nicole Berger-Krotsch, Katrin Gahl, Georg Niedermühlbüchler, Mag. Thomas Reindl, Dr. Kurt Stürzenbecher, Heinz Vettermann, Peter Kraus und Diplomingenieur Martin Margulis haben am 8. März 2016 gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend die Erlassung eines Gesetzes über die Einhebung einer Wettterminalabgabe eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss Finanzen, Wirtschaft und Internationales zugewiesen. Die Abgeordneten Mag. Beate Meinl-Reisinger und Christoph Wiederkehr haben am 10. März 2016 gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend ein Gesetz, mit dem ein Gesetz über die Begrenzung von Sonderpensionen erlassen wird und mit dem das Wiener Bezügegesetz 1995, Landesgesetzblatt Nummer 13 aus 1996, zuletzt geändert durch Landesgesetzblatt Nummer 49 aus 2013 und die Pensionsordnung 1995 und die Pensionsordnung 1995, Landesgesetzblatt Nummer 67 aus 1995, zuletzt geändert mit Landesgesetzblatt Nummer 13 aus 2014, geändert werden, eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss Frauen, Bildung, Integration, Jugend und Personal zugewiesen. Die Abgeordneten Sabine Schwarz und Ingrid Korosek haben gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend Novellierung des Wiener Kindergartengesetzes eingebracht. Diesen Antrag weise ich dem Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Generationen zu. Der Abgeordnete Magister Manfred Jüratzka hat gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend Aufhebung des Wiener Vergnügungssteuergesetzes eingebracht. Diesen Antrag weise ich dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Internationales zu. Nach Beratung in der Präsidialkonferenz nehme ich folgende Umstellung der Tagesordnung vor. Die Postnummer 916, 23457 und 8 werden in dieser genannten Reihenfolge verhandelt. Gegen diese Umreihung wurde kein Einwander erhoben und ich werde daher so vorgehen. Zur Geschäftsordnung hat sich Herr Klubobmann-Nepp gemeldet. Ich erteile ihm das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund einer möglichen Verfassungswidrigkeit und aus dem Mangels eines ausreichenden Begutachtungsverfahren bringe ich einen Absetzungsantrag ein für Poststück 5. Es liegt ein Antrag auf Absetzung eines Geschäftsstückes vor. Gemäß § 17 Absatz 6 der Geschäftsordnung werde ich darüber abstimmen, ob, so wie vom Antragsteller gewünscht, der Verhandlungsgegenstand Postnummer 5 von der Tagesordnung abgesetzt werden soll. Zur Geschäftsordnung hat sich weiteres Herr Klubobmann-Ochsonitsch gemeldet. Bitte darum. Meine sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe eigentlich keinerlei Anlass, diesem Absetzungsantrag zuzustimmen. Ich glaube, es ist in dem rechtsstaatlichen Verfahren dieser Stadt ganz klar, dass ein Gesetz, das hier beschlossen wird, selbstverständlich bei den entsprechenden Gerichten und ähnlichen Einrichtungen dann beeinsprucht werden kann. Diese Möglichkeit steht Ihnen durchaus auch offen. Ich bin überzeugt davon und ich denke, gerade die Arbeit in diesem Haus hat eigentlich immer wieder sichergestellt, dass wir gerade auch selbstverständlich in den Bereichen der Gesetzgebung in dieser Stadt immer sehr gewissenhaft gearbeitet wird. Nichtsdestotrotz, der Verfassungsgerichtshof kann selbstverständlich sich jedes Gesetz entsprechend auch ansehen. Sie haben ja auch hier die entsprechenden rechtlichen Schritte bereits angekündigt. Wenn dem so sein sollte, dann selbstverständlich. Aber ich denke, dass es keinen Grund gibt, hier in Zweifel zu ziehen, dass hier nach bestem Wissen und Gewissen eine wichtige Gesetzesmaterie dem Gemeinderat bzw. hier dem Landtag vorgelegt wird, dass hier gewissenhaft gearbeitet wird. Alle anderen rechtlichen Mittel stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Aber ich denke, dass deshalb diesem Absetzungsantrag hier nicht zugestimmt werden sollte. Dankeschön. Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen zur Geschäftsordnung gibt, lasse ich gemäß § 17 Absatz 6 über den vorliegenden Antrag abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Soll es mir mal zählen müssen? Bitte die Schriftführer zu zählen. Wer in den Bankrennen sitzt, ist abstimmungsberechtigt. Noch einmal bitte um ein deutliches Zeichen mit der Hand. Wir sind im Abstimmungsvorgang. Ich bitte jetzt, auf den Plätzen zu bleiben. Beziehungsweise wer nicht auf dem Platz ist. Das zählt hier. 38, 39, 40. Und wer ist gegen diesen Antrag? Das ist optisch die Mehrheit. Es sind einige Abgeordnete erst nach dem Abstimmungsvorgang zu ihren Plätzen gegangen. Während des Abstimmungsvorgangs zu ihren Plätzen gegangen. Ich bitte um Ruhe im Saal. Ich ersuche um Ruhe im Saal. Ich werde die Sitzung jetzt kurz unterbrechen. Ich bitte um ein kurzes Zusammentreffen der Präsidiale. Ich bitte um Ruhe im Saal. 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 und Ruhe im Saal zu begeben, damit wir eine Übersicht haben. Nach Beratung der Präsidiale werden wir diesen eingereichten Antrag erneut abstimmen. Es gab hier eine mehrstimmige Meinung dazu, dass wir diesen Abstimmungsvorgang wiederholen gegen die Intention der Freiheitlichen. So, ich verlese der guten Ordnung halber den Antrag noch einmal. Der Wiener Landtag möge beschließen, der Verhandlungsgegenstand Post 5, Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Bauordnung für Wien geändert wird, wird von der Tagesordnung der Sitzung des Landtags vom 18. März 2016 abgesetzt. Wer ist für diesen Antrag? So, und jetzt Gegenfrage, wer ist gegen diesen Antrag? Das ist die Mehrheit, dem Antrag kann somit nicht stattgegeben werden. Bitte. Zur Geschäftsordnung hat sich Mag. Kovarik gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir nehmen das zur Kenntnis, dass jetzt so vorgegangen wurde. Ich möchte nur eines anmerken und meine Verwunderung ausdrücken über die Vorgangsweise von manchen Abgeordneten. Ich glaube, es dürfte selbstverständlich sein, dass eine Abstimmung, wenn der Abstimmungsvorgang beginnt, nur der berechtigt ist, mitzustimmen, der am Platz sitzt. Weil sonst ist das vollkommen unübersichtlich, das Ganze. Und es ist in Wirklichkeit auch für die Präsidentin oder den Präsidenten oder wer auch immer da oben sitzt, nicht zumutbar dann durchzuzählen und zu schauen, ob irgendwer noch sich geschwind reinsetzt und dann einfach mitstimmt, obwohl er das nicht dürfte. Wir haben mitgeschrieben, wer jetzt aller Nachträger hineingekommen ist. Ich darf das verlesen, nur dass es auch festgehalten ist. Und dass man sich selber seinen Reim daraus machen kann. Bei der vorigen Abstimmung, also bei der ersten Abstimmung sozusagen, war nicht dabei. Bitte schön, das ist jetzt meine Wahrnehmung. Manche Leute werden so fair sein und es sogar zugeben. Davon gehe ich aus. Manche vielleicht auch nicht, Herr Kollege Elz. Und das kann ich mir auch vorstellen. Aus meiner Sicht sind zu spät reingekommen und haben jetzt sozusagen nicht rechtens mitgestimmt. Margolis, Baxand, Marisch, Spitzer, Ludwig Feimann, Florian Schütz, Chorherr und Graus. Das ist meine Wahrnehmung. Das ist nicht nur meine Wahrnehmung. Der Kollege Margolis hat offensichtlich eine andere Wahrnehmung. Er wird es uns gleich zur Kenntnis bringen. Trotzdem, wenn jetzt der eine oder andere fälschlich genannt wird, wurde von mir, dann möchte ich mich ausdrücklich dafür entschuldigen. Die Mehrzahl der genannten Abgeordneten ist wohl jetzt erst nachträglich reingekommen. Ich finde das ausgesprochen gedenklich, meine Damen und Herren. Und solche Abstimmungspannen, und da sind wir wieder bei der Anfechtung, sind oftmals auch ein formeller Grund, warum Gesetze dann doch nicht durchgehen. Das nur zur Information, meine Damen und Herren. Als nächster hat sich Herr Kruppmann-Ochsonitsch zur Geschäftsordnung gemeldet. Nachdem ich ja durchaus auch jetzt schon einige Zeit in dem Hause verbringe und durchaus einige auch Geschäftsordnungs-, Reform- und Veränderungsdebatten geführt habe, auch mit Vorvorgängern oder Vorvorvorgängern, weiß ich nicht, des heutigen Klubobmannes, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass das auch Gegenstand immer wieder von Debatten war, wo man sich, und das ist ja richtig gesagt worden, ich muss bei der Abstimmung in meiner Bankreihe sein. Die Intention damals, vielleicht nur zur Erinnerung, die Intention zur Erinnerung war, dass es damals eine andere, keine Regelung eigentlich gegeben hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon drin gestanden ist, aber diskutiert wurde, um zu vermeiden, dass man von der Besuchergalerie, von den Gesprächen mit den Journalisten, durchaus auch aus dem hinteren Bereich des Gemeinderatssitzungsamtes, alles hier abstimmt. Daher war klar die Regelung, man muss bei der Abstimmung, das heißt, wenn ich meine Hand hebe, Es steht darin, ich muss bei der Abstimmung, das heißt, wenn ich abstimme, muss ich in meiner Bank sein. Und ich glaube, dass es das Wesentliche ist, wenn ich meinen Vorgang, Sie haben es ja richtig zitiert, Sie haben es ja perfekt zitiert da drinnen. Wenn ich abstimme, dann muss ich meine Hand von einer Bankreihe machen. Das ist klar, das war auch bisherige Praxis. Es steht im Übrigen nicht einmal drin, dass ich sitzen muss, aber in der Regel soll es so sein. In der Regel soll es so sein, ist völlig egal. Tatsache ist, die Praxis, oh ja, weil die Praxis bisher, und ich glaube, es ist auch eine handhabbare und vernünftige Praxis, dass selbstverständlich es zählt, wenn ich meine Hand hebe, dass ich in meiner Sitzbank bin, das ermöglicht auch der Frau Präsidentin, das ermöglicht auch der Präsidentin oder dem Präsidenten eine objektive Abstimmung durchzuführen. Und ich bin ja durchaus dafür, dass es hier, und ich will schon darauf hinweisen, es war ein Abstimmungsvorgang, der auch von der Präsidentin wiederholt wurde, dass, wenn ich eine Abstimmung nicht seriös bekannt geben kann, dass hier eine nochmalige Abstimmung stattfindet. Das ist weder außergewöhnlich, sondern es ist ganz normal, dass wir ein Abstimmungsergebnis nicht haben. Ich glaube, das ist selbstverständlich, darum haben wir auch eine entsprechende Regelung, dass auch ein Ergebnis einer Abstimmung beeinspucht werden kann, wo ich eine normalige Feststellung der Abstimmung habe. Das steht drinnen. Sie wissen es, Paragraf 23, höfft es mir irgendwas. Das haben wir drinnen. Ich finde das auch gut so. Sollte eine Abstimmung, man kann sie beanspruchen, dann wird sie wiederholt. Ich finde das vernünftig. Es hat sich in der Praxis bewährt. Nur weil ein Spülchen einmal nicht aufgeht, das man politisch da betreibt, soll man sich nicht so ärgern. Es hat hervorragend funktioniert und es wird auch in Zukunft funktionieren. Als Nächster zur Geschäftsordnung ist Herr Abgeordneter Magulis gemeldet. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, auch sehr geehrter Herr Kovarek, eine kurze Anmerkung, unabhängig davon, wie letztendlich die exakte Interpretation der Geschäftsordnung aussieht. Was jedenfalls nicht passiert ist, war eine vorherige Feststellung des Quorums. Was bedeutet, das einzig gültige Quorum, solange man kein anderes feststellt, ist die Anzahl der Stimmberechtigten abzüglich der Entschuldigten. Der 100 Gemeinderäte bzw. Landtagsabgeordneten abzüglich der Entschuldigten. Ansonsten wäre es selbstverständlich, ein Quorum festzustellen gewesen, was der Frau Präsidentin jederzeit obliegt. Aber man kann nicht aus der Minderheitenzustimmung von Abgeordneten schließen, das wäre plötzlich eine Mehrheit, ohne überhaupt ein Quorum gezählt zu haben. Und in diesem Sinne würde ich Sie ersuchen aufzuhören. Der zweite Punkt, und das sage ich ganz bewusst, der erste Name, den Sie genannt haben, der nicht im Saal gewesen wäre. Ja, man kann dann viel im Nachhinein ändern. Sie haben meinen Namen gewandt. Ich wäre nachweislich durchgehend im Saal. Und ich weiß nicht, wie viele andere Menschen das auch betroffen hat. Deshalb gibt es die Regeln. Es steht in den Bankreihen. Der Kollege Nepp hat ganz richtig in der Präsidiale festgestellt, dass ich durchgehend da war. Ich weiß nicht, bei wem Sie sich noch geirrt haben. Beim ersten Namen, den Sie verlesen haben, haben Sie geirrt. Und es ist zu Recht so, dass man ein Quorum feststellen muss und nicht irgendwas sagen kann, jemand wäre nicht hier gewesen. Kollege Kovarik, ich verstehe, dass Sie gerne etwas anderes hätten. Ich würde Sie doch ersuchen, das jetzt nicht endlos in die Länge zu ziehen. Ich danke sehr. Als Nächste zur Geschäftsordnung gemeldet ist Frau Klöpup, Frau Meindl-Reisinger. Bitte dann. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich möchte eigentlich nur etwas sagen, auf was Sie gesagt haben, Herr Kovarik, weil Sie gesagt haben, also ich gestehe, ich war auch nicht im Saal anwesend bei der ersten. Es ist eigentlich schade für Sie, weil ich habe eh zugestimmt. Nur Sie haben ja gesagt, jetzt bei der Wiederholung der Abstimmung widerrechtlich abgestimmt. Also soweit bitte ich nicht zu gehen, dass Sie mich davon abhalten wollen, bei einer Abstimmung mitzumachen. Ich war im Saal dann und habe mich ganz normal an der Abstimmung beteiligt. Und das war in keinem Fall widerrechtlich. Und bitte, so etwas zu unterlassen, etwas zu sagen. Als Nächste zur Geschäftsordnung hat sich Mag. Jung zu Wort gemeldet. Bitte. Spät kommt ja doch, ihr kommt, heißt es in Wallenstein, Frau Kollegin. Ja, zur zweiten Abstimmung nicht widerrechtlich. Es geht hier um die erste Abstimmung, da ist schon interessant, dass sogar der Herr Klubobmann gesagt hat, in seiner Bankreihe. Ich kann Ihnen eins sagen, die Frau Kollegin Feinmann-Ludwig war definitiv, und sie war nicht die Einzige, nicht in ihrer Bankreihe. Nein, da schütteln Sie mir den Kopf, Sie haben es nicht gesehen. Wir haben Zeugen dafür, dass sie da hinten gesessen ist, Herr Präsident. Das ist der Fall. Aber Sie können natürlich in gewohnter Weise so lange abstimmen, wie es Ihnen gefällt, bis Sie den Wienern nicht mehr zahlen werden. Und das ist bald soweit. Als Nächster hat sich Herr Klubobmann-Nepp zur Geschäftsordnung gemeldet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es wirklich, was heute hier dargeboten wird, von den Regierungsfraktionen eine Schande für die Demokratie. Und ich sage Ihnen wirklich etwas, im Sinne des Parlamentarismus sollten Sie sich schämen, so etwas hier aufzuführen, dass man Abstimmungen durch Tumulte unmöglich macht, indem Leute von Ihnen zu spät reinstürmen, wenn Sie im Klub Ihre gesamten Abgeordneten nicht unter Kontrolle haben, dass Sie bei wichtigen Abstimmungen hier im Saal sind, bleibt es Ihnen unbenommen. Aber so lange abzustimmen, bis das Ergebnis passt, ist hier der Würde dieses Hauses nicht entsprechend. Nächster Redner zur Geschäftsordnung ist Herr Klubobmann-Ellensohn. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nachdem jetzt öfter das Wort gefallen ist von mehreren Abgeordneten, die Wahrnehmung von Abgeordneten X war so und so. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht auf die schnelle in der Stichwortsuche, zum Schauen, ob da drin vorgesehen ist, dass die Wahrnehmung irgendeines Einzelnen oder einer Einzelnen da ausschlaggebend wäre, dafür, was jetzt da stimmt und was nicht stimmt. Ich finde es. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Der Herr Kovarig, der da immer so genau ist, sagt, dass seine Wahrnehmung war. Meine Wahrnehmung, ich war ja durchgehend da, war, ich schaue auch immer, ich schaue es ungefähr aus, sind genug da. Meine Wahrnehmung war, dass in den hinteren Reihen nicht alle gesessen sind binnen. Vielleicht habe ich es nicht gut gesehen, weil ich nicht genau hingeschaut habe. Ich weiß es nicht. Meine Wahrnehmung war, es war eindeutig eine Mehrheit auf dieser Seite. Mit diesen Wahrnehmungen können wir aber nichts gewinnen. Es ist ganz, nein, es ist ganz einfach. Es ist egal, welche Wahrnehmung der Herr Kovarig hat. Es ist egal, welche Wahrnehmung ich habe in dieser Frage. In dieser Frage. Es ist entscheidend, wie hier das Präsidium, die Präsidentin vorgeht. Ich kenne bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Ergebnis, kein Ergebnis, wie es ausgegangen ist. Es ist ja eh spannend gewesen. Wir haben irgendwann angefangen zu zählen. Ich weiß nicht, wie viele waren jetzt dafür, wie viele waren dagegen, wie viele waren überhaupt da. Und da geht es nicht um die Wahrnehmung von irgendeinem von uns, sondern es ist der Job, den andere Leute zu erledigen haben. Und wie immer da alle durcheinander rennen, das darf ja jeder. Es darf jeder, es darf jeder von uns hinausgehen und hereinkommen. Herr Nepp, da steht nicht drin, dass irgendjemand die ganze Zeit da sein muss. Sie sind es ja oft auch nicht. So, da ist es ganz einfach. Das Präsidium wurde zu diesem Zeitpunkt geführt, sogar von einer FPÖ abgeordnet. So, und die hat ganz einfach die Aufgabe, hier die Abstimmung durchzuführen. Und sonst niemand. Und sonst niemand. Und die Wahrnehmung von Ihnen, wer da war und wer nicht, war ja eh schon falsch. Das haben wir ja eh schon belegt. Die müssen das nächste Mal nicht ein Screenshot, sondern ein Echtfoto machen und dann zählen sie es halt auf die Fotos durch. Aber es geht nicht um unsere Wahrnehmung. Und es ist lästig, im Protokoll so zu tun, ich habe es so gesehen. Das kann schon sein. Ich hatte den Eindruck, dass ein paar nicht gesessen sind von Ihnen. Ja, weil sie immer so unruhig herumrutschen. Jetzt weiß ich nicht, ob das gut. Und ich hatte das Gefühl, dass der Herr Jung und der Herr Guggenbüller verkehrt gesessen sind. Aber vielleicht stimmt es nicht. Ja, das kann schon sein. Sehen Sie, und deswegen nutzt das nichts. Deswegen nutzt es nichts. Ich habe früher 13 Diab drin gehabt. Wie soll ich überhaupt eine Wahrnehmung haben auf die Entfernung? Es ist nur wurscht, was Sie für Wahrnehmung haben. Es gibt da, es gibt hier, da ist das Regelbuch. Das gilt für alle 100 von uns, inklusive der drei Präsidentinnen. Inklusive der drei. Und die führen da die Geschäfte, werden wir da abstimmen. Wenn Sie ein Abstimmungsergebnis kennen, dann sagen Sie es uns. Wir haben versucht, in der Präsidiale zu sagen, wir sind ausgegangen. Wir sind ja auch interessiert an den Ergebnissen. Es gab keine Antwort. Deswegen würde ich vorschlagen, es ist eh nur ein Spektakel. Machen wir einfach weit und stimmen wir mal ab. Sie sind nur 44 alle zusammen, wenn Sie sich, 46, wenn Sie sich alle auf den Barkel schmeißen. Das geht sich halt nicht aus. Rot-Grün hat in dem Haus eine Mehrheit. So ist es auch bei dieser Abstimmung. Das ist gut für Wien. Als Nächster hat sich Abgeordneter Blind zur Geschäftsordnung gemacht. Herr Präsident Kopitz war dann der Nächste. Dankeschön, Frau Präsidentin. Wichtig ist einmal, glaube ich, uns und wir, dass einmal eindeutig der Wille des Landtages festgestellt wird. Ist unbestritten, ist unbestritten, ist unbestritten, ist unbestritten. Wenn Sie lächerlich meinen, dann werden Sie sicherlich die von der Frau Präsidentin einen Ordnungsruf bekommen, weil ich bin nicht lächerlich. Ich erspare Ihnen, dass ich den Paragraf 28 zur Gänze vorlese. Er ist aber Anlass dafür und die Diskussion, die jetzt geführt wird, dass wir angeregt haben in der Präsidiale, dass wir ein eindeutiges Prozedere in Zukunft festlegen. Denn laut Geschäftsordnung steht drin, die Abgeordneten haben in den Bankreihen sich zu befinden. Aber es könnte aber auch der Abgeordnete X bei der Fraktion Y in der Bankreihe sich befinden. Nochmal, nochmal. Es ist dann für die Vorsitzenden des Gemeinderates, genauso wie für die Präsidenten, ganz schwierig, Mehrheitsverhältnisse möglicherweise festzustellen. Darum werden wir das eindeutig festlegen, gemeinsam festlegen. Und nicht gleich in einer Geschäftsordnungsänderung, auch möglich, aber zumindest in der Vereinbarung, in der Fraktionsvereinbarung, denke ich, festhalten wollen. Damit wir sowas nicht nochmal diskutieren müssen. Im Übrigen hat die Frau Präsidentin richtig entschieden und die Abstimmung, nachdem sie nicht zu Ende geführt wurde, wiederholt. Und damit ist ein Ergebnis zustande gekommen, das die Gültigkeit hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner zur Geschäftsordnung, Klubobmann Juratzka, bitte. Ja, meine Damen und Herren, dieses Szenario, das wir da heute erleben, hat zwei interessante Aspekte. Einen rechtlichen, da freue ich mich, dass der Herr Präsident jetzt auch eine dementsprechende Klärung in Aussicht gestellt hat. Und eine politische, die politische Ebene ist ganz klar, das ist eine sehr fragile Mehrheit, mit der Rot-Grün in diesem Haus regiert. Und ich nehme an, dass wir solche Situationen öfter haben. Und ja, ich bin da mehr der Meinung, dass man in den Bankreihen zu sitzen hat, zu Beginn des Abstimmungsprozesses. Wenn man irgendwann im Zuge eines der Abstimmung dann mehr oder weniger hineinhechtet, ist das problematisch. Aber ich hoffe mir von der vom Präsident Kopitz angekündigten Klärung, rechtlichen Klärung in der Präsidiale, dass wir hier zu einem Konsens kommen. Denn eins muss uns klar sein. So wie in der, kurz bei der Unterbrechung, bei der Präsidiale vom Kollegen Oxonitsch angetaucht. Na, dann wiederholen wir Abstimmungen mehr oder weniger so lange, bis wir wieder eine Mehrheit haben. Das kann dem Wesen der Demokratie auch nicht genügen. Das muss uns schon klar sein. Also darum versuche ich, dass wir hier zu einer wirklich rechtlichen Klärung kommen. Dass wir hier Nachschärfungsnotwendigkeit haben, hat es der heutige Tag gezeigt. Zu Beginn des Abstimmungsvorganges, und das ist, glaube ich, völlig unbestritten, hat es in diesem Raum definitiv keine rot-grüne Mehrheit gegeben. Dankeschön. Zur Geschäftsordnung ist jetzt niemand mehr gemeldet. Ich fahre dafür höher in der Tagesordnung fort. Es gelangt nunmehr Postnummer 9 der Tagesordnung zur Verhandlung. Sie betrifft eine Meldung gemäß Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz für die Wahlperiode 2015 bis 2020 hinsichtlich der Betätigung von Mitgliedern des Landtags und der Landesregierung in der Privatwirtschaft. Ich bitte den Berichterstatter Herrn Abgeordneten Diplomingenieur Raui, die Verhandlung einzuleiten. Danke, Frau Präsidentin Hohes Haus. Hier geht es um die Meldungen für die Mitglieder des Wiener Landtags und Gemeinderats sowie der Mitglieder der Wiener Landesregierung um Tätigkeiten in Aktiengesellschaften, GSMBHs, Stiftungen und Sparkassen. Es sind alle 100 Mitglieder des Wiener Landtags als auch der Landesregierung ordnungsgemäß ihrer Meldungen abgegeben. Es wurde festgestellt, dass bei 17 Mitgliedern des Wiener Landtags und 4 Mitgliedern der Wiener Landesregierung eine entsprechende Genehmigung, Beschlussfassung geben soll. Bei der heutigen Sitzung des Unvereinbarkeitsausschusses haben wir einstimmig... ... hat niemand gemeldet. Wir kommen daher zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Landtags, die dem Antrag des Unvereinbarkeitsausschusses zustimmen wollen, die Hand zu heben. Danke. Ich kann die Einstimmigkeit feststellen. Post Nummer 1 betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien geändert wird. Berichterstatterin Hitzow ist Frau Amtsführende Stadträtin Frauenberger. Ich bitte Sie, die Verhandlungen einzuleiten. Danke, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte um Zustimmung. Zu Wort ist Herr Abgeordneter Mag. Kovarik gemeldet. Die Debatte ist damit eröffnet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ganz kurz noch vorab. Ich komme gleich zum Gesetzesvorhaben. Ist gescheit, Frau Kollegin. Wird verhandelt genau deshalb. Wir haben vielleicht noch zu anderer Zeit Gelegenheit, über das bereits Geschehene zu sprechen. Meine Damen und Herren, es liegt vor, der Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien geändert wird. Nicht zum ersten Mal. Diesmal ist diese Gesetzesnovelle, und das kann man durchaus herausstreichen, von allen Fraktionen unterstützt und ist als Initiativantrag eingebracht mit Abgeordneten aller Fraktionen. Das finde ich sehr erfreulich, dass es bei dieser Gesetzesnovellierung auch die Kontaktaufnahme gegeben hat und dass man diesbezüglich im Vorfeld geschaut hat, dass der Landtag etwas Sinnvolles auf den Weg bringt, um es einmal so zu sagen. Warum geht es? Das Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien wird ja nicht zum ersten Mal geändert. Und ausschlaggebend für diesen jetzigen Entwurf, für diese jetzige Gesetzesvorlage, war er Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hinsichtlich der Zuständigkeit der Landesrechtspfleger. Vielleicht ganz kurz. Wir haben in unserem Gesetz, ich glaube, als einziges Bundesland, die Möglichkeit, das Artikel 135a Bundesverfassungsgesetz in Anspruch genommen, wo nämlich die Ermächtigung des Gesetzgebers normiert ist, dass man auch im Instanzenverfahren sozusagen, das Verwaltungsgericht ist ja die Instanz der Rechtsmittelbehörde für die Verwaltungsbehörden, dass auch hier eben Rechtspfleger eingesetzt werden können. Das ist grundsätzlich in der Gerichtsbarkeit keine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit ist in der Gerichtsbarkeit, das gibt es auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, dass es Rechtspfleger gibt. Das ist selbstverständlich vorgesehen und aus eigener Erfahrung in meinem Beruf kann ich durchaus feststellen, dass das sehr sinnvoll ist und dass da ausgezeichnete Arbeit geleistet wird. Im Instanzenverfahren ist das, wie gesagt, nicht üblich, also es ist auch nicht vorgesehen bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Wir haben es, also der Wiener Landtag hat das vorgesehen im Gesetz. Wir Freiheitliche waren diesbezüglich sehr kritisch, haben das auch bei der Gesetzwerdung, glaube ich, ausführlich begründet. Und es hat sich gezeigt, dass nicht nur der Verfassungsgerichtshof, sondern das Verwaltungsgericht selber hier durchaus auch kritisch war und eben den Antrag gestellt hat beim Verfassungsgerichtshof auf Überprüfung. Konkret geht es um den vormaligen Paragrafen 26, Ziffer 6, der aufgehoben wurde. Zur Information, was stand drin im Ziffer 6, da war eine Ermächtigung der Landesrechtspfleger über Verfahren bis 1.500 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier hat es eben dann der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass diese Ermächtigung der Rechtspfleger zu global ist. Was ist jetzt in unserem Entwurf vorgesehen? Einerseits natürlich diese Bestimmung gibt es nicht mehr, die wurde aufgehoben, aber es war durchaus im Sinne aller Beteiligten, sage ich einmal so, dass diese Rechtspfleger, die es nun mal gibt, auch wirklich eingesetzt werden können beim Verwaltungsgericht. Und dass hier eben entsprechende Wirkungsbereiche und Arbeitsgebiete eingerichtet werden, die auch den verfassungsgesetzlichen Vorhaben entsprechen. Diesbezüglich ist die Ziffer 4. und Ziffer 5. und Ziffer 6. dieses Gesetzes zu verstehen, wo jetzt ein neues Arbeitsgebiet auch definiert wird, wo die Rechtspfleger Kompetenzen haben, nämlich bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Außerdem wurde eben bei der Gewerbeberechtigung die Kompetenz konkretisiert, um es einmal zu sagen. Und der Wirkungsbereich im Ziffer 13, der jetzt neu ist, im Absatz 1 des § 25 normiert. Das ist die eine Sache, das heißt, wie gesagt, das Problem fällt sozusagen Rechtspfleger, Kompetenzen und Aufgabenstellung, Wirkungsbereich. Da besteht die Hoffnung, dass das jetzt tatsächlich den verfassungsgesetzlichen Vorgaben entspricht. Das weiß man immer nur dann, wenn der Verfassungsgerichtshof darüber entscheidet. Wahrscheinlich wird es nicht mehr notwendig sein. Es wurde ja auch, so wie ich vernommen habe und es selber auch feststellen durfte, durchaus akkordiert dieses Gesetzesvorhaben mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtes und ist in diesbezüglich also sehr zu befürworten. Was auch noch geändert wird, ist die neue Hinzufügung des § 4a. Hier geht es nämlich über die Zuteilung der Landesrechtspfleger. Die war bis jetzt im Geschäftsverteilungsausschuss geregelt. Der hat es zugewiesen. Aufgrund der Überlegung, dass eben die Gerichtsbarkeit möglichst gleichartig gestaltet sein soll, sowohl bei den nördlichen Gerichten als auch bei den Verwaltungsgerichten, ist diese Änderung, die wir jetzt da, oder diese Ergänzung, beziehungsweise auch eine Änderung, die wir da jetzt eingeführt haben, durchaus verständlich aus meiner Sicht, dass nämlich jetzt der Präsident zu bestimmen hat, welchen Mitgliedern für welche Angelegenheiten wie viele Landesrechtspfleger zugeordnet werden. Das ist, wie gesagt, genauso geregelt bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei den Bezirksgerichten, auch das der Bezirksvorsteher und bei den Gerichten der ersten Instanz ebenfalls so. Also daher ist das zu verstehen, das ist jetzt kein Ausdruck des Beschneidens der Richter im Geschäftsverteilungsausschuss, sondern es ist nach meinem Verständnis eben eine sinnvolle Änderung, wo wir eben möglichst gleichartig die Gesetzgebung hinsichtlich der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit vornehmen. Ich freue mich, wie gesagt, darf ich nochmal Ausdruck geben, dass dieses Gesetzesvorhaben vorher akkordiert und koordiniert wurde, ist ja nicht bei allen Gesetzen so, die heute als Initiativantrag eingebracht werden. Ich hoffe, dass damit das Verwaltungsgericht in Wien eine gute Grundlage hat, um entsprechend zu arbeiten. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich erkläre daher die Verhandlung für geschlossen und erteile der Frau Berichterstatterin das Schlusswort. Ja, meine sehr geehrten Abgeordneten, der Herr Abgeordnete Koberik hat gerade inhaltlich dargestellt, worum es jetzt in diesem gemeinsamen Antrag geht. Ich möchte mich noch einmal bedanken, insbesondere von meiner Seite auch beim Abgeordneten Stürzenbecher, dass wir hier mit allen Fraktionen gemeinsam im Einvernehmen arbeiten konnten und diese Verbesserung, Veränderung zustande gebracht haben. Danke allen Klubs auch dafür. Ich möchte anmerken, ja, es hat mehrere Novellen und Veränderungen gebraucht, aber ich denke mir, mit dem großen Stück des Gesetzes zum Landesverwaltungsgerichtshof sind wir einfach immer noch nach wie vor eine lernende Organisation. Und das ist heute ein richtiger und guter Schritt und ich bitte Sie um Zustimmung. Danke, Frau Berichterstatterin. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Gesetzesvorlage. Ich bitte jene Mitglieder des Landtags, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang zustimmen wollen, die Hand zu heben. Ich stelle die Einstimmigkeit fest. Das Gesetz ist somit in erster Lesung einstimmig beschlossen. Einstimmig angenommen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen. Ich bitte jene Mitglieder des Landtags, die mit diesem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Und stelle die Einstimmigkeit fest. Das ist damit so beschlossen. Ich bitte daher jene Mitglieder des Landtags, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Auch das ist somit in zweiter Lesung einstimmig beschlossen. Post Nummer 6 betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem die Besoldungsordnung 1994, 50. Novelle zur Besoldungsordnung 1994, die Vertragsbedienstetenordnung 1995, 47. Novelle zur Vertragsbedienstetenordnung 1995 und das Wiener Verwaltungsgericht-Dienstrechtsgesetz, 7. Novelle zum Wiener Verwaltungsgericht-Dienstrechtsgesetz geändert werden. Berichterstatterin Hitzow ist wieder Frau Amtsführerin der Stadträtin Frauenberg. Und ich ersuche Sie, die Verhandlungen einzuleiten. Danke, Frau Präsidentin. Ich bitte um Zustimmung. Gemäß § 30c Absatz 10 der Geschäftsordnung schlage ich vor, die General- und die Spezialdebatte zusammenzulegen. Wird dagegen ein Einspruch erhoben? Das ist nicht der Fall. Daher werde ich so vorgehen. Die Debatte ist eröffnet. Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mag. Hohe. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich war jetzt kurz irritiert, weil ich die Streichung meines Kollegen von den NEOS nicht mitbekommen habe. Das heute hier vorliegende Geschäftsstück umfasst die Gehaltserhöhung für öffentlich Bedienstete und lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Das eine ist das Besoldungsabkommen für das Jahr 2016, die Schaffung einer Psychiatriezulage und die Gehaltsanpassung von Abteilungs- und Institutsverständen, medizinischen Leiterinnen und ärztlichen Direktorinnen. In den bereits vorhandenen oder erfolgten Verhandlungen hat sich ja herausgestellt, dass dieser Akt von NEOS, ÖVP, Grüne und SPÖ getragen wird, dass wir alle der Meinung sind, diese Gehaltsanpassungen sollen erfolgen, mit Ausnahme einer Fraktion der FPÖ, die sich bislang auch aus meiner Sicht eher bedeckt gehalten hat, welche Gründe aus ihrer Sicht dagegen sprechen, den Bediensteten bei der Stadt Wien, diese Gehaltsanpassungen nicht zu gönnen. Ich will kurz inhaltlicher Natur darstellen, warum dieser Akt geht und warum es aus meiner Sicht auch sehr unverständlich ist, dass wir überhaupt hier eine Debatte zu führen haben und möchte dennoch auch das Wort hier nützen, um das Thema der Reallohnerhöhung in der wirtschaftlich schwierigen Situation, in der wir gerade stehen, auch aufs Tapet zu bringen. Kurz die Psychiatriezulage, warum machen wir das? Es geht hier um 500 Euro für eine Berufsgruppe, die sehr gesucht ist, von der wir wissen, dass sie sehr hohen Leistungsanforderungen ausgesetzt ist, eine Berufsgruppe, die auch sehr viel Verantwortung übernimmt. Wir wollen mit dieser Zulage sicherstellen, dass die Psychiaterinnen und Psychiater im Wiener Krankenanstaltenverbund entsprechend ihren Leistungen ordentlich entlohnt werden und wir wollen auch sicherstellen, dass der Bedarf, den wir in diesen Bereichen haben, gedeckt werden. Diese gesamten Besoldungsabkommen basieren ja auf Abkommen, die mit der Gewerkschaft schon getroffen wurden, die mit dem Wiener Krankenanstalt vereinbart wurden, die mit der Ärztekammer vereinbart wurden. Also es sind keine neuen Dinge, die sich hier rot-grün ausdenken, sondern das sind sozialpartnerschaftlich vereinbarte Absprachen, die wir heute einfach in eine logistische Form bringen, damit die Menschen auf ihrem Gehaltszettel auch das haben, was sie verdienen. Die meisten würden wahrscheinlich meinen, sie verdienen mehr. Das stimmt, aber die Beschäftigten der Stadt Wien für 2016 bekommen werden, ist eine lineare Gehaltsanpassung, die auch für alle Zulagen gilt und Nebengebühren, die in den Paragraphen 23 bis 30 definiert sind. Wir werden in alles in allem eine Mehrbelastung des Budgets, das aber vorgesehen ist, weil Gehaltsanpassungen sind vorgesehen, für 2016 in der Höhe von 44 Millionen haben, beschließen. Und das ist auch sehr gut so. Und um das noch einmal ein bisschen in Relation zu bringen, was diese 1,3 Prozent sind, für die einen natürlich zu wenig, für die anderen möglicherweise zu viel, aber wenn man schaut, wie die Gehaltsentwicklung in den vergangenen Jahren für die Bediensteten bei der Stadt Wien war, beziehungsweise wie die KV-Abschlüsse in anderen Branchen war, so denke ich, liegen wir in einem guten Maß. Der Handel und die Metalle haben mit 1,5 abgeschlossen. Die Sozialwirtschaft, die ja vielleicht auch nicht uninteressant ist, weil auch in der Stadt Wien Beschäftigte aus Gesundheitsbereichen oder im Behindertenbereich oder aus der sozialen Arbeit sind, die haben mit 1,35 abgeschlossen oder die IT um die 1,39 beziehungsweise bei den IS-Gehältern um 1,34. Ein anderer Parameter, der in Gehaltsverhandlungen ja auch immer noch sehr wichtig ist, ist die Inflation. Im Jahr 2015 lag die bei 0,9 Prozent. Und die Entwicklung der Gehälter bei der Stadt Wien 2014 und 2015 basiert auf einem Beschluss, die beiden Jahre 2014 und 2015 kollektiv zu beschließen und waren für 2014 bei 2,3 Prozent festgelegt beziehungsweise höchstens bei 62,10 Euro und für 2015 bei 1,77 Prozent. Also diese 1,3 Prozent sind ein Wert, der sich durchaus sehen lässt, der in diese Situation der angespannten budgetären Lage passt, der aber natürlich auch dazu passt, dass die Stadt Wien als attraktive Arbeitgeberin auch weiter ihre Rolle aufnehmen kann. Nichtsdestoweniger trotzdem ist es so, dass gemessen an der Inflation natürlich die Reallohnerhöhung nicht so groß ist, aber sie ist gegeben. Und ich finde, das ist ein grundsätzlich wichtiger Aspekt, den wir als Stadt Wien ja auch berücksichtigen müssen, wenn wir in einem größeren Rahmen denken, dass es hier nicht nur um Einkommen geht, die existenzsichern sein soll, natürlich auch um Einkommen sich handelt für eine große Gruppe von Beschäftigten, die auch konsumwirksam und damit wirtschaftswirksam sind. Ich möchte besonders betonen, dass die Stadt Wien Beschäftigten ja eine irrsinnig tolle Arbeit leisten und ein ganz breites Spektrum an Arbeitsbereichen hier abdecken und die 1,3 Prozent, somit ja auch einen Querschnitt über viele Berufsgruppen darstellen, die in der Privatwirtschaft eben unterschiedlich bemessen werden. Die Beschäftigten der Stadt Wien leisten wunderbare Arbeit und sie sorgen dafür, dass Wien hier eine weltoffene und lebenswerte und soziale Stadt ist und auch weiterbleiben wird. Und dafür gebührt ihnen ja auch hier wirklich Dank. Und diese 1,3 Prozent sind einfach auch eine Anerkennung für diese Leistung, die die Beschäftigten machen und ihnen gebührt. Die Stadt Wien wächst, die Stadt Wien wächst und die Aufgaben wachsen und die Beschäftigten haben hier auch immer mehr zu tragen. Und auch dafür, muss man sagen, ist diese 1,3 Prozent Gehaltsanpassung ein Beitrag, um dieser Leistung Ausdruck zu verleihen. Ich habe das Thema Reallohnerhöhung angesprochen und möchte nur kurz auf einen Beitrag von Markus Materbauer verweisen, der sich genau anschaut, was braucht es in Zeiten der wirtschaftlichen Krise und Deutschland und Österreich vergleicht. Und sich da den öffentlichen Konsum genau anschaut und der stellt eben fest, dass der öffentliche Konsum in Deutschland real um 4,5 Prozent gewachsen ist, während in Österreich in dieser Zeit nur um 1,7 Prozent gewachsen ist. Und seine Konklusion aus dieser Sache ist, dass es sich primär als Ursache auch um einen zu langsam wachsenden Reallohnangleich in Österreich handelt. Also wir brauchen unbedingt Reallohnerhöhungen, um hier auch aus der Wirtschaftskrise herauszukommen und hier eine Wende annähernd mal erreichen zu können. Die Mindestsicherungsstreichung ist heute hier schon diskutiert worden. Das ist ja nur ein Beispiel für die Vorschläge, um Sozialkalschlag zu betreiben. Es kommen ja auch in der Wirtschaftskrisendebatte andere Vorschläge, eben Löhne zu kürzen. Dieser Materbauer-Artikel und diese Studie, die es auch beispielsweise vom WIFO gibt, wo ebenfalls Deutschland mit Österreich verglichen wird und die Frage gestellt wird, liegt es an den Löhnen, ob die Wirtschaft anspringt oder nicht. Sind so hohe Löhne Wirtschaftskiller oder sind hohe Löhne eben genau Wirtschaftsmotoren? Ebenfalls zu dem gleichen Schluss kommt, dass genau steigende Löhne zu einer besseren wirtschaftlichen Performance führen, denn sie ermöglichen höheren Konsum. Die Konsumnachtfrage ist, glaube ich, in der Regionalpolitik eine sehr entscheidende und die Stadt Wien beschäftigen, die ja nicht die tollsten Einkommen haben. Sie gehören ja nicht in der Regel zu den Luxuseinkommensbezieherinnen, sondern zu jenen, die mehr oder weniger ihr Einkommen vermutlich sofort in Konsum- und Lebenserhaltungskosten umwandeln, hier besonders große Bedeutung bekommen. Aus all diesen Gründen, muss ich sagen, verstehe ich überhaupt nicht, warum seitens der FPÖ heute dieser Antrag auf Gehaltsanpassungen abgelehnt werden soll, warum Sie den Beschäftigten, ob Sie jetzt bei der Stadt Wien tätig sind, ob Sie im Krankenanstaltenbund tätig sind, seit wann? Ich lasse mich überraschen. Meine Informationen bislang sind anderer Natur. Wenn sich die FPÖ doch noch zu einer anderen Entscheidung durchringt, ist das gut so. Ich möchte hier einfach betonen, dass es wichtig ist, dass wir zu einer Gehaltserhöhung kommen, dass wir dazu stehen als Stadt Wien, dass wir als Grüne dazu stehen, dass die Beschäftigten, ob sie bei der Stadt Wien beschäftigt sind oder sonst in der Privatwirtschaft, ein existenzsicherndes Einkommen bekommen. Wir sind der Meinung, es braucht ein Reallohnwachstum. Und wir sind der Meinung, dass die Stadt Wien mit Gehaltserhöhungen dazu beitragen kann, dass sich hier auch etwas tut. Und wir machen das mit diesen Besoldungsabkommen. Und daher ersuche ich um Zustimmung. Als nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Schütz, bitte. Frau Präsidentin, Frau Landesrätin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer auf der Zuschauertribüne und zu Hause im Internet und vor dem Fernseher. Es geht hier um den Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Besoldungsverordnung 1994 und das Wiener Verwaltungsgerichts-Dienstrechtsgesetz geändert werden soll. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Man könnte natürlich auch sagen, Mist passiert. Ja, Sie haben Ihre Rede offensichtlich falsch aufgebaut, Frau Kollegin. Oder vielleicht sollte man es auch so sagen, man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Vorweg, wir werden dieser Besoldungsreform zustimmen, weil wir der Meinung sind, prinzipiell, dass jeder Mitarbeiter in der Stadt Wien eine Gehaltserhöhung verdient hat, auch wenn sie nur knapp über der Inflationsrate liegt. Besser als gar nichts. Positiv anmerken möchte ich hier, dass es zum Unterschied vom Bund doch auch eine Erhöhung für die Wahrungszulage gibt. Aber damit, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch schon wieder am Ende meiner positiven Anmerkungen und Ausführungen. Die Wahrungszulage gilt nämlich für alle Mitarbeiter, aber nicht die für den Schema 2 des KAPS. Das ist das einzige Schema, das davon ausgenommen wird. Kritisieren möchte ich Folgendes. Und das ist mir im Ausschuss auch nicht wirklich richtig beantwortet worden oder nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Und deshalb haben wir im Ausschuss auch dagegen gestimmt. Es ist nämlich normalerweise so üblich, wie es halt für einen Gesetzeslauf so an sich steht, dass man, bevor ein Gesetz in Kraft tritt, die Sachen zusammensammelt und das Ganze einreicht und nicht im Nachhinein rückwirkend für Jänner beziehungsweise ein Teil der Gehaltspunkte sind ja Rückwirkungen mit Julitz, bis 2015 gültig und müssen aufgerollt werden, was natürlich auch steuerliche Nachteile mit sich bringen kann. Und die Ausrede, naja, das ist zwar im November letzten Jahres ausverhandelt worden, aber es hat halt leider bis Februar diesen Jahres gedauert, bis es den Weg zu MR2 gefunden hat, weil halt das Ärzteschema noch, also die Ärztestellenbeschreibung noch dazu gelangen werden musste. Und auch wenn das Verhandlungsergebnis da war, ja, braucht halt so einen Weg, bis es dahin kommt, das ist mir eigentlich ein bisschen dürftig und zu wenig. Weil, muss man eins sagen, wenn es nicht rechtzeitig eingelangt, dann kann man ja zumindest einen Teil dieses Ganzen, hätte man schon im Dezember beschließen können, fristgerecht, zeitgerecht, so wie es sich gehört, um den Fristenlauf einzuhalten. Vielleicht lernen auch dann die anderen, was es bedeutet, Fristen einzuhalten. Grundsätzlich möchte ich auch noch anmerken, dass die Gehälter der Magistratsbediensteten grundsätzlich ja sehr nieder angesetzt worden sind und dass viele Mitarbeiter im Bereich der Stadt Wien nicht unbedingt positiv gestellt sind, was die Entlohnung betrifft. Und für mich bedeutet das, dass die Stadt Wien schon lange kein attraktiver Arbeitgeber mehr ist. Vom Mobbing hin angefangen, über sonstige Belohnungsbestrafungssysteme, die es gibt, da könnte man viel sagen, da haben wir uns auch hier schon viel unterhalten. Also wirklich attraktiv ist es nicht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur zwei Beispiele herausgreife, einfach aus dem Bereich der vielen Mitarbeiter, die Pflege und die Mitarbeiter der Rettung, dann sind das zwei Bereiche, die sehr stressbelastet sind, die wirklich enorm viel leisten, wie viele andere Bedienstete der Stadt auch, aber die sind lange Jahre wirklich nicht gut behandelt worden. Viele Jahre sind die Mitarbeiter wie Stiefkinder gesehen worden. Es hat kaum Erhöhungen und Berücksichtungen gegeben, so wie Sie es ja gesagt haben. Es ist in den letzten Jahren nicht wirklich der Geldsegen über die Mitarbeiter der Stadt Wien angebrochen. Und deshalb finde ich diese 1,3 Prozent, so wie meine Fraktionskollegen, nicht wirklich angemessen. Und dann möchte ich auch noch auf die Psychiatriezulage zu sprechen kommen, die Sie so hier hoch anpreisen. Das klingt super toll, 500 Euro. Wenn man sich so mal hört, so in dem Raum schmeißt, 500 Euro ist ein Wahnsinn. Aber wenn man die Arbeit bedenkt, die für diese Leute da sind, und die Belastung, die auf diese Menschen einhergeht, 80 Prozent Administrationsaufwand, eine extreme psychische Belastung, und unterm Strich bleiben von den 500 Euro für die meisten nicht wirklich viel über. Und wenn man bedenkt, dass sie dann vielleicht sogar in ein anderes Finanzschema fallen, dann unterm Strich mehr zahlen, dann sind die auch ein Witz und ein Hohn. Aber, wie gesagt, 1,3 Prozent, in vielen Dingen besser als gar nichts. Im Großen und Ganzen sind 1,3 Prozent für die Stadt Wien ein Witz. Und sie sind keine Anerkennung für die Leistung der Leute. Weil das, was unterm Strich wirklich bleibt, ist nicht wirklich extrem viel. Wir haben es ein bisschen ausgerechnet und haben es ein bisschen geschaut, dass jetzt so ein Mitarbeiter im Durchschnitt so netto an Euro mehr bleibt. Wenn ich mir da auf der anderen Seite die Belastungen anschaue, die Valorisierung steigt stetig, jedes Jahr wird erhöht, Gebühren etc. Die Miete, wenn sie nicht ausgesetzt wird in Bezug auf den Richtzins, die wird auch jedes Jahr angepasst. Die Waren aus dem Warenkorb, die werden auch jedes Jahr teurer. Also, wenn man es anschaut, bleibt unterm Strich von der Gehaltserhöhung ein sattes Minus über. Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Die Stadt Wien hat für alle möglichen Projekte sehr viel Geld in der Tasche, die sie ausgibt. Aber den Mitarbeitern der Stadt Wien, denen ist es offensichtlich nicht mehr wie 1,3 Prozent wert. Wir werden dem zustimmen, weil es besser als gar nichts ist, obwohl es netto nicht gerade der große Wurf ist. Und das, was wir uns wünschen für die Zukunft ist, dass in Zukunft netto deutlich mehr unter dem Strich herauskommen wird. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordneter Ingenieur Meidlinger. Bitte darum. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Stadträtin, werte Abgeordnete. Ich finde es ja immer spannend, wenn die Freiheitliche Partei über Einkommen, Einkommensgerechtigkeit und Lohnerhöhungen spricht. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass man sich hier herausstellen traut und von netto mehr spricht, während die Sozialdemokratie und die ÖVP im Parlament dafür gesorgt haben, dass netto deutlich mehr den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bleibt. Mit 5 Milliarden im Jahr hat die Freiheitliche Partei gegen die Steuerreform geschlossen. Wasser predigen, Wein trinken. Aber das ist immer sehr bemerkenswert, wie gesagt, wenn die FPÖ dagegen gestimmt hat. Sie haben gegen 5 Milliarden für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestimmt. Wahrscheinlich waren ja nur zu wenig Vermögensteuern dabei. Aber da sind wir gemeinsam in einem Boot. Sehr geehrte Damen und Herren, die Frage der Gehaltserhöhung und der Gehaltsentwicklung ist natürlich eine, die uns auch als Stadt Wien sehr besonders am Herzen liegt. Und meine Vorrednerin Barbara Hoemer hat ja bereits die Entwicklung der Löhne und Gehälter hier auch deutlicher aufgezeigt. Klar ist auch, dass wir mit dieser Erhöhung auch wieder einmal geschafft haben, für alle, so wie in den letzten 10 Jahren, vor allem für Klein- und Mittelverdiener deutlich über der Inflation zu liegen. Und ich glaube, das zeigt auch die soziale Verantwortung und die soziale Handschrift, wie also die Stadt Wien mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Gehaltserhöhungen, mit Bezugserhöhungen umgeht. Und dieser Weg ist ein richtiger und ein guter. Wir haben auch bei der Frage des Ablaufs und bei dieser Novelle kommen ja mehrere Stücke zusammen. Es geht um die Frage der Ärzteentlohnung, Primarärzte und Primarärzte. Und wenn die Frau Schützer spricht davon, dass man erst einen Teil jetzt macht, obwohl das schon im Juli des vergangenen Jahres vereinbart worden ist, dann muss man auch dazu sagen, dass damals vereinbart wurde, dass noch ein Paket dazu verhandelt wird. Das war am 13. November fertig. Und zum Gesamtpaket gehört halt auch, dass die eine Seite gibt und die andere Seite sozusagen nimmt. Man kann nur nicht nehmen und nicht geben. Und natürlich ist die Arbeitsplatzbeschreibung ein wesentliches Element für Primarärztinnen und Primarärzte in diesem Gesamtpaket gewesen. Und ich sage auch, bis Ende Jänner waren noch immer nicht alle Unterschriften der Primarärzte und der ärztlichen Direktorinnen und Direktoren da. Und für das, glaube ich, haben wir das in sehr kurzer Zeit und gut geschafft, dass wir diese Vereinbarung, die wir getroffen haben, auch umsetzen. Wie überhaupt anzumerken ist, dass die Stadt Wien die Vereinbarungen, die sie getroffen hat, so wie in der Vergangenheit, und ich nehme ja auch an, und ich kann auch über die Zukunft sprechen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die eingehalten werden. Und wenn da auch Unkenrufe da sind und da waren und auch Pressemeldungen da waren, dass irgendwelche Zulagen oder sonstige Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Die Stadt Wien hat das, was unterschrieben ist, sich an das gehalten, hat sich an die Vereinbarungen gehalten. Bei der anderen Seite, oder Teile der anderen Seite, war das ja nicht immer so. Und dazu gehört, wie gesagt, auch, dass sich beide Seiten an diese Vereinbarungen halten. Sehr geehrte Damen und Herren, bemerkenswert ist auch in dem Zusammenhang das Verhalten der ÖVP, die zwar in der Presse auch gewettert hat, dass die Nebengebühren und Zulagen so spät umgesetzt werden, wie zum Beispiel die Nachtdienstzulage, aber die gleiche ÖVP dann in der gemeinderätlichen Personalkommission gegen die Ärztezulagen gestimmt haben. Also auf der Presseausendung sind wir dick da, Populismus Nummer 108 einzig, oder was, das war nach der Wahl. Und wenn es aber dann um die Umsetzung geht, dann waren wir nicht dabei und dann stellen wir sich nicht einmal hier heraus und verteidigen das, warum wir nicht dabei waren. Sehr geehrte Damen und Herren. Und lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf die Frage des Gehaltsverständens, wie es die freiheitliche Partei versteht. Wir haben in Wien und in den meisten Bundesländern die 1,3 Prozent umgesetzt. Wir haben es nur meistens dort nicht umgesetzt, wo Freiheitliche am Ruder sind, beziehungsweise dort, wo Freiheitliche in der Vergangenheit riesigen Schaden angerichtet haben. Und nehmen wir das Beispiel Wiener Neustadt her. Da gibt man den Beschäftigten in Wiener Neustadt 1,3 Prozent Gehaltserhöhung und kürzt ihnen aber gleichzeitig eine Zuläge und eine Nebengebühr, damit beim Nettovergleich, den die Frau Schütz so gerne hier angestrengt hat, dass dort eine Null herauskommt. Und das ist nicht die sozialdemokratische Lohnpolitik, das ist nicht unsere Lohnpolitik, das ist die freiheitliche Lohnpolitik und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind sehr begeistert von dieser Lohnpolitik, die die Freiheitlichen machen. Jetzt rede ich gar nicht von Privatisierung des Seniorenheims, davon, dass sie dort auch die Neuausschreibung der gesamten Posten vorgenommen haben, Postenschacher betreiben und mich jetzt auch nicht wundern, wenn die Staatsanwaltschaft dort auch in Zukunft in Wiener Neustadt ein sehr fruchtreches Gebiet finden würde. Und wir sind auch ein zweites Bundesland, was Probleme gibt, wo man diese Gehaltserhöhung, die in Bundesebene und in Landesebenen nicht umgesetzt wird, ist Kärntner. Wir wissen warum. Das ist einfach die Wirtschaftspolitik, wie sie auch die Freiheitliche Partei verstanden hat. Und in Kärnten sind wir heute in der wirtschaftlichen Situation, dass dort die Bediensteten im öffentlichen Dienst die Gehaltserhöhung, die alle anderen bekommen, nicht erhalten können. Da sieht man durchaus, wie verantwortungsvoll hier die Stadt Wien, wie verantwortungsvoll die Politik in Wien hier mit diesen Zulagen auch tatsächlich umgeht. Und wenn wir zur Psychiatriezulage kommen, Frau Abgeordnete Schützer, also erstens einmal würde ich 500 Euro nicht so abschätzend bewerten. Das ist für viele, viele in dieser Stadt viel Geld. Wir haben 500 Euro als Dienstzulage, ist auch pensionswirksam. Wir haben, diese Dienstzulage wird 14 Mal im Jahr bezahlt und ist nicht so herkömmlich zu betrachten wie eine Nebengebühr. Und ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus sehr froh sind, dass sie diese Gehaltszurechnung bekommen. Und wenn man hier sagt, dass die Rettung oder andere Dienste in der Vergangenheit schlecht behandelt worden sind, dann möchte ich auch da sagen, dass wir bei den Rettungsdiensten umgestellt haben auf einen 12,5-Stunden-Dienst, dass wir dort die Arbeitsbedingungen verbessert haben, dass die Stundenanzahl dramatisch gesunken ist und in Wirklichkeit das Stundenlohn, weil wir auch auf der anderen Seite das abgefangen haben, deutlich in die Höhe geschraubt wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, dass wir mit den 1,3 und 3%, die also über der Inflation liegen, so wie in der Vergangenheit auch einen Gehaltsabschluss haben, der über der Inflation liegt. Es zeigt einfach hier die soziale Handschrift, die diese Stadt trägt und ich bitte um Zustimmung. Dankeschön. Ich danke sehr. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich erkläre die Verhandlung für geschlossen und erteile der Frau Berichterstatterin das Schlusswort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bringen heute hier mit dieser Beschlussfassung ein Paket zu Ende, an dem die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner sehr lange und sehr intensiv gearbeitet haben. Wir haben hier im Besonderen natürlich bei den Ärztinnen und Ärzten beginnend mit den Gehaltsverhandlungen immer wieder unsere, ich sage es jetzt mal so, Runden gedreht, um eine gute Lösung zu finden. Sie haben sicher auch mitbekommen, nicht nur, wenn man in der Personalkommission sitzt oder auch im zuständigen Gemeinderatsausschuss, dass es dazu auch immer wiederum sehr intensive, auch öffentliche Debatten gegeben hat. Und ja, wir können heute hier eben das Paket zu einem Abschluss bringen, wissend, dass es auf einer sozialpartnerschaftlichen Basis passiert ist. Und das ist etwas, was sehr, sehr positiv ist. Und daher möchte ich jetzt alle Abgeordneten bitten, ihre Zustimmung zu diesem Poststück zu geben. Dankeschön. Ich danke sehr. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Gesetzesvorlage. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang zustimmen wollen, die Hand zu erheben. Das ist einstimmig. Das Gesetz ist somit in erster Lesung angenommen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Auch das ist einstimmig. Danke sehr. Ich ersuche daher jene Mitglieder des Landtages, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Das Gesetz ist somit auch in zweiter Lesung einstimmig angenommen. Post Nummer 2 betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem das Wiener Gentechnik-Vorsorge-Gesetz geändert wird. Berichterstatterin Hitzow ist Frau amtsgehörige Stadträtin Mag. Sima. Ich ersuche, Sie die Verhandlung einzuleiten. So, Herr Klubbermann, du hast mich jetzt kurz verwirrt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich ersuche um Zustimmung zu vorliegenden Gesetz. Gemäß § 30c Absatz 10 der Geschäftsordnung schlage ich vor, die General- und die Spezialdebatte zusammenzulegen. Wird gegen die Zusammenlegung ein Widerspruch erhoben? Das ist nicht der Fall. Ich werde daher so vorgehen. Die Debatte ist eröffnet. Zum Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mag. Emmerling. Sehr geehrter Herr Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, ich möchte die Gelegenheit nutzen, ich möchte jetzt nicht auf die Gesetzesvorlage zur Gentechnik eingehen, sondern nutze die Gelegenheit zu sprechen über den gemeinsamen Resolutionsantrag, der heute auch hier eingebracht wird, zum Bereich Atomkraft und Euratom. So viel gleich vorweg. Also der Antrag wurde eingebracht von SPÖ, von SPÖ, ÖVP, Grünen und FPÖ gemeinsam und wir werden diesem Antrag auch zustimmen, wobei wir aber von einem gemeinsamen Antrag Abstand genommen haben. Das hat eigentlich einen wesentlichen Grund, dass wir sehr gerne in eine breite Diskussion auch hier mit allen Parteien gegangen wären. Das war uns aufgrund des Überfalls leider nicht möglich. Es ist der Antrag K, weil es ist, so ist er, geht es mit oder nicht. Ich glaube, wir hätten da sicher noch diskutieren können, es wäre auch in Konstanz zustande gekommen, keine Frage. War leider nicht der Fall. Prinzipiell ist ganz klar, wir treten auch gegen die zivile Nutzung der Atomenergie und Kernenergie in ihrer jetzigen Form ein. Wir haben auch ähnliche Anträge bereits im Parlament unterstützt und genauso ist klar, so wie es der Antrag auch formuliert, dass wir für die Förderung und Entwicklung, dass wir dies lieber bei erneuerbaren Energien und Energieeffizienzmaßnahmen sehen. Was wir allerdings vergessen und was wir leider nicht in diesem Antrag haben, ist der große Bereich der Forschung, der Forschungsförderung. Was wir nicht wollen, ist, dass wir unter dem Deckmantel der Forschung, dass es hier versteckte Subventionen in Richtung Kernenergie gibt. Aber, und ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt, ich habe mit dem Kollegen Valentin auch gesprochen und telefoniert zu diesem Thema, Sie haben recht, wenn Sie sagen, ja, die Atomkraft, gerade hier besteht keine Kostenbarheit, die privaten Betreiber mögen auf ihre eigenen Kosten schauen, wie sie mit der Entlarung umgehen, das ist alles richtig. Nur die Situation ist leider, wie sie ist. Und gerade Wien und Österreich, selbst kein AKW-Betreiber, aber umkreist von Kernkraftwerken sowjetischer Bauart mit erheblichen Sicherheitsrisiken, wie wir wissen, und wir möchten uns gar nicht ausdenken, was passieren würde, sollte mal was passieren. gerade hier, glaube ich, darf man nicht die Augen verschließen und muss hier Verantwortung übernehmen, denn diese Forschungsgelder im Bereich der Sicherheit werden dort nicht getätigt, ja, das ist ein Punkt von Euratom, das hätte ich gerne noch in diesem Antrag drinnen gehabt. Und Probleme, wenn man auch aussteigt aus einem Euratom-Vertrag, dann heißt das auch, dass die Probleme weiterhin bestehen mit unseren anliegenden AKWs, aber dass wir auch keinen Einfluss haben, hier proaktiv in die Sicherheit zu investieren. Trotz allem, die Intention des Antrags ist vollkommen klar und wird von uns auch unterstützt. Gerade ein Land wie Österreich, eine Stadt wie Wien, die selbst keine AKWs betreibt, soll sich besonders glaubhaft dafür einsetzen, für ein Ende dieser Hochsicherheitstechnologie und auch nachdrücklich die Endlagerproblematik ansprechen, brechen also in diesem Sinne Zustimmung, aber mit der Bitte, das nächste Mal bei gemeinsamen Anträgen auch wirklich mit dabei zu sein. Danke. Danke sehr. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordneter Mag. Marisch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Landesrätin, ich finde es schade, dass NEOS nicht am Antrag draufstehen. Die Debatte hat ja im Wesentlichen auch stattgefunden beim Atomgipfel, da wurde sie entschuldigt, nicht da, schade auch, aber wie gesagt, ich möchte nur der Vollständigkeit darauf hinweisen, wir reden immer davon, Schrottreaktoren sowjetischer Bauart, wollen wir da nicht vergessen, dass es auch andere Reaktoren gibt, und zwar in unserem Westen, zum Beispiel die Reaktoren in Vessenheim, im Elsass, sind keine sowjetischen Schrottreaktoren, sondern französischer Bauart. Es gibt auch die Firma Westinghouse, die auch tätig ist, zum Beispiel in Bayern, da sind auch nicht alle Dinge mehr so, wie sie sein sollten. Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass wir umgeben sind von Reaktoren und, wenn man so will, von Atomkraftwerken, die im Grunde genommen abzuwracken sind und endlich einmal ein Ausstieg auch in allen Ländern dieser Erde stattfinden sollten. Natürlich stehe ich zu diesem Antrag, begrüße ihn sehr, finde ich ihn auch gut, dass es fast alle Parteien jetzt irgendwie nicht eingebracht haben oder einbringen werden und ihn auch dann letztendlich alle unterstützen werden. Meine Wortmeldung geht natürlich neben der Zustimmung zum Akt vor allem in Richtung des Antrags betreffend die Zulassung von Glyphosat, den ich gleich mal weitergeben möchte. Bei Glyphosat, das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Pflanzengift, wird verwendet quasi sozusagen zum Totspritzen. Totspritzen heißt, wenn das Getreide steht und noch grün ist, dann wird das ausgebracht, das ist ein Wachstumshormon, das die Pflanze sich totatmen lässt. Das Gleiche gibt es auch bei Kartoffeln im Wesentlichen. Ein weit verbreitetes, nettes Gift früher hat kein so Roundup oder Roundup Ready wurde verkauft oder wird noch immer verkauft in allen, allen Baumärkten dieser Welt, vor allem in Europa, so war natürlich auch Österreichs. Das ist schwierig, das zu verbieten wahrscheinlich, vor allem national, aber im Wesentlichen steht es in ganz vielen Haushalten und in ganz vielen Schrebergärten, wenn man kriegt es einfach überall. Und das ist so Unkraut Ex zum Beispiel, ist auch ein schönes Wort, das geht geschwind und erledigt. So, also, natürlich war ganz klar, dass früh oder später man draufkommen wird, dass diese Reste dieses Wirkstoffes eben natürlich von Monsanto hergestellt, da wird natürlich der Kollege, wird dann, der Kollege Taucher wird dann sicherlich darauf eingehen, aber da geht es einfach darum, dass man nicht nur mit Monsanto viel Geld verdient hat, sondern dieses Gift letztendlich in allen unseren Körpern, ganz egal, ob man jetzt ein Brot essen, Bier trinken, Kartoffel, Buffer essen oder ein Chips, das wird bei uns entgelagert. Und wir wollen in Wirklichkeit, dass das endlich aufhört, es hat allerdings bewirkt, bis jetzt die Debatte in Europa, zwar einen, die WHO hat gesagt, es ist wahrscheinlich Krebserregung und müsste in Europa verboten werden, die Landwirtschaftsminister Europas haben sich nicht durchringen können, das Verbot letztendlich auszusprechen, sondern es gibt nur im Wesentlichen ein Verschieben auf das nächste Mal, es ist diesmal nicht zum Verbot gekommen, gerüchteweise oder nach Medien zu schließen, ist der Herr Landwirtschaftsminister durchaus bereit gewesen, das Verbot aufzuheben, das wird man hoffentlich mit vielen, vielen Resolutionen in vielen Landtagen Österreichs irgendwie so weit bringen, dass es nicht so ist. Also, wir wollen, dass diese Geschichte in Österreich ein für alle Mal vorbei ist, es gibt einen Drei-Parteien-Antrag und zwar von SPÖ, Grünen und der FPÖ und wir wünschen uns, dass vielleicht alle Parteien diesem Resolutionsantrag zustimmen. Dankeschön. Ich danke sehr. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Ingenieur Guggenbichler. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, ganz kurz, ich will auch sprechen ganz über den Resolutionsantrag, den wir uns am Anti-Atom-Gipfel besprochen haben, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Institution, die in Wien ja wirklich Schule gemacht hat und ich bin nicht dafür bekannt, dass ich die Frau Stadträtin lobe, aber das ist eine dieser Geschichten, wo ich sage, das macht wirklich Sinn und aufgrund dessen haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, dass es endlich einmal an der Zeit wäre, final anzusprechen, aus Euratom hinaus zu gehen, weil wir ja die letzten Jahre immer diskutiert haben darüber, dass man von Ihnen was verändern kann. Wir zahlen zig Millionen Euro an österreichischen Steuergeldern in die Verlängerung von Schrottreaktoren und deswegen bin ich auch froh, dass wir hier eine ganz, ganz breite Basis gefunden haben und es auch möglich war, einen gemeinsamen Antrag zu stellen, wo diese Komponente drinnen ist, weil ich glaube, man sollte irgendwann einmal auch die Rute ins Fenster stellen und wir wissen ja, dass wir da Steuergelder investieren und Steuergelder zu investieren, um die eigene Bevölkerung zu gefährden, ist an sich eine Situation, die sehr unbefriedigend ist und vielleicht ist dann in Zukunft mehr Möglichkeit gegeben, hier eine Veränderung herbeizuführen. Die zweite Geschichte ist die Geschichte Glyphosat, ja ganz wichtig, es geht um die Verlängerung der Erlaubnis in der Europäischen Union und ich höre schon und das macht mir große Sorgen, dass Österreich da nicht vehement dagegen auftritt. Man liest in den Medien, dass andere Länder hier vehement dagegen auftreten und wir wissen alle, dass das schädlich für uns ist. Es gibt den Verdacht, dass das krebserregend ist, es wurde eher auf eine humoristische Weise gebraucht, aber es ist in zwölf verschiedenen Biersorten festgestellt worden und wenn man überlegt, dass ein Unkraut oder ein Mittel, was mehr oder weniger ein Pflanzengift ist und auch zu Missbildungen bei Menschen führen kann, es gibt Studien darüber, dass es die Artenvielfalt und den Äckern schadet, es gibt Studien darüber, dass es der Bodengesundheit schadet und auch hier bin ich froh, dass man da den vernünftigen Weg gewählt hat und wir haben ja heute schon darüber geredet, ich hatte auch einen Antrag zu dem Thema, aber wenn wir uns schon alle einig sind, dann brauchen wir nicht ein Sandkistenspiel betreiben und sagen, wer war jetzt der Erste, wer ist der Zweite und wer ist jetzt der Bessere, sondern es geht darum, dass wir auf die Gesundheit und für die Gesundheit unserer Mitbürger schauen müssen und deswegen bin ich froh, dass das heute in dieser Art und Weise drüber gegangen ist, freue mich, diese Anträge auch allen kundzutun, dass sie auch alle hierbei zustimmen und ich gehe davon aus, dass es eine Einstimmigkeit geben wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordneter Mag. Taucher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landesrätin, Auf der Tagesordnung ist das Wiener Gentechnik Vorsorgegesetz, sozusagen, das hier braucht seine Anpassung. Mit dem gegenständlichen Entwurf soll die zitierte Richtlinie, Richtlinie 2015 412 der EU umgesetzt und gleichzeitig die Möglichkeit zur Erlassung von Ausbringungsbeschränkungen und Ausbringungsverboten von GVO, also gentechnisch manipulierten Organismen in Wien festgeschrieben werden. Das ist natürlich, klingt jetzt etwas banals, sozusagen, aber wenn wir uns erinnern, hat das in den letzten Jahren immer wieder breite Bewegungen gegeben, auch zivilgesellschaftlicher Natur in unserer Gesellschaft, die sich intensiv dafür eingesetzt haben, haben, dass die Gentechnikkonzerne hier in Österreich nicht Fuß fassen und ihre Organismen auspflanzen, weil Österreich und auch Wien natürlich sich selbstverständlich auch positioniert hat als Land mit einem hohen Bio-Anteil, als Land mit einer gesunden Landwirtschaft und wenn die Gentechnikkonzerne wie Monsanto, BASF, Pioneer, wenn die hergehen und sagen, ja, wir machen das ja alles nur, weil wir so altruistisch sind, weil wir damit mehr Nahrungsmittel produzieren können und so den Hunger auf der Welt bekämpfen, dann ist das natürlich ein netter sozialer Vorwand für ihr Tun, aber wir wissen alle, dass es hier um peinharte Profitinteressen geht und dass diese Konzerne einfach die Menschen, ganze Staaten, ganze Bevölkerungsgruppen mit ihren patentierten Saatgut auch in Geiselhaft nehmen und sie damit natürlich auch abhängig machen von ihren Konzernen und von ihrem Saatgut und ich würde sagen, diese Konzerne führen in gewisser Weise Krieg gegen die Völker und Krieg gegen die Menschen, nämlich wenn man die Nahrungsmittelsicherheit, die Versorgung, dieses Grundrecht auf Essen, dass ich meinen eigenen Reis anbaue oder mein eigenes Korn anbaue, wenn diese Grundrechte und diese Versorgungsrechte der Menschen angegriffen werden, wenn das patentiert wird, wenn man nichts mehr anderes anbauen kann, dann ist das der Krieg meist gegen die Ärmsten, den Konzerne führen und das muss man auch einmal so aussprechen, denn es ist kein Problem die Weltbevölkerung zu ernähren, wir produzieren genug, wir verteilen es nur nicht gerecht auf der Erde am Globus und man muss uns nicht immer weismachen, dass zu wenig da ist, es ist genug da, wir müssen es verteilen, wir müssen es an die Menschen bringen und wir dürfen es nicht in den Müll hauen, wie täglich Tonnen von Brot oder Lebensmitteln, die wir kaufen, weil es Aktionen gibt und wir schmeißen sie einfach weg und wir haben das verhungern jedes Jahr sechs Millionen Kinder. Aber mit dieser Gentechnik-Verordnung ist das Match mit der Gentechnik-Lobby leider noch nicht gewonnen, weil die haben natürlich sehr viel Geld und tolle Forschungslabors und haben jetzt eine neue Technologie entwickelt, die New Plant Breeding Technologies, Es war vor kurzem eine Dokumentarsendung auch in einem deutschen Sender darüber, wo sie gezeigt haben, dass sie jetzt nicht mehr fremde DNA einbringen in die Gensequenz von Pflanzen, sondern, dass sie Pflanzen hernehmen und einfach Gensequenzen ausschneiden, woanders wieder einfügen oder Gensequenzen sozusagen stilllegen. Es gibt ja auf den Gensequenzen sozusagen Cool Regions und Hotspots sozusagen, wo mehr Aktivität ist oder wo wenig Aktivität ist und diese Pflanzen, die so verändert wurden mit dieser New Planet Breeding Technology, die sind nicht mehr erkennbar als gentechnisch verändert, weil es könnte genauso eine Mutation aus der Natur sein. Und das ist der nächste Trick, wie sie sozusagen versuchen, auf den europäischen Markt zu kommen und Europa ist ja an sich sehr kritisch gegenüber der Gentechnik jetzt im Vergleich zu Amerika oder auch im Vergleich zu armen Ländern, die ja gezwungen werden, faktisch oft diese Dinge anzubauen. Und wenn sie mit diesen Dingen auf den Markt kommen, dann haben wir eigentlich gentechnisch veränderte Organismen auf unseren Feldern, ohne dass wir es gescheit kontrollieren können. Und deswegen wird unsere Landesrätin Uli Siemer sich auch diesbezüglich an die EU-Kommission wenden, dass man auch hier eine Richtlinie erarbeitet, dass diese Organismen auch gekennzeichnet werden müssen, auch zum Schutz der Bevölkerung und wir werden auch für die nächste Landtagssitzung einen diesbezüglichen Antrag an unseren Umwelt- und Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, Wasserwirtschaftsminister einbringen, um hier die nächsten notwendigen Schritte zum Schutz der Menschen, der Natur und der Biodiversität in unserem Land und in unserem Europa zu gewährleisten. Wir sagen also Nein, weil wir Politik für Menschen und Natur machen und nicht für die Multis. Wir sagen Nein zu dieser neuen Technologie, weil die Folgen derartiger Organismen für Mensch und Umwelt völlig unabsehbar sind und wir sagen auch Nein, weil wir Menschen keine Versuchskaninchen sind für die Labors der Gentechnik-Multis. Und in diesem und weil Wiens Landwirtschaft ist eine urbane Landwirtschaft mit großem Bio-Anteil. Wiens Landwirtschaft und die Wiener Natur soll von Gentechnik frei bleiben und deswegen ersuchen wir um Zustimmung zu diesem Gesetzesentwurf. Ich darf noch eingehen auf den Antrag Euro-Atom-Ausrichtung. Auch hier werden wir unsere Zustimmung geben. Klar, wir haben es gemeinsam eingebracht. Auch hier ist es unabdingbar notwendig, die europäische Atomstrategie neu auszurichten. Auch die Atomwirtschaft versucht uns immer einzureden. Das ist sicher. Wir haben das im Griff. Wenn wir zurückdenken und wir sind fast alle in dieser Zeit aufgewachsen, wo wir eine starke Anti-Atom-Bewegung in Österreich hatten, über glaube ich zwölf Jahre, wie die Zwendendorf-Abstimmung gelaufen ist. Wir sind sozialisiert worden eigentlich in der Friedens- und Anti-Atom-Bewegung. Anti-Atom-Bewegung auch in Bezug auf die Waffen, die hier stationiert waren. Und dann später, vor 30 Jahren jetzt, dann der riesige Reaktorunfall in Tschernobyl mit einem Super-GAU für die Ukraine, für Österreich, mit einem Fallout und einer Verstrahlung. Ich glaube, eine Halbwertszeit von 110 Jahren hat dieses Uran, das dort ausgedrungen ist. Damals hat man noch gescherzt in einem großen Zynismus. Die Graffiti-Szene hat das gesprüht, kann ich mich erinnern. Atom hin, Atom her, die Zukunft wird sicher strahlend. Dieser Zynismus ist zum Teil leider und wirklich, ich muss das betonen, leider wahr geworden. Wir haben ja unzählige Atomunfälle 1952 im Kanada im Reaktor bei Ottawa Russland 57, Großbritannien 57, Großbritannien 73, Deutschland 77, USA 79, 86, Tschernobyl, Japan 99, Tschechien seit Oktober 2000, Temelin mit fast anderen an die 100 Störfälle, dann Deutschland 2001, Schweden 2006, Deutschland 2009 und das letzte traurige Ereignis vor fünf Jahren Fukushima, wo aber tausende Tonnen versorchtes Wasser ins Meer geronnen ist, wo sie jetzt die verstrahlte Erde abgraben und die nirgertwelchen Säcken am Straßenrand lagern, weil die Atomindustrie überhaupt nicht weiß, was sie anfangen soll mit diesem radioaktiven Müll und den Leuten reden wir sie ein, sie können jetzt schon wieder zurücksiedeln, es ist schon alles vorbei, fünf Jahre, es wird alles wieder gut. Natürlich stimmt das nicht und deswegen ist es ganz, ganz wichtig auch in Europa unsere Euro-Atomgelder so einzusetzen, dass wir damit den Ausstieg aus der Atomenergie fördern, dass wir damit die Forschung für alles, was uns hilft, aus der Atomenergie auszusteigen fördern und die Europäische Union sollte damit auch die erneuerbare Energie fördern und eine Strategie erarbeiten, um auszusteigen. Deswegen werden wir diesem Resolutionsantrag, der gestellt wurde von SPÖ, ÖVP, Sech, FPÖ und Grünen mit dem Wortlaut Der Landtag wolle beschließen, der Wiener Landtag fordert die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung auf, Österreich soll sich dafür einsetzen, dass Euro-Atomgelder nur noch für konkrete frühzeitige AKW-Steelegungen deutlich vor dem geplanten Laufzeitende der jeweiligen Anlage verwendet werden oder in erneuerbare Energien- und Energieeffizienzmaßnahmen investiert werden. Dass überhaupt keine EU-Gelder in Laufzeitverlängerungen von Atomanlagen fließen oder zur sonstigen Unterstützung der Kernenergie eingesetzt werden, sollte keine Richtungsänderung von Euro-Atom verhandelbar sein, dass ein Ausstieg überprüft werden soll. In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung dieses Antrags beantragt und ich ersuche und ich ersuche sie dann selbstverständlich um Zustimmung. So, und weil es so gut dazu passt, vielleicht, und weil der Gerhard so eine große Freude hat, immer mit meinen Erläuterungen, kurz noch zum Glyphos Saat, also sozusagen das, was unsere ganzen Hobbygärtner, Kleingartenbesitzer und so zu Hause haben, wo sie mit ihrem Spritzerl umgehen und sozusagen das Unkraut, wie man es halt nennt, oft was so wächst, was man nicht will, Spritzen. Vor 40 Jahren hat man uns da schon gesagt, das ist völlig ungefährlich, kann man verwenden, das hat keine Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen, das vernichtet nur das Unkraut. Natürlich, Monsanto hat natürlich dieses Mittel auch mitentwickelt, damit sie ihre gentechnisch veränderten Saatgut und Pflanzen auspflanzen können und diese in resistent natürlich gegen dieses Roundup, wie es im handelsüblichen Namen heißt. Auch hier wieder die Gentechnik-Lobby dahinter, die uns weismachen will, dass das ganze Gift, dass sie uns ins Grundwasser einspülen, dass wir trinken, und der Udo hat es schon gesagt, wir trinken es nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Bier, dass wir das in unsere Körper aufnehmen, dass die WHO sich mittlerweile einschaltet und sagt, das ist wahrscheinlich krebserregend und das wirkt sich auf das Hormonsystem der Menschen aus. Das Wahrscheinliche ist natürlich sehr vorsichtig, weil Monsanto, die haben ja auch genug Geld, jeden, der den Verdacht aufbringt, dass Glyphosat vielleicht gefährlich sein könnte oder gesundheitsschädlich ist, klagt. Es gibt ja auch dazu aus Amerika und auch aus Deutschland und Europa sehr gute Dokumentationen, wo sich Bauern aufregen, wo sich Landwirte, wo sich Biobauern auch formieren und gegen Monsanto auftreten und das sind millionenschwere Klagen, wo die Menschen mundtot gemacht werden. Deswegen wahrscheinlich auch von der WHO diese vorsichtige Beurteilung, dass es krebsfördernd sein kann, wahrscheinlich. Das Umweltnetzwerk Friends of the Earth haben sozusagen selbstständig eine Versuchsreihe durchgeführt, wo sie 182 Urinproben von Menschen aus 18 europäischen Ländern untersucht haben in unabhängigen Labors in Deutschland und wo sie nachgeschaut haben, wie der Glyphosatgehalt da ist und das Ergebnis in 45 Prozent aller Proben war Glyphosphat nachzuweisen und in Österreich liegt der Prozentsatz bei 30 Prozent. Wenn man sich jetzt noch vergegenwärtigt, dass das auch diskutiert wird, dass dieses Glyphosat Auswirkungen hat, auch auf die Fruchtbarkeit, dann ist das schon durchaus ein sehr, sehr ernstzunehmendes Problem und deswegen, glaube ich, wird kein Weg daran führen, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass dieses Gift, dieses Umweltgift und dieses Gift auch für Menschen in der Europäischen Union verboten wird. Auch dahingehend meine Bitte um Zustimmung zu diesem Antrag. Danke sehr. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich erkläre die Verhandlung für geschlossen und erteile der Berichterstatterin das Schlusswort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute dieses Gesetz in den Landtag einbringen und auch hoffentlich verabschieden können. Es ist jetzt in den Wortmeldungen gar nicht so stark vorgekommen, aber es ist fast ein historisches Ereignis, auf das ich persönlich seit Mitte der 90er Jahre hinarbeite. Denn was bedeutet dieses Gesetz? Dass wir als Bundesland, wir als Teil der Europäischen Union erstmals die Möglichkeit haben, selbsttätig Verbote für einzelne gentechnikveränderte Pflanzen und Organismen auszusprechen. Das ist etwas, für das haben wir gekämpft, seit vielen, vielen Jahren, begonnen mit dem Gentechnik-Volksbegehren, wo ich einen Beitrag auch dazu leisten durfte, bis zum heutigen Tag ein sehr, sehr langer und mühevoller Weg durch die europäischen Institutionen, der sich jetzt endlich auch bei uns in einem Landesgesetz widerspiegeln kann und auch österreichisches Recht ist. Das ist wirklich revolutionär. Wir haben die letzten Jahrzehnte damit zu kämpfen gehabt, dass wir immer abhängig waren von Genehmigungen auf europäischer Ebene, von schwankenden Mehrheitsverhältnissen dort, von den Voraussetzungen dort, von extremem Lobbyismus, der Gentechnik-Industrie in Brüssel. Und jetzt haben wir erstmals die Möglichkeit, so etwas national durchzusetzen. Ich halte das wirklich für revolutionär und für ein zukunftsweisendes, richtungsweisendes Gesetz, muss man wirklich sagen. Wir haben uns in Wien natürlich auch in der Zwischenzeit versucht, zu behelfen mit dem Gentechnik-Vorsorge-Gesetz. Wir haben versucht, das möglichst wasserdicht zu machen, aber es war natürlich immer nur eine Umschreibung dessen, was wir uns eigentlich gewünscht haben, nämlich ein ganz klares und eindeutiges Verbot, gentechnisch veränderter Organismen in diesem Bundesland auszusprechen. Und das ist jetzt endlich möglich, wenn man konkreten Namen und Adresse hat. Und das freut mich sehr. Und daher suche ich um Zustimmung. Danke sehr. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Gesetzesvorlage. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang zustimmen wollen, die Hand zu erheben. Das ist einstimmig. Ich danke sehr. Das Gesetz ist somit in erster Lesung angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über die eingebrachten Beschluss- und Resolutionsanträge. Zunächst der von Grünen, SPÖ und FPÖ eingebrachte Antrag betreffend Zulassung bezüglich, betreffend eigentlich Verbot von Glyphosat. Der Landtag möchte beschließen, die Wiener Landesregierung widersucht, an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft heranzutreten, sich auf EU-Ebene für ein Verbot Glyphosat-hältiger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung dieses Antrags verlangt. Ich ersuche jene Damen und Herren um Zustimmung, die diesem Antrag zustimmen wollen. Das ist gegen die Stimmen der ÖVP mit den Stimmen von Grünen, SPÖ, FPÖ und NEOS mehrstimmig angenommen. Mir liegt ein zweiter Beschluss- und Resolutionsantrag vor, eingebracht von mehreren Abgeordneten von SPÖ, Grünen, FPÖ und ÖVP betreffend gegen Euratom-Ausrichtung. Der Landtag möchte beschließen, der Wiener Landtag fordert die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung auf, Österreich solle sich dafür einsetzen, dass Euratom-Gelder nur noch für konkrete, frühzeitige AKW-Stilllegungen deutlich vor dem geplanten Laufzeitende der jeweiligen Anlage verwendet werden oder in erneuerbare Energien- und Energieeffizienzmaßnahmen investiert werden, dass überhaupt keine EU-Gelder in Laufzeitverlängerung von Atomanlagen fließen oder zur sonstigen Unterstützung der Kernenergie eingesetzt werden, sollte keine Richtungsänderung von Euroträumen verhandelbar sein, dass ein Ausstieg überprüft werden soll. In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung dieses Antrags beantragt. Wer diesem Antrag zustimmen kann, kann den Ersuche geben, ein Zeichen mit der Hand. Das ist einstimmig. Ich danke sehr. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Das ist einstimmig. Ich ersuche nun jene Mitglieder des Landtages, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Das ist ebenfalls einstimmig. Somit ist das Gesetz beschlossen. Wir kommen zu Post Nummer 3. Post Nummer 3 betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten, Wiener Wettengesetz. Berichterstatterin hierzu ist Frau Amtsführende Stadträtin Mag. Siemer. Ich ersuche, Sie die Verhandlung einzuleiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich ersuche um Zustimmung zu vorliegenden Gesetzesentwurfen. Gemäß § 30c Absatz 10 der Geschäftsordnung schlage ich vor, die General- und die Spezialdebatte zusammenzulegen. Wird gegen die Zusammenlegung ein Widerspruch erhoben? Nein, das ist nicht der Fall. Ich werde daher so vorgehen. Die Debatte ist eröffnet. Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mag. Istra Emmerling. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Stadträtin. Gut, zum neuen Wettengesetz. Wir begrüßen uns prinzipiell außerordentlich, dass Wien sich hier ein neues und zeitgemäßes Gesetz gibt. Das alte Gesetz ist ja im Wesentlichen auch noch aus der Monarchie. Man hat also auch genug Zeit gehabt und nicht sehr überhastet gehandelt. Es war auch höchste Zeit, den Schutz von Wettkundinnen und Kunden und vor allem den Jugendschutz mal in den Vordergrund zu stellen. Es wurden im Zuge der Gesetzesvorlage auch Verbesserungsvorschläge aufgenommen. Die wurden in die Begutachtung eingebracht. Aber trotz der langen Zeit, die eigentlich da war, wurden nicht alle aufgenommen und es konnten einige juristische Bedenken nicht ausgeschlossen werden. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir dieser Gesetzesvorlage nicht zustimmen werden und können. Ich möchte hier besonders die Kritik der Rechtsanwaltskammer heranziehen und auch die des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes hervorheben. Da wurden einige Sachen nicht berücksichtigt. So soll zum Beispiel die Regelung, dass die mögliche Bewilligung vom Geschäftsstandort abhängt und nicht vom Ort der Lizenz, klar EU-rechtswidrig sein. Also hier gibt es keine Klärung in diesem Fall. Auch der generelle Ausschluss der aufschiebenden Wirkung soll laut Verfassungsgerichtshof sehr heikel sein und eigentlich nur bei Gefahr im Verzug oder bei anderwertigem Interessensausgleich möglich sein. Auch eine Frage, die ungeklärt ist. Die Übergangsbestimmung sieht jetzt vor, dass das Live-Wettenverbot für Wettunternehmer mit bestehender Lizenz für erst ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten soll, für nicht lizenzierte allerdings sofort. Jetzt stellt sich die Frage, ist der Wettteilnehmer beim bereits lizenzierten Anbieter weniger schützenswert als der bei einem neuen? Der EuGH verlangt hier kohärente und systematische Lösungen. Ansonsten handelt es sich nicht um Spielerschutz, sondern um eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Platzhirsche im Wettgeschäft. Auf andere Vorschläge ist man hingegen schon eingegangen. Ich möchte die Wirtschaftskammer nennen, die auch die Live-Wetten auf Teilergebnisse durchgebracht hat. Also der ursprüngliche Entwurf sieht ja nur Endergebnisse vor. Jetzt haben wir Teilergebnisse auch wieder drinnen, die auch nicht näher definiert sind. Das ist also zu detailliert, also zu detailreich darf es auch wieder nicht sein. Aber ein bisschen Teilergebnisse geht. Das hat man der Wirtschaftskammer zugestanden. Sie kritisiert im Prinzip auch insgesamt die bürokratischen Erschwernisse. Okay. Im Gegenzug, und das finde ich besonders lustig, eigentlich ein Schwankerl der Wirtschaftskammer, hat sie versucht, die Bewilligungsinhaber zu einer verpflichtenden Absolvierung eines Fachlehrgangs zu verpflichten. Und schlägt gleich vor, am besten doch beim Wifi. Jetzt macht die Wirtschaftskammer, also die Preisliste liegt noch nicht bei, aber es gibt sogar einen genauen Stundenplan, wie diese Anbieter hier ausgebildet werden sollen. Und nach dem großen Geschäft, das Sie mit den Registrierkassen machen, wollte man Sie jetzt das nächste Körpergeld holen. Ich finde es sehr lustig, aber finde ich gut, dass Sie darauf nicht eingegangen sind. In Summe, wir finden, es war lange genug Zeit, hier juristische Bedenken auch auszumerzen. Wenn Spielerschutz, dann bitte bei allen Wetttörmene das gleiche Auflagen und eine gemeinsame Lösung. Danke. Entschuldigung. Ich danke Sie als nächstes zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch meine Fraktion wird, wie alle anderen Oppositionsparteien, dem vorgelegten Poststück keine Zustimmung geben. Es ist schon von meiner Vorrednerin angesprochen worden, dass es einerseits massive rechtliche Bedenken gibt. Aber nicht nur das. Ich glaube, der Entwurf, so wie er vorliegt, ist vielleicht gut gemeint, jedenfalls nicht gut gemacht. Was meine ich damit? Ich glaube, es geht nicht um eine... Ich bitte um Verzeihung. Es geht... Es geht... Gut. Ja, gut. Das ist lebendiger Parlamentarismus, so soll es ja sein. Was haben wir daran auszusetzen? Ich glaube, es geht vielmehr um eine Verbotskultur, um etwas, was man moralisch nicht für in Ordnung erachtet, mit möglichst vielen Hemmnissen zu versehen, statt darauf zu zielen, was, wie ich glaube, Verantwortung der Politik wäre. Nämlich wirklich Jugend und Spielerschutz. Ja, wenn jemand spielsüchtig ist, hat er nicht mehr Freiheit zu entscheiden, was er machen möchte, dann ist er nicht mehr eigenverantwortlich, dann muss man ihm helfen und da sind wir jedenfalls dabei. Aber nur etwas, und das hat ja sehr viele Anlehnungen an die Debatte mit dem kleinen Glücksspiel, die wir 2011 oder 2010, naja, 2010 war es schon, geführt haben, nur weil man etwas politisch nicht für erstrebenswert erachtet, so einfach mit Verbotsmanier drüber zu fahren, das ist wahrscheinlich nicht das Sinnvolle. Wir wissen jetzt auch beim kleinen Glücksspiel, und ich bin wahrlich kein Fan von einnahmigen Banditen, aber dass sehr viele ins Internet flüchten, dass sehr viele einfach woanders hinfahren und dass das eigentliche Problem, den Menschen in diesem Land oder in dieser Stadt zu helfen, wenn sie von Suchterkrankungen weg wollen, eigentlich völlig unzureichend angegangen wurde. Und ich glaube einfach, es ist eine typische Doppelmoral, wenn man einerseits sagt, na, das muss man einschränken, regulieren, klein halten, aber andererseits, naja, für jeden Wettterminal nehmen wir doch schon 350 Euro, weil Geld hat kein Marshall, Geld stinkt nicht. Also ich glaube, man sollte sich hier mit allen Betroffenen, mit der Suchtberatung, mit den Unternehmern, mit der Wirtschaftskammer, wo dankenswerterweise auf einige Einwände eingegangen wurde, das stimmt schon, aber mit allen Beteiligten zusammensetzen, da schon hört, diesmal kommen die Zwischenrufe schon von hinten, das ist auch interessant, aber Frau Stadträtin, Sie haben ja dann das Schlusswort und Sie werden mir Ihre Einschätzung sicher auch mitteilen. Ich glaube, es ist ein unausgegorener Entwurf der Verbotskultur über wirklichen Spielerschutz stellt und ich führe jetzt schon vorweg unsere Stellungnahme auch zum weiteren Tagesordnungspunkt, nämlich die Gebühr oder die Steuer auf den Wettterminals an, aber ein bisschen auch Geld möchte man trotzdem mitnehmen, das halte ich für unaufrichtig und daher werden wir nicht zustimmen. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Klubobmann Ellenson. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es läuft ein bisschen analog zur Diskussion rund um die einnahmigen Banditen. Es gibt halt Leute, es gibt Interessen, Geld zum Verdienen, warum das alles überall an jeder Ecke so angeboten werden muss, dass jedes Kind Zugang hat, weil man auch damit Geld verdient. Es gibt Leute, die das ein bisschen anders sehen. Ich bin ein wenig irritiert über die Wortmeldungen, weil ich den Eindruck habe, dass man nicht alle zur Gänze, sagen wir mal, vielleicht haben wir es alle gelesen, aber nicht gleich verstanden haben, was die Idee ist von dieser Verschärfung betreffend Fußballwetten und andere Wetten in der Stadt Wien. Das Problem, das kennen alle, weil es alle Parteien sicher auch hören, die tragen jetzt nicht gerade zu einer massiven Sicherheit bei, die ganzen fühlen Wettbüros. Man sieht, dass dort das Gleiche passiert wie bei den Lokalen mit den einnahmigen Banditen. Es gingen einfach junge Leute, eine zu junge Leute, es spielen halt 14- und 15-Jährige. Bei einem Wettbüro, wer das selber nicht macht, da ist nicht jedes Mal, wenn man es genau lesen will. Da geht es jetzt nicht darum, dass man einiget, dann sitzt dort jemand, der schaut die an und sagt, du bist 13 und schick dich wieder weg. Sondern da geht es um Wettterminals, die man bedienen kann, ohne dass irgendjemand in der Nähe ist. Und das wollen wir anders regeln. Das hat man sich lang überlegt. Die alte Rechtslage ist nach Meinung der Regierung in Wien nicht ausreichend. Und in anderen Bundesländern sind auch schon entsprechende Schritte eingeleitet oder umgesetzt. Da geht es neben der Spielsucht aber auch darum, dass natürlich bei Wetten auf der ganzen Welt auch Geld gewaschen wird. Auf der ganzen Welt. Neulich wäre eine schöne Sendung gewesen, jetzt weiß ich nicht mehr in welchem deutschen Sender einer der kleineren, wo tatsächlich über große Wettskandale gesprochen wurde, wie Wetten manipuliert werden, wieviel Geld verschoben wird, wo es Anklagen, eingesperrte Leute und alles gibt es ja alles schon auf der Welt. Und jetzt muss man sich prinzipiell überlegen, was will man anbieten und was nicht. Jetzt habe ich einen ganzen Haufen Verwandtschaft in England und der Zugang zu Fußballwetten und dort ist es noch einmal ein bisschen anders wie bei uns. Und ich platziere, oder jetzt vielleicht weniger, habe ich auch schon auf eine Fußballwette gewettet, um die 13-jährigen Mitspielen. Wie wir die Regeln so ändern, dass wir das Sucht, das Ergebnis von Spielsucht so klein wie möglich halten können. Das ist die Idee dabei. Und wer selber nicht wettet, früher hat es geheißen, ich wette 2-1, gewinnt die Rapid oder die Aussage, je nachdem, wo man da dazugehört oder was man glaubt, dann hat man sich in 90 Minuten das Match angeschaut und dann hat man halt verloren oder gewonnen. Jetzt geht es aber um etwas anderes. Wer schießt die nächste Ecke? Wer macht in zwei Minuten den nächsten Einwurf? Wer hat in einer Minute die... Wo man laufend dazu wetten kann. Und dort kommt erst der ganze Suchtfaktor. Man kann sonst auch viel Geld verlieren. Aber Menschen sind halt in der Vergangenheit nicht alle süchtig geworden im Spielbereich, weil sie einen Brief losgekauft haben. Und nicht alle süchtig geworden, weil sie irgendwann eine Wette platziert haben um 20 Euro. Sondern wenn sie bei einem Automaten wegen der schnellen Spielablauffolge öfter spielen können. Das ist jetzt beim Wetten das gleiche. Was haben wir da gemacht bei diesen Regelungen, bei den neuen und was passiert da genau? Wesentliche Punkte des Entwurfs. Und vorher ist gefallen das Wort Jugendschutz. Das ist schon wichtig, aber wir sind dagegen. Etwas verwirrt bin ich vor allem über wechselnde Positionen der Neos, die ja zuerst dabei waren und jetzt nicht mehr. Und meine, man müsste es genauer abklopfen. Die Frage heute ist, ob man ja oder nein stimmt. Ist das eine Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand auf eine Schlechterung oder ist es wurscht? Oder ging es irgendwie viel perfekter und deswegen mache ich vier richtige Schritte nicht, weil es ist zwar wohl besser, aber ich lasse es lieber schlechter, weil ich kriege nicht genau, was ich haben will. Das ist im Leben eine ganz schwierige Einstellung. Weil wenn ich Hunger habe und ich gehe essen und meine Lieblingspizza ist aus, nehme ich die zweite oder die dritte Lieblingsche und gehe nicht aus und sage, ich esse nichts. Nein, genau. Das geht sich eben nicht immer aus, dass man ausschließlich das Perfekteste von allem beschließt. Da werden wir daher nicht viel beschließen können, dass wir jedes Mal 51 Leute suchen, die sagen, für mich ist das bis auf den letzten Punkt und Beistich exakt, inklusive der Wortwahl, der Formulierung und der Beistichsetzung, das, was ich mir gewünscht hätte. Wirksame Vorschriften zum Schutz der Jugendlichen. Befristung der Bewilligung auf maximal zehn Jahre. Was spricht dort dagegen? Eingeschränkte Betriebszeiten, nicht mehr offen, von 0 bis 6, am 3 in der Nachkantstadt nimmer eine stolpern und sein Terminal bedienen. Wo ist das Problem? Es ist doch gut, dass man das einschränkt. Maßnahmen zur Geldwäsche, Vorbeugung und Terrorismusbekämpfung, das verstehe ich auch nicht immer, aber es hängt halt zusammen mit der ganzen Geldwäsche. Was sind die Ideen davon? Das sind Regelungen von der EG. Die finanziellen Auswirkungen auf uns sollten keine sein. Und interessant auch der Einwurf vom Herrn Kollegen Juratschka, man will es nicht und macht es schon und verlangt was dafür. Das ist ja umgekehrt. Man will es so regeln, dass man sagt, so ist es akzeptabel und das kostet was. Das war halt, wie wir immer sagen, wir sind zwar der Meinung, es soll keiner besoffen Auto fahren, aber deswegen, weil wir dagegen sind, dass jemand besoffen Auto fährt und jemand niederführt, deswegen darf man nichts verlangen, weil sonst wird man ja reich von denen, die das machen. Dann ist ja alles gratis. Das ist ja ein sehr anarchistischer Zugang, den ich der Volkspartei in ihrer aktuellen Verfasstheit früher auch nicht, aber jetzt noch weniger zugetraut hätte. Es geht im Wesentlichen darum, für mich der wichtigste Punkt von allem, und da glaube ich auch, dass er am meisten nutzt, ist tatsächlich der Jugendschutz. Das ist, glaube ich, das, wo man den größten Erfolg erzielen kann durch die Änderungen in dem Gesetz. Und da möchte ich zumindest erwähnen, einen Antrag, der freiheitlichen, vielleicht wird eh auf den noch eingegangen. In dem Antrag steht drin, die Jugendschutzbestimmungen, nämlich das Zutrittsverbot zur Räumlichkeit, in denen sich nur Wettterminals befinden, wo niemand drin sitzt und kontrolliert, wer ein- und ausgeht, sind unverhältnismäßig streng gezogen. Jugendschutz unverhältnismäßig streng gezogen. Für Jugendschutz. Man muss es liberalisieren vermutlich, ich weiß nicht, länger offen machen, einführen, Gutscheine geben, keine Ahnung. Die Idee von diesem Gesetz ist, beim kleinen Glücksspiel hat das gut gewirkt bis jetzt, die Idee ist, Jugendliche davon abzuhalten, dass sie anfangen, ihre Zukunft an einem Wettterminal zu verzocken. Und das schließt nicht aus, als wenn einer zum Rapidmatch geht und dort steht jemand und nimmt eine Wette entgegen, dass erwachsene Leute ihre 20 Euro dort verzocken oder ihre 10 Euro hin und wieder was gewinnen und sonst schon zwei Bier weniger trinken, das geht sich alles aus. Das, was man unter normales Wetten, das ist alles weiterhin möglich, es wird besser kontrolliert, wir haben bessere Zugangsmöglichkeiten und wir haben Übergangsbestimmungen geschaffen, um einen anderen Einwurf von vorher zu korrigieren. Natürlich gilt das nicht immer für die, die es schon haben, von heute auf morgen, das geht es ja nicht immer aus, die kriegen eine Übergangsfrist, aber es wäre etwas seltsam zu sagen und alle, die jetzt neu anfangen, dürfen noch zu den Bedingungen, die wir eh ändern im Jahr, auch noch arbeiten und machen es nicht schon richtig. Nein, die, die es neu machen, machen es gleich richtig und die eine neue Bewilligung holen, die anderen haben eine Übergangsfrist und haben Zeit, zum sie anpassen und sonst erlischt er eben die Konzession. Was wir auch noch drin haben, das stimmt nämlich bei den Strafen, da sind anständige Strafen vorgesehen, da sind ja normal andere Fraktionen immer schwer dahinter, bei zweimaligem Vergehen, Konzession, adieu, fertig. Und Strafen über, ich glaube, 22.000 Euro sind auch noch festgelegt. Ja, wer auf so einem Markt unterwegs ist, der sehr tiefes Ziel ist, wo man nicht ganz sicher sein kann, dass immer alles astrein läuft, nicht wegen dem einzelnen Anbieter, sondern wegen der Gesamtsituation am Wettenmarkt, der muss sich halt besonders genau an die Regeln halten. Und wer das nicht tut, wird aus dem Verkehr gezogen. Ich hoffe, dass wir eine breite Zustimmung haben für diese neue Regelung. Und ich hoffe vor allem, dass auch das, was wir uns als Ziel vorgenommen haben, dass das auch funktioniert und greift. Und das werden wir natürlich sehen, wenn es so weit unterwegs ist. Und wenn es nicht greift, sind wir ja immer für weitere Verbesserungsvorschläge offen. Es ist nur schade, wenn wir da sichtlich richtige Schritte machen, dass wir uns nicht auf dem Weg begleiten. Ich würde prinzipiell sagen, im Zweifelsfall, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte oder einen Tipp an die Nähe, wenn Sie sich zwischen Rot-Grün und Schwarz-Blau nicht entscheiden können, die sichere Entscheidung ist, Sie sind bei der Regierung dieser Stadt. Danke. Ich danke sehr. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Herr Stadtrat Lausau. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Landesrätin, ich möchte vielleicht zum Herrn Ellenson einiges sagen. Eines ist mir natürlich schon unklar. Wir wären natürlich bereit, wenn man wirklich einmal darüber nachdenkt, auf Wetten zum Beispiel, wenn man aufs letzte Tor setzt, zweite Halbzeit, alles, was Sie kritisiert haben, ist alles in Ordnung. Da gibt es, sage ich, da könnte man vielleicht annehmen, dass es Manipulationen gibt. Möglich, ich weiß es nicht. Oder auf Nachwuchsbewerbe, ist auch in Ordnung. Aber jetzt ganz eine kurze Frage. Wenn wir das alles jetzt verbieten, wo ich sage, kann ich Ihnen blind zustimmen. Warum? Gehen Sie ein, ich erkläre es Ihnen ja, Frau Stotte. Das ist ja das Problem, weil Sie sich wahrscheinlich nicht mit der Materie richtig befasst haben. Ich werde es Ihnen dann auch sagen, warum. Ja, na, das war gut. Aber ich komme dann noch zu einigen Punkten, die auch Sie vielleicht betreffen werden. Aber lassen wir das jetzt weiter sagen, ja. Wenn das eh verboten wird, dann verstehe ich die Sinnhaftigkeit nicht, dass man jetzt die Terminals nur einmal besteuert. Weil die haben es ja dann in die... Nein, Sie haben ja diese Wetten, die Sie ja jetzt aufgezählt haben, die so kinderfeindlich sind, die Jugendschutz muss her, alles, die haben es ja dann im Terminal nicht mehr mehr drinnen, weil sie ja verboten sind. Die Wetten sind verboten. Also Sie haben dann nur mehr... Das haben Sie ja selbst gesagt. Die wollen wir verbieten. Und in den Terminal haben Sie es dann nicht mehr mehr drinnen, weil es ja verboten ist. Also jetzt verstehe ich Sie beim besten Willen nicht, jetzt verbietet man das. Aber ein Terminal, den muss man jetzt besteuern, weil der ist das Böse. Da steht nichts mehr drinnen von einer Wette auf die letzte Sekunden oder letzte Minuten oder auf die gelbe Karten. Das ist einfach nicht mehr drinnen. Das müssen Sie aber jetzt ehrlich zugeben. Nein, was, wenn die Kinder jetzt Sengen-Terminal nicht, dass dort Rapid Austria 321 irgendwie in die Wette ist? Das haben Sie in der Trafik aber das Gleiche. Da müssen Sie aber in der Trafik auch Reglerungen treffen. Die haben Sie natürlich ganz geschickt jetzt versucht, weil da ein Riesenprobleme kommt. Wieso? Die haben Sie rausgenommen. Ich habe schon gelesen, das Gesetz. Und das ist genau Ihr Problem. Jetzt haben Sie natürlich jemanden bevorzugt, genau beim Wetten. Weil ganz blöd bin ich auch nicht, Frau Stadträtin. Das müssen Sie mir schon erklären. Das müssen Sie mir schon erklären. Wer hat Ihnen das Gesetz geschrieben? Ich weiß es. Ich ane es. Ich weiß es. Ja, die kennen Sie sicher nicht so im Detail aus. Ich weiß es, Frau Stadträtin. Und wenn ich das schriftlich habe, dann werden Sie ein Riesenproblem haben. Das sage ich Ihnen heute schon. Wenn ich herausbekomme und das nachweisen kann, dass da jemand ein Gesetz vorsätzlich geschrieben hat, das genau auf eine Firma zuzieht, dann haben Sie ein Riesenproblem. Das sage ich Ihnen. Nein, da brauche ich keinen Zwischenruf, gar nichts. Sie kennen ihn überhaupt nicht aus. Aber jetzt zu den Trafikanten. Also noch etwas für Sie. Trafiken. Ich bleibe bei den Trafiken. Ich habe selber Trafik gehabt. Meine Familie hat das alles wieder gut machen gekriegt. Ich weiß, von was ich rede in der Trafik. Jetzt gibt es natürlich Anbieter, die auch mit den Terminals in Trafiken gehen. Da haben Sie in Wien etwa um die 200 herum. Warum? Jetzt ist plötzlich eine Gesellschaft aufgewacht und sagt, seit Terminals in diesen Trafiken stehen, haben wir weniger Umsatz. Ja? Und warum? Ich sage Ihnen auch warum. Man muss ja auch die Hintergründe wissen. Wissen Sie, was die Lotterien zum Beispiel bezahlen an den Trafikanten an Provisionen? Wissen Sie das, Frau Stadtrittin? Das interessiert mich nicht. Das habe ich mir so vorgestellt, dass ich Ihnen das nicht interessiert. Die kriegen dann 7% brutto. Das heißt, wenn dann noch jemand gewinnt, mein Lotto-Toto, der den Gewinn einlöst, zieht man ihm noch einmal 1,5% ab. Also der kriegt dann 5,5% brutto. Ja? Und wissen Sie, was solche Wettanbieter, die bieten fast die gleichen Wetten an. Jetzt wird es ja die gleichen sein, weil ja diese Wetten, die Sie ja auch sagen, die verboten werden. Wissen Sie, was solche Firmen bezahlen an den Trafikanten? Vom Gewinn kriegen die 40%. Natürlich werden die Trafikanten, na um Gottes Willen, dann nehmen wir lieber den Anbieter, kriegt dort 40% und nicht lächerlich 7%. Vielleicht noch 1,5% werden wir da noch anzogen, auch noch. Also nehme ich mir doch lieber den, wo ich heute mehr verdiene. Also ganz so, wie Sie es jetzt schildern, wie super und alles es ist. Wo ich sage, ich bin mit einigen mit Sicherheit einverstanden, was im Gesetz drinnen steht. Aber dass man so ein Gesetz jetzt macht. Bei den Trafikanten, wenn wir gesehen haben, hoppla, die wollen ein Pistro, ein Geld verdienen, die kriegen da eh schon nichts mehr. Bei den Zigaretten haben sie glaube ich 11% heute, bei den Zeitungen glaube ich noch weniger. Jetzt nimmt man ihnen das auch noch weg. Jugendschutz. Ja, also in den Trafiken, sage ich ehrlich, ist meiner Meinung nach mit Sicherheit der Jugendschutz gesichert. Super. Dort dürfen Sie spielen, Tipp 3, 500 Euro, ich habe Ihnen mitgebracht. Da geben Sie ab 500 Euro, mit einmal sind dort weg. Und bei den Terminen sollen Sie beschränken, glaube ich, auf 50 Euro oder sowas in der Richtung. So, wie viel? 50. Ja, habe ich ja gesagt. 50. So, und in der Trafik spielen Sie aber mit 500. Das ist jetzt nicht, dass ich die Trafikanten oder das Gesetz kritisiere, aber was ist da für ein Unterschied jetzt? Dort kann er 50 Euro auf dem Terminal verlieren und in der Trafik kann er mit einmal 500 verlieren. Also hören Sie mal auf mit der Schönrederei ständig. Da können Sie mit einmal 500 Euro spielen. Und jetzt, Frau Stadträtin, noch etwas, ja? Geldwäsche, das muss mir einmal sagen, wie ich da Geld waschen soll, wenn ich da auf Rapid ausfriere oder auf dem setze. Also da kann ich maximal Geld verlieren, ja? Also so nehme ich Ihnen das mit Sicherheit nicht ab, ja? Und wenn man so Geld wäscht, dann frage ich mich, mit 350 Euro, vorher sind ich überhaupt einmal 14 Euro, 1400 Euro im Raum gestanden. Aber dann sind Sie draufgekommen, ich glaube, in der Steiermark irgendwo haben Sie 1100 Euro verlangt dann für die Wettterminales. Da sind von 1000 Terminals plötzlich vor heute auf München einmal 35 da gestanden. Und das wollten Sie sich auch nicht wegnehmen. Weil, seien wir ganz ehrlich, Sie haben ein Riesenproblem. Seit das kleine Klüschspiel weg ist, sind da ca. 70 Millionen für die Stadt Wien weg. Das wissen wir alle, ja? Und das ist auch ein Grund, wo Sie sagen, vielleicht kriegt man es bei die Wettterminales vielleicht ein paar Millionen im Jahr herein. Das ist ja auch ein Grund, warum Sie es besteuern. Also tun Sie nicht immer hier herinnen und sagen, Sie sind der große Schützer von den ganzen Jugenden, von, ich weiß nicht, von alles wollen Sie schützen, aber verlangen wir 350 Euro, dann brauchen wir das alles nicht. Das ist Ihr Problem, ja? Aber ich möchte auch zum Gesetz kommen. So steht in § 23, Ziffer 7. Frau Stadträtin, da ist mehr Befugnisse für ein Magistratsmitarbeiter drinnen, als für die Polizei bei der Terrorismusbekämpfung. Da frage ich mich schon, ein Magistratsbeamter hat jetzt mehr Befugnisse, als jemand von der Polizei, der Terrorismus bekämpft. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und unter Ziffer 1, können Sie nachlesen, kann der Unternehmer im Zuge einer einfachen Überprüfung der Betrieb vollständig ruiniert werden, indem ihm nicht nur der Wettterminalz-Zwecksüberprüfung abtransportiert wird, sondern auch dieses elektronische Wettbuch. Jetzt sage ich, okay, wenn Sie haben einen Begründetenwürde zum Beispiel, ja, es gibt einen ausreichend begründeten Verdacht, ja, mit, wenn der Sachverständiger kommt oder der schon länger überprüft worden ist, und es gibt einen ausreichenden Verdacht in die Richtung, dann sage ich, ist das okay. Aber man kann nicht einfach auf einen Verdacht her, weil irgendein Magistratsbeamter sagt, ich habe einen Verdacht beschlagen am Diener, der das ganze Gerät, da können Sie ganze Firmen zusperren. Das sollte doch zumindest im Gesetz drinnen stehen, dass dieses Wettbuch, weil das ist ja nicht ein Büchel, wo es drinnen steht, das ist ja elektronisch, dass man das zumindest hineinschreibt ins Gesetz, dass das elektronisch übermittelt wird. Das heißt, man kann es überspielen auf einen Computer, auf einen Stick und alles. Und der braucht seinen Betrieb nicht schließen. Ich weiß nicht, haben Sie das nicht bedacht bei solchen Aktionen? Das kann passieren. Da ist einer, nur ein Verdacht, der hat irgendwas gehört, zack, geht dort rein, nimmt ihm das Gerät weg oder dieses Wettbuch, der muss alle Angestellten nach Hause schicken, weil er darf ihn nicht mehr offen lassen. Und das kann es bitte nicht sein. Also entweder machen Sie wirklich ein gutes Gesetz, wo man sagt, mit dem können wir alle leben und ich bin dafür, dass man den Jugendschutz in die Richtung hervorhebt. Und wenn ich mir, das muss ich Ihnen sagen, ja, da gibt es ja solche Stellungnahmen, ich habe ja das auch gekriegt, Sie werden das auch gekriegt haben. Da gibt es ja Vorschläge schon von der Suchtprävention, dass man überhaupt in Lokalen, wo gespielt wird, also Gartenspö, Schwarzerbeter, Würfelspö, alles, überhaupt keinen Alkohol mehr ausschenkt. Frau Stadträtin, ich glaube, das geht irgendwo ein bisschen zu weit. Wenn das jetzt vielleicht von Ihnen noch für gut befunden wird oder von den Grünen sagt, okay, machen wir in allen Lokalen, wo Alkohol ausgeschränkt wird, darf überhaupt kein Brettspiel mehr stattfinden, dann sage ich, dann sind wir genau dort, wo wir nicht hinwollen. Das kann ich Ihnen auch sagen. Da werden Riesenprobleme haben, da freut sich die Frau in die Otterkringer, wenn die dann dort nicht mehr Bier ausschenken können, mehr in den Lokalen. Aber auch zum Gesetz, ja. Also ich habe Ihnen auch gesagt, es ist an und für sich nicht in Ordnung, dass eben die mehr Berechtigung haben als die Finanzpolizei zum Beispiel. Aber auch, es gibt auch bei anderen Sachen viele Unklarheiten im Gesetz, ja. Auch bei Geschäftsführern. Jetzt verlangen Sie, dass jeder einzelne Betrieb einen Geschäftsführer hat. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, in der Gastronomie zum Beispiel, da sind drei, vier, fünf Kaffeehäuser. Oder Espressos. Da brauchst du nur einen Geschäftsführer. Der kann ja von einem ins andere fahren. Oder wenn ein Problem ist, heute kann man das mit dem Handy locker anrufen und sagen, du bitte komm her, wir haben ein Problem. Also das ist genau, genau auf jemand gezieltes Gesetz geschrieben, der es halt nicht haben will, dass er eine Konkurrenz hat. Eine liebsame Konkurrenz. Und es sind mehrere, die werden hier genau jetzt... Das ist nicht ein Blödsinn. Das ist ein kompletter Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Es ist aber so. Ja, das ist so. Es ist einfach so. Ja, wollen Sie mal jetzt sagen, dass sieben Prozent mehr sind wie vierzig Prozent. Also ich nehme lieber jemanden, der mir bietet, sieben Prozent, sage ich, nein, ich nehme die, weil ich verzichte auf wie vierzig Prozent, weil es mir da so sympathisch ist. Ein solcher Geschäftsführer. Ich weiß nicht, wo die sind, aber ich nehme an, das sind sicher nette Trafiken, weil die kriegen sowieso sehr, sehr wenig Provision. Und wenn sie einmal was kriegen, Provision, nehme ich sicher an, dass sie sich das als Zusatz nehmen werden. Und das ist genau der Punkt. Und das ist nicht richtig vor Ihnen, Frau Stotten. Ich sage nur einmal, wenn ich das schriftlich und ich nehme an und ich hoffe, dass ich das schriftlich habe, haben Sie Riesenprobleme. Das verspreche ich Ihnen, weil ich weiß, wer das Gesetz geschrieben hat. Ich weiß, wer das Gesetz genau dorthin gehört. Was? Nein, wieso? Wieso darf man das nicht sagen? Ich habe gesagt, wenn ich es bekomme, wenn ich es beweisen kann, ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen, weil ich es noch nicht schriftlich habe. Und wenn ich es schriftlich habe oder eine Kopie davon, wird es alle Riesenprobleme in dem Bereich haben. Aber zum Schluss, Frau Stotträtin, eine Frage an Sie. Eine Frage, weil man sagt, es ist alles so böse in die Wettbegröße. Eine wichtige Frage. Wir werden dazu noch Anfragen dazustellen. Das heißt, hat es in den irgendeiner Verurteilung wegen Geldwäsche, Buchmacherei, Wettvermittlern, bei Wettvermittlern, in Trafikanten oder bei Buchmachern oder bei Wettterminals in den letzten 20 Jahren gegeben. Vielleicht können Sie uns was beantworten heute, wenn nicht wir mal Anfrage stellen. Es gilt ja zum Beispiel auch die dritte Geldwäscherichtlinie seit vielen Jahren, auf die sich auch das Wettgesetz bezieht. Und da gibt es noch Fragen. Gibt es auch rechtskräftige Verurteilungen auf Basis der Novelle des Wettgesetzes von 07.07.2015, welche sich auf Wettterminals bezieht und nicht notifiziert wurden. Und dazu werden wir noch einige Anfragen stellen. Und da bin ich sehr gespannt, wie viele Verurteilungen hat es in Österreich schon gegeben, oder so werden wir uns auf Wien beziehen natürlich, oder wie viele hat es nicht gegeben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und dass ich dem Gesetz, oder dass wir dem Gesetz hier nicht zustimmen, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nur einmal erwähnen. Aber wie gesagt, mein Kollege wird jetzt noch einen Resolutionsantrag einbringen. Vielleicht, Frau Staudträtin, überlegen Sie sich es oder Ihre Fraktion, dass man das Gesetz vielleicht doch noch einmal überdenkt und setzt sich einmal vernünftig zusammen und macht wirklich ein Gesetz, das ein Gesetz ist und nicht in gewisser Weise ein Anlassgesetz für jemanden, der vielleicht eine andere Konkurrenz ausschalten will. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Wallenz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staudträtin, ich würde gerne heute meine Wortmeldung so strukturieren, dass wir zuerst über die Diskussionsbeiträge ÖVP, in den EOS diskutieren und dann würde ich mich gerne umfassend dem widmen, was der Herr Stadtrat Lassar jetzt gerade gesagt hat. Zum einen, als das kleine Glücksspiel ausgelaufen ist, 2014, hat selbstverständlich die Stadt Wien sehr genau beobachtet, wie verhält sich der Markt, gibt es da eine Veränderung, gibt es da Dinge, die stattdessen passieren. Da möchte ich vorweg einmal sagen und mich sehr herzlich bedanken bei den Mitarbeiterinnen der Frau Stadträtin Siemer, bei der Magistratsabteilung 36, aber auch mit der Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei ist das nicht eingetreten, was in den anderen Bundesländern der Fall war, nämlich dass der Wildwuchs die illegalen Geräte Oberhand bekommen hat. Wir haben ja auch Bundesländer, wo kleines Glücksspiel nicht erlaubt ist, dafür finst das überall. Und dank dieser Zusammenarbeit, die wirklich eine außerordentlich gute war, wo auch die Finanzpolizei, die Bundesdiensteine äußerst hilfreich waren und vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, hier im Magistrat sehr, sehr engagiert waren, ist dieser Schwarzbereich, diese schwarz aufgestellten Geräte, im Vergleich zu anderen Bundesländern extrem niedrig. Es sind auch irrsinnig viele Geräte beschlagnahmt worden. Sehr, sehr viele erfindungsreiche Geschäftsleute waren auch dabei, wenn ich das als Geschäftsleute bezeichne, noch gerade darf, die dann die Geräte einbetoniert haben und vieles andere mehr. Also wir haben an sich die Situation beim kleinen Glücksspiel in dieser Stadt in einer Art und Weise bewältigt und saniert gehabt, die hervorragend war und haben etwas festgestellt, dass es eine gewisse Verlagerung in den Sportwettenbereich gibt, in einer Art und Weise, die eine höhere Dynamik des Spielgeschehens offensichtlich gewährleistet hat und deshalb auch als Ersatz zu den kleinen Glücksspielen herangezogen wurde. Da gab es Kurrilitäten. Die Damen und Herren, die sich damit ein bisschen befassen und wissen das, da hat man auf Hunderennen wetten können, teilweise auf Hunderennen, die bereits seit zwei Jahren auf der Videokassette waren und die immer wieder abgespielt worden sind, was auch nach dem Strafgesetzbuch etwas ist, was geahndet worden ist und vieles andere mehr. Und deshalb gibt es das richtig eingeschätzte alte Wettgesetz, das jetzt neu formuliert wird, das neu determiniert wird, wo es darum geht, auch Sicherheit, Ansprüche gerecht zu machen, dass derjenige, der auch ein Wettbüroaufbau gehört hat, damit er die Wetten auszahlen kann, vieles, vieles an. Jugendschutz und der ganze Bereich, auch der Selbstschutz von Spielerinnen und Spielern, ist hier umfassend formuliert worden. Und ich möchte wirklich die ÖVP und die NEOS einladen, auch im Sinne dessen, was der Kollege Ellenson gesagt hat. Selbst wenn man der Meinung ist, es könnte noch ein bisschen mehr sein, es könnte das eine oder andere etwas mehr ausgeformuliert sein, das ist ganz gewiss ein Schritt in die richtige Richtung, für die sich Stadträtin Simmer eingesetzt hat, und wofür wir sehr dankbar sind. Und wir laden es ein, diesen Schritt gemeinsam mit uns zu gehen, weil es ist ein richtiger Schritt und in die richtige Richtung. Und etwas Besseres ist immerhin besser als das, was wir jetzt haben, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns das im Detail ansehen, und die beiden Parteien-Sprecher haben gesagt, ja, da gibt es das eine oder andere an Rechtsgutachten. Ich glaube, diese Debatte hat auch relativ deutlich gezeigt, dass offensichtlich hinter diesem Wirtschaftszweig sehr, sehr viel Geld steckt. Nein, nein, nein. Und dass da wahnsinnige Interessen sind. Und glauben Sie mir, wenn viel Geld da ist, können Sie jede Rechtsexpertise zur Verunsicherung auch von Abgeordneten erstellen lassen. Es ist einfach eine Frage der Kohle, die Sie hinblättern. Und einmal mehr, das Gesetz ist ein umfassend diskutiertes. Das Gesetz hat auch beispielsweise seitens der Trafikanten, weil wir das vorhin angesprochen haben, in hohem Maße Zustimmung bekommen. Dieses Argument, das der Herr Stadtrat Lassar da gesagt hat, ist wie keinsterweise als Stellungnahme gekommen. Allerdings bin ich sehr verwundert, meine Damen und Herren, und da möchte ich jetzt auf die Wortmeldung des Herrn Stadtrat Lassar kommen. Ich bin sehr verwundert, dass Dinge, die wir vor der Novellierung des kleinen Glücksspiels in Wien bereits als Konsens in diesem Haus gehabt haben, nämlich dass es überall dort, wo man zu einem Gerät hinkommen kann und spielen kann, es den verbindlichen, verbindlichen Jugendschutz gibt, dass verbindlich gecheckt wird, dass derjenige dort nicht unter 18 Jahren ist, dass verbindlich gewährleistet ist, dass es einen Selbstschutz der Spielerinnen und Spieler gibt. All das ist nicht gegeben. Und jetzt denke ich mir, und Sie werden mir nicht böse sein, wenn eine Partei, die bei früheren gemeinsamen Anträgen durchaus das mitgetragen hat, die sich jetzt ergänzlich geändert hat, dass man dieser Partei helfen muss, helfen muss auch tatsächlich, das weiterzubringen in der Öffentlichkeit. Und nachdem ich in meinem Zivilberuf Werber bin, haben wir gedacht, vielleicht kann man der FPÖ ein bisschen helfen, wie man diesen Wandel auf leicht verständliche Art und Weise, und der Antrag ist ja in der Tat fast verräterisch, wenn dort steht, überbordeter Jugendschutz gehört weg, überbordete Schutzmaßnahmen, der Staat greift so viel ein. Vielleicht kann man da helfen und das auch in die Öffentlichkeit tragen. Ich würde beispielsweise empfehlen, ein sehr, sehr netter Slogan, blaue Aktion gegen Suchtprävention. Das würde sich auch gut machen, würde hervorragend auch in Ihr Layout-Konzept passen, wäre ein Ansatz, der recht nett wäre. Kollege Gutmann, wir können Ihnen dann auch die Reinzeichnung zur Verfügung stellen, wenn Sie es Ihnen irgendwo inserieren wollen. Wir können Ihnen dann auch noch etwas empfehlen. Ich lasse es einmal da, damit es wirken kann. Ja, aber viel besser noch gefällt mir die Variante, wenn ich Ihnen das zeigen darf. Geldwäsche-Bekämpfung muss nicht sein. Wir setzen uns für die Großen ein. Klingt ein bisschen nach Kickel, aber es soll ja auch so sein. Lass es es wirken. Es kommt Ihnen sehr bekannt vor, wir haben uns gedacht, wir müssen die CI Ihrer Kampagnen durchaus mittragen und Ihnen dazu helfen. Und ich weiß, inwiefern, und also wirklich dann auf den Punkt gebracht, was wir da sagen bezüglich Jugendschutz, ist wohl die Variante, die ich Ihnen sehr ans Herz legen darf. Euros-Kutsch statt Jugendschutz. Also das kann ich Ihnen dann sehr besonders für den nächsten Jugendwahlkampf sehr empfehlen. Das ist das, was Sie da in diesem kargen Dreiviertelseite-Antrag uns vermitteln. Das denke ich mir, wenn ich Eure Plakate sehr hoch gebe. Also, ich lasse schon gelten, dass es nicht der intellektuelle Höhenflug ist. Aber es ist täuschend echt zu dem, was Ihr wollt. Also, wie gesagt, ich gebe es nur zu, aber vielleicht machen wir ein gemeinsames Seminar. Vielleicht bringen mich die Texte dann der FPÖ auf die intellektuelle Höhe. Und vielleicht kann ich dann wieder helfen, dass Ihr nicht dauernd abfällt. Nein, tatsächlich, das Ernsthafte daran ist, es ist wirklich ein Rückschritt. Der Antrag, der uns da vorliegt, ist blanker Lobbyismus. Er ist Lobbyismus für Leute, die haben wollen, dass ungeschützte Weltautomaten in Trafiken herumstehen, wo Kinder eingehen. Das kann es nicht sein. Das ist Steinzeit des Jugendschutzes, so weit waren wir schon vor 20 Jahren in diesem Gremium nicht. Also, ich würde meinen, wenn man schon Mutmaßungen stellt, wer von was profitieren kann, um das wirklich etwas salopper zu sagen, dann ist der Antrag, den Sie einbringen, wohl entlarvend. Und jetzt sage ich einmal mehr, diesen Vorwurf, mal drei, werden Sie sich gefallen lassen müssen. Dankeschön. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ingenieur Guggenbichler. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mit früh gerechnet, aber mit einem Bewerbungsgespräch heute nicht. Ich weiß, die SPÖ pfeift aus dem letzten Loch, aber dass man vom Plenum hier schon ein Angebot an andere Parteien macht und sich in Szene setzt und sich auf der einen Seite dichterisch und auf der anderen Seite grafisch bewirbt, ist doch ein bisschen dreist. Aber, Kollege Valentin, du musst das mit deinen eigenen Parteimitgliedern ausmachen. Das musst du mit deinen eigenen ausmachen, ob Sie das so toll finden. Und man könnte das ja vielleicht nicht so offensichtlich von deinen eigenen Parteigängern machen. Aber, wie gesagt, ich werde mich bemühen, einen Termin beim Kollegen Kickl für dich zu organisieren oder vielleicht sogar einen zweiten an, wo du reimen kannst und den zweiten, wo du an die Grafik machst. Vielleicht kann man das nicht vereinen. Es wird zum Thema des Antrags jetzt, was du jetzt auch noch gesagt hast, ja, es ist Lobbyismus. Lobbyismus wird eher anderen unterstellt. Und, so wie es der Kollege Ellenson ja gesagt hat, gesagt, die Idee ist, was ist die Idee? Die Idee ist, einen maximalen Jugendschutz zu gewährleisten und die Idee ist, kein gepushtes Gesetz auf die Welt zu bringen. Die Idee ist, kein Gesetz auf die Welt zu bringen, wo es keine Rechtssicherheit gibt, auf der einen Seite für die Unternehmer und auf der anderen Seite für jene, die dort auch vor Ort sind. Deswegen stelle ich auch den Beschlussantrag, der Landtag wolle beschließen, das Gesetz über den Abschluss und über die Vermittlung von Wetten. Wiener Wettgesetz wird unter Einbindung einer Expertengruppe aus dem österreichischen Buchmacherverband, der Wirtschaftskammer Wien, der Kammer für Arbeiter und Angestellte, ist ihnen ja nicht so fremd. Der wird ja dort keinen Lobbyismus betreiben wahrscheinlich, hoffe ich halt zumindest nicht. So wie auch der Sucht- und Drogenkondination Wien in Bezug auf eine Verbesserung der Rechtssicherheit für Wettunternehmen. Und der Kunden zu machen und zu überarbeiten. Und das ist die Idee und das ist auch der Antrag, den wir bringen. Was hat das mit Lobbyismus zu tun? Ihr legt uns ein Pfutschgesetz am Tisch und wir sagen, reden wir mit Experten, machen wir was Gescheites und ihr sagt, das ist Lobbyismus. Ach, ihr habt ja wirklich was zu verbergen, sonst würdet ihr nicht so tief in die Schubladen greifen. In Familieabsteigungen wird gebeten. Danke sehr. Eine weitere Wortmeldung liegt mir nicht vor. Die Debatte ist somit geschlossen. Ich erteile das Wort der Frau Berichterstatterin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich heute wirklich sehr, das neue Wettengesetz hier vorzulegen. Es steckt sehr viel, sehr intensive Vorarbeit dahinter. Auch ich habe mich sehr intensiv eingebracht, auch wenn mir der Kollege Lassar das offensichtlich intellektuell nicht zutraut, darf ich ihm sagen, dass ich mich sehr intensiv in diese Materie eingearbeitet habe und dieses Gesetz von der MA 36 in hervorragender Art und Weise vorbereitet worden ist. Ich möchte wirklich auf Schärfte zurückweisen und das ist wieder einmal typisch, dass Sie unter dem Deckmantel Ihrer parlamentarischen Immunität tun, dass Sie, ach, Sie haben gar keine. Das ist ja wirklich sehr praktisch, weil dann werden wir uns das ganz genau rechtlich anschauen. Weil wir Sie mir unterstellen und vorwerfen, dass ich Einzelne am Markt Beteiligte dazu genutzt hätte, dass Sie mir hier ein Gesetz vorschreiben und das haben Sie gesagt, das haben Sie gemeint und jeder hier in dem Haus hat das so verstanden. Das weise ich auf das Schärfste zurück. Nein, es ist wirklich eine orge Unterstellung. Für Sie ist das vielleicht etwas Lustiges, aber ich nehme das sehr ernst und ich nehme auch meine Aufgabe sehr ernst und ich habe mich sehr intensiv in diesem Bereich, Sie hatten Ihre Wortmeldung schon. Ich weiß, dass ich keine Immunität habe, ich bin schon länger in diesem Job und ich versuche auch meine Wortmeldungen immer entsprechend auch zu verfassen, habe auch deswegen glücklicherweise auch im Nationalrat nie einen Ordnungsruf bekommen. Aber ich sage Ihnen an, Sie nehmen das nicht auf die leichte Schulter und das, was Sie da immer so en passant ein bisschen einstreuen und insinuieren und andeuten, das weise ich auf Schärfste zurück. Das lässt sich mir nicht gefallen und das haben wir auch nicht notwendig, weil wir hier ordentliche Arbeit machen, egal wie Sie versuchen, das zu diskreditieren. So, jetzt kommen wir mal zu den Trafikanten, weil was wir nämlich gemacht haben bei diesem Gesetz, ist ein ordentliches Begutachtungsverfahren, wo es sehr viele Stellungnahmen gegeben hat und die Trafikanten haben zwei Stellungnahmen abgegeben und kein Wort von dem, was Sie gesagt haben, ist in einer der Stellungnahmen der Trafikanten auch nur in einem Nebensatz vorgekommen. Das war überhaupt kein Thema, weil die Trafikanten vor allem eines haben, Wettannahmeschalter, sie haben keine Wettterminals. Deswegen gibt es auch keine Sonderregelung für Trafikanten, weil keine notwendig war. Und es hat auch niemand außer Ihnen jemals das urgiert. Ich weiß nicht, aus welchen Interessenslagen Sie das hier behaupten. Ich kann nur sagen, im Begutachtungsverfahren ist das von keiner Seite gekommen, in keiner einzigen mir vorliegenden Stellungnahme. Das entbehrt einfach jeglicher Grundlage, was Sie hier behaupten. So, und jetzt kommen wir zum Thema Geldwäsche. Ich erkläre Ihnen das jetzt, wie das funktioniert. Also, angenommen jemand ist Eigentümer eines Wettlokals und hat irgendwo Schwarzgeld, das er weiß waschen will, dann schickt er seinen Mitarbeiter hinein, der verwettet dort 10, 20, 100.000 Euro, verliert die bedauerlicherweise und durch den Eingang ist dieses Geld reingewaschen. So funktioniert es, das ist relativ bekannt, dass Sie das nicht verstanden haben. Okay, das will ich jetzt nicht kommentieren. Und aus diesem Grund haben wir darin eine sehr gute Regelung. Ab 1.000 Euro muss man sich mit einem Lichtbildausweis ausweisen, damit man eben nicht große Summen an Geld reinwaschen kann. Und das unterstützen Sie nicht. Sie bekämpfen es sogar noch. Und das ist bezeichnend für Sie und für Ihre Fraktion. Diese ganzen scheinheiligen Argumente, die Sie da heute wirklich eingebracht haben, die haben mich wirklich überhaupt nicht überzeugt. Auch das mit dem Geschäftsführer, was Sie angebracht haben. Wissen Sie, warum wir wollten, dass es einen Geschäftsführer vor Standort gibt? Weil ich persönlich bei sehr vielen Kontrollen, wir haben in den letzten Monaten seit Juli alle drei Wochen Kontrollen gemacht von illegalen Wettlokalen in dieser Stadt. Und dann können Sie einmal dabei sitzen und schauen, wie lange hier die ganzen Behörden aufgehalten werden, weil der Herr Geschäftsführer leider nicht da ist und zwei Stunden braucht, bis er an diesen Standort kommt. Wenn ich aber an jeden, ja, wenn Sie illegal sind, ganz genau, das haben wir auch gemacht, wir haben Sie geschlossen. Aber Sie sind ja dagegen, dass wir schnell schließen können. Sie wollen ja nicht, dass wir beschlagnahmen können. Sie wollen nicht, dass wir schließen können. Sie wollen eigentlich, dass alles so weitergeht wie bisher und alle illegal weiter betreiben können. Ich will das nicht und deswegen habe ich dieses Gesetz eingebracht. Und weil Sie nach Verurteilungen nach dem Wettgesetz gefragt haben. Glauben Sie wirklich, dass seit Juli schon eine rechtskräftige Verurteilung da ist, wenn Sie genau wissen, dass alle in Berufung gegangen sind? Bei dem Tempo, bei dem unsere Justiz arbeitet, ich habe gerade am Vormittag in der Fragestunde beantworten dürfen, dass wir fünf Jahre und vier Monate auf eine zweitinstanzliche Entscheidung gewartet haben. Seit Juli letzten Jahres bis heute gibt es natürlich noch keine rechtskräftige Verurteilung, weil das alles noch im Instanzenweg ist. Aber ich werde Ihnen, aber Sie werden schon sehen, wir werden da viele Verurteilungen bekommen, weil wir da auf einem guten und, wie ich meine, auch sehr richtigen Weg sind. So, jetzt habe ich mir da noch angeschaut, Ihren Antrag, den ich ja wirklich für bemerkenswert halte, nämlich jeder Satz davon, den ich so feucht, dass man gar nicht weiß, also wollen wir anfangen, uns irgendwie zu korrigieren. Wien hat nach dem Verbot des kleinen Glücksspiels in Wien eine Rechtslücke und Rechtsunsicherheit hinterlassen, die erst durch eine höchstgerichtliche Entscheidung zum Teil beseitigt werden konnten. So, erstens einmal eine Themenverfehlung, weil wir reden heute nicht vom kleinen Glücksspiel, sondern vom Wettgesetz. Zweitens, wir haben überhaupt keine Rechtslücke hinterlassen. Die Betreiber haben uns geklagt vor dem Höchstgericht und diese Klage wurde abgewiesen. Es geht nicht um Rechtslücke, sondern um Rechtssicherheit und außerdem sind wir da komplett in einem anderen Thema. Also, wer immer Ihnen diesen Antrag geschrieben hat, hat unser Gesetz nicht einmal im Vorbeifliegen gelesen. Und das ist eine Peinlichkeit der Sonderklasse, was Sie da eingebracht haben. Das muss ich wirklich sagen. Dann geht es weiter mit das nun vorgelegene Wiener Wettgesetz. Er hat somit anscheinend, dass der Gesetzgeber aus Anlass durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom April des Vorjahres ein Gesetz entworfen hat, das unter anderem dem Magistrat mehr Rechte einräumt als den bundesstaatlichen Kontrollorganen. Also noch einmal, das Urteil vom Verfassungsgerichtshof vom April des letzten Jahres hat mit dem Wettengesetz überhaupt nichts zu tun. Das war die Anfechtung des Verbots des kleinen Glücksspiels in dieser Stadt, der nicht stattgegeben wurde. Was das in einer Begründung von einem Wettenantrag zu verloren hat, war sie überhaupt nicht. Und dass wir mehr Rechte hätten als die Polizei. Bitte dieses Gesetz ist mit der Polizei so abgestimmt. Wir haben etliche Besprechungen mit Ihnen gehabt und Sie wollten es genau so haben. Also woher Sie das haben, woher sich Ihr Wissen da bezieht, das können nur ein Halbwissen sein, weil die halben Sätze beziehen sich nicht einmal auf dieses Gesetz. So, aber dann wird es wirklich spannend, weil dann steht begründet, wird diese umfassende überschießende Eingriffsmöglichkeit aus Jugendschutzgründen, Suchtprovention und Geldwäschebekämpfung. Was heißt überschießende Eingriffsmöglichkeit? Sind Sie nicht dafür, dass wir Jugendschutzmaßnahmen durchsetzen? Sind Sie nicht dafür, dass wir Geldwäschebekämpfung durchführen? Sind Sie nicht dafür, dass wir Suchtprovention durchführen? Also das ist mir ja alles vollkommen schleierhaft, was hier steht. Aber der beste Satz ist eindeutig der letzte, denn da heißt es, neben überbordenden Kontrollrechten des Magistrats, man will also hier offensichtlich nicht mehr, dass der Magistrat streng kontrolliert, das klingt jetzt schon ganz anders, als das, was Sie in der Wortmeldung gesagt haben, wird die Sonderstellung für Trafiken zu wenig detailliert ausformuliert. Die Jugendschutzbestimmungen für das Zutrittsverbot zu Räumlichkeiten, in denen sich Wettterminals befinden, unverhältnismäßig streng bezogen. Ich sage Ihnen was, Sie sollten sich genieren für diesen Antrag. Jugendschutz ist doch etwas, für das wir hier alle stehen. Wir wollen nicht, dass unsere Jugendlichen in Wettlokalen spielen. Sie sind Sonntagsrichtig ein und zeigen, auf wessen Seite Sie wirklich stehen. Und das ist nicht die Seite des Jugendschutzes. Sie sind Lobbyisten für jemand ganz anderen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme jetzt noch auf einige Punkte, die sonst noch in der Debatte eingebracht worden sind. Nämlich die 350 Euro. Das ist ja auch ein ganz hervorragendes Thema. Der Herr Professor Van der Bellen hat das immer sehr, sehr gerne erklärt, dass das Wort Steuern ja davon kommt, dass man damit in eine Richtung steuern kann. Das heißt, man kann mit Geldvorgaben auch dafür sorgen, dass sich bestimmte Bereiche in eine Richtung entwickeln. Und das ist genau das, was wir hier in diesem Bereich auch vorhaben. Ja, ich bekenne mich dazu. Ich möchte nicht auf 300 Meter Einkaufsstraßen 30 Wettlokale haben in dieser Stadt. Das will ich nicht. Und aus diesem Grund haben wir 350 Euro pro Gerät pro Monat eingeführt, um einen steuernden Effekt zu haben, dass unsere Einkaufsstraßen auch noch eine Chance haben. Und dass hier die ÖVP dagegen ist, das ist eine Schande. Und es ist nicht, wie der Abgeordnete Jaratzka gesagt hat, eine Doppelmoral, sondern eine ganz bewusste politische Entscheidung, weil wir eben etwas anderes für diese Stadt wollen, als eine Explosion von Wettlokalen. Und aus diesem Grund haben wir auch, und auf das werde ich jetzt gleich noch ein bisschen eingehen, ganz detaillierte Bestimmungen eingeführt, dass wir auch die Möglichkeit haben, Genehmigungen zu versagen. Das konnten wir nämlich bisher nicht. Hat jemand bisher alle Unterlagen auf den Tisch gelegt, mussten wir eine Genehmigung erteilen. Das müssen wir künftig mit diesem Gesetz nicht mehr. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Weg. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch ein paar wichtige Punkte aus dem Wiener Wettengesetz hier noch einmal vortragen, weil ich ein bisschen den Eindruck gewonnen habe, dass es im Detail nicht wirklich so genau gelesen worden ist. Bei den Bewilligungsverfahren müssen künftig sehr umfangreich werden. Ein Konzertarbeiter zum Beispiel, Umgang mit Spiel- und Wettsucht, Warnsysteme, man kann sich sperren lassen künftig, ein Strafregisterbescheinigung, ein Bonitätsnachweis, was auch sehr wichtig ist. Weil ich muss ja mal nachweisen können, dass derjenige, der spielt bei mir dann theoretisch auch überhaupt diese Summe gewinnen kann, dass ich über diese Summe überhaupt verfüge. Es werden außerdem einige neue Aspekte mit diesem Gesetz eingebracht, die ich für wichtig und sehr entscheidend halte, nämlich, dass es möglich ist bei Verstößen gegen dieses Gesetz, nämlich bei Verstößen gegen den Jugendschutz, bei Verstößen, dass man zum Beispiel illegales Glücksspiel durchführt, was wir bei unseren Kontrollen im Übrigen sehr häufig gefunden haben, dass man da dann die Lizenz entziehen kann. Auch das eine wichtige Maßnahme im Durchsetzen von Ordnung in dieser Stadt, weil ich kein Anhängerin davon bin, dass wir hier illegale Wettlokale haben, wo dann im Hinterzimmer illegales Glücksspiel stattfindet. Etwas, von dem Sie ja vorgeben, auch dafür zu sein, trotzdem unterstützen Sie dieses Gesetz nicht. Ein wichtiger Punkt ist auch die Live-Wetten, die sind schon angesprochen worden, Live-Wetten soll es künftig nur mehr auf Endergebnisse oder auf Teilergebnisse geben und das war einer der wichtigen Punkte bei der Novelle dieses Gesetzes, weil das einfach Bereiche sind, die sehr manipulationsanfällig sind. Gelbe Karte in der 70. Minute, Eckball da und dort, da hat es international auch sehr viele Vorfälle in diesem Bereich gegeben. Ja, ich habe noch viele Seiten mit und könnte Ihnen noch viele Punkte erzählen, aber ich sehe schon eine gewisse Ermattung in den Gesichtern. Ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, auf den ich gerne eingehen würde, ist, dass wir auch bei den Wet Terminals noch eine zweite Jugendschutz-Ebene eingezogen haben, nämlich für diejenigen Wet Terminals, die Standalone, also sprich in Tankstellen, in Gasthäusern, in Kaffeehäusern, meistens in einem Zwischenraum, in einer dunklen Ecke stehen, dass man hier auch einen maximalen Spieleinsatz von 50 Euro nur eingezogen hat, um eben möglichst wenig Suchtanfälligkeit hier auch herzustellen und dass sie auch nur mit Bargeld und nicht mit Wertkarten zu benutzen sind. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass es ein wirklich gutes Gesetz ist, wir haben mit vielen Expertinnen und Experten geredet, wir haben viele Beratungsstellen auch mit einbezogen, natürlich auch viele Bundesstellen, es ist eine sehr, sehr runde Sache geworden. Ich freue mich und ich hoffe, dass es heute verabschiedet werden kann. Ich finde, es ist ein Riesenschritt in die Richtung der Sicherung des Jugendschutzes, der Bekämpfung einer Spielsucht und auch des Schutzes der Spielerinnen und der Verbesserung für diese Stadt, auch für unsere Einkaufsstraßen, die mir besonders am Herzen liegen und in diesem Sinne herzlichen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Gesetzesvorlage. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang zustimmen wollen, die Hand zu erheben. Das ist mit den Stimmen von SPÖ und Grünen mehrstimmig beschlossen. Das Gesetz ist somit in erster Lesung angenommen. Bevor wir zur zweiten Lesung kommen, gibt es einen Beschluss- und Resolutionsantrag, eingebracht von FPÖ-Landtagsabgeordneten Guggenbichler, Ebinger, Schweiger-Stenzel, Kops, Nittmann, Reif, Unger, betreffend Überarbeitung des Wiener Wettengesetzes. In formeller Hinsicht ist die sofortige Abstimmung verlangt. Ich ersuche jene Damen und Herren, die diesem Antrag zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Das ist FPÖ und ÖVP und somit die Minderheit. Wir kommen nun zur zweiten Lesung. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Das ist gegen die Stimmen der ÖVP mit der ausreichenden Mehrheit angenommen. Ich bitte nun jene Damen und Herren des Landtags, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Das ist mit den Stimmen von SPÖ und Grünen mehrstimmig beschlossen. Das Gesetz ist somit in zweiter Lesung beschlossen. Danke sehr. Wir kommen nun zu Post Nummer 4. Post Nummer 4 betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem das Gesetz, mit dem die Bestimmungen über den Bau und Betrieb von Aufzügen erlassen werden, geändert wird. Berichterstattung hierzu ist Herr Amtsführer und der Stadtrat Dr. Ludwig. Ich bitte, ihn die Verhandlung einzuleiten. Ich ersuche um Zustimmung zur vorliegenden Gesetzesvorlage. Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldung vorliegt, kommen wir gleich zur Abstimmung. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang in erster Lesung ihre Zustimmung geben wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Das ist einstimmig. Das Gesetz ist somit in erster Lesung einstimmig beschlossen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen. Ich ersuche jene Mitglieder des Landtages, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Das ist ebenfalls einstimmig. Ich ersuche daher jene Mitglieder des Landtages, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, nun um ein Zeichen mit der Hand. Das ist ein drittes Mal einstimmig. Das Gesetz ist somit in zweiter Lesung angenommen. Wir kommen nun zur Post Nummer 5. Das betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem die Bauordnung für Wien geändert wird. Berichterstatter hierzu ist der Herr Amtskönner, der Stadtrat Ludwig. Ich ersuche, in die Verhandlung einzuleiten. Ich ersuche um Zustimmung zum vorliegenden Gesetzesentwurf. Gemäß § 30 Absatz 10 der Geschäftsordnung schlage ich vor, die General- und Spezialdebatte zusammenzulegen. Wird gegen die Zusammenlegung ein Widerspruch erhoben? Widerspruch? Das ist der Fall, wo ein Widerspruch erhoben wird. Wieviel ist das Quorum? Weißt du das auswendig? In der Zusammenlegung? Nachdem ein Widerspruch erhoben wird, wird eine Abstimmung darüber abgestimmt. Wunderbar. Wer ist dann, ersuche ich jene Damen und Herren, die für die Zusammenlegung sind und Zustimmung? Das ist die Mehrheit. Die Debatte wird daher zusammengelegt. Als erstes zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Meindler-Reisinger, die erste von vorläufig 84 gemeldeten Abgeordneten. Danke sehr. Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Landesrat. Ich wollte auch einleiten damit, dass ich ganz offensichtlich hier den Auftakt mache, einer ganzen Riege an Rednerinnen und Rednern. Ich freue mich drauf. Es steht natürlich, es ist ein völlig legitimes Mittel, im parlamentarischen Prozess einen Protest so zu äußern. Es ist aber wohl auch mir unbenommen, mir meine eigenen Gedanken dazu zu machen und das entsprechend zu werten. Und Sie erlauben mir schon auch zu sagen, dass ich das für ein bisschen kindisch halte. Aber gut. Es tut mir doch besonders weh, eigentlich zu sehen, dass die ÖVP da mitmacht. Ich habe heute schon am Morgen diese gar nicht so ungewohnte, aber doch jetzt sehr deutliche Einigkeit zwischen blau-schwarz hervorgehoben. Und gerade auch in dieser Bauordnungsnovelle-Frage ist mir das wirklich aufgefallen. Denn ich meine, man hat da wirklich eigentlich nur ein Kläffen gehört. Zum Teil ziemlich wichtige Hinweise. Ich habe aber weder von FPÖ noch von ÖVP gesehen oder gehört, dass man sich wirklich eingesetzt hat dafür, dass es hier substanzielle Änderungen gibt. Etwas, was wir schon versucht haben und wir waren hier in einem Austausch, worüber ich auch sehr dankbar bin für die Gelegenheit, können aber trotzdem nicht zustimmen, weil letztlich verfassungsrechtliche Bedenken bleiben, beziehungsweise einige Fragen nicht in unserem Sinne sozusagen gelöst wurden. Ich möchte aber jetzt nochmal an der Stelle auch auf das eingehen, was der Kollege Ellenson gesagt hat. Schauen Sie, natürlich ist das nicht wahnsinnig witzig, da irgendwo zwischen diesen Blöcken eingekeilt zu sein, zwischen Rot-Grün und Schwarz-Blau. Ich behaupte aber, und das ist auch der Anspruch, den wir näher aus der Politik haben, dass wir in jeder Situation sehr ernsthaft und sehr gründlich abwägen, wann wir dafür und wann wir dagegen stimmen. Und ich glaube auch, dass es unser Anspruch ist, und das zeigen wir immer wieder, dass wir nicht nur kläffen und schreien und dagegen sind, sondern auch konstruktive Wege zeigen, wie es denn gehen könnte. Und so auch in diesem Fall. Vom Prinzip her verstehe ich, und es ist für uns völlig nachvollziehbar, und ich habe es eigentlich sogar auch angeregt vor Wochen, dass man nun hier Wege schafft, auf einem unbürokratischen, schnelleren Wege Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, in dieser Frage sind wir uns völlig einig, und wir werden auch in der grundsätzlichen Stoßrichtung von uns keinerlei Bedenken haben. Wir teilen das komplett. Was ich aber auch vermisse in Fuge der Debatte, und ich habe das auch bei Ihnen letztlich, wie ich im Büro war, Herr Landesrat zum Ausdruck gebracht, und auch an dieser Stelle schon, ich vermisse eigentlich einen offenen, ehrlichen und auch auf Zahlen basierten Umgang mit dem Thema der Flüchtlingskrise. Ich erwarte mir eigentlich schon von der Regierung, dass man gewisse Szenarien hier, mag sein, dass sie sie vorbereiten, aber auch kommuniziert. Und diese Szenarien sehe ich nicht. In der Mangelung sozusagen der Szenarien, die uns vorgelegt werden, haben wir unsere eigenen Berechnungen angestellt, ausgehend von der Frage, wie viele Asylerträge es im vergangenen Jahr gegeben hat, wie hoch die bisherige Anerkennungsquote war, wir setzen die jetzt ein bisschen höher an, wie hoch jetzt schon der Zuzug der Asylberechtigten beziehungsweise der Subsidierschutzberechtigten nach Wien war und wie viel höher er unter Umständen sein wird, wenn jetzt, und darüber haben wir heute auch schon gesprochen, es zu Verschärfungen beim Zugang beispielsweise der Mindestsicherung in den anderen Bundesländern geht. Und da sehen wir schon, dass wir natürlich, insofern teilen wir ja die Befundlage, vor einer unglaublichen Herausforderung stehen, die uns in diesem Jahr unseren Berechnungen zufolge zumindest 40.000 zusätzliche Menschen, Asylberechtigte oder Subsidierschutzberechtigte, nach Wien bringen wird. Ich kann nur, wie gesagt, nur meine Zahlen hier nehmen. Ich habe keine Zahlen am Tisch und das ist eine Kritik, die ich habe. Bei diesen Zahlen und nicht nur bei diesen Zahlen, und auch das habe ich heute Morgen schon gesagt, müssen wir immer die Integration als Ziel an allererster Stelle vor Augen haben. Jetzt kann man sagen, man muss es in Etappen denken. Zunächst müssen wir die Menschen unterbringen, ein Dach über den Kopf bringen, basale Bedürfnisse ermöglichen, aber das zweite Ziel muss auch gleich sein, Integration zu ermöglichen. Und das ist der erste Kritikpunkt an dieser Novelle, wobei man hier ja Verbesserungen erreicht hat, nämlich, dass sie ausschließlich aufgrund dieser humanitären Situation für Flüchtlingsquartiere verdienen soll. Und das ist unserer Meinung nach hochgefährlich. Denn so wird unserer Meinung nach Integration nicht gelingen. Wenn wir nicht schon jetzt den Anspruch setzen, dass wir dort in gewisser Weise kleinere, durchmischte Quartiere schaffen, dann gehen wir hier sehenden Auges in jede Menge Probleme. Integration ist für uns wirklich das Leitmotiv, und das habe ich heute Morgen auch schon betont, ist auch meiner Meinung nach die Stoßrichtung, die es unbedingt braucht bei der Frage der Reform der Mindestsicherung, weshalb wir uns ja auch entlang des EuGH-Urteils und der deutschen Gesetzeslage für eine Wohnsitzauflage für Asylberechtigte und Subsidiar-Schutzberechtigte aus integrationspolitischen Gründen bei Bezug der Mindestsicherung einsetzen. Und wie ich heute Morgen auch schon gesagt habe, erwarte ich mir hier, dass der Wiener Landeshauptmann, der Wiener Bürgermeister sich im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz und auch im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen dafür einsetzt, dass wir zukünftig ein System haben, wo, und da ist natürlich der Integrationsminister gefordert, ein System schaffen, wo wir Integrationsindikatoren ganz klar festlegen, das sind natürlich Arbeitsmarktzugang, das ist Zugang zum Bildungssystem, das ist natürlich auch die Frage des Zugangs zu Leistungen, und entlang des auch dann die Möglichkeit, eine bundesweite Clearingstelle, eine Wohnsitzauflage zu erteilen, weshalb ich diesen Beschlussantrag heute einbringen möchte. Der Wiener Landtag wolle beschließen, der Wiener Landtag fordert den Wiener Landeshauptmann dazu auf, sich bei den Finanzausgleichsverhandlungen für eine Wohnortauflage für Flüchtlinge und Subsidierschutzberechtigte, die die bedarfsortierte Mindestsicherung beziehen, einzusetzen. Und wenn wir schon beim Thema Mindestsicherung sind, ich und ich gekonnt den Bogen gespannt habe, haben wir auch noch andere Vorschläge eingebracht, wie zum Beispiel, dass es eine bundeseinheitliche Sozialleistung sein soll, wie zum Beispiel, dass verstärkt Sachleistungen hier gegeben werden sollen, wie zum Beispiel auch, dass es eine Einschleifregelung braucht, um stärkere Erwerbsanreize zu setzen. Und dass wir auch Regeln einführen für ein Kontrollsystem, was passiert, wenn man beispielsweise nicht dem Arbeitsmarkt wirklich zur Verfügung stehen will, über alle Bundesländer gespannt. Weshalb ich einen weiteren Beschlussantrag einbringe, auch im Namen meiner Kollegen, hinsichtlich der Reform der bedarfsorientierten Mindestsicherung, wo sich der Wiener Landtag auch dafür aussprechen soll, dass der Landeshauptmann sich in den kommenden Finanzausgleichsverhandlungen dafür einsetzen soll, in den von mir erwähnten Punkten. Und ich hoffe, das hat jetzt bereits ausreichend determiniert und detailliert. Ich komme nun aber jetzt wieder zur Bauordnung. Wir sind zweifelsohne mit einem quantitativen Problem hier konfrontiert. Wir sind auch mit einem qualitativen Problem hier konfrontiert. Ich habe das schon gesagt. Wir müssen diesen Wohnraum so gestalten, dass wir nicht Abschottungstendenzen fördern, sondern eigentlich Integrationsbemühungen in kleinen Einheiten und durch mischten Umgebungen auch fördern. Dass das in Massenquartieren, wie es ja auch jetzt aufgrund der Tatsache, dass es halt schnell gehen musste, bedauerlicherweise eröffnet wurde in Leasing oder auch in Floydsworth, nicht funktionieren wird, ich glaube, das können wir alle miteinander hier sehen. Und umso wichtiger ist es auch aber, dass wir jetzt bei dieser Bauordnungswelle alles daran setzen, dass wir nicht Quartiere irgendwo am Stadtrand oder neben der Autobahn etc. schaffen, die ausschließlich in Richtung von Containerdörfern gehen, die man dann auch durchaus als Ghettos bezeichnen kann. Was mir auch auffällt, ist, dass das Gesetz naturgemäß, wir haben auch darüber geredet, dass es rechtlich schwierig ist, in manchen Bereiten konkrete Definitionen vermissen. Zum Beispiel, wenn Sie das schreiben aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen. Und dann listen Sie nur beispielhaft auf, aber eben nicht taxativ auf, was damit gemeint ist. Also hier ist eindeutig das Gesetz unserer Meinung nach nicht determiniert genug. Und ab wann ist eigentlich etwas bevorstehend? Was wir auch in den Gesprächen eingebracht haben, ist der Satz, die staatliche Organisation von Baumaßnahmen. Ja, was heißt das denn? Ich lese und ich höre, dass damit nicht gemeint ist, dass auch NGOs das betreiben können. Ich frage mich aber, warum in solcher Situation nicht vielleicht auch Private so etwas betreiben können. Ich höre dann wieder aus Deten und so etwas, ja, es geht um die staatliche Organisation der Zuteilung. Ja, aber dann bitte schreibt es hinein. Also das jetzt hier heute festzuhalten vielleicht, ich hätte das gerne klar verankert. Und dann die Bemerkung, und ich glaube, mein Kollege Stefan Gara wird, ich weiß nicht wann, ich hoffe in Bälde, vielleicht aber erst um vier Uhr in der Früh, man weiß es nicht genau, auch darauf eingehen. Wenn man jetzt schon hier eine Bauordnungsnovelle macht, warum nimmt man das nicht zum Anlass, dann nicht gleich zu sagen, wir entbürokratisieren und entrümpeln die Bauordnung und schaffen so auch Gegebenheiten für durchaus auch private Bauträger, um wirklich leistbaren Wohnraum zu schaffen, denn dass hier eine Drucksituation herrscht, nicht erst seit der Flüchtlingskrise, sondern schon länger, ist uns auch allen klar. Und hier würden wir uns wirklich wünschen, dass man mutigere Schritte setzt, dass man hier gleich die Bauordnung auch nicht nur in diesem Anlassfall, sondern generell entrümpelt. Und der wichtigste Punkt für uns auch, und da haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, ist aber die Frage tatsächlich der Anrainerrechte. Schauen Sie, wir haben uns das auch angeschaut, beispielsweise wie in Niederösterreich ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Dort ist es aber wesentlich behutsamer. Also die logistischen Eingriffe sind deutlich geringfügiger als was Sie jetzt in Wien hier vorhaben. In Tirol auch. In beiden Bundesländern dürfen die Quartiere nur einem höchstens auf fünf Jahre befristeten Bedarf dienen, erstens einmal. Und außerdem wurden in diesen beiden Bundesländern Tirol und Niederösterreich nicht die gesamte Bauordnung und die Nachbarrechte außer Kraft gesetzt, sondern nur die bautechnischen Vorschriften und die langwierigen Verfahren. Uns geht hier diese sozusagen Aushebelung der Anrainerrechte definitiv zu weit. Und was auch wir hier nochmal festhalten wollen, ist, dass Anrainer nicht nur durch die Bauordnung geschützt sind, sondern vor allem auch durch das Privatrecht und durch die Verfassung. Und sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Nachbarrechte, subjektiv öffentliche Nachbarrechte, sogar zu den Menschenrechten zählt. Und in dieser Abwägung sind die Eingriffe hierzu ziemlich zu groß. Das ist eine juristische Argumentation. Ich gebe Ihnen aber schon noch eine politische. Ich habe das Gefühl, und auch das habe ich an der Stelle schon mal gesagt, dass man hier sehr zögerlich ist, tatsächlich den offenen, transparenten, aufrichtigen und ehrlichen Diskurs mit der Bevölkerung zu führen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich war auch dabei, bei den Protesten rund um die Ziedlerstraße. Und ich weiß, was vor allem die Herren und Damen der FPÖ-Fraktion, die hier zündeln, eigentlich für Schaden anrichten in dem gesamten Zusammenhalt der Gemeinschaft. Aber darauf zu reagieren, dass man eigentlich sagt, naja, dann führen wir diesen Dialog gar nicht mehr und hebeln lieber die Rechte aus, bevor wir uns da irgendwas antun. Naja, aber so kommt es dann rüber. Das halte ich einfach für den falschen Weg. Ich verstehe, dass man sich das manchmal nicht antun will. Aber in dieser Situation ist es nicht mehr möglich, sich hier irgendwie schnell durchzulavieren, sondern Sie müssen, und das muss allen voran einmal der Bürgermeister machen, sich hinstellen und sagen, was jetzt Sache ist. Wie viele sind da? Wie viele erwarten Sie? Mit welchen Szenarien rechnen Sie? Was wird das Ganze kosten? Werden wir ein Sonderbudget brauchen? Ja oder nein? Es kann doch nicht so sein, dass wir derzeit aus verschiedensten Töpfen die Mittel anzapfen. Und in dieser Frage hätten Sie in uns auch Unterstützer, weil selbstverständlich sagen wir anders als die Herren und Damen von FPÖ und offensichtlich jetzt auch ÖVP, dass wir das schaffen müssen als Weltstadt. Keine Frage. Aber das bedarf einen offenen, transparenten, aufrechten und ehrlichen Gang. Und wer, wenn nicht der Landeshauptmann und Bürgermeister könnte sich hinstellen in seiner sonst ja durchaus sozusagen bürgernahen Art und das vermitteln, dass man halt jetzt solche Schritte setzen muss und wie halt weiter die Szenarien gedacht sind. Ich habe das einmal salopp gesagt. In Wahrheit müssen Sie sich hinstellen, jede Woche in die Stadthalle Bürgerinnen und Bürger zum Dialog einladen und sagen, ja, so ist das jetzt. Wir haben jetzt im Moment diese Informationen. Wir versuchen das so und so anzupacken. In einer Woche wissen wir mehr und dann gehen wir andere Schritte. Ich vermisse das. Ich vermisse das von Seiten der Regierung. Und ich glaube, dass dieses Informationsvakuum andauernd von der FPÖ geführt wird, fügt in dieser Gemeinschaft und diesem Zusammenhalt in der Bevölkerung mehr Schaden zu, als wenn Sie sich über den Schatten springen würden und eine offene und transparente Kommunikation bei dem Thema sachorientiert, unaufgeregt hier machen würden. Wir haben, ich sage hier zurück, die wir in die Diskussion eingebracht haben. Das eine ist, und das habe ich schon gesagt, eine gemischt genutzte Unterkünfte. Da wird es jetzt verbessern. Es ist ein Schlüssel. Integration als höchstes politisches Ziel im Auge hat. Alles daran setzen, dass das keine Ghettos oder sonst was wären. Das zweite ist, und ich möchte, dass das zumindest hier in der Wortmeldung klargestellt wird, wenn es zumindest nicht im Text klargestellt ist, dass wir diese temporäre Nutzung von Bauwerken nach § 71c auch für private Initiativen öffnen wollen. Ein weiterer Bereich ist die Konzentration auf die Nutzung von nicht oder nicht adäquat genutztem Bauland und Schutz von Grünland dabei. Herr Kohl, Sie haben völlig recht gemacht, diese Schwachsinnigkeiten, dass man jetzt Hochhäuser in den Stadtpark stellt, die teilen wir natürlich nicht. Aber die Bedenken, dass wenn man jetzt über 15 Jahre durchaus durch folide Bauwerke vielleicht auch in dem Bereich von Grünland etwas hinstellt und das dann nicht mehr sozusagen rückgängig machen kann, weil dann ist es ja schon einmal genutzt worden für Wohnraum, weil die haben wir. Und da erwarte ich mir von Ihnen, gerade von den Grünen, auch eine klare Aussage dahingehend, dass wir jetzt nicht im großen Stil auch Grünland vernichten. Und der letzte Punkt, den habe ich schon gesagt, die Wahrung der Rechte von Nachbarn bei der Nutzung über den akuten Notstand hinaus. Und hier haben wir einfach verfassungsrechtliche Bedenken, die dazu führen, dass wir einfach nicht unsere Zustimmung geben können. Ich resümiere, natürlich brauchen wir jetzt unbürokratisch die Möglichkeit für temporäre Unterbringungsmöglichkeit. Meiner Meinung nach gehen Sie hier ein Stück weit zu weit. Wir haben hier, und das Angebot gilt immer, anders als die, wie ich sie bezeichnet habe, Berufskläffer von Blau und Schwarz, uns wirklich um Dialog bemüht und um konstruktive Lösungen bemüht. Letztlich aber sind für uns die Eingriffe zu stark. Ich möchte noch eine, hm? Ja, schauen Sie, ich meine, bei mir kommt es so an, ich habe in dieser Frage, in der Flüchtlingsfrage, ehrlich gesagt, kein konstruktives Wort von Ihnen gehört. Und ich bin eine große Verfechterin von Verfassungsrecht, von Verfassungsrecht, von Menschenrecht. Und ich verstehe auch Sprüche, wie Sie sie eben in der Aussendung gemacht haben, wenn Unrecht zu Recht wird. Und die Grenzen, die auch, Gott sei Dank, jetzt schwarz auf weiß, verfassungsrechtlich nicht möglich deklariert wurden von den Verfassungsrechtlichen Leuten, sehe ich nicht, dass Sie jetzt aus Protest gegen Obergrenzen, auch nicht die Kollegen und Kolleginnen der ÖVP agieren. Also, Sie sind ein wenig beliebig in der Frage, wann Sie sich sozusagen der Verfassung und der Menschenrechte bedienen und wann nicht. Und das stört mich, das stört mich daran. Verfassungsrechtler haben jetzt klar gesagt, eine Obergrenze für kann es nicht geben. Das haben wir immer gesagt. Sie schweigen. Also, da ist, glaube ich, kein Protest von Ihrer Seite geplant, weil es ja auch vielleicht in das Konzept passt. Und schauen Sie, genau das ist der Unterschied. Genau das ist der Unterschied. Wir bringen Konsum produktive Vorschläge ein. Wir wägen gut ab und entscheiden dann, nach unserem Gewissen, ob wir unsere Zustimmung geben können, ja oder nein. Und in diesem Fall können wir sie nicht geben. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Herr Stadtrat Mag. Blümel. Bitte, Herr Stadtrat. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, vielleicht kurz auf meine Vorrednerin eingehen. Mir wundert es nicht, dass ihr euch schwer tut, zu entscheiden, entweder schwarz-blau oder rot-grün, weil da hat jetzt eine Linie gebraucht. Und die haben die NEOS nicht. Weder, wenn es um die Mindestsicherung geht, noch wenn es um die Bauordnungsnovelle geht. Wir laden euch gerne ein für die Sachkoalition gegen diese rot-grüne Stadtregierung, wenn ihr mal eine Linie habt. Die Linie der NEOS ist meistens für, dagegen, dafür oder dagegen, dafür, dagegen. Eins von den zwei Sachen. Ganz klare Linien gibt es bei euch nicht. Insofern vollkommen klar, dass man dazwischen herumschimmt. Obwohl es eigentlich sehr, sehr einfach wäre, in dieser Sache eine klare Linie zu haben, Herr Stadtrat. Denn diese Bauordnungsnovelle ist ein Anschlag auf den Rechtsstaat. Hundertprozentig klar, vollkommen offensichtlich. Nicht nur ein Anschlag auf den Rechtsstaat, sondern auch moralisch verwerflich. Und das ist gut gewählt, diese Formulierung, weil das, was uns vorgeworfen worden wurde von Rot-Grün in der Früh bei der Mindestsicherung, dass man die Flüchtlingsfrage als Aufhänger nimmt, als Vorwand, um quasi eine Reform zu fordern. Nichts anderes macht die rot-grüne Stadtregierung bei dieser Baunovelle. Angeblich geht es darum, die Probleme in der Flüchtlingskrise zu lösen. In Wirklichkeit geht es darum, dass Rot-Grün die eigenen Versäumnisse betreffend Wohnraumschaffung lösen möchte. Und, Herr Stadtrat, Sie haben das Interview in der Presse genau durchgelesen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie heute in der Früh gesagt haben. Sie haben heute in der Früh gesagt, natürlich geht es da ausschließlich um Flüchtlinge. Das ist nicht richtig. In der Presse steht drinnen, dass es auch für langjährige Wienerinnen und Wiener gelten soll. Also was jetzt bitte? Ist das eine Notlösung oder nicht? Moral ist verwerflich aus zweierlei Gründen. Erstens, weil die Flüchtlinge herhalten müssen für Versäumnisse der rot-grünen Stadtregierung. Moral ist verwerflich auch aufgrund der Tatsache, dass sich nur die Stadt selbst eine Ausnahme vor dem Gesetz gibt und der Privatwütze, auf die sie nicht zuteilkommen lassen möchte. Dieses Gesetz verstößt gegen das Legalitätsprinzip, denn die Stadt gibt sich das Gesetz, das sie selbst von jedem Gesetz ausnimmt. Das ist sonnenkönigmäßig. Der Staat bin ich und ich bestimme, wer sich an etwas halten muss und wer nicht. In dem Fall die Stadt nicht. Es ist gleichheitsgrundsatzwidrig, weil die Privatwirtschaft nicht in den Genuss dieser Ausnahmen kommt, was insofern erfrechert ist, weil die rot-grüne Stadtregierung erstickt an der selbst geschaffenen Bürokratie, wenn es um die Genehmigungsverfahren von Bauernmöglichkeiten gibt und die Privaten sollen das weitermachen und durchmachen müssen, nicht aber die Stadt. Weiters werden Grundrechte verletzt, wie beispielsweise das Grundrecht auf Eigentum, wenn es darum geht, dass Grund vielleicht entwertet wird, wenn man dann eben ein Hochhaus hinstellt oder das Recht auf ein faires Verfahren, das durch dieses Gesetz nicht mehr gewährleistet wird. Mein Lieblingssatz in dieser ganzen, übrigens nur zwei Seiten dicken Novelle ohne Erläuterungen, KP-Gutachtungsverfahren, kann gar nichts, ist dieser Satz, der schon zitiert wurde, ganz am Anfang, diese Generalbegründung. Da geht es darum, Begründung, das Gesetz gilt dann, wenn es zu vorübergehenden Unterbringungen einer größeren Anzahl von Personen aufgrund bereits eingetretener oder zukünftiger Ereignisse ist. Ich meine ganz ehrlich, alles, was in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Luft davon irgendwie betroffen, das ist ja wirklich lächerlich. Und im Übrigen, dass es doch so sicher wäre und dass man sich an die Baubewilligungen halten müsse und an die Bauordnung, ein weiteres Kuriosum in dem Ganzen ist, wenn es um feuerpolizeiliche Maßnahmen geht, dieser Satz, der Nachweis der Verfügbarkeit einer ausreichenden Wassermenge zur Brandbekämpfung. Ich meine, entschuldige, das heißt, du kannst neben der Donau, kannst du da hoch aus hinstellen ohne einen Schlaganschluss und das reicht laut diesem Gesetz an Brandbekämpfungsmöglichkeiten. Im Übrigen geht kein einziges Bundesland auch nur annähernd so weit wie Wien. Überall anders ist entweder eine Maximalzahl, zumindest prozentuell definiert, wie viele Leute das beherbergen soll oder explizit nur Flüchtlinge abgestellt oder es ist ein automatisches Außerkrafttreten dieses Gesetzes definiert. Aber nirgendwo geht es so weit wie in Wien, wo einfach alles ausgeschalten wird, nur damit offensichtlich die Stadt die eigenen Versäumnisse nachholen kann mit dem vorgeschobenen Argument der Flüchtlingskrise. Dieses Gesetz ist ein Anschlag auf den liberalen Rechtsstaat und da werden wir nicht mitmachen. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete, der Mag. Kauher. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte jetzt die Möglichkeit nützen, nicht unmittelbar auf meinen Vorredner einzugehen, sondern auch einer Öffentlichkeit, die über Internet die Diskussion verfolgt, den Sinn und den Inhalt dieser Novelle zu erklären. Erstens, wer Zeitungen liest, wer die öffentliche Wahrnehmung hat, der weiß, Wien muss jetzt handeln. Nicht nur haben wir aus der Attraktivität Wiens im letzten Jahr ein Plus von fast 43.000 Menschen gehabt, so ein starkes Wachstum wie kein anderes Bundesland, sondern zusätzlich steht Wien dazu, humanitär zu agieren und Menschen, die aus Krieg und Vertreibung nach Wien gekommen sind und man möge sich nur die Bilder anschauen, die jeden Tag aus Syrien in unsere Medien kommen, entsprechende Unterkunftsmöglichkeiten zu bieten. Und um nicht Situationen herbeizuführen, dass wir Obdachlose im Bereich der Flüchtlinge haben, sind wir jetzt kurzfristig aufgefordert zu handeln und diese Regierung zeigt, dass sie das kann. Was macht dieses Gesetz? Dieses Gesetz ermöglicht drei Varianten von temporären Bauweisen in einer Notsituation. Also erstens, was unrichtig ist, das betreffe den ganz normalen Wohnbau. Das tut es nicht. Es geht darum, um in Notsituationen wie im Bereich der Flüchtlinge kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Einerseits für sechs Monate. Was ist mit sechs Monaten gemeint? Bei sechs Monaten ist nicht gemeint, dass für sechs Monate jetzt Container aufgestellt werden, sondern da geht es im Wesentlichen und darum, dass private, die ein Bürogebäude oder ein Gewerbegebäude haben, das für Büro- oder Gewerbezwecke gewidmet ist, da zur Verfügung stehen und sagen, bitte hier gibt es ein heizbares, mit Sanitäreinrichtungen ausgestattetes Gebäude. Wollt ihr das kurzfristig nutzen? Und in diesem Fall ist die Baubehörde unterstützt, auch dann, wenn dieses Gebäude ja offensichtlich für Büro- oder Gewerbe errichtet wurde, es trotzdem in einer Notsituation für Flüchtlinge zu nutzen. Das Kuriergebäude der letzten Monate ist sowas oder andere Möglichkeiten. Dafür wird jetzt eine sichere Rechtsgrundlage geschaffen. Das zweite betrifft bis zu fünf oder 15 Jahren. Was ist hier gemeint? Noch einmal, es geht um temporäre Gebäude, die für die Unterbringung notwendig sind. Und wenn Sie, ich habe das schon oft zitiert, in die Seestadt fahren, sehen Sie ein solches temporär bewilligtes Gebäude, in dem Fall eine temporär genehmigte Unterkunft für Studierende, die so errichtet ist, dass sie nach Ablauf der Frist, in dem Fall nach fünf Jahren, innerhalb von wenigen Tagen abbaubar und allenfalls an einem anderen Standort wieder errichtet werden kann. Was tun wir, was, warum gehen wir jetzt diesen Weg und warum reicht das bisherige nicht aus? Eine Möglichkeit war bisher nicht gegeben, nämlich in Gebieten, die eine andere Widmung haben, zum Beispiel eine Gewerbewidmung. Eine Gewerbewidmung zu sagen, wunderbar, hier haben wir ein langfristiges Idee, als Gewerbe- und Industriegebiet etwas vorzusehen. Im Übrigen ein Wunsch, der von der ÖVP immer wieder sehr stark kommt und auch in ihren Reden gebracht wird, dass nicht kurzfristig Gewerbebetriebe in Wohnen umzuwidmen, aber da in den nächsten fünf, sechs Jahren in diesen Bereichen keine Nutzung absehbar ist und der private Liegenschaft, wie man sagt, bitte, wenn hier irgendjemand ein Gebäude errichten will, stelle ich mein Grundstück dafür zur Verfügung. Ich glaube, dass die im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren sehr viele, die über so Liegenschaften verfügen, die zur Verfügung stellen werden. Also insbesondere geht es darum, Liegenschaften, die jetzt widmungsmäßig für etwas anderes vorgesehen sind, das für diese akute Situation zu öffnen. Gerne gehe ich auf die Frage oder den Wunsch der Kollegin Meindl-Reisinger von den NEOS ein. Es ist nicht, explizit nicht daran gedacht, ein SWW, also Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel oder als Tag vorgesehenes Gebiet dafür zu nutzen. Nein, das ist nicht, das ist nicht der Sinn. Sie hat mich ge... Ja, man kann jetzt ein Gesetz, weil da, ich wiederhole, für die ÖV, wenn man es nicht hört, ja schreibt es das alles ein, kommen die Zwischenrufe. Ich finde es ja lustig, Herr Becker, beklagt man die Überbürokratisierung. Jetzt wird ein bewusst knappes Gesetz formuliert. Es kann man für alle denkbaren Sonder- und Not- und Überfälle etwas vorsehen, um dann wiederum es abändern zu müssen. Nein, hier ist die Möglichkeit gegeben, kurzfristig zu reagieren. Ein weiteres, ein weiterer wichtiger Punkt, ja, das macht es euch ja nur selber. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist explizit vorgesehen und ein paar Wochen werden, oder ein paar Monaten, wenn dieses Gesetz beschlossen werden sollte, wovon ich ausgehe, werden Sie sehen, dass es insbesondere Private sind, die in Verantwortung für die Lage derartige Projekte vorlegen werden. Und hier, für welche Lage kommt der Zwischenruf? Ich antworte das gerne für die Situation, in der wir uns derzeit in Österreich befinden, wo es sehr viele Flüchtlinge in Wien gibt und wir die Verantwortung haben, dass es nicht zu Situationen wie in Calais oder in anderen Bereichen kommt, sondern dafür, entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten bereitzustellen. Das heißt für uns, politische Verantwortung wahrzunehmen. Sind hier, und das ist sozusagen eine weitere ernsthafte Frage von den Neos gekommen, ja, gilt da nur das staatliche es tun können? Nein, was steht hier wörtlich im Gesetz? Wenn diese Nutzung staatlich organisiert ist, was bedeutet das? Staatlich organisiert heißt, dass zum Beispiel über Mittel des Fonds Soziales Wien eine NGO wie die Caritas, wie die Volkshilfe, wie die Diakonie, wie die Samariter die Verantwortung übernimmt. Und warum schreiben wir das hinein? Weil was wollen wir nicht? Wir wollen nicht Geschäftemacher, die mit diesem Paragraf irgendwelche Gebäude errichten, wo ohne jegliche Kontrolle die Ärmsten der Armen hineingepropft werden. Wir wollen eine Verantwortung und sehen die dann, wenn Mittel des Fonds Sozialen Wien eingesetzt werden, wenn anerkannte NGOs die Erfahrung und auch die Empathie haben, entsprechende Integrationsmaßnahmen vorzusehen, dass die das umsetzen und damit auch eine Qualitätsgarantie haben. Ein weiterer Frage, ja wer soll das alles zahlen? Das ist eine Bauordnungsnovelle und wenn man das klug, bedarf es dazu keiner öffentlichen Mittel für die Gebäude. Das ist ein wichtiger Punkt. Beispiel einmal mehr, das Projekt von mir schon erwähnt in der Seestadt, es kommt ohne Wohnbauförderung aus. Warum? Weil es dort keine Tiefgarage gibt, weil der zweigeschossig ist und deswegen kein Lift notwendig ist, obwohl es ein Passivhaus ist und einen sehr hohen technischen Standard hat, es deswegen günstig ist und deswegen auch günstig zur Verfügung gestellt hat. Nein, hier geht es nicht um eine Riesenmenge an öffentlichen Mitteln, die können dann günstig bereitgestellt werden, wenn wir günstige Gründe haben und jeder, der sich in der Wohnsituation in Wien auskommt, weiß, dass die Hauptprobleme für die Bereitstellung kostengünstigen Wohnraums die Grundstückskosten sind und insofern ist das temporäre Bauen eine Königsidee, um die Grundstückskosten herunterzuhalten, aber trotzdem diese Projekte langfristig umzusetzen. Und für alle, die sich aufregen, ich mache es da keine Vorlesung in Bauordnung, aber an die Kollegen von der ÖVP, über deren Polemik ich mir hier wirklich wundere, weil ich noch immer das Gefühl habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen ÖVP und FPÖ, aber offensichtlich ist das nicht mehr der Fall. Es gibt bereits einen bestehenden, vor vielen, vielen Jahren beschlossenen Paragraf 71, Bewilligung für Bauten vorübergehenden Bestandes und das, was Sie jetzt bemängeln, steht wortwörtlich jetzt schon in dem Paragraf 71 drinnen, nämlich für temporäre Bauten gelten die Bestimmung dieses Gesetzes, also der Bauordnung, dann nicht, wenn das und das und das erfüllt ist. Sie regen sich über etwas auf, das es längst gibt. Sie regen sich über etwas auf, was es längst gibt. Hier wird jetzt für einen Notfall eine Erweiterung vorgenommen, eine Erweiterung vorgenommen, die es möglich macht, einige Hundert, vielleicht sogar einige Tausend dezentraler, gemischter Projekte, die diese Stadt braucht, die uns dringend helfen, rasch ein Problem zu lösen, umzusetzen und deswegen wollen und werden wir das beschließen. Ein Abschließender aus politischer Sicht. Wer sich die gesamte politische Situation in Europa anschaut, merkt, dass man überall das vermisst, was staatspolitische Verantwortung heißt. Ein Problem zu erkennen, eine Lösung zu durchdenken und sich mutig hinzustellen und sagen, wir haben ein Problem, wir haben eine Lösung, wir bemühen uns, die bestmöglich umzusetzen. Ich bin froh, in einer Regierung mitarbeiten zu dürfen, die staatspolitische Verantwortung insofern auf sich nimmt, indem sie gesagt, wir können ein Wohnungsproblem, das wir derzeit durch die Flüchtlinge in Wien haben, rasch, kostengünstig und qualitätsorientiert lösen. Deswegen gibt es diese Novelle und deswegen werden wir die heute beschließen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich der Herr Abgeordnete Afkowicz-Gemälde. Bitteschön. So, Ende steht da. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Wortmeldung zur tatsächlichen Berichtigung, weil der Herr Kollege Korherr hier gerade zitiert hat, den Paragraf 71 der Wiener Bauordnung, den es ja schon gibt und den dann dazu verwendet hat, zur Begründung, wieso regen wir uns denn drüber auf, weil diese Ausnahmebestimmungen jetzt schon möglich sind. Aber ich darf hier berichtigen, Sie haben ganz wesentlich den nächsten Satz desselben Paragraphen weggelassen, der hier, der die eigentliche Unterscheidung hier bringt. Die Ausnahmen sind tatsächlich möglich, aber, und das ist der wichtige Unterschied, der Bewilligung dürfen, jetzt ein wörtliches Zitat aus dem 71er, das ist der, das Protokoll, dritte Satz, Paragraf 71, der Bewilligung dürfen durch dieses Gesetz gegebene subjektiv öffentliche Rechte nicht entgegenstehen. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied. Das heißt, der Eindruck zu sagen, der 71er, naja, den gibt es eh schon, und daher, worüber regen wir uns auf? Der Unterschied ist eben, dass der 71er die Nachbarrechte ausdrücklich drinnen hat. Und er hat sie nicht aus freiwilliger Leistung drinnen, sondern er hat sie deswegen drinnen, weil der 71er mehrmals novelliert werden musste, weil zuerst die Nachbarrechte da auch draußen waren. Und dann hat der Verfassungsgerichtshof das ein paar Mal hinter Land aufgehoben. Und dann ist diese jetzige Entscheidung hier entstanden. Und es gibt ebenfalls noch zur Ergänzung auch eine Rechtsprechung ganz in diese Richtung im 71er, nämlich vom 13. Dezember 1988 mit der Zahl 88-05-0187, Baurechtssammlung 1232, die da lautet, die Erklärung der Nachbarn gegen ein Bauvorhaben zu sein, reicht bei vorliegend subjektiv öffentliche Rechte aus, um die Erteilung einer Baubewilligung nach § 71 Bauordnung zu verhindern. Das heißt, alleine wenn der Nachbar erklärt, dass er in seinen Rechten eingeschränkt ist, ist das Projekt nach § 71 schon gestorben. Und das ist der ganz wesentliche Unterschied. Bei der vorliegenden Novelle sind die Nachbarrechte, sind die Bürgerrechte schlichtweg ausgehebelt. Es gibt keine Bürgerrechte. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Landeshauptmann-Stellvorräter Mag. Gudenus. Bitte. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Landesrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kollegen, Baurechtsnovelle. Der Herr Kollege Korya hat ja versucht, hier lang und breit zu erklären, warum dieser offensichtliche Bruch der Verfassung notwendig sei in Wien. Herr Kollege Korya, Sie haben vieles gesagt. Es hat fast nichts gefehlt, aber eines fehlt Ihnen schon, das Unrechtsbewusstsein. Das fehlt Ihnen. Mit so einem Gesetz, das Sie heute auf den Weg bringen oder erst morgen oder wer weiß wann, fehlt Ihnen offensichtlich das Unrechtsbewusstsein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das werden wir auch in der Öffentlichkeit aufzeigen. Das Unrechtsbewusstsein ist bei Ihnen offensichtlich nicht vorhanden. Diese Baurechtsnovelle ist ein offensichtlicher Bruch der Verfassung, ein Anschlag auf die allgemeinen Rechtsgrundsätze. Und das kann man nicht einfach so stehen lassen. Es ist ein Anlassgesetz, das im Endeffekt nur Ihre Unfähigkeit kaschieren soll, dass Sie in den letzten Jahren nicht willig fähig waren, für mehr Wohnraum hinzusorgen. Einerseits. Und zweitens, hier im Ausfluss Ihrer vielgepriesenen Willkommenskultur anscheinend doch noch immer weiter bereit sind, immer mehr illegale Zuwanderer im Rahmen dieser Massinvasion und Völkerwanderung nach Wien zu lassen. Das brauchen wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir brauchen es nicht. Und das ist genau der Ausfluss Ihrer Willkommenskultur. Da hat sogar schon der Herr Bundeskanzler Feinmann, der sich ja seit einigen Wochen schon um 180 Grad gedreht hat, samt Rückwärtsgang, letzte Woche im ORF. Ja schon, er hat sich von der Willkommenskultur entfernt, die Sie schwarz auf weiß noch vor drei Monaten in Ihrem Regierungsübereinkommen fünf-, sechsmal stehen haben lassen. Dann kommen Sie nicht zur Besinnung einmal. Raub, Vergewaltigung, Kinderschändung an der Tagesordnung und Sie laden immer noch mehr nach Wien ein. Eine Schande ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine Schande. Ihr Motto ist, alles für die sogenannten Flüchtlinge. Ich spreche alles von Flüchtlingen. Das sind ja großteils keine Flüchtlinge. Das sind illegale Migranten. Sie reden da auch von Flüchtlingen. Ihr Motto ist, alles für die sogenannten Flüchtlinge. Jetzt so ein Gesetz, ein Fuschgesetz, aber nichts für die Wienerinnen und Wiener. Anrainerrechte? Schmecks. Brauchen wir nicht mehr. Hauptsache noch mehr nach Wien. Ja, da frage ich mich auch wirklich, ob die Grenzen wirklich dicht gemacht werden, wenn Sie schon vorbauen, was in den nächsten sechs Monaten oder fünf Jahren und 15 Jahren hier passieren soll. Sie wollen mehr Wohnraum schaffen für die sogenannten Flüchtlinge. Ja, und die Wienerinnen und Wiener werden weiterhin Probleme haben, sich einen leistbaren Wohnraum zu organisieren. Das ist Ihre Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und die Maske wird Ihnen heute und die nächsten Tage heruntergerissen werden. Da gehen Sie einfach her, schaffen im Prinzip eine Zweiklassengesellschaft. Sie degradieren die Wienerinnen und Wiener zur Bürger zweiter Klasse. Das ist Ihre Politik. Das ist weder sozial noch demokratisch, meine sehr geehrten Kollegen von der SPÖ. Das ist es nicht. Ja, es ist vielleicht kommunistisch. Das passt bei uns an den Grünen. Außen grün, Ihnen tiefrot. Das würde mehr passen. Aber das ist weder sozial noch demokratisch. Sie hebeln hier alle Rechtsgrundsätze auf, lauter Selbstverständlichkeiten, Rechtssicherheit. All das wird ausgehebelt mit diesem Gesetz, das Sie heute auf den Weg bringen wollen. Aber wir zumindest das tun werden, was wir tun können. Wir werden es zumindest verzögern. Die lange Nacht der Bürgerrechte ist angebrochen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die lange Nacht der Bürgerrechte. Und es ist genau typisch der Herr Marisch, der keine Ernsthaftigkeit an den Tag legen kann, wenn es um Bürgerrechte geht. Weil Sie darauf pfeifen, Herr Marisch. Jeden Tag pfeifen Sie drauf. Die lange Nacht der Bürgerrechte ist angebrochen. Und wir Freiheitliche, ja, wir werden es durchstehen, Herr Marisch, ja? Ja, ist so. Und da geht es nicht um Philipp Bustern oder so, wie der Herr Oxenitsch ausgesendet hat. Dass Philipp Bustern ein unlauteres Mittel sei. Da geht es um Demokratie und Oppositionsrechte. Und lieber Herr Kollege Oxenitsch, mit so einem Demokratieverständnis, was Sie jetzt zu einem Tag legen, werden Sie nicht weit hupfen. Da sieht man, wie Sie über die Rechte der Opposition und über Demokratie an sich denken, wenn hier Abgeordnete das Wort ergreifen wollen. Aber kommen wir eben zurück zur Wohnsituation in Wien. Wir haben ja 2013 eine Zuwanderung gehabt von rund 20.000 Menschen. Wien wächst. Das ist das, worauf Sie besonders stolz sind. Aber an sich ist ja Wachstum jetzt kein Wert. Ja? Weil mit dem Wachstum, was zurzeit vorhanden ist, wachsen die Probleme mit, die Schulden mit, die Sozialausgaben wachsen mit, die Kriminalität wächst mit. All das ist Ihr Motto. Wien wächst. Eine Stadt kann auch anders wachsen, indem man zum Beispiel Leistungsträger mehr anzieht nach Möglichkeit. Nicht nur eine Zuwanderung in die Sozialsysteme, nicht nur eine Zuwanderung in die Gefängnisse, sofern noch Platz ist. Das ist das, was Sie wollen anscheinend. Nein, das wollen wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, so eine Zuwanderung. 20.000 Menschen im Jahr 2013 und letztes Jahr schon 43.200 Menschen, die nach Wien gekommen sind. Und die Prognosen sagen ja eindeutig, heuer, nächstes Jahr, übernächstes Jahr mindestens 40.000 Menschen. Mit Ihrer Einladungspolitik wird es noch mehr sein. Kommt nach Wien, ihr kriegt am ersten Tag alles, die Spezialleistungen, die wäre ich nachgeschmissen, Mindestsicherung ab dem ersten Tag, die Grundversorgung wird ausgezahlt, auch wenn man vom Asylgerichtshof rechtskräftig schon negativ beschieden ist. All das ist im Rot-Grünen Wien möglich. Und der geschätzte Herr Landeshauptmann ist sogar noch stolz darauf, die Grundversorgung auszuzahlen an Leute, die eigentlich gar nicht beim Land sein Herr Kuttenus, gestatten Sie eine kurze Unterbrechung. Bitte. Und wir Wasser trinken. Ihre Befindlichkeit ist schon klar und ist ausgedrückt worden. Ich bitte Sie aber trotzdem, zur Bauordnung zurückzukommen. Das ist der Inhalt der Debatte, die wir jetzt zu führen haben. Und keine Richtigstellung, aber nur eine Erinnerung. Es sind Landtagsabgeordnetenrechte, die hier stattfinden. Und das ist gut so. Herr Präsident, natürlich nehme ich das zur Kenntnis, aber natürlich geht es um den § 71c der Bauordnung. Und da muss man natürlich auch ausholen und erklären, warum genau Ihre Rechtsfertigungen, diese Baurechtsnovelle zu ändern, im Endeffekt harnetwüchern ist. Darum geht es ja. Sie hebeln alle Rechte der Bürger aus, die Anrainerrechte werden ausgehebelt, eben nur hier im Prinzip eine Willkommenskultur weiter auszubauen und diese illegalen Zuwanderer weiter zu verhätscheln. Alles ist möglich für die, aber nichts ist für die Wienerinnen und Wiener möglich. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass bei der Wohnsituation die letzten Jahre eben vieles schiefgelaufen ist. Und Sie sich jetzt anscheinend hier behelft dieser Novelle versuchen, aus dieser Situation auch heraus zu helfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir zum Gesetz als solches kommen, gerne, sehr gerne. Es sagte nämlich kurz gesagt, dass Barackenlager und Containerdörfer, aber auch andere Bauweisen, dann ab sofort möglich sind, jederzeit, egal wo in Wien, auf sogenannten Verkehrsbändern, entlang von U-Bahn-Trassen, im Stadtpark vielleicht, auf der Donauinsel, am Rathausplatz. All das soll im Endeffekt möglich sein, ohne Genehmigungspflicht, ohne Widmung und ohne Einbindung der Anrainer. Eine Baubewilligung ist nicht mehr notwendig. Einspruch seitens der Nachbarn oder seitens anderer Behörden, Bezirksvorsteher ist nicht mehr möglich und auch nicht mehr notwendig, laut diesem Gesetz. Und das ist im Endeffekt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Drüberfahren über die Menschen in Wien, über die Bürger dieser Stadt, die es sich länger nicht mehr bieten lassen werden, dass sie zu Bürgern zweiter Klasse in Wien degradiert werden. Das ist genau das, was sie mit diesem Gesetz machen wollen. Das Gesetz bedeutet nämlich im Detail, dass den Bürgern in Wien genau diese Mitsprache in der Form des Einspruchs genommen wird, während eben, dazu komme ich eben zurück, den sogenannten Flüchtlingen der rote Teppich ausgerollt wird. Das bezweckt dieses Gesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber das ist ja nicht der erste Anschlag und sicher auch nicht der letzte Anschlag. Da droht ja laut Regierungsübereinkommen eine Leerstandsabgabe, wie wir sie schon in Hamburg haben, wo Rot-Grün eine Leerstandsabgabe umgesetzt haben, das im Endeffekt ja nichts anderes bedeutet als eine Eigentumsbeschränkung, eine Enteignung. Das sind die nächsten Schritte Ihrer Enteignung der Wiener Bevölkerung. Sie werden es genauso machen wie Ihre Genosse in Hamburg, wo Eigentumsrechte beschränkt werden, wo Menschen ihren Leerstand abgeben müssen, also Menschen, die Immobilien besitzen und dann im Endeffekt Steuern zahlen müssen für etwas, was ihnen gehört. Oder zwangsweise dann eine Enteignung stattfindet und die sogenannten Flüchtlinge wieder Unterkunft finden. Das ist eine Politik, die wir sicherlich nicht mittragen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist auch wie bei diesem Gesetz, das wir heute mit Ihren Stimmen auf den Weg bringen. Wir werden als Freiheitliche mit unseren 34 Mandaten den Verfassungsgerichtshof anrufen. Bei diesem Machwerk und bei den nächsten Machwerken genauso. Und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Da helfen keine Gutachten, wie die Frau Meindl-Reisinger gesagt hat, von Verfassungsexperten. Ja, das ist schön. Es gibt immer den Spruch, drei Juristen, vier Meinungen. Aber der Verfassungsgerichtshof wird dann im Endeffekt entscheiden. Ja. Und da ist sehr, sehr viel drin, was allein die Aufhebung auch schon möglich machen wird. Allein heute der formelle Fehler am Vormittag, was da passiert ist. Ja. Da schaue ich mir an, dass da das Verfassungsgerichtshof ja nicht nur materiell entscheiden wird müssen, sondern auch formell. Das wird dann lustig werden, was Sie hier zustande gebracht haben, wo Sie im Endeffekt ja Leute hineingewunken haben im Abstimmungsvorgang, die dann im Endeffekt aber die Jure gar nicht abstimmungsberechtigt sind. Und zu diesem ganzen, das Chaos hier mit verursacht haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also das Gesetz ist ja nicht nur materiell völlig verfassungswidrig, sondern schon allein formell zustande gekommen. Es ist ein Flop, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ein Flop. Ja, wir haben es genau gesehen. Wir haben es ganz genau gesehen. Also mit gedürgten Abstimmungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird man auch hier im rot-grünen Wien nicht weit springen. Das kann ich Ihnen sagen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, was Sie überhaupt nicht verstehen, wofür Sie überhaupt kein Gespür haben, weil Sie dauernd vom Gespür sprechen für Wien. Sie haben kein Gespür für die Ängste, für die Anliegen und Sorgen der Menschen. Und die Ängste und Anliegen sind groß. Das haben wir ja nicht zuletzt gesehen in Liesing, am Liesinger Platz, wo sich 5000 Menschen versammelt haben, weil auch hier dort ein sogenanntes Flüchtlingszentrum, ja, hingepflanzt wird, gegen den Wien der Bevölkerung. Sie haben kein Gespür für die Menschen. Sie lachen wieder einmal drüber. Ja, Herr Dr. Gudenus. Sie lachen Ihnen einmal drüber. Herr Dr. Gudenus, ich darf Sie bitten, wieder zum Akt zu sprechen, zum zweiten Mal. Und dass die Frau Präsidentin eine gedürgte Abstimmung gemacht hat, weiß ich, schärfte zurück und erteile Ihnen dafür einen Ordnungsruf. Ich habe nie davon gesprochen, dass die Frau Präsidentin eine gedürgte Abstimmung gemacht hat, aber bitte. Sollten Sie vielleicht auch etwas mehr die Ohren spitzen, sehr verehrter Herr Präsident. Aber gehen wir konkret zum Gesetz. Es ist nur interessant, dass immer bei mir hier eine Zurechtweisung stattfindet, wenn ich das Thema etwas größer behandle. Bei meinen Vorrednern war das nicht der Fall. Aber natürlich, Herr Präsident, ich nehme es zur Kenntnis. Ja, überhaupt keine Frage. Sie haben hier den Vorsitz. Aber bekommen wir zu den verfassungsrechtlichen Bedenken. Ja, eben § 71c Bauordnung. Da werden grundlegend zwei verschiedene Kategorien von Bauvorhaben geschaffen. Nämlich Bauvorhaben im Allgemeinen und eben die von § 71c umfassten, die eben begünstigt sind. Da geht es um diese Ungleichbehandlung, wo eben der Gleichheitsgrundsatz ganz klar auch gebrochen ist. Und die Begünstigung besteht in einer umfangreichen eben Freischreibung im Endeffekt von den verschiedensten baurechtlichen Anforderungen, die bestehen. Oftmals vielleicht sogar zu hoch die Anforderungen, sie bestehen. Und da gibt es eine Ausnahme plötzlich. Und diese Differenzierung bedarf eben bei sonstiger Verfassungswidrigkeit einer sachlichen Rechtfertigung. Und all das haben wir auch in einem Gutachten vom Herrn Professor Hauer, der hier dieses Gutachten erstellt hat. Und ich sage dazu, entscheidend werden die Verfassungsrichter, klar. Ja, aber das Gutachten ist auch ernst zu nehmen. Und wenn wir zur sachlichen Rechtfertigung kommen, sehr geehrter Herr Professor Präsident Koppitz, dann müssen wir eben auch über die Rechtfertigung dieses illegalen Massenzuzugs sprechen, wofür eben dieses Gesetz gemacht ist. Darf ich aus dem Gutachten zitieren, sehr geehrter Herr Präsident, ja. Ich zitiere, es ist evident, dass das Gesetzänderungsvorhaben ausschließlich im Zusammenhang mit der jüngsten und noch andauernden Zulassung von illegaler Massenimmigration durch die Bundesregierung zusammenhängt. Diese illegale Massenimmigration ist jedoch weder völkerrechtlich noch unionsrechtlich noch noch innerstaatlichem Recht geboten, sondern wurde vielmehr von der Bundesregierung durch Nichtvollziehung bestehenden Asyl-, Grenzkontroll- und fremden Polizeirechts hingenommen. Ich zitiere weiter. Die daraus resultierenden Belastungen rechtfertigen jedoch sachlich keine Teilsuspendierung der Wiener Bauordnung, sondern würden vielmehr dazu verpflichten, dass die Bundesregierung umgehend den rechtlich gebotenen Asyl-, Grenzkontroll- und fremdenpolizeilichen Zustand wiederherstellt. Bei den in Rede stehenden Wanderströmen handelt es sich im juristischen Sinn entgegen der Sprachregelung der überwiegenden öffentlichen Meinung, das Thema Flüchtlinge, nicht um Flüchtlinge, sondern um der für Österreich geltenden, völkerrechtlichen, unionsrechtlichen und gesetzlichen Rechtsordnungen widersprechende Migrationsströme, die bereits bevor sie österreichisches Territorium erreichen, zahlreiche sichere Drittstaaten bzw. Dublin-Staaten durchquert haben. Und er bringt es auf den Punkt, eine gesetzwidrige Praxis der österreichischen Bundesregierung kann keine sachliche Rechtfertigung für eine Teilsuspendierung der Wiener Bauordnung liefern. Das sagt der Herr Professor Hauer zum Beispiel. Und es gibt sicherlich andere rechtsgelehrte Verfassungsrechtler, die ihm natürlich auch Recht geben. Und jeder Mensch mit ein bisschen Rechtempfinden und auch Hausverstand weiß ganz genau, dass diese Gesetzgebung, die heute oder morgen oder in den nächsten Tagen beschlossen werden soll, ganz klar alle Rechtsgrundsätze bricht, die man sich in Verfassungsrecht überhaupt vorstellen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, insbesondere den Gleichheitsgrundsatz. Insbesondere den Gleichheitsgrundsatz. Der zweite Punkt, den der Herr Hauer auch anspricht, dass der Gesetzesentwurf eben zumindest in zwei Punkten so unbestimmt ist, da geht es ja um ein Bestimmtheitsgebot auch, dass er Bedenken hinsichtlich des Determinierungsgebotes und des Legalitätsprinzips eben auch aufwirft. Das ist Artikel 18 BVG. Weil der Gesetzesentwurf knüpft nicht bloß an Naturereignisse und bestehende unionsrechtliche Verpflichtungen, sondern darüber hinaus auch an den eben nicht näher definierten humanitären Grund, der hier im Gesetz angeführt ist, im Absatz 1. Humanitären Gründe wird nicht näher definiert. Das legt aber jetzt der Behörde einen Ermessensspielraum in die Hand, der eigentlich unbegrenzt ist. Der Begriff ist nicht näher determiniert. Und das ist auch ganz klar eine unsachliche Formulierung. dieser Tatbestand von humanitären Gründen ist mit allen möglichen Inhalten befüllbar. Nach Belieben. Beliebigkeit. Willkür. All das ist möglich. Dieser Paragraf schafft im Endeffekt offene Türen für Willkür. Und das ist eigentlich eine Stadt, die sagt Demokratie und Menschenrechte sind wichtig. Unwürdig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wien will ja die Stadt der Menschenrechte sein. Wien will ja die Stadt der Menschenrechte sein. Das haben Sie ja beschlossen vor zwei Jahren. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich, die man nicht beschließen muss. Wir sind ja als Österreich Mitglieder der Europäischen Menschenrechtskonvention, haben das ratifiziert, aber Sie haben das beschlossen. Sie wollen das also besonders betonen. Aber Sie schaffen hier ein Gesetz, das Willkür Tür und Tor öffnet. Das Gesetz wollen Sie jetzt beschließen. Willkür. Das hat mit Menschenrechten überhaupt nichts zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist eine Schande. Und er schreibt eben weiter, der Gutachter, es ist genau diese unsachliche und ungenaue Formulierung im Gesetz, humanitäre Gründe, ein Einfallstor für subjektive Wertungen der Vollzugsorgane. Das heißt, die Vollzugsorgane, die Behörden, wer auch immer dann damit beschäftigt ist, kann im Endeffekt das bewerten, wie sie wollen. Humanitäre Gründe kann alles sein. Und das ist wirklich jetzt unsachlich und ist im Endeffekt ein erster Schritt zu einer Willkür, die dadurch ermöglicht wird. Und weiteres ermächtigt eben genau dieser Entwurf die Behörde, auf die Einhaltung der meisten Bestimmungen der Wiener Bauordnung zu verzichten. Ja, das kann da verzichtet werden. Braucht man nicht mehr. Rechtsordnung ist ausgeschaltet. Hauptsache roter Teppich für die sogenannten Flüchtlinge. Aber die Wienerinnen und Wiener schauen durch die Finger. Und so weiter und so fort. Ich kann Ihnen gerne dieses Gutachten auch zur Verfügung stellen. Aber ein weiterer Punkt ist es eben auch, dass bei Punkt 3 Nutzungs- und Baumaßnahmen sollen eben in diesen Fällen des Paragraph 71c selbst dann zulässig sein, wenn Sie subjektive öffentliche Nachbarrechte nach der Wiener Bauordnung verletzen. Ja, eindeutig mit dem Gesetz ja schon dieses subjektiven Nachbarrecht, in dem Sie einfach ausschalten. Auch das ist im Endeffekt ein klares Zeichen dafür, dass Ihnen jegliches Unrechtsbewusstsein irgendwie fehlt. Und Sie haben anscheinend kein Unrechtsbewusstsein. Sie sind geleitet von dieser, ich weiß nicht, fast zu einer Ersatzreligion. Ja, eine Ersatzreligion namens Willkommenskultur, wo Sie auf die Einhaltung der Rechtsordnung und der Verfassung, aber vor allem auf die eigenen Bürger in Wien total vergessen. Das ist Ihnen vollkommen egal. Willkommenskultur über alles, die eigenen Wienerinnen und Wiener sind egal. Das ist Ihre Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der nächste Punkt eben auch ganz klar aus diesem Gutachten, dass eben hier Bescheidbeschwerden an das Verwaltungsgericht Wien keine aufschiebende Wirkung haben. Der nächste Punkt, damit weicht eben genau diese Regelung von der Systementscheidung des § 13 Verwaltungsgericht Verzugsgesetz ab, der rechtzeitigen und zulässigen Beschwerden grundsätzlich, grundsätzlich aufschiebende Wirkung einräumt und umgekehrt den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung einer gesonnen behördlichen Entscheidung vorbehält. Und so weiter und so weiter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Argumente über Argumente. Sie sind aber anscheinend diesen Argumenten nicht zugänglich, weil Ihnen eben das Unrechtsbewusstsein fehlt, weil Sie anscheinend aus Ersatzreligion aufgrund Ihres sonstigen Versagens die Willkommenskultur entdeckt haben. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine Politik, die die Wiener und Wiener sicherlich nicht kodieren. Wir Freiheitliche kämpfen dafür, genau dafür, dass Willkür in Wien nicht passieren kann, dass es nicht sein kann, dass Nachbarschaftsrechte ausgehebelt werden und dass es nicht sein kann, dass subjektiv öffentliche Rechte einfach weggekehrt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden dieses Gesetz mit allen rechtlichen und politischen Mitteln verhindern. Dankeschön. Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Stürzenbecher. Bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Landesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich werde jetzt wieder zu einer sachlichen Debatte dieses Gesetzes zurückkehren und möchte auch daran anknüpfen, was Kollege Kohl gesagt hat, dass man ein gewisses Verantwortungsbewusstsein einfach in Krisensituationen braucht. Ich glaube, es ist unbestritten, dass wir in Europa über Gründe, die im Mittleren Osten und im Nahen Osten liegen, eine Krisensituation haben. Wer das bestreitet, lebt außerhalb der Welt. Und ich kenne auch niemanden, der das bestreitet, der sagt, das ist eh alles super, das könnte gar nicht besser sein, die weltpolitische Situation in diesem Bereich. Und die Notsituation, die es gibt, da hat sicher Wien keinen Anteil daran. Wir haben weder irgendeinen Anteil an den Gründen, die zu den Kriegen und zu den grauenhaften Verhältnissen im Nahen und Mittleren Osten geführt haben. Wir haben uns daran sicher nicht beteiligt. Und wir sind als Binnenbundesland, die keine Außengrenze hat, auch als Land und als Stadt nicht in der Lage zu kanalisieren, wie viele Flüchtlinge zu uns in unsere Stadt kommen. Wofür wir aber schon sagen, ist, dass bei uns das Prinzip Ordnung und Humanität herrscht. Das ist das Wichtigste und das wird durch dieses Gesetz unterstrichen. Es ist eine verantwortungsbewusste Gesetzgebung, durchdacht, ausgewogen und man reagiert auf aktuelle beziehungsweise potenzielle Ereignisse, wie gesagt auf eine Notsituation, aber die bewältigbar ist, wenn man es vernünftig macht. Und wir machen es vernünftig. Und wenn man hier nur mit ÖVP und FPÖ hergeht und versucht sozusagen da wieder Nebelgranaten zu werfen und unzählige falsche Behauptungen in die Welt zu setzen, die alle leicht widerlegbar sind, dann ist das eben auch eine Form der Politik anders. Die NEOS, die haben sich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Wir haben auch Gespräche geführt. Wir sind letztlich nicht zu einer vollkommenen Übereinstimmung gekommen. Auch deshalb, weil die Vorschläge, die die NEOS gemacht haben, unserer Ansicht nach vielleicht eher in Richtung gegangen wären, dass es dann schwerer verfassungsrechtlich argumentierbar ist. Das heißt eben, wenn man eine Durchmischung von Personen in Notsituationen mit Personen, die nicht in Notsituationen sind, hier machen würde. Aber das ist wahrscheinlich für die zwei Parteien eine zu defizile, weil sachliche Diskussion. Tatsache ist, dass es hier überhaupt nicht um Wohnungen geht. Ja, das muss man auch einmal sagen. Wenn dauernd gesagt wird, Versäumnisse der Wohnbaupolitik, die Wiener Wohnbaupolitik ist auch heute und ist es seit Jahrzehnten und wird es auch in den nächsten Jahren sein, ein Vorbild für nahezu alle anderen Großstädte und wir haben nicht umsonst immer wieder Delegationen aus allen auch erfolgreichen und auch hochentwickelten Ländern dieser Welt, die sich bei uns unsere Wohnpolitik anschauen. Also es gibt keine Krise der Wohnpolitik, sondern es gibt die Notwendigkeit nach einer vorübergehenden Einrichtung zur Unterbringung von Personen und so heißt auch der Paragraf 71c vorübergehende Einrichtungen zur Unterbringung von Personen. Und Unterbringung von Personen heißt eben, und das sage ich jetzt für die Zuseher im Internet, lese ich den Paragraf 71c Absatz 1 vor, soweit dies zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren Anzahl von Personen aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen, insbesondere Naturereignissen oder aufgrund völkerrechtlicher und unionsrechtlicher oder Verpflichtungen der Gemeinde bzw. des Landes gegenüber dem Bund oder aus humanitären Gründen notwendig ist, ist die Nutzung von Bauwerken und die Durchführung von Baumaßnahmen nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig. Das ist der Kern und dann wird mit drei Stufen eine Stufe bis sechs Monate, da ist Raschheit im Vordergrund und naturgemäß das Rechtsschutz der Hilfe im geringeren Ausmaß gegeben. Dann die Stufe zwei bis fünf Jahre, schon eindeutig wieder mit wichtigen Rechtsschutzbedürfnissen hier 15 und die Stufe drei bis 15 Jahre, wo selbstverständlich auch Anrainerrechte gewahrt werden können. Aber dazu komme ich später noch unter eben keiner aufschiebenden Wirkung. Und das werde ich dann später auch noch ausführen, warum das auch notwendig und richtig ist. Aber Tatsache ist jedenfalls, dass diese drei Stufen genau abgestimmt auf die jeweilige Notwendigkeit für Unterbringungen von Personen sorgen und erfolgreich dafür sorgen werden. Und es ist auch so, dass zum Beispiel im Absatz zwei auch für die Stufe eins steht, sofern auf die allgemeinen Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die Hygiene und Gesundheit sowie die Nutzungssicherheit bedacht genommen wird. Also auf all das muss Bedacht genommen werden. Also aus daran sieht man schon, dass das ein seriöses Gesetz ist. Und dann zur Verfassungskonformität. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass das Gesetz verfassungskonform ist. Sonst hätten wir es ja nicht so ausgearbeitet, so wie es hier vorliegt. Man kann natürlich bei jedem Gesetz, das hier beschlossen wird und bei jedem Gesetz, das im Nationalrat beschlossen wird, bleibt eine Restunsicherheit, weil, wie Sie den Spruch kennen, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Also das ist nie ganz ausgeschlossen, dass irgendwann ein Gesetz aufgehoben wird. Nur wir bemühen uns eben die Wahrscheinlichkeit, dass es verfassungsrechtlich hält, so hoch wie nur möglich zu machen. Und genau so schaut das Gesetz aus und das ist gut so. Und weil Sie gesagt haben, die anderen Bundesländer. Also was machen natürlich Legisten eines Apparates von so hoher Qualität, wie es eben die Wiener Legisten und Juristen sind, die für uns arbeiten. Die schauen sich natürlich an, was ist in anderen Bundesländern in ähnlicher Weise schon geschehen. Da kann man sagen, Oberösterreich hat schon ein Gesetz aufgrund ähnlicher Situation beschlossen. Salzburg hat ein ähnliches Gesetz beschlossen. Vorarlberg hat ein ähnliches Gesetz beschlossen. Niederösterreich noch nicht, weil früher da irgendwas mit Niederösterreich verglichen worden ist. Niederösterreich kann man noch nicht vergleichen, weil die noch nicht nachgezogen haben. Aber Faktum ist, dass besonders das oberösterreichische Gesetz quasi von unseren Legisten als Vorbild genommen wurde. Und das oberösterreichische Gesetz ist auch schon vor dem Verfassungsgerichtshof, weil das auch angefochten worden ist, gestanden und wurde vom Verfassungsgerichtshof bestätigt. Also ich würde bei der ÖVP zumindest einmal beim Bühringer nachfragen, warum eigentlich der den liberalen Rechtsstaat abschafft. Das würde ich einmal nachfragen, ja, beim Herrn Bühringer. Und weil es nicht befristet ist, würde man vielleicht einwerfen. Gesetze befristen ist grundsätzlich eher Unsinn. Ja, weil man kann ein Gesetz sowieso als Gesetzgeber jederzeit abändern. Man kann sie jederzeit zu einer Landtagssitzung treffen, was wieder abschaffen. Aber warum soll man es von Haus aus befristen, wenn es auf Notsituationen abgestellt ist? Wenn keine Notsituation ist, braucht man es eh nicht. Und wenn eine Notsituation ist, dann braucht man es. Dann wäre es doch blöd, wenn man es auf fünf Jahre befristet beispielsweise. Und nach fünfeinhalb Jahren hast du wieder eine Notsituation, müsste man wieder ein neues Gesetz beschließen. Ist doch besser, man hat es gleich auf Dauer, wie es bei Gesetzen üblich ist. Und ändert es dann, wenn eine neue Situation gegeben ist als seriöser Gesetzgeber. Also das ist jedenfalls so, wie wir den Zugang haben. Zu den Neos habe ich schon gesagt, es wäre wahrscheinlich, wenn man diese... Wir sind grundsätzlich immer in der Politik, in der Wohnpolitik für die soziale Durchmischung. Wir sind für die regionale Durchmischung. Das sind positiv besetzte und richtige Parameter unserer Wohnpolitik. Aber hier eine Durchmischung sozusagen durchzuführen zwischen Personen, die in Notsituationen sind und quasi anderen, die nicht in der Notsituation sind, würde natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht vor dem Verfassungsgerichtshof hält, erhöhen. Weil es eben alles auf eine Notsituation abgestellt sein muss, damit eben diese Maßnahmen, die mit viel Vernunft und Seriosität hier Eingang gefunden haben, ihre Rechtfertigung haben. Und das muss man einfach deshalb so machen, wie wir es hier nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt haben. Und dass die ÖVP jetzt schon bei den Pressekonferenzen nur mehr ein kleines Beiwagen der FPÖ ist, muss ich mit sich selber ausmachen. Ich könnte jetzt natürlich noch ganz genau die einzelnen Absätze jeweils, weil auch gesagt worden ist, es gibt keine Erläuterungen. Es gibt Erläuterungen und eine Begründung. Aber ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren. Im Wesentlichen habe ich auch schon... Ein ganz wichtiger Punkt ist das mit der aufschiebenden Wirkung, weil das ist sozusagen das Einfallstor, mit dem man versucht, hier angeblich rechtsstaatliche Defizite zu sehen, was ja nicht der Fall ist. Die aufschiebende Wirkung kommt in unserer Rechtsordnung sehr häufig vor und ist auch vorgesehen. Dass die aufschiebende Wirkung nicht zum Tag kommt, ist auch vorgesehen. Und hier darf ich folgende Beispiele nur anwenden. Als erstes einmal im Lichte des Rechtsstaatsprinzips verweise ich darauf, dass der Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis vom 12.03.2015 Geschäftsjahr sowieso keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Bestimmung der oberösterreichischen Bauordnung § 56 hat. Und gesagt hat, dass diese nicht im Widerspruch zum Rechtsstaatsprinzip und dem daraus abgeleiteten Prinzip der Effektivität des Rechtsschutzes bestehen. Also Oberösterreich ist in dieser Hinsicht schon bestätigt worden. Weitere Beispiele für den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung in der Rechtsordnung. Jetzt wird es ein bisschen juristisch, aber es ist, glaube ich, nur sein Kernpunkt, da hier auch der Kernangriff ist. Und deshalb möchte ich es ein bisschen ausführen. Zum Beispiel im § 16 des Gesetzes über das Bundesamt für Fremdenwesen und Asylverfahrensgesetz sind Beschwerden gegen eine Entscheidung dieses Bundesamtes auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird, ohne aufschiebende Wirkung. Ist von anderer Seite auch kritisiert worden, aber es kommt jedenfalls vor und war wahrscheinlich hier sinnvoll und notwendig. Und ebenso findet man es in so ganz, gar nicht so alltäglichen Gesetzen, sogar im Zahnärztegesetz bei der Untersagung der Berufsausübung gibt es keine aufschiebende Wirkung. In § 10 Absatz 7 und § 96 Absatz 3 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, sofort in den Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen aus der aufschiebenden Wirkung, ebenso im Denkmalschutzgesetz, ebenso bei der Entziehung der Gewerbeberechtigung, ebenso im § 17 Strahlenschutzgesetz und so weiter und so fort könnt ihr alles Mögliche noch aufzählen. Auch unionsrechtliche Vorgaben haben uns diese Verzicht auf die aufschiebende Wirkung vorgeschrieben, im § 44a Postmarktgesetz, im § 121 Telekommunikationsgesetz, im § 84 Eisenbahngesetz und so weiter und so fort könnte ich noch fortfahren. Einige Länder haben, aber das will ich inhaltlich nicht positiv beurteilen, aber nur als Tatsache, dass es oft vorkommt, bei den Mindestsicherungsgesetzen sogar die aufschiebende Wirkung ausgeschlossen, bei gewissen Beschwerden. Das, wie gesagt, nehme ich jetzt nicht als positives Beispiel, sondern nur als Beweis dafür, dass es in der Rechtsordnung sehr, sehr oft vorkommt. Und folgedessen, wenn Sie glauben, dass der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung, wie er in diesem Gesetz sehr seriös eingearbeitet worden ist, zur Verfassungswidrigkeit führen würde, dann sind Sie da mit hoher Wahrscheinlichkeit am Holzweg. Das muss einmal gesagt werden. Also es gibt keinen Angriff auf den liberalen Rechtsstaat. Das ist vollkommen absurd. Es bleiben Anrainerrechte in ausgewogenem Maß, wie es eben hier in diesem dreistufigen Vorgehen festgelegt ist, erhalten. Und es ist übrigens auch, weil das auch ein vielleicht interessanter Einwand der Nähe war, aber man hätte ja viel mehr anderes auch noch novellieren können. Erstens ist es ja nicht ausgestattet, dass wir das gemeinsam erarbeiten in der Zukunft. Aber ich möchte schon auch dazu sagen, dass wir in letzter Zeit, in den letzten Jahren außerordentlich viele Bauordnungsnormen gemacht haben, die sehr positive Reformen waren. Bereits in zwei vergangenen Bauordnungsnormen wurden Verfahrensvereinfachungen normiert, sodass bestimmte Bauausführungen nicht mehr Baubewilligungen, sondern nur mehr anzeigepflichtig waren. Und darüber hinaus ein Katalog von Bauführungen aufgenommen wurde, die weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige bedurften. Also der Abruf von Bauwerken zum Beispiel außerhalb von Schutzzonen. Also das haben wir schon gemacht. Oder die letzte große Bauordnungsnovelle in der letzten Gesetzgebungsperiode. Da haben wir den Zubau von Außenaufzügen und von Balkonen und auch den Verzicht auf verpflichtende Notkamine. Die Dachgeschossausbauten und Aufkrabungen haben wir erleichtert. Verfahrensvereinfachungen beschlossen. Den Entfall zur Vorlage von Grundbuchauszügen beschlossen. Bewilligungsfreistellung von geringfügigen Änderungen von bewilligten Anlagen beschlossen. Herr Kollege Gara, da waren Sie leider noch nicht im Haus. Deshalb müssen Sie das auch nicht alles wissen. Aber jedenfalls, wir haben sehr, sehr viel schon gemacht und auch die Organisationsreform der Baupolizei hat ja signifikant positive Auswirkungen gehabt. Also wir haben sehr viel novelliert, wir haben sehr viel modernisiert, wir haben sehr viel Bürokratie bisher schon abgebaut. Aber das ist jetzt sozusagen eine neue Situation für eine Notsituation. Und hier haben wir wirklich auch nach bestem Wissen und Gewissen uns dieser Aufgabe gestellt und versuchen natürlich das umzusetzen, was notwendig ist für diese Stadt und für dieses Land und für die Bewohner und Bewohnerinnen, die hier leben. Und da können wir uns nicht durch Oppositionsaktivitäten, die sicher, die Kollegin Meindl-Reisinger, die Frau Kruperfrau hat es als kindisch bezeichnet, könnte mich durchaus anschließen. Man könnte es auch noch mit anderen Bezeichnungen versehen. Will ich aber gar nicht. Es ist auch, wenn Sie es so machen wollen, wie Sie es machen, Ihr gutes Recht. Aber wir als Regierung, als rot-grüne Regierung, haben die Aufgabe, für positive Lebensverhältnisse in dieser Stadt zu sorgen. Und das passiert mit diesem Gesetz weiter. Und in Notsituationen muss man rasch reagieren. Deshalb ist das mit den sechs Monaten sehr auf Raschheit aus. Das mit fünf Jahren ist ja dann schon. Man kann übrigens von einem aufs andere dann überleiten. Wenn man nach sechs Jahren, sechs Monaten, kann man es auflösen, weil man es nicht mehr braucht. Oder man kann natürlich das dann unter den strengeren gesetzlichen Bestimmungen auf fünf Jahre übergehen. Und wenn man es dann noch weiter braucht auf 15 Jahre, das ist sozusagen eine gewisse Flexibilität, die auch vielleicht Investitionen dann nicht kaputt werden lässt. Also das ist natürlich mit auch ein Faktor. Aber jedenfalls im Interesse der Wienerinnen und Wiener hat man auf eine Notsituation richtig reagiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam hier beschließen werden. Die Aufregung darüber ist künstlich und künstlicher beigeführt. Und das sind auch politische Nebelgranaten. Das kann man als Opposition machen. Ist aber nicht seriös und nicht sachlich. Das beweist auch, dass die, obwohl letztlich nicht zustimmend, die Neos das ganz anders sehen als ÖVP und FPÖ. Und es ist ein gutes, vor allem notwendiges Gesetz, um in schwierigen Situationen professionell und human mit dem Ordnungsprinzip auf eine Situation, auf eine schwierige Situation zu reagieren. Und ich glaube, man kann wirklich mit gutem Gewissen diesem sachlichen Gesetz zustimmen. Dankeschön. Als nächster Redner ist Herr Abgeordneter Diplom-Inschiner Dr. Gara gemeldet. Entschuldigung, ich habe gedacht, das hat die vorige betroffen. Bitte, eine tatsächliche Berichtigung von Abgeordneten Bafkowitz. Drei Minuten. So, sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine tatsächliche Berichtigung zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Dr. Stürzenbecher, der hier unter Bezugnahme insbesondere auf die Gesetze, auf ähnliche Gesetze in Oberösterreich und in der Steiermark Bezug genommen hat und gemeint hat, oder Oberösterreich, nehmen wir Oberösterreich und hier gesagt hat, das hat vor dem Verwaltungsgerichtshof gehalten, Entschuldigung, vor dem Verwaltungsgerichtshof gehalten. Der wesentliche Unterschied dieser Bestimmung, und auf das möchte ich hinweisen, sie hat deswegen gehalten, weil das eben tatsächlich eine Notstandsbestimmung ist und wie es in § 3 dieses sogenannten Oberösterreichischen Unterbringungssicherstellungsgesetzes heißt, das ist jenes Gesetz, das kurzfristig Bauwerke und Anlagen zur Unterbringung ermöglicht hat, sehr kurzfristig und im Gesetz steht ganz zum Schluss, dieses Landesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 2016 außer Kraft. Und etwas Ähnliches, und etwas Ähnliches haben wir auch in der Steiermark, Sie haben es nicht erwähnt, aber nur der guten Ordnung halber, auch dort gibt es ein ähnliches Gesetz, ein Notstandsgesetz, das die Unterbringung mittlerweile ermöglicht, aber auch hier gibt es ein Ablaufdatum, weil es nämlich im letzten Punkt dieses Landesgesetzblattes vom 22.09.2015 heißt, dem § 120a wird folgender Absatz 19 zugefügt, das ist also dort, wo diese Notstandsregelung drinnen ist und der lautet in der Steiermark, mit Ablauf des 31. Dezember 2017 treten diese Bestimmungen außer Kraft und in Hamburg und in den anderen Städten ist es auch so, da treten alle diese Notstandsregelungen 2017 außer Kraft und das ist der entscheidende Unterschied und dieser Unterschied soll doch herausgearbeitet werden bei der Verfassungswidrigkeit. Es geht hier darum, dass die einen Sachen halten, weil hier der Notstand ganz klar so erkannt wurde und das andere in Wien eben 15 Jahre gelten soll. Danke für die tatsächliche Berichtigung jetzt aber, Herr Abgeordneter, Dr. Gara ist einmal. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrte Damen und Herren im Livestream, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben das jetzt mehrmals gehört und ich stimme dem auch zu, wir haben gehört, dass Krisensituationen brauchen besondere Mittel und das ist etwas, was wir unterstützen. Krisensituationen brauchen auch eine konstruktive Politik, brauchen auch eine verantwortungsvolle Politik, auch das ist etwas, was wir unterstützen. Das ist auch der Grund, warum wir sehr wohl in dem Zusammenhang dieser Novelle letztendlich auch mit Rot-Grün gesprochen haben, um letztendlich auch unsere Ideen hier entsprechend einzubringen und ich denke, das ist genau der Unterschied, den hier am Beispiel auch die ÖVP macht. Und wenn der Herr Blümel von einem Schlingelkurs spricht, dann muss ich schon sagen, ja, ich verstehe schon, dass sich der Herr Blümel Sorgen macht um die ÖVP Wien und ich verstehe schon, dass die ÖVP Wien mittlerweile eher so etwas wie eine Teilmenge, die ÖVP eine Teilmenge der FPÖ Wien geworden ist, das verstehe ich. Und ich verstehe auch, dass es nicht immer der Fall ist, dass man konstruktive Politik macht, wenn man auch wenig Inhalte zu bringen hat. Deswegen und gerade deswegen hier gibt es uns Neos. Ich möchte auch ein Beispiel im Umgang mit Krisen schon noch ein bisschen über den Tellerrand hier blicken und ein bisschen auch nach Kärnten blicken. Ich halte das auch für wichtig, denn bei der Hypopleite kann man ja fast wie bei einem Fußballspiel sprechen. Aufgelegt durch die FPÖ, versenkt durch die ÖVP. Und das ist nämlich schon auch ein wichtiger Punkt, wenn wir über Krisensituationen letztendlich sprechen. Und wir haben tatsächlich eine Situation in Wien, die erfordert besondere Maßnahmen. Wir haben letztes Jahr, 2015, knapp 43.000 Menschen sind nach Wien gezogen. Davon muss man sagen, ein Drittel Österreicher, ein Drittel aus dem EU-Ausland und ein Drittel Flüchtlinge. Und wir wissen heute sicher noch nicht, wie viele Menschen noch nach Wien ziehen werden. Aufgrund verschiedenster Ausgangssituationen und aufgrund verschiedenster Problemlagen. Und daher, ja, brauchen Krisen besondere Mittel. Aber ich komme hier zu dem Aber. Und das ist sozusagen der erste Punkt, mit dem kann ich nicht wirklich gut umgehen. Dieses Aber bezieht sich einmal auf diese 15 Jahre. Denn ich verstehe schon, dass es temporäre Notsituationen gibt. Deswegen bin ich mit den sechs Monaten, was Container betrifft, Leichtbauweise betrifft, absolut einverstanden. Ich verstehe auch, dass man das verlängern muss, nicht vielleicht ein halbes Jahr, sondern zwei, drei Jahre, vielleicht maximal fünf Jahre. Das verstehe ich unter temporär. Aber ich glaube, keiner hier, und auch die Wienerinnen verstehen den Begriff temporär mit 15 Jahren nicht. Und ich habe Ihre Ausführung, Schürzenbacher, und die Argumentation, 15 Jahre, das funktioniert aber so nicht. Und warum wird das so nicht funktionieren? Weil, wenn wir tatsächlich in dieser Krisensituation diesen Wohnraum schaffen für Menschen, die wirklich den Bedarf haben, für Menschen, die auch unter menschenwürdigen Bedingungen leben müssen, und deswegen müssen wir auch Vorsorge treffen für Flüchtlinge, bedeutet das allerdings 15 Jahre in Wien, und das wissen wir, ist eigentlich fast Ewigkeit. Und das ist mein Problem. Weil 15 Jahre ist nicht mehr temporär. Und das Problem ist, dass 15 Jahre viele Menschen einfach nicht verstehen. Das ist einer der Gründe, warum wir dem in dieser Novelle in der Form auch nicht entsprechend zustimmen können. Wir brauchen hier, und der Herr Stürzenbacher hat gesagt, nein, ein Gesetz kann man nicht limitieren. Und wir sagen, ja, ein Gesetz kann man schon limitieren. Ich halte das auch für notwendig. Wenn es eine Krisensituation ist, braucht man andere Mittel, andere Formen der Gesetzgebung und letztendlich auch ein entsprechendes Sunset Clause, die sagt, okay, nach fünf Jahren oder nach drei Jahren oder wann auch immer, ist das entsprechend auch limitiert. Wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen, und hier war durchaus auch ein vernünftiger Vorschlag, zu sagen, na gut, wir evaluieren das nach drei Jahren, ich halte das auch für vernünftig, um einfach tatsächlich die Probleme zu sehen, die hier letztendlich kommen. Wir müssen uns mit dem auch konstruktiv auseinandersetzen. Aber die 15 Jahre gehen aus meiner Sicht viel zu weit. Ja, wir sind aufgefordert zu handeln. Ja, wir haben auch Büroflächen in Wien. Wir haben genug Immobilien, Gewerbeimmobilien oder Bürobauten in Gebieten, die als Gewerbe gewidmet sind. Knapp 700.000 Quadratmeter Büroflächen, die haren anderer Nutzung. Und das dauert im jetzigen Recht einfach wahnsinnig lange. Und ich kenne genug Bauträger, die sagen, wir würden sofort hier ansetzen und auch damit beginnen, das entsprechend umzubauen und zu nutzen. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum man nicht diese erste Möglichkeit ergreift, wenn es um temporäre Notlösungen geht, nicht diese erste Möglichkeit ergreift und sagt, okay, die bieten auch entsprechend um. Ich glaube, da hätten wir für diese erste kritische Phase genug Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben noch einen anderen Vorteil bei der Geschichte, nämlich das Thema der Nachbarschaftsrechte. Auch dann ist die Situation deutlich weniger kritisch. Und es ist eine intelligente, vernünftige Zwischennutzung. Es sind sehr viele Unternehmen an mich herangetreten, die gesagt haben, okay, wir hätten hier Möglichkeiten, auch etwas entsprechend kostengünstiges zu bauen. Wir verstehen auch, dass die Zuteilung staatlich organisiert ist. Christoph Kohr hat das zuerst auch präzisiert, dass es bei der staatlichen Organisation eben um die Zuteilung geht und nicht um den Bau. Das halte ich für wichtig. Ich hätte mir allerdings auch gewünscht, dass diese Präzisierung letztendlich auch im Gesetz festgehalten wird, weil sie Interpretationsspielraum hat und damit letztendlich ein Gesetz wieder sehr vage erscheinen lässt und wieder einen enorm hohen Interpretationsbedarf hat. Das heißt, ja, nicht immer liegt in der Kürze auch die Würze. Es ist kurz geschrieben, das ist richtig, aber es fehlen einfach sehr viele Interpretationen. Und deswegen haben wir uns eigentlich auch gewünscht zu sagen, na gut, ich halte es schon für wichtig, hier vorzeitig ein entsprechendes Gutachten, verfassungsrechtliches Gutachten zu machen, um einfach Sicherheit zu bekommen. Ich weiß schon, dass das dann noch nicht der letzte Schluss ist und dass das ein Gericht auch entsprechend ändern kann, aber nichtsdestotrotz, es schafft Sicherheit. Und wenn wir von Krise sprechen, ist für mich der wichtigste Punkt, und das wird Ihnen jeder Krisenmanager sagen, ist, das Erste heißt, anerkennung, was wir in der Krise sind. Das Nächste heißt, absolute Transparenz. Und das ist etwas, was letztendlich, glaube ich, hier alle in diesem Haus ordnen, ich aber oft das Gefühl habe, dass es in der Realität nicht passiert. Und wir haben das gesehen bei verschiedenen Flüchtlingsheimen, dass wir am Anfang doch nicht die Information bekommen haben, wie viele Menschen sind denn das. Denn Intransparenz schafft Angst. Und Intransparenz schafft auch die Möglichkeit, dass letztendlich andere auf diesen Zug aufspringen und das für ihre Zwecke und ihre Kräfte nutzen. Und das ist etwas, was ich mir von einer verantwortungsvollen Stadtregierung schon erwarte. Nämlich wirklich klar zu sagen, okay, wir haben diese Krise, wir wollen das aber auch möglichst transparent gestalten. Warum dann ein solches Gesetz relativ kurzfristig auf der Tagesordnung des Bauausschusses? Das muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Denn eigentlich hätte man das rechtzeitig einbringen können und auch rechtzeitig diskutieren können und letztendlich schon auch, sage ich, die Risken dieses Gesetzes und die Risken, die jetzt auch in der Kommunikation nach außen entstehen, weil die Menschen verunsichert sind, weil die Menschen Angst haben, das schürt zusätzliche Ängste. Und ich erwarte mir im professionellen Krisenmanagement einfach eine andere Vorgangsweise. Das erwarten wir uns näher aus und das ist etwas, was wir jetzt immer wieder einfordern werden. Wir verstehen das Problem, wir verstehen allerdings nicht die entsprechende Vorgangsweise. Das heißt für uns ganz klar, und das ist für uns wichtig, ein ausführliches verfassungsrechtliches Gutachten. Das hätte zumindest eine gewisse Abklärung entsprechend geholfen. Es erinnert mich ja eigentlich an die Diskussion um die Obergrenze für die Asylanträge, die ja SPÖ und ÖVP bereits im Jänner eingebracht haben, ausgerufen haben, gesagt haben, wir brauchen hier kein, also letztendlich schon im Gutachten beauftragt haben, aber letztendlich nicht zugewartet haben. Und seit gestern ist das ziemlich klar, dass das in dieser Form eigentlich nicht halten kann. Das heißt, die Vorgangsweise halte ich schon für vernünftig, hier rechtzeitig darauf zu schauen. Und wie ich schon gesagt habe, in dieser Form bekommt diese Bauordnungsnovelle einfach einen negativen Spin, eine Unsicherheit, die Ängste schürt, und eigentlich wollen sie ja genau das Gegenteil von dem erreichen. Und ich frage mich auch überhaupt, auch auf einer Bundesebene, warum stimmt man entsprechende Landesgesetze, was diese Krisensituation betrifft, nicht entsprechend ab? Warum akkordiert man die nicht? So hat jedes Bundesland wieder seinen eigenen Fleckerlteppich. Und wir haben einen massiven Interpretationsspielraum und eine massive Rechtsunsicherheit. Natürlich brauchen wir eine schnelle, praktikable Lösung. Aber, und das hat mein Kollege schon vorher gesagt, letztendlich ist diese Novelle, adressiert ja nur einen Teil des Problems. Denn insgesamt geht es schon auch um eine nachhaltige Entbürokratisierung der Bauordnung. Dazu werden wir auch einen Antrag einbringen, hier entsprechende Novellierung beschäftigt. Wir halten das für extrem wichtig. Und da komme ich zum nächsten Punkt, was ich nicht verstehe, und ich habe das schon in der Früh dem Stadtrat Ludwig als Frage gestellt. Warum geht man hier nicht mit einem Gesamtplan vor? Warum sage ich nicht, okay, für die nächsten zwölf Monate haben wir uns eine umfassende Novellierung der Bauordnung vorgesehen. Für die nächsten zwölf Monate wollen wir wirklich schauen, was können wir tatsächlich entrümpeln. Und die Phase 1 ist dieser Paragraf 71c für die unmittelbare Notmaßnahme. Auch das wäre in der Bevölkerung anders angekommen, weil man hier sieht, hier ist man grundsätzlich auch interessiert, eine gesamthafte Erleichterung zu erreichen und letztendlich nicht nur das unter dem Titel der Notmaßnahme zu stellen, die auf 15 Jahre temporär vorübergehend beschränkt ist. Und vielleicht nur ein Gedanke dazu. Stellen Sie sich vor, mit dieser Novelle können jetzt Bauten mit einer Bestandsdauer von bis zu 15 Jahren errichtet werden. Die Behörde kann ja von der Einhaltung der Bauordnung entsprechend absehen. Würde man jetzt ein Gebäude länger nutzen wollen, dann müsste einfach ein Bauverfahren nachgeholt werden. Aber welche gesetzliche Grundlage gilt dann? Die der Bauordnung von heute oder die einer zukommenden novellierenden Bauordnung zwischendurch? Meistens ist es natürlich immer die neuere, das ist klar. Das heißt, bitte? Ja, das ist immer so. Nur die Situation bedeutet, dass jemand natürlich jetzt sagen kann, na gut, das ist für mich eine interessante Option. Ich beginne jetzt umzubauen in einer Form und ich orientiere mich dann letztendlich auch nach einem anderen Rechtsverfahren. Das heißt, letztendlich ist hier schon ein Punkt für mich, dass wir diese Krise auch als Chance nützen müssen, insgesamt zu einer Entrümpelung der Bauordnung. Denn gewisse Dinge sind ja nicht verständlich. Denn beispielsweise können Sie ja heute in Gewerbegebieten sehr wohl auch gewerblich genutzte Beherbergungsbetriebe unterbringen. Das heißt, de facto verstehe ich das nicht. Sie können dort ein Hotel machen, aber Sie haben nicht die Möglichkeit, sofort Bürogebäude umzuwidmen in Wohnraum. Das ist vollkommen unlogisch. Also warum eine solche Situation? Das heißt, hier sind sehr viele Dinge, die einfach nicht mehr zusammenpassen. Und deswegen ist quasi ein zusätzlicher Paragraf, den ich hier einführe, den ich begründe mit einer Notmaßnahme, der aber letztendlich lange wirkt, nämlich auf 15 Jahre hin wirken kann, nicht kompatibel und schafft mehr Rechtsunsicherheit. Das ist einer der Gründe, warum wir dem eigentlich nicht zustimmen können. Ein weiterer Punkt war, dass die Thematik hinsichtlich Grünland zwar vom Kollegen Krohr her entsprechend ausgeschlossen wurde, aber auch da würde ich mir eine Präzisierung entsprechend wünschen. Und letztendlich, dann hätte man dieses Problem und diese Diskussion auch vom Tisch wischen können, rechtzeitig. Denn es ist vollkommen klar, dass man versuchen wird, dort entsprechende Projekte und Bauten zu errichten, wo es natürlich möglichst wenig Anrainer gibt, das heißt möglichst wenig Konflikte. Und da haben wir natürlich eine Reihe von Grünlagen, die problematisch sein könnten. Denn wenn das erst einmal auf 15 Jahre benutzt würde, dann hätten wir natürlich eine große Schwierigkeit zu sagen, gut, das kann ich dann entsprechend nicht mehr weiter nutzen. Und eine entsprechende Umwidmung würde demgemäß auch nicht mehr funktionieren. Ein ganz wichtiger Aspekt, vor dem ich wirklich warne, ist, die ausschließliche Nutzung rein für Flüchtlinge schafft isolierte Flüchtlingsghettos. Und das ist etwas, was wir massiv ablehnen. Denn bei uns heißt das Integration von der allerersten Minute. Und die Integration von der allerersten Minute anderen Menschen zusammenzuleben. Andere, die auch einen entsprechenden Wohnbedarf haben. Ich weiß jetzt, und ich finde das auch sehr gut, dass letztendlich durch unseren konstruktiven Dialog hier auch das Wort überwiegend eingefügt wurde. Überwiegend heißt, dass letztendlich die Nutzung auch anderen zugutekommen kann. Sind es Lehrlinge, sind es Studenten, die kurzfristig aufgrund ihres Ausbildungsstatus einen Wohnbedarf haben. Das finden wir entsprechend gut. Ursprünglich war das ja nicht vorgesehen. Ich habe das letztendlich auch schon im Bauausschuss entsprechend moniert. Das heißt, für uns ist ganz, ganz wichtig die Mischfähigkeit. Und wir müssen hier einfach weiterdenken. Wir müssen hier in campusartigen Strukturen letztendlich denken. Weil wir sprechen hier von langfristigen Bauten. Wir sprechen hier letztendlich von langfristigen Wohnen. Zuerst wurde der Begriff des Wohnens nicht mehr erwähnt, weil es der Herr Stürzenbücher gemeint hat, naja, es sind ja eigentlich keine Wohnungen in diesem Sinne, sondern es ist eigentlich kurzfristig gedacht. Aber wenn jemand 15 Jahre an einem Ort, sich an einem Ort auffällt, dann würde ich ja schon von Wohnen sprechen und nicht nur von einer vorübergehenden Nutzung. Daher, diese Mischfähigkeit ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt. Multifunktiale Nutzung, weil letztendlich das die Basis für die Integration ist. Und es geht ja hier, wie schaffen wir hier über die nächsten Jahre ein gutes Zusammenleben. Und wie schaffen wir es hier, diese Eskalationsstufen, die immer wieder passieren werden, wo auch immer getrieben, politisch unterstützt, die entsprechend auch abzubauen. Daher ist uns dieser Aspekt extrem wichtig. Und es wurde zuerst gesprochen vom Thema der Spekulation. Naja, oder wir wollen keine Geschäfte machen, wie es Christoph Kohr ausgedrückt hat. Das sehe ich auch so. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass durch diese Novelle die Spekulation unterbunden wird. Weil letztendlich wissen schon viele und sagen, na gut, jetzt werden gewisse Objekte vielleicht schon sehr interessant, weil die ließen sich dann sehr wohl auch umbauen. Und die Preise am Markt steigen auch diesbezüglich. Das geht relativ schnell. Und daher ist es schon auch wichtig zu sagen, in welche Richtung wollen wir jetzt tatsächlich gehen. Ich halte es aber für extrem wichtig, dass die staatliche Organisation, und Sie haben es auch schon zuerst gesagt, eben nicht nur, dass die nur beschränkt ist, letztendlich auf die Zuteilung, nicht aber auf den Bau. Weil ich glaube, hier gibt es sehr viele Wohnbauträger, die sich auf dieses Themas annehmen würden und die auch hier entsprechend gute Lösungen haben, wie man langfristig günstigen Wohnraum schafft, der letztendlich gemischt genutzt werden kann. Ein ganz wichtiger Aspekt von uns. Das heißt, unsere vier Forderungen, die wir hier eigentlich sehr stark an diese Wohnbautnovelle haben, ist, dass diese kurzfristige Nutzung mit sechs Monaten, der würden wir in diesem Sinne auch zustimmen. Das ist absolut notwendig. Ist auch das, was jetzt ja die gelebte Praxis ist, wo der Fonds Soziales Wien auch gemeinsam mit der Baupolizei einfach eine Lösung gefunden hat, das für sechs Monate entsprechend zu machen. Aber für uns ist extrem wichtig, das Thema Erleichterung der gemischten Nutzungen. Das muss funktionieren. Sonst werden Sie als nächste Krise die Integrationskrise haben. Und das ist etwas, das können wir nicht unterstützen. Das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Und ich halte es auch für wichtig, dass wir im Zuge dieses Prozesses letztendlich auch die Wirtschaft an Bord holen. Denn natürlich schafft Wohnraum, der zu gestalten ist, letztendlich auch Arbeitsplätze in dieser Stadt. Das ist etwas, was wir absolut wollen. Und dass natürlich auch die Wirtschaft hier wirklich auch Möglichkeiten hat, hier entsprechend Wohnraum günstig herzustellen. Das heißt, die überwiegende Definition, die jetzt in der Novelle entsprechend vorkommt, ist etwas, was wir unterstützen. Für uns ein weiterer wichtiger Aspekt ist Konzentration auf Bauland. Auch das muss explizit in dieser Gesetzesvorlage, in dieser Novelle entsprechend festgehalten werden, damit die Angst, die herrscht, dass hier Grünland genutzt werden kann, einfach ein für alle Mal vom Tisch ist. Und dass es ganz klar ist, um welche Flächen es sich hier auch entsprechend handelt. Weil wir aus unserer Sicht genügend Fläche zur Verfügung hätten, gerade im Bereich der Gewerbegebiete, gerade dort, wo wir sehr viele leerstehende Büros haben, die man sofort nutzen kann. Zu einem relativ günstigen Preis. Ich verstehe nicht, dass man diesen Fokus nicht von vornherein entsprechend gelegt hat. Und natürlich ist uns auch die Wahrung der Nachbarschaftsrechte ein sehr großes Anliegen. Ich verstehe, dass für die temporäre Zeit, bis zu fünf Jahren, dass hier letztendlich man einen Weg geht, der im Balance sein muss. Auf der einen Seite in der Wahrung der Nachbarschaftsrechte, aber auch auf der anderen Seite in die Ermöglichung eines kurzfristigen Wohnbedarfs für genau diese Art von Krisensituationen, die wir im Moment auch entsprechend haben. Allerdings die Einschränkung bezogen auf 15 Jahre und die Konsequenz, das ist letztendlich etwas, dem wir hier sicherlich nicht zustimmen können. Und um das auch präzise zu machen, haben wir versucht, in konstruktiver Art und Weise auch hier einen entsprechenden detaillierten Abänderungsantrag einzubringen, die hier nicht so weit gehen, was das Thema der Nachbarschaftsrechte betrifft, die hier letztendlich auch den Zeitraum auf teilweise fünf Jahre oder weniger beschränkt haben. Das ist der eine Abänderungsantrag. Und wir haben auch einen Beschlussresolutionsantrag, den wir einbringen werden. Der Wiener Landtag wolle beschließen, der für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung zuständige Stadtrat möge eine Arbeitsgruppe auf breiter Basis einsetzen, die unter Einbeziehung aller Landtagsparteien der zuständigen Magistratsabteilungen und qualifizierte externe Expertenvorschläge mit dem Ziel einer nachhaltigen und zeitgemäßen Vereinfachung der Bauordnung erarbeiten soll. Ziel der Arbeitsgruppe ist das Durchforsten der Bauordnung und der auf der Basis der Bauordnung erlassenen Verordnungen in Hinblick auf Bürgernähe mehr Praxisbezug und Verfahrensvereinfachung, zum Beispiel was die Stellplatzverordnung betrifft, was Brandschutz betrifft, was Erzbebensicherheit betrifft und damit die Schaffung von Erleichterungen für alle Bauwerber. Die Arbeitsgruppe soll dem Ausschuss für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung nach sechs Monaten Tätigkeit konkrete Novellierungsvorschläge vorlegen. In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den amtsführenden Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung verlangt. Abschließend möchte ich es noch einmal betonen, dass ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir endlich einmal hier bei all diesen Themen, die uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen werden, was die Flüchtlingskrise betrifft, hier wirklich mehr Transparenz haben. Und wenn wir diese Dinge auch rechtzeitig eintakten, dann glaube ich, ist es auch möglich, diese, von der Sie gesprochen haben, verantwortungsvolle und konstruktive Politik. Und ich glaube, hier werden sich auch einige Partner finden lassen, entsprechend durchzuführen. Denn Wien steht sicherlich in den nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen. Und hier ist es notwendig, diesen ersten Schritt auch entsprechend gemeinsam zu gehen. Von unserer Seite, was konstruktive Politik betrifft, werden Sie jedenfalls Unterstützung bekommen. Ich danke Ihnen. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Ulm. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Stadtrott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin jetzt schon ein bisschen überrascht nach der Rede meines Vorredners von den Neos, dass man sich da so wechselseitig Blumen streut zwischen Rot-Grün auf der einen Seite und zwischen den Liberalen auf der anderen Seite. Denn einen derartigen Eingriff in den liberalen Rechtsstaat, in die Grundfeste und Grundprinzipien des liberalen Rechtsstaates kenne ich keinen zweiten Fall während der gesamten Zweiten Republik. Und dass man da jetzt so mit einer gewissen Fröhlichkeit, gegen die ja im Prinzip nichts einzuwenden ist, aber mit einer Leichtigkeit an die Sache herangeht und meint, naja, im Wesentlichen sind wir sehr konstruktive Partner von Rot-Grün. Und dass wir nicht zustimmen können, das ist letztendlich an Feinheiten und an Nuancierungen gescheitert. Sehr geehrte Damen und Herren von den Neos, Sie sind kein großer Kämpfer für den liberalen Rechtsstaat. Wir haben es hier mit einem Gesetz zu tun, das in der Zweiten Republik seinesgleichen sucht. Das ist ein kommunalwirtschaftliches Ermächtigungsgesetz, das in einem freiheitlichen Rechtsstaat nichts verloren hat. Da wird in elementare Grundfeste, Grundprinzipien und Grundwerte eingegriffen, wie das Legalitätsprinzip, wie den Gleichheitsgrundsatz, wie Recht auf faires Verfahren, wie Eigentumsrecht. Dass man da wirklich als ernstzunehmende Oppositionspartei alle Hebeln ansetzen muss und alle Versuche unternehmen muss, um dieses Gesetz zu Fall zu bringen. Legalitätsprinzip. Ich würde mir doch vorstellen, und das sollten wir doch alle als Landtagsabgeordnete, dass die Verwaltung ausschließlich aufgrund der Gesetze basiert und nicht nach Lust und Laune und nach Willkür der Verwaltung. Ja, selbstverständlich muss ein Gesetz ausreichend determiniert sein und uns ganz genau und die Verwaltung binden und der Verwaltung ganz genau sagen, wie sie agieren muss. Das ist hier absolut nicht der Fall. Hier ist nicht nur ein Ermessen eingeräumt. Diese Bestimmungen sind viel zu unbestimmt und öffnen für die Baubehörde Tür und Tor für willkürliches Vorgehen. Und heute in der Früh haben wir es ja schon in der Fragestunde gehabt. Stadtrat Ludwig hat gemeint, naja, Eingriffe in subjektive Rechte sind nicht zu erwarten und vielleicht werden einzelne Bestimmungen von der Bauordnung letztendlich nicht angewandt. Nein, wir müssen uns schon das Gesetz sehr präzise anschauen. Und sogar bei der Kategorie 2 und 3, wo es um befristete Baubewilligungen bis 5 und 15 Jahre geht, kann die Baupolizei die Anwendung der gesamten Bauordnung suspendieren. Und das Gesetz sagt uns nicht einmal, unter welchen Voraussetzungen diese Nichtanwendung erfolgen darf. Und damit ist das Legalitätsprinzip nicht gewährleistet. Wir haben es hier in der ersten Zeile vom Absatz 4 und auch in der ersten Zeile vom Absatz 6 stehen. Hier ist davon die Rede, dass für diese Bauvorhaben von bis zu 5 Jahren und bis zu 15 Jahren die Behörde auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes verzichten kann. Sie muss es nicht. Es ist natürlich möglich, dass die Baubehörde weiterhin die gesamte Bauordnung gelten lässt und alle Paragrafe der Bauordnung zur Anwendung kommen. Sie kann aber auf die Anwendbarkeit des gesamten Gesetzes und nicht nur von einzelnen Paragrafen verzichten. Das bedeutet Ungeheuerliches. Denn wenn die gesamte Bauordnung nicht anzuwenden ist, dann gibt es keine Parteistellung, dann gibt es keine Bauverhandlungen, dann gibt es keine Einwendungen und dann komme ich auch nicht zum Landesverwaltungsgericht Wien. Dann ist mein Rechtsmittel nicht nur ohne aufschiebende Wirkung, sondern ich habe überhaupt kein Rechtsmittel. Und damit ist natürlich auch in mein Grundrecht auf ein faires Verfahren eingegriffen. Und dass man da von Seiten von Rot-Grün so leicht darüber hinweg geht, finde ich schlimm. Mir ist bekannt und habe es leider Gottes Schöpfer an dieser Stelle sagen müssen, da gibt es leider ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat. Ich nehme zur Kenntnis, dass man das jetzt auch auf Seiten der NEOS nicht mehr besonders schlimm findet, wenn in diese Grundrechte eingegriffen wird. Herr Stadtrat Ludwig, es würde mich schon sehr interessieren, wenn Sie sagen, Eingriffe in Grundrechte sind nicht zu erwarten. Sie könnten ja so etwas wie eine Weisung erteilen, dass von dieser Kammbestimmung kein Gebrauch gemacht wird. Das wäre ja etwas Interessantes. Wir sind in der Privatwirtschaftsverwaltung. Aber es wäre schon ganz interessant zu wissen, in welchen Fällen jetzt Ihre Behörde von der Kammbestimmung Gebrauch macht und in welchen Fällen die Bauordnung anzuwenden ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie sich die Verfahren entwickeln werden. Wir wissen nicht, ob das nicht ein fixer Textbaustein in einem Bescheidformular sein wird, in dem drinnen steht, im Übrigen wird gemäß § 71c Absatz 4 oder Absatz 6 auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes verzichtet oder ob man sich da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Mühe machen wird, ob jetzt die Bauordnung anzuwenden ist oder nicht. Man hat sich nicht wirklich ernsthaft mit unseren Argumenten von Seiten von Rot und Grün auseinandergesetzt. Ich kann jetzt auch nicht direkt den Kollegen Koher ansprechen, kann jetzt auch nicht direkt den Kollegen Stürzenbecher ansprechen. Wenn es wirklich so wäre, dass es nur darum geht, dass man jetzt im Augenblick ein Problem hat mit Flüchtlingen und dass man humane Unterkünfte für die zur Verfügung stellen muss, dann bräuchte ich diese enormen Eingriffe aufgrund von § 71c nicht, sondern würde mit dem § 71 der geltenden Bauordnung arbeiten. Dort habe ich ja schon besondere Vorschriften für Bewilligungen für Bauten vorübergehenden Bestandes. Ich bräuchte diese Novelle überhaupt nicht. Dort steht also ganz klar drinnen, für Bewilligungen von Bauten vorübergehenden Bestandes gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes insofern nicht, als nach Lage des Falles im Bescheid auf die Einhaltung dieser Bestimmungen verzichtet worden ist. Das heißt, man kann im Bescheid auf bestimmte Bestimmungen der Bauordnung verzichten, wenn sie ein Gewerbegebiet bauen wollen oder wenn das Bürogebäude für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden soll. Dann könnte man das schon jetzt aufgrund von § 71 machen. Was allerdings drinnen steht im 71er, das ist, dass subjektiv öffentliche Rechte dem nicht entgegenstehen dürfen. Das macht den großen Unterschied aus jetzt zu § 71c, denn da steht ja drinnen, dass auch bei der befristeten Baubewilligung bis zu fünf Jahren subjektiv öffentliche Rechte dem nicht entgegenstehen. Das heißt, es kann in diese subjektiven öffentlichen Rechte eingegriffen werden. Das ist natürlich enorm, dieser Eingriff bei einem Bau von fünf Jahren. Umso größer ist der Eingriff natürlich bei einer befristeten Baubewilligung von bis zu 15 Jahren. Dort allerdings, das ist schon richtig, das ist auch von meinem Kollegen Stürzenbecher richtig gesagt worden, dort muss auf diese subjektiven Rechte Rücksicht genommen werden der Nachbarn und müssen sie berücksichtigt werden und dürfte die Baubewilligung nicht erteilt werden, wenn in solche Rechte eingegriffen wird. Aber auch in diesem Fall kann die Anwendbarkeit der Bauordnung ausgeschlossen werden und ich bin davon abhängig, dass die Behörde das Richtige entscheidet. Das heißt, ich kann nicht mehr selbst meine subjektiven Rechte wahrnehmen, sondern die Behörde sorgt dafür, dass meine subjektiven Rechte wahrgenommen werden. Und wenn man natürlich so das Rechtsstaatsprinzip versteht und so die Grundsätze von Ordnung und Humanität, dann muss ich Ihnen auch sagen, Herr Kollege Stürzenbecher, das ist halt eine Form von Ordnung, die mich an den Nachtwächterstaat erinnert, an einen Staat, der schon weiß, was für seine Bürger gut ist, der weiß, wenn in Rechte eingegriffen wird und der schon dafür sorgen wird, dass alles gut wird. Davon halte ich herzlich wenig. Ich glaube, dass der Einzelne seine Rechte wahrnehmen können muss und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Schutzvorschriften der Bauordnung in jedem Fall anzuwenden sind. Im konkreten Fall, und ich komme dann auch schon noch zu den ganz großen Unterschieden zum oberösterreichischen Gesetz und zu den anderen Landesgesetzen, Nur in Wien gibt man der Behörde einen Persilschein, eine Generalbevollmächtigung, Bauten jeglicher Art unter Suspendierung der Bauordnung aufzuführen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ganz am Anfang in den ersten beiden Zeilen von Absatz 1 des 71c schon beispielhaft die Naturereignisse und die humanitären Gründe aufgezählt sind. Das stimmt schon, aber nur demonstrativ, beispielhaft, nicht taxativ und nicht abgeschlossen. Das heißt, dieses Gesetz mit diesen unglaublichen Eingriffsmöglichkeiten, Das gibt es jetzt im Fall von humanitären Erfordernissen oder von Erfordernissen aufgrund von Naturkatastrophen, aber eben nicht nur. Denn grundsätzlich ist die Anwendung von der Bestimmung immer dann möglich, wenn erstens einmal eine größere Anzahl von Personen unterzubringen ist. Ja, diesen Fall, den haben wir selbstverständlich jetzt schon verwirklicht, denn aufgrund der völlig unzureichenden Baumaßnahmen und Bauleistung in den letzten Jahren ist tatsächlich, gibt es natürlich wirklich eine Wohnungsnot und ist eine größere Anzahl von Personen unterzubringen. Das heißt, Kriterium Nummer 1 für die Anwendbarkeit ist erfüllt. Kriterium Nummer 2 finden wir in der zweiten Zeile und dort habe ich eine Determinierung mit folgenden Worten. Aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen. Ja, also da braucht kein Jurista stolz darauf sein, so eine Bestimmung gefunden zu haben und kein Abgeordneter braucht stolz darauf sein, wenn er der Behörde mit so einer Bestimmung eine Generalfollmacht einräumt. Denn was soll denn das heißen? Aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen. Es ist eine völlig inhaltsleere Aussage. Es ist alles. Man gibt lediglich vor, dass es Kriterien gibt, aufgrund derer diese Bestimmung anzuwenden ist. In Wahrheit gibt es keine Kriterien. Wir haben jetzt eine große Anzahl von Personen, die auf Wohnungssuche sind. Und es gibt bereits eingetretene und bevorstehende Ereignisse. Keine Frage, da sind wir einer Meinung. Das heißt, es kann grundsätzlich immer die Bauordnung ausgehebelt werden, wenn nur die Nutzung der Baumaßnahmen, wenn nur die Durchführung der Baumaßnahmen und die Nutzung der Bauwerke staatlich organisiert ist. Ja, und das wiederum ist nichts anderes als ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Denn wenn die Gemeinde als Organisator oder Bauherr oder Bauträger auftritt, dann ist sie genauso zu behandeln wie ein privater Bauträger oder ein privater Bauherr. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum die Gemeinde sich hier nicht an das umfassende Regelwerk halten soll, Private das aber schon machen müssen. Umso mehr, wo ja die Gemeinde noch einen anderen Vorteil hat. Die Gemeinde tritt dann nicht nur als Organisator und Bauherr oder Bauträger auf, sondern sie ist ja selbst noch die Baubehörde. Ja, was braucht denn um Gottes Willen diese Gemeinde, wenn sie baut, noch alles, damit sie ihre Gebäude endlich auf den Boden bekommt. Das ist ja wirklich erschütternd, zu welchen Maßnahmen und zu welchen Eingriffen man greifen muss, damit diese 1.000, 10.000 oder 15.000 Wohnungen oder wie viel immer da versprochen werden, damit die errichtet werden können. Das ist ja wirklich völlig unverständlich. Man hat sich nicht getraut, den 71er heranzuziehen, weil da drinnen steht, es muss auf die subjektiven Rechte der Nachbarn Rücksicht genommen werden. Und hier bei der Kategorie 2 bis zu fünf Jahre steht ja ganz ehrlich drinnen, dass die Verletzung subjektiv öffentlicher Nachbarrechte keine Rolle spielt und nichts macht. Sehr geehrte Damen und Herren, die Aushebelung der Bauordnung, die die Baubehörde jetzt ganz alleine entscheiden kann. Was bedeutet das? Ich habe schon gesagt, die elementarsten Rechte können damit ausgeschaltet werden, denn es gibt keine Parteistellung mehr für die Nachbarn. Wenn es keine Bauverhandlungen gibt, gibt es keine Einwendungen. Gibt es nicht die Möglichkeit, letztendlich zum Verwaltungsgericht Wien zu kommen. Gibt es keine Bauverhandlungen. Können die Bezirke, können die Bezirksvorsteher nicht teilnehmen an dem Bauverfahren? Können nicht ihre Meinung zum Bauprojekt sagen? Können keinen Einspruch einbringen? Ist die Bezirksvertretung via Bauausschüsse der Bezirksvertretung ausgeschaltet? Denn nach § 69 hätte sie ja auch ein Recht mitzubeschließen. Gibt es keine Bauordnung? Gibt es natürlich auch den 69er nicht. Gibt es keine Bauordnung? Gibt es keine Flächenwidmung? Gibt es keine Bauordnung? Gibt es keine Bebauungsvorschriften? Gibt es keine Bebauungsvorschriften? Kann ich auch bebauen ein Grundstück, wie es mir gefällt? Ich habe keine Höhenbeschränkungen. Ich habe keine Kubaturbeschränkung. Ich habe keine prozentuelle Besprengung der Verbaubarkeit, der Bebaubarkeit der Bebaubarkeit. Ich habe keine Nittergrenze mehr zum Nachbarn. Es gelten nicht die Bestimmungen der Schutzzonen. Es gelten nicht die Bestimmungen über Bausperren. Es gelten nicht die Bestimmungen über die Bauklassen, nicht über die Bauweisen. Es ist egal, ob dort offen gebaut wird, gekuppelt gebaut wird oder geschlossen gebaut wird. Es gelten keine Bestimmungen über Vorgärten und Abstandsflächen. Es gelten keine Bestimmungen über die äußere Gestaltung von Bauwerken. Es gelten keine Bestimmungen über die Störung des Stadtbildes. Und auch die bautechnischen Anforderungen sind anders formuliert in diesem Gesetz als in der Bauordnung. Der eine oder andere Redner war schon recht stolz darauf, dass es ja sogar in diesem Gesetz heißt, Es muss auf die mechanische Festigkeit, die Standsicherheit, den Brandschutz, die Hygiene, die Gesundheit und die Nutzungssicherheit bedacht genommen werden. Ja, darauf muss bedacht genommen werden. Aber in der Bauordnung ist von Mussbestimmungen die Rede. In der Bauordnung steht, dass diese Anforderungen, die detailliert ausgeführt sind, dass diese Anforderungen erfüllt sein müssen. Und das macht rechtlich einen riesigen Unterschied, ob ich etwas machen muss oder ob ich nur darauf bedacht nehmen muss. Weil da kann die Behörde sagen, ja, ich habe eh daran gedacht und mir etwas dazu überlegt. Aber so streng, wie es in der Bauordnung ist, so streng müssen wir das nicht regeln. Und der eine oder andere, der sich ein bisschen ausführlicher vielleicht schon mit der Bauordnung auseinandergesetzt hat, der weiß, wie viele Bestimmungen es zum Thema Brandschutz in der Bauordnung gibt und wie viele Normen es zum Thema Brandschutz gibt und was da jeder Bauträger einhalten muss. Da geht es also um die Tragfähigkeit des Bauwerkes im Brandfall. Bestimmungen, um Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks hintanzuhalten. Da gibt es Bestimmungen über Brandabschnitte, darüber wie Fassaden und Hohlräume gestaltet sein müssen. Über ausreichende und geeignete Einrichtungen für erste und erweiterte Löschhilfe. Über automatische Brandmeldeanlagen, ortsfeste Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Es geht darum, dass die Ausbreitung von Feuer auf andere Bauwerke verhindert werden soll. Es geht um Brandabschnittsbildung, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Fluchtweg- und Orientierungsbeleuchtung. Und es muss gewährleistet sein, dass ausreichend Platz ist für Rettungs- und Löscharbeiten. Im Brandfall, technische Einrichtungen wie Löschwasserleitungen und Feuerwehraufzüge gibt es ebenfalls. Was haben wir allerdings in dieser Novelle drin? Bauwerke, Massivbauwerke bis zu 5 und 15 Jahren. Was ist nur noch erforderlich? Stadtrat Blümel hat es schon genannt, weil es ja wirklich besonders lustig geradezu, wenn es nicht so traurig wäre, zu lesen ist. Erforderlich ist lediglich der Nachweis der Verfügbarkeit über eine ausreichende Wassermenge zur Brandbekämpfung. Dieser lapidare Satz ersetzt uns viele ausführliche Paragrafe in der Bauordnung, samt Bestimmungen in Verordnungen und Normen. Man ist der Meinung, man braucht es nicht, man wird nur irgendwie darauf bedacht nehmen. Es wäre schon interessant, sehr geehrte Damen und Kollegen von Rot-Grün, wenn Sie sich das oberösterreichische Gesetz näher anschauen würden. Man hat es tatsächlich, wie der Kollege Stürzenbecher gesagt hat, zum Vorbild genommen, zum Vorbild für diese eigene Novelle. Nur man hat es schlecht abgeschrieben oder besser gesagt, man wollte nicht richtig abschreiben. Denn die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des oberösterreichischen Unterbringungssicherstellungsgesetzes, die sind schon ganz andere. Dort ist nämlich davon die Rede, dass eine größere Anzahl von Personen aufgrund von unerwarteten oder unadventbaren Ereignissen unterzubringen ist. Was steht in Ihrem Initiativantrag drinnen? Aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen. Das heißt, Sie haben eine an sich nachvollziehbare bestimmte Voraussetzung ersetzt durch eine völlig inhaltsleere Zeile, damit Sie Ihrer Verwaltung eine Generalvollmacht ausstellen können. Und wie diese Generalvollmacht letztendlich dann ausgeübt wird, das wissen wir heute nicht. Vielleicht macht man nur einschränkend davon Gebrauch, aber ich möchte mich nicht davon abhängig machen, dass das tatsächlich nur in einer einschränkenden Art und Weise passiert. Wenn die Behörde meint, sie muss das nicht einschränkend auslegen, dann kann sie die gesamte Bauordnung bei Massivbauten bis zu 15 Jahren für obsolet erklären. Und wir haben im Ausschuss nachgefragt, wo ist denn so der Unterschied, Leichtbauweise bis zu sechs Monate, Massivbauweise bis zu 15 Jahre. Das ist Ziegel- und Betonbauweise bis zu 15 Jahren mit der Ausschaltung der gesamten Bauordnung als Akkambestimmung. Das ist eigentlich unerträglich, ist eines demokratischen, liberalen Rechtsstaates absolut unwürdig. Und es ist vor allem unwürdig, dass wir als Landtagsabgeordnete so etwas beschließen könnten. Im oberösterreichischen Unterbringungssicherstellungsgesetz ist übrigens auch eine Höchstzahl für die Unterbringung von Personen enthalten. Und zwar dürfen solche Gebäude maximal für 100 Personen errichtet werden. Und das nur für einen Fall, dass es unerwartete oder unabwendbare Ereignisse gibt. Wie schaut das in anderen Bundesländern aus? Es gibt keine einzige Bundesländerbestimmung, die auch nur irgendwie in die Nähe des Textes dieses Initiativantrags kommen könnte. Alle anderen Landesgesetze sind Flüchtlingsunterkünftegesetze. Das ist in Wien nicht der Fall. Wir haben in Salzburg die Erleichterung der befristeten Aufstellung von Wohncontainern. Keine Rede von Massivbauweise. Die gesetzliche Bestimmung ist befristet auf zwei Jahre und endet Mitte 2017. In Tirol ist es so, dass wir eine Befristung von fünf Jahren vorgesehen haben. Und dass es ebenfalls eine maximale Personenhöchstzahl gibt für die Gebäude. Und zwar darf das Bauvorhaben für maximal zwei Prozent der Gemeindeeinwohneranzahl ausgelegt sein. Vorarlberg, keine Neuerrichtung von Gebäuden, lediglich die Adaptierung schon bestehender Gebäuden. Gültigkeit ist befristet mit 1.7.2019. In Niederösterreich sieht keine Neuerrichtung von Gebäuden vor. In Niederösterreich geht es nur um die Erweiterung und um die Abänderung bestehender Bauwerke. Wir haben hier eine Befristung auf fünf Jahre. Die gesetzliche Bestimmung wird am 1. Jänner 2023 aus der Kraft. Steiermark spricht von Leichtbauweise, Containern etc. Bauliche Maßnahmen sind ausschließlich für die Dauer des Bestehens des Erfordernisses der vorübergehenden Unterbringung zulässig. Danach muss es zur Rückversetzung in den Ursprungszustand bzw. Beseitigung kommen. Das Gesetz ist mit 31.12.2017 befristet. Kärnten und Burgenland haben keine solche Gesetze. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf die Gelegenheit wahrnehmen und bei diesem Poststück fünf Beschluss- und Resolutionsanträge einbringen. Die Anträge sind den Fraktionen zugegangen. Ich hoffe, dass heute alle parlamentarischen Initiativen, die von FPÖ und ÖVP gesetzt werden, doch noch dazu beitragen können, dass dieses Gesetz zumindest heute nicht beschlossen wird. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um so einen Eingriff in unseren liberalen Rechtsstand zu verhindern. Wo Unrecht wird, zu Recht wird Widerstand zur Pflicht. Als nächster Redner ist der Abgeordnete Nepp zu Wort gemeldet. Sehr wichtig, Frau Dutzer, Sie haben es vollkommen erkannt, weil die Bauordnung wird nämlich aus Kraft gesetzt. Aber es ist gut. Ich werde es Ihnen heute noch genug erklären, dass Sie auch mitbekommen, was Sie hier eigentlich anrichten. Denn wenn man jetzt sieht, was am Vormittag passiert ist, ich muss mir wirklich sagen, dass es ein Bossenspiel der Geschichte ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass man bei einer Abstimmung über einen Antrag auf Absetzung dieses so wichtigen Tagesordnungspunkts hier, sage ich jetzt einmal, von Seiten der SPÖ und der Grünen absichtlich so einen Humult provoziert, wo man noch Leute im Nachhinein reinholt, dass eine Abstimmung nicht mehr möglich war und somit eine Abstimmung wiederholt werden muss. Das zeigt das schon von einem demokratischen Verständnis. Und Herr Oxenitsch, auch wenn Sie jetzt in einer Presseaussendung machen, es ist verbönt und es ist eine Unart, zu reden hier im Landtag und zu verbusten. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, Herr Oxenitsch, wir haben hier ein Recht auf freie Rede. Wir haben hier keine Redezeitbeschränkung. Und dieses demokratische Recht werden wir auch hier wahrnehmen, Herr Oxenitsch. Dass die Grünen wenig von Demokratie halten, haben wir eh schon gesehen beim Herrn Magulis, wo er uns als Fraktion hier aus dem Saal, wenn er weniger fast vertreibt will, indem er sagt, schleicht euch, euch braucht hier niemand. Das ist anscheinend das grüne Niveau, das hier herrscht. Aber wie die Grünen zur Demokratie stehen, zeigen sie eh tagtäglich und vor allem auch hier im Rahmen dieses Gesetzes, weil hier auch wirklich demokratische Prinzipien, Verfassungen etc. ausgehebelt werden. Deswegen nehmen wir hier auch unser demokratisches Recht wahr, eine parlamentarische Selbsthilfe, die wir hier tätigen, und zwar im Interesse der Wienerinnen und Wiener. Und deswegen rufen wir eben auch hier und heute aus die lange Nacht der Bürgerrechte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben hier 64 Redner gemeldet. Ich weiß jetzt nicht, ob die SPÖ jetzt auch noch jemanden gemeldet hat. Ich glaube, den Herrn Deut angeblich haben Sie angekündigt, Sie werden auch noch 80 Redner. Schön wäre es, weil jetzt hätten wir endlich eine parlamentarische Diskussion hier, einen parlamentarischen Bissensurs. Man könnte auch eine Wechselrede hier machen, mit Pro und Contra, wie es ja eigentlich parlamentarisch auch gewünscht ist, dass es zu einem auch Leben hier im Rahmen des Parlamentarismus kommt. Sie entziehen sich anscheinend hier auch jeglicher Debatte. Ich bin Ihnen auch vorgenommen, mir tue ich Sie wirklich leid, auch im Sinne des Parlamentarismus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Keine Sorge, Herr Kollege Lindenmeier, ich werde heute noch sehr viel zum Inhalt sagen und auch sehr zur Sache reden. Ich habe da sehr viel Stoff, den ich vorlesen kann. Ich sage Ihnen eines, das, was Sie hier betreiben, ist einfach ein Kniefall vor Ihrem Schein. Eigentlich sind Sie immer gescheitert grundsätzlich im Rahmen Ihrer Willkommenspolitik. Sonst müssten wir hier gar nicht diese Notmaßnahme beschließen oder müssten Sie hier diese Notmaßnahme nicht beschließen. Dieses Mal hätten Sie nicht vor einem Jahr noch gesagt, ja, jeder ist willkommen und wir schaffen das, das wäre auch der Leihenssatz. Diese Suppe haben Sie uns eingebrockt und die probieren Sie jetzt hier auszulöffeln, indem Sie eben den Rechtsstaat durch solche Gesetze aushebeln. Aber damit, ich glaube, nämlich vielleicht wissen Sie von Ihnen gar nicht, was hier eigentlich beschlossen wird, einige Abgeordnete, darf ich den Antrag hier, den Sie eigentlich hier heute einbringen, auch noch einmal verlesen. Und denn dieser Antrag ist eben auch, und das belegen auch Gutachten, die ich Ihnen dann auch noch vortragen werde, belegen, dass dieser Antrag hier verfassungswidrig ist. Aber ich darf Ihnen jetzt einmal Ihren eigenen Initiativantrag vorlesen, nämlich der Initiativantrag gemäß § 125 Absatz 2 der Wiener Stadtverfassung, und zwar der Initiativantrag der Landtagsabgeordneten Dr. Kurz Spürzenbecher, Christian Amt Deutsch, Georg Niedermühlbichler und Barbara Nowak, alle von der SPÖ, sowie Mag. Christoph Korherr und David Ellenson von den Grünen, und zwar einen Initiativantrag betreffend ein Gesetz, mit dem die Bauordnung für Wien, Landesgesetzblatt Nummer 11, Schrägstrich 1930, zuletzt geändert durch das Gesetz, Landesgesetzblatt Nummer 8, 2005, geändert wird. Und Sie schreiben hier auch eine Begründung, die eigentlich eh schon vieles sagt, und auch Ihr Versagen in dieser Frage auch offenbar macht, und zwar schreiben Sie, aufgrund von Ereignissen, wie Sie etwa Naturereignisse, Naturereignisse waren jetzt nicht dieser Fall, oder Zustrom hilfs- und schützbedürftiger Menschen aus Krisengebieten darstellen, diesen Zustrom, den haben Sie ja auch mit verursacht, indem Sie nicht vor Ort helfen wollten, sondern einfach alle hierher eingeladen haben. Aus Krisengebieten darstellen oder aus humanitären Gründen ist es erforderlich, betroffene Personen rasch vorübergehend eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Dies stößt in der Praxis insofern auf Probleme, als oftmals prinzipiell geeignete Unterkünfte aufgrund von bautechnischen Anforderungen erst nach deren Adaptierung verwendet werden können, beziehungsweise Verfahren zur Herstellung eines rechtmäßigen Zustands, etwa durch Änderung des Flächenwidmungsplanes, zu lange dauern würden. Das heißt, wir haben jetzt einmal hier diese Not verursacht, und weil Sie jetzt hier in dieser Sache nicht zurechtkommen, müssen Sie jetzt hier mehr oder weniger eine Anlassgesetzgebung machen, weil diese ganzen Änderungen etc. und Bewertungsbestimmungen zu lange dauern würden. Geben Sie auch hier selbst zu, wir versagen hier bis jetzt. Dann geht es weiter, ich darf weiter zitieren Ihren Antrag, Da in den genannten Fällen vorübergehender Belegungen die Interessen an einer raschen Unterkunft überwiegen, soll durch Ergänzung der Bauordnung die Nutzung von Bauwerken oder die Durchführung von Baumaßnahmen für diese Zwecke auch dann ermöglicht werden, wenn die baurechtlichen oder technischen bzw. raumordnungsrechtlichen Vorschriften nicht vollständig eingehalten werden. Also das nicht vollständig kann man auch streichen, auch wenn sie vollständig nicht eingehalten werden, kann man das dann, diese Container und Baracken erstellen, wie es dann aus dem Gesetz hervorgeht. Und weiter geht es, Interessen der Sicherheit und Gesundheit müssen dabei jedenfalls gewahrt werden. Da schreiben Sie zwar rein, dass das im allgemeinen Bereich gelten soll, allerdings die gesamten Speziellenbedingungen, die auch hier drinnen stehen, in der Bauordnung für Wien, diese Speziellenbedingungen gelten dann nicht mehr, wenn es sich um Container oder Baracken für Flüchtlinge halten wird. Sie schreiben weiter auch, Zweck der Verfahrensbeschleunigung soll den gegen solche bescheide gerichteten Beschwerden an das Verwaltungsgerichtshof grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung bekommen. Das heißt, alles, was bis jetzt aufschiebende Wirkung hatte, wird jetzt so nicht mehr durchgeführt, es wird gebaut, dann kann es klagen gehen, insofern irgendwelche Rechtsmittel überhaupt möglich sind. Der Kollege Ull meinte, es sind keine Rechtsmittel möglich, aber selbst wenn welche möglich wären, kann man bauen, durchklagen durch alle Instanzen, wenn man sich vielleicht die Stadt Wien querlegen, dann ist schon mal die Frage, wer hat hier den längeren Atem, die Gemeinde Wien oder die Bürger, die sie belästigen mit solchen Baracken oder Containern, man muss sich das auch alle leisten können, sie kennen Gerichtsprozesse, wie viel das kosten kann. Ich meine, ich weiß ja nicht, wer von Ihnen schon alle einen Gerichtsprozess geführt hat, manche von Ihnen ja auch medienrechtlich, manche von Ihnen sind auch vielleicht medienrechtlich verurteilt worden, wie der ehemalige Klubmann Schicker, das tut jetzt nichts zur Sache, sondern diese Prozesse sind einfach irrsinnig teuer. Und jetzt ist die Frage, wie sich jemand als private Person, der vielleicht gar nicht so viel verdient, vielleicht ist er sogar Mindestsicherungsempfänger, die Mindestsicherung, die Sie ausschütten, der ist allerdings beeinträchtigt und kann jetzt nicht klagen, weil ihm das vorhandene Geld fehlt. Das heißt, auch hier schalten Sie eigentlich die Rechtsmittel aus. Kommen wir zur Seite 2 von Ihrem Antrag. Nehme ich, gut, das ist dann nur noch der formelle Usus. Die befertigten Abgeordneten stellen daher gemäß § 125 Absatz 2 der Wiener Stadtverfassung und § 30 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags für Wien folgenden Initiativantrag. Und zwar, der lautet, der Wiener Landtag wolle beschließen, den Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Bauordnung für Wien geändert wird, wird zum Beschluss erhoben. So, soweit Ihr Antrag mit Ihrer Begründung, der ja für uns wieder schlüssig ist, noch wollen wir auch diesen nachvollziehen. Und jetzt kommen wir zu diesem Gesetz, das Sie hier beschließen wollen. Und zwar Gesetz, mit dem die Bauordnung für Wien geändert wird. Der Wiener Landtag hat beschlossen, Artikel 1, die Bauordnung für Wien, Landesgesetzplatz für Wien, Nummer 11-1930, zuletzt geändert durch das Gesetz, Landesgesetzplatz für Wien, Nummer 8, Schrägstrich 2015, wird wie gefolgt geändert. Und jetzt kommt's. Nach § 71b wird folgender § 71c samt Überschrift eingefügt. Und darum geht's jetzt. Und zwar um die vorübergehende Einrichtung zur Unterbringung von Personen. Und hier steht in § 71c, Absatz 1, Soweit ist zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren Anzahl von Personen aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen, insbesondere Naturereignisse, oder aufgrund völkerrechtlicher, unionsrechtlicher oder Verpflichtungen der Gemeinde bzw. des Landes gegenüber dem Bund, und aus humanitären Gründen notwendig ist, ist die Nutzung von Bauwerken und die Durchführung von Baumaßnahmen nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig. So, und jetzt folgen weitere Absätze, nämlich 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und § 2 lautet, und jetzt kommt's. Die Nutzung rechtsmäßig bestehender Bauwerke sowie die Errichtung von neuen und Zubauten in Leichtbauweise, nämlich Container, Fertigbauten, Fertigteilbauten und dergleichen, bedarf für die in Absatz 1 genannten Zwecke für die Dauer von längstens 6 Monaten weder eine Baubewilligung noch eine Bauanzeige, wenn diese Nutzung staatlich organisiert ist. Das heißt, man kann einfach was hinstellen. Die Vorschriften dieses Gesetzes und der Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen gilt dafür nicht. Und das ist auch ein Punkt, den wir begritteln, den ich Ihnen dann auch nachher noch mehr ausführen würde, was nämlich dann alles nicht mehr gilt. Sofern die allgemeinen Anforderungen und die mechanische Nutzungssicherheit, Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die Hygiene und die Gesundheit sowie die Nutzungssicherheit bedacht genommen wird. Das sind jetzt aber die allgemeinen Bestimmungen, weil Sie meinen, es gibt eh Hygienebestimmungen, es gibt auch Brandschutzbestimmungen. Ja, die allgemeinen Bestimmungen werden gehalten, allerdings die speziellen Bedingungen, die auch gesetzlich geregelt sind, die werden hier vollkommen außer Kraft gesetzt. Der Beginn der Nutzung ist der Behörde innerhalb einer Woche schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Das heißt, man stellt es hin, die speziellen Bedingungen, rechtlichen Bedingungen sind alle komplett außer Kraft gesetzt und muss es innerhalb einer Woche nur zur Kenntnis bringen. Jetzt kommt drittens, und da geht es weiter. Und zwar, die Durchführung von Baumaßnahmen für den Absatz 1 genannten Zwecke sowie die Nutzung rechtmäßig begehender Bauwerke für einen längeren als den in Absatz 2 genannten Zeitraum bedürfen einer Baubewilligung, die die Behörde auf eine bestimmte Zeit, aber längstens auf fünf Jahre erteilen kann, wenn die Durchführung dieser Baumaßnahmen beziehungsweise die Nutzung der Bauwerke staatlich organisiert sind. Den Bauansuchen sind folgende Unterlagen anzuschließen. Also da gehen wir jetzt normal über, und zwar erstens, Baupläne in dreifacher Ausfertigung, zweitens die Zustimmung des Eigentümers beziehungsweise aller Miteigentümer, wenn der Bauwerber nicht selbst Eigentümer oder nur Miteigentümer der Liegenschaft ist. Sie kann auch durch Unterfertigung der Baupläne nachgewiesen werden. Drittens, ein Gutachten, dass es sich um ein geringfügiges Bauvorhaben mit technischer, einfacher Tragkonstruktion beziehungsweise Fundierung handelt, bei dem aus statischen Belangen keine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen sowie das Eigentum zu besorgen ist. Diese Unterlage von einem mit nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften berechtigten Sachverständigen für das einstiegige Fachinbiet zu erstellen. Viertens, der Nachweis der Verfügbarkeit über eine ausreichende Wassermenge zur Brandbekämpfung wird vielleicht notwendig sein, weil wir wissen, dass leider Gottes, sage ich jetzt einmal, solche Asylparakten oder Asylcontainer brennen, wobei ich sagen möchte, dass es von beiden Seiten verwerblich ist. Oft kommt es ja zu Bränden, die von innen gelegt werden, aber auch oft Brände, die von außen gelegt werden. Aber auf jeden Fall muss man Brände in dieser Sicht verurteilen, sehr geehrte Damen und Herren. Und fünftens, Angaben über die maximal zu erwartende Personenanzahl sowie die Flucht- und Rettungswege. So, kommen wir zu Absatz 4 bei Ihnen. Der geht jetzt weiter, nämlich für die Bauvorhaben nach Absatz 3 kann die Behörde im Bescheid auf die Einhaltung der Bestimmung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassene Verordnungen verzichten, sofern auf die allgemeinen Anforderungen auf die mechanische Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die Hygiene und Gesundheit sowie die Nutzungssicherheit bedacht genommen wird. Die Verletzung, und jetzt kommt es nämlich, die Verletzung subjektiv öffentlicher Nachbarrechte steht der Bewilligung nicht entgegen. Ich werde Ihnen vorher auch noch diese, später, diese öffentlich-subjektiven Nachbarrechte vorlesen, um was es sich hier handelt. Also hier schalten Sie die Beteiligung des Bürgers oder derjenige, der Eigentum an eine Immobilie hat, wo dann vorher ein Container oder eine Baracke hingepflanzt wird, sämtlich aus. Und das lehnen wir freundlich ab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir schränken es zwar dann ein bisschen ein auf die Bebaubarkeit, ich darf weiterlesen. Es darf jedoch die Bebaubarkeit von Nachbargrundflächen nicht vermindert werden, es sei denn, dass der Nachbar der Bewilligung ausdrücklich zugestimmt hat. Leistungen, die sonst im Zusammenhang mit der Baubewilligung oder Bauausführung vorgeschrieben sind, sind nicht zu erbringen. Weiters in Ihrem Antrag bei Absatz 5 die Durchführung von Baumaßnahmen für die in Absatz 1 genannten Zwecke sowie die Nutzung rechtmäßig bestehender Bauwerke für einen längeren als den in Absatz 3 genannten Zeitraum bedürfen. Wenn Sie jetzt aufgepasst haben, das ging jetzt bis 5 Jahre, geht es jetzt weiter. Wir sollten vielleicht den eigenen Antrag auch erkennen. Eine Baubewilligung, die die Behörde auf eine bestimmte Zeit, nämlich längstens 15 Jahre, erteilen kann. Also dieser komplette Schlee, der uns da erzählt wird, hier handelt es sich nur um temporäre Maßnahmen. Diesem Schmäh widersprechen Sie in einem eigenen Initiativantrag, den Sie hier und heute zu Beschluss bringen wollen. Also wollen wir etwas temporär machen oder nicht? Wir werden uns dann noch später unterhalten, was die Stadt Wien unter temporär oft versteht, nämlich anhand der Schulbau. 15 Jahre erteilen kann, wenn die Durchführung dieser Baumaßnahme bzw. die Nutzung der Bauwerke, die staatlich organisiert sind. Den Bauansuchen sind in Absatz 3 genannten Unterlagen anzuschließen. Darüber hinaus ist der dem Paragraf 63 Absatz 1 Literer e-entsprechend Nachweis über den Wärmeschutz durchbringen. Soweit, so gut. Und jetzt kommen wir zu Punkt 6 bei Ihrem Initiativantrag, und zwar für Bauvorhaben nach Absatz 5 kann die Behörde im Bescheid auf die Einhaltung der Bestimmung dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes verzichten. Das heißt, es darf auch verdichtet werden, wenn es sich hier wie im Absatz 5, wie Sie ja selber schreiben in Ihrem Antrag, wo es sich um 15 Jahre handelt, kann auch hier die Behörde eben verzichten. Sofern allerdings wieder auf die allgemeinen Anforderungen, die stelle Ihnen immer außer Frage, an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die Hygiene und Gesundheit, den Wärmeschutz sowie die Nutzungssicherheit bedacht genommen wird und das Erdgeschoss des Bauwerkes barrierefrei zugänglich ist. Na, das ist gut. Also jetzt, nee, gehen wir schon aus, dass diese Katastrophe ja gar nicht hoffentlich so lange dauert und dass diese Menschen, die ja bei uns hier Asyl suchen, dass dieser Asylgrund bald wegfällt und daher so schnell wie möglich auch wieder in ihre Heimat gehen können. Allerdings, wenn wir uns da jetzt 15 Jahre da lang mit diesem Problem ja abfinden müssen oder beschäftigen müssen, dann schauen wir wenigstens, dass, wenn die 15 Jahre lang hier sind, diese Container oder Baracken barrierefrei sind. Wo man das nicht vorher schon macht oder so, ja, wir sind auch nicht schlüssig, das müssen Sie entscheiden, dass jetzt, wenn Sie so diese barrierefreie, ja, vorantreiber, ich finde ja barrierefrei vielleicht nicht schlecht. Wo man das jetzt allerdings hier aussetzt, bei nämlich dem, kann ich sagen, erst bei Absatz 5 eingehend und davor bei Absatz 3 und 2. Ich erspare Ihnen jetzt diese Absätze noch einmal vorzulesen. Es geht allerdings hier um die Dauer der Errichtung dieser Bauwerke. Warum man hier auf die Barrierefreiheit verzichtet, erklären Sie hier auch nicht. So, weiter geht's bei Ihnen. Und zwar der Bewilligung dürfen durch dieses Gesetzgegebene subjektiv öffentliche Rechte nicht entgegenstehen und es darf die Bebaubarkeit der Nachbargrundflächen nicht vermindert werden, es sei denn, dass der Berechtigte der Bewilligung ausdrücklich zugeschnitten hat oder keine Parteistellung laut § 134 Absatz 3 erlangt hat. So, jetzt kommen wir zu 7, da geht's nämlich um die Beschwerden, ja, und zwar die Beschwerden laut § 136 Absatz 1 gegen Bescheide gemäß Absatz 3 und Absatz 5, also das sind diese längeren Bauwerke, haben keine aufschiebende Wirkung mehr. Das heißt, man baut die jetzt hin, wenn man es sich leisten kann, ich hab's vorher schon versprochen, dass diese ganzen, ja, Verfahren ewig lang dauern können, dass es da mehrere Instanzen gibt, dass es da auch zu hohen Kosten kommen kann und für einen Normalsterblichen nicht erhebbar, allerdings für die Stadt Wien dann, wo man sagt, man sieht das aus, also hier gibt es keine aufschiebende Wirkung und der Bürger hat sich mal damit, ja, abzufinden, dass jetzt hier ein Baracken neben seinem Haus oder ein Container einfach hingepflanzt wird für 15 Jahre. Die Behörde, schreiben Sie weiter, im Antrag, hat jedoch auf Antrag der Beschwerden führenden Parteien die aufschiebende Wirkung mit Bescheid zuzuerkennen, wenigstens das, wenn dem nicht zwingende öffentlichen Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien mit der Ausübung durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung für die beschwerdeführende Partei ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. Die Beschwerde gegen einen Bescheid, mit dem die aufschiebende Wirkung zuerkannt wird, hat keine aufschiebende Wirkung. Naja, auch gut in einem Rechtsstaat. Artikel 2 sagt eben, dass in Kraft treten und die Übergangsbestimmungen, sie wollen das ja so schnell wie möglich machen. Anscheinend wären sie auch diesem Flüchtlingsstrom nicht mehr her, diese Leute unterzubringen. Sie bringen nicht einmal mehr kostengünstig die Wienerinnen und Wiener unter. Der Mietpreis schießt in die Höhe. Sie haben vorab sollen, Gemeindebauten zu bauen, in sozialen Genossenschaften oder sozialen Wohnbau. Das ist ein Skandal nach dem anderen. Das ist jetzt bei der Sozialbau AG, glaube ich, wo der Herr Wurm ist, wo jetzt wieder bekannt wurde, da Gehälter ausgezahlt wurden, die jetzt mit einem mit dem sozialen Gedanken richtig unverschämt sind. Das muss man auch mal feststellen. Also all das, da begnügen Sie sich hier in Wienerinnen und in den Genossenschaften für Ihre Genossen vielleicht ein gutes Leer herauszuholen. Allerdings die Wiener bleiben auf der Strecke, aber dafür Baumarkt und Dehner für angebliche Flüchtlinge und illegale Einwanderer. Darum schreiben Sie dann eben erstens im Artikel 2 dieses Gesetz tritt mit dem seine Kundmachung folgenden Tag in Kraft und zweitens für alle zur Zeit des Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängigen Verfahren gelten die bisherigen Gesetzgebestimmungen der Landeshauptmann und der Landesamtsdirektor. Sehen Sie, und allein mit diesem Antrag, den ich Ihnen jetzt nähergebracht habe, muss man eines erkennen, ganz ehrlich, wie nahe Sie am Realsozialismus sind und wie weit Sie eigentlich vom Willen und vom Wunsch der Wiener Bevölkerung politisch stetig sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gab doch einige, die Geduld hatten mit dieser Situation. Wienerinnen und Wiener, die mehr oder weniger noch ihre Tür auf, Tor auf, Politik toleriert haben. Diese Wienerinnen und Wiener haben Sie auf eine harte Probe gestellt und im Endeffekt muss man sagen, dass Ihnen das Vertrauen in die Lösung dieser Frage, nämlich die Frage, wie werde ich diesen Ansturm her, einen Massenansturm von illegalen Zuwanderern, hat keiner mein Verständnis und keiner traut Ihnen mehr auch eine Lösungskompetenz. Zu, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heim. Es sind jetzt schon tausend, ja sogenannte Flüchtlinge hier in Wien. Wer das alles zahlen kann, ist auch klar, das sind die Wienerinnen und Wiener mit ihren Steuern. Ich habe es Ihnen auch schon am Vormittag vorgerechnet, was allein die Mindestsicherung pro Monat pro Jahr für diese dann Asylanten oder Subsidiar-Schutzberechtigten kostet. Wenn man ausgeht davon, dass zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener, zwei Drittel der Flüchtlinge in Wien bleiben und wir gehen jetzt von einer Anzahl aus jetzt von 72.000 Flüchtlingen, wenn jetzt von 90 so viel anerkannt werden oder Subsidiar-Schutzberechtigt sind und das sind dann 48.000 Flüchtlinge und man nimmt den Betrag der Mindestsicherung, dann kommt man hier schon alleine auf 39 Millionen Euro im Monat an Mehrbelastung für das Wiener Budget beziehungsweise dann knapp eine halbe Milliarde Euro pro Jahr die allein nur die Mindestsicherung, die aufgrund ihrer undifferenzierten Willkommenskultur jetzt schlagend wird, kosten wird. Also Zuwanderer, also Wohnraum für diese Neo-Zuwanderer haben sie nicht geschafft, im Gegenteil, weil sie es nicht geschafft haben, umgehen sie die Flächenwidmung, sie hebeln das komplette Nachbarschaftsrecht aus, sie umgehen jede gültige Bauordnung durch Nachwidmungen und das erinnert mich schon irgendwie die Karriere-Politik an George Orwells Animal Farm wo dann steht alles sind gleich, manche sind gleicher lautet ja der Spruch der hofbeherrschenden Schweine und durch die Verabschiedung dieser Bauordnungsnovelle muss man leider sagen, für Wien gilt da hier genau dasselbe, denn was sich hier die Stadtregierung herausnimmt, was sie für eine gewisse Gruppe, nämlich an illegalen Zuwanderern oder selbsternannten Flüchtlingen oder für mich tatsächliche Flüchtlinge oder auch Asylanten herausnimmt, gilt für keinen einzig Privaten und das hier widerspricht grundsätzlich unserem Gedanken der Gleichstellung im Rahmen der FPÖ meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gilt eben für keinen Privaten seitdem wenn ich jetzt einen Balkon in eine Lodger umbauen will um dort Flüchtlinge zu beherbergen dann darf ich das ansonsten nicht und wie gesagt ohne eben diesen illegalen Zuwanderern sogenannten Flüchtlingen gibt es keine Bauordnungserleichterung und da möchte ich Ihnen jetzt auch etwas sagen und zwar vorlesen im Gericht des ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes der nämlich hier in einer Sache ein Urteil gefällt hat was nämlich so nicht wäre wenn es sich hierbei um Flüchtlinge halten würde nämlich ich beginne hier also gut wer den jetzt vertreten hat oder sowas das erspare ich Ihnen erstens also der Beschwerdeführer ist durch den angeforderten Bescheid im verfassungsgesetz gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt worden darum geht es jetzt das ist das wo wir sagen warum auch Ihr Gesetz verfassungswidrig ist denn Bescheid wird aufgehoben zweitens die Stadt Wien ist schuldig den Beschwerdeführer zu erhandeln seines Rechtsvertreters die mit 2620 Euro bestimmten Prozesskosten binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu ersetzen jetzt kommen die Entscheidungsgründe nämlich erstens der Sachverhalt der Beschwerdeführer ist als Nachbar also das sind jetzt diese Nachbarrechte die hier ausgehebelt werden im Sinne des § 134 Absatz 3 der Bauordnung für Wien im folgenden WBO Partei in einem das Grundstück ich nenne es jetzt aufgrund von Anonymität nicht wer es haben will kann es gerne haben betreffenden Bauverfahren das das Baugrundstück liegt in einer Wohnzone gemäß § 7a WBO also Wiener Bauordnung in solchen Zonen ist der Wohnungsbestand grundsätzlich zu erhalten Ausnahmen davon hat es gemäß § 7a Absatz 5 in Verbindung mit § 133 Absatz 1 Ziffer 1 der Wiener Bauordnung der Bauausschuss der Ört zuständigen Bezirksvertretungen unter bestimmten Voraussetzungen zuzulassen und zwar zweitens am 30. Jänner 12 beriet der Bauausschuss über die ausnahmsweise Zulassung der Errichtung eines Restaurants im Erdgeschoss anstelle von vier Wohnungen im Gesamtausmaß von 116,07 Quadratmeter für das Projekt Adresse nenne ich jetzt nicht im Rahmen Anonymität kann aber jeder gerne vom haben und dabei ist folgendes geschehen und jetzt kommt der Bauausschuss beschloss zunächst mehrheitlich die Ablehnung des Bauvorhabens in der Folge wies ein Beamter im Rahmen einer Rechtsbelehrung darauf hin dass die Ablehnung rechtswidrig wäre weil ausreichend Ersatzraum geschaffen wurde daraufhin teilte ein Stimmführer der Vorsitzenden des Bauausschusses mit dass er sich bei der Abstimmung in einem Rechtsirrtum befunden hätte über die Rechtmäßigkeit einer neuerlichen Abstimmung herrschte aber keine Klarheit sodass die Bezirksvorstehung beigezogen wurde diese entschied sich für eine neuerliche Abstimmung und die wird auch mehrmals abgestimmt haben wir heute auch erlebt dass man nicht so lange abstimmt bis es passt und vorsichtsweise für die Sistierung des Beschlusses die haben wir dann sistiert daraufhin ließ die Vorsitzende des Bauausschusses darüber abstimmen ob eine neuerliche Abstimmung erfolgen solle die Durchführung einer neuerlichen Abstimmung wurde bei Stimmengleichheit mit der Rämierung der Vorsitzenden beschlossen in der Folge wurde über das Bauvorhaben neuerlich abgestimmt und auch die Zulassung der Ausnahme bei Stimmengleichheit mit der Rämierung der Vorsitzenden beschlossen Punkt 3 und der ist jetzt auch sehr wesentlich bitte aufpassen am 2. Februar 2012 erließ der Bauausschuss den entsprechenden Ausnahmebescheid gegen die Berufung gegen diesen Bescheid und damit auch durch den Baubescheid abweisenden Bescheid der Bauoberbehörde für Wien richtet sich die vorliegende und zwar auf Artikel 144 Bundesverfassungsgesetz darf man nicht unterschätzen geschützte Beschwerde in der die Verletzungen in den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter Artikel 83 Absatz 2 BVG und auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz das ist der springende Punkt auch Artikel 2 StGG sowie in Rechten wegen Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes des Paragraph 65 Wiener Stadtverfassung im folgenden WSTV behauptet und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen Bescheides eventu die Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof beantragt wird Viertens begründen wir diese mit wesentlichen Folgendes ausgeführt 4.1 Aufgrund des Paragraph 65 Wiener Stadtverfassung soll eine neuerliche Abstimmung unzulässig gewesen sein Der Bauausschuss sei nicht zuständig gewesen eine zweite Abstimmung vorzunehmen Auch Gründer der Rechtssicherheit würden gegen eine Wiederholung der Abstimmung sprechen Dadurch sei das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf ein faires Verfahren die fairen Verfahren die hier ausgeschlossen werden gemäß Artikel 83 Absatz 2 BVG verletzt worden Die belangte Behörde habe diese Unzuständigkeit der ersten Instanz trotz entsprechenden berufungsvorbringend nicht aufgegriffen und keine Ermittlungen über die Art und Weise des zustande kommenden Beschlusses gepflogen Sie habe dadurch einen dem Rechtsempfinden widersprechenden antidemokratischen und gesetzwürdigen Verhaltens das passiert in Zukunft öfters anscheinend Vorschub geleistet und damit Willkür gescheit auf das muss man achten 4.2 über diese § 65 Wiener Stadtverfassung unbestimmt wie so vieles wir haben ja gerade gesehen die Geschäftsordnung ist auch sehr unbestimmt legt man immer nur aus wie man will anscheinend wenn heißt bei Abstimmung muss man da sein zählt das aber erst wenn man sitzt oder nicht sitzt oder von hinten vorkommt oder beginnt die Abstimmung bei der Abstimmung oder erst dann wenn gefragt wird also unsere Auffassung ist dass natürlich eine Abstimmung wenn so ein Gesetz steht und auch eine Geschäftsordnung dann beginnt oder dass die Begrifflichkeit so auszulegen ist dass natürlich eine Abstimmung beginnt bei Aufruf zur Abstimmung und dass eben dann danach niemand mehr an dieser Abstimmung teilnehmen kann der zu spät gekommen ist so also somit zu dieser Unbestimmtheit in der Wiener Stadtverfassung die sich anscheinend auch zieht bis in die Geschäftsordnung des Gemeinderates der Verfassungsgericht so führt weiter aus einerseits sei nämlich unklar ob der Bürgermeister wenn er assistiere verpflichtet sei die Angelegenheit im Gemeinderat vorzulegen andererseits gehe im Fall der Vorlage aus der Regelung nicht so klar hervor ob der Gemeinderat die Sache selbst oder nur kassatorisch zu entscheiden hätte 5.1 Verfassungsgericht so weiter die belangte Behörde legte die Verwaltungsakten vor und erstattete eine Gegenschrift in der sie insbesondere den Beschwerde vorwürfen gegen die Vorgangsweise des Bauschusschusses entgegentritt also als Nachbarschaftsrechte die hier in dem Fall beeinträchtigt wurden und der Verfassungsgericht so führt weiter aus im nun vorliegenden Fall ist vor der rechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes in der Sitzung des Bauschusses der Bezirksvertretung des so und zu bilden Bezirks am 30. Jänner 2012 vorauszuschicken dass § 133 Absatz 1 Ziffer 1 Bauordnung den Bauschuss der Bezirksvertretung zur Entscheidung in einer Angelegenheit der Hoheitsverwaltung beruft Im hier maßgeblichen Zusammenhang geht es um die Erteilung der Bewilligung zu einer Ausnahme vom Gebot der Verwendung von Aufenthaltsräumen in Wohnzonen nur als Wohnung oder Teil einer Wohnung gemäß § 7a Absatz 5 Bauordnung Diese Angelegenheit ist gemäß 139 Absatz 1 Bauordnung eine solche des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde Aha Siehe da Nicht In dieser Angelegenheit ist der Bauschuss der Bezirksvertretung als Organ der Gemeinde Wien tätig Das sollten vielleicht auch manche sich in Erinnerung rufen § 8 Absatz 1 Ziffer 1 10 der Wiener Stadtverfassung Die eine Stadt mit eigenem Statut ist Das steht auch bei uns Führt hier der Verfassungsgerichtshof aus § 1 Absatz 1 Wiener Stadtverfassung In einem solchen behördlichen Verfahren hat der Bauschuss gemäß Artikel 1 Absatz 2a Ziffer 3 des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahren gesetzt 2008 das allgemeine Verwaltungsgesetz anzuwenden und so weiter und so fort Der Verfassungsgerichtshof sagt noch weiter vor diesem Hintergrund sind die Vorgänge in der Sitzung des Bauschusses der Bezirksvertretung des Sonsbilden Bezirks nicht als Sitzierung im Sinn § 65 WStV anzusehen Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichts finden solange eine Mitteilung nach außen nicht erfolgt ist auch dann wenn der Bescheidinhalt bereits durch Beschluss einer Kollegialbehörde gegeben ist die Bestimmung des allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 über Bescheide noch keine Anwendung Man sieht also hier meine sehr geehrten Damen und Herren dass dann am Schluss ich erspare Ihnen die weitere Begründung der Verfassungsgerichtshof sagt dass eben diese zulässige Beschwerde begründet ist dass hier Fehler unterlaufen sind und dass hier im Bereich diesen Falles Nachbarschaftsrechte beeinträchtigt wurden wenn jetzt allerdings dieser Nachbar und darauf kommt es an da sollte jeder von Ihnen aufpassen nämlich ein Container gewesen wäre oder in einer Faracke dann hätte sich dieses Verfahren diese Partei gar nicht mehr gar nicht mehr machen können beziehungsweise wenn es länger steht nur mit aufschiebender Wirkung dann ist die Frage ob sich das eben überhaupt noch jemand leisten kann hier sehen Sie wieder auch um den Vergleich zu bemühen mit der Orwellschen Farm dass es hier wirklich mit einer Demokratie weit gefehlt ist und eher hier von einer quasi schon ja ich meine das Gericht hatte gesagt dass sich Rot-Grün immer weiter in Richtung einer Diktatur bewegt dass man auch das hier in diesem Bereich wenn Sie hier durch diesen Initiativantrag neu regeln wollen hier wieder mal zur Geltung trifft meine sehr geehrten Damen und Herren ich möchte jetzt eben und das sagen ja nicht nur wir dass dieses Initiativantrag verfassungswidrig ist das belegen ja auch Gutachten und mein Vorredner der Vizebürgermeister und Landeshauptmann stellvertretend in diesem Fall Gotenus hat ja schon im Rahmen dieses Gutachtens die ersten drei Punkte Ihnen erläutert aber dieses Gutachten endet ja nicht bei Punkt 3 sondern es gibt noch weitere Punkte die eben dezidiert auf dieses Nachbarschaftsrecht das bei Baubescheiden eben zusteht eingeschränkt wird und dieses Gutachten sagt folgendes und ich darf jetzt dieses Gutachten zitieren Nutzungs- und Baumaßnahmen sollen in den Fällen des Paragraf 71c Absatz 2 und Absatz 3 und Absatz 4 des Entwurfs selbst anzulässig sein wenn sie subjektiv öffentliche Nachbarrechte nach der Wiener Bauordnung verletzen und zwar für bewilligungspflichtige Baumaßnahmen die auf fünf Jahre befristet sind ausdrücklich geregelten Paragraf 71 Absatz 4 zweiter Satz für bewilligungsfreie Maßnahmen nach Absatz 2 ergibt sich dies bereits aus der Bewilligungsfreischreibung im Gutachten heißt es weiter im Gutachten dass ihre Verfassungswidrigkeit eigentlich hier belegt damit werden etwa Nachbarrechte auf Einhaltung des Nachbarabstandes auf Einhaltung der Bestimmung über die Gebäudehöhe und auf Einhaltung des Flächenwidmungsplans Klammer Widmungskonformität Klammer zu soweit sie durch Paragraf 134a der Wiener Bauhaus und C werleistet werden beschnitten das ist das das ich Ihnen schon auch im Rahmen dieses Verfassungsgerichtshofs Urteils das ich Ihnen vorher schon nähergebracht habe erläutert habe und im Gutachten heißt es weiter es werden also zwei verschiedene Kategorien von Nachbarn geschaffen und das widerspricht dem jetzt diesem Gleichgesetzgrundsatz und darum sagen auch wir dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist im Allgemeinen können Nachbarn von Bauvorhaben die Ihnen durch Paragraf 134a wie in der Bauordnung eingeräumten subjektiv öffentlichen Rechte wahrnehmen und durchsetzen bei Bauvorhaben im Sinne von 71c und Absatz 2 und 3 des Entwurfs werden den Nachbarn diese Nachbarrechte aber vorenthalten diese Differenzierung wäre dann verfassungsrechtlich zulässig wenn es dafür eine sachliche Rechtfertigung gebe eine solche sachliche Rechtfertigung und ich zitiere dieses Gutachten weiter ist jedoch nicht ersichtlich das heißt Sie können nicht Sie können hier keine sachliche Gerechtfertigung vorlegen dies ergibt sich zum einen schon daraus dass es dem Gesetzgebungsvorhaben allgemein an einer sachlichen Rechtfertigung fehlt haben wir schon erörtert wenn Sie aufgepasst haben war das Punkt 1 der Herr Vizebürgermeister und Landeshauptmann Gotenus hat Ihnen diesen Punkt 1 schon vorgebracht das heißt es gibt also mehrere Punkte allein in Ihrem Initiativantrag die verfassungsrechtlich bedenklich sind und wenn wir bedenken dass es schon einmal sogar eine Regierungsvorlage gekommen ist das glaube ich war die Errichtung des Landesverwaltungsgerichtshofs das wir dann glaube ich novellieren mussten oder weiterbearbeiten mussten wir schon damals diese Bedenken gelegt haben dass dieses Gesetz vielleicht nicht gesetzeskonform ist hätten wir uns auch einiges erspart und genau diese Blamage die dann vielleicht in ein paar Monaten auf Sie zukommt wollen wir Ihnen auch heute ersparen und darum deswegen gehen wir auch heute besonders genau auf diesen Initiativantrag ein wenn man jetzt weiter dieses Gutachten sich durchliest ich darf es Ihnen weiter vortragen selbst wenn man jedoch die Regelungsabsicht des Gesetzgebungsvorhabens an sich als sachlich gerechtfertigt qualifizieren wollte ist nicht einzusehen warum zur Errichtung solcher Notunterkünfte beispielsweise auf der baurechtliche Nachbarabstand unterstritten werden muss es unterschritten werden muss oder umgekehrt formuliert warum nicht trotz Einhaltung der allgemeinen baurechtlichen Abstandsvorschriften zugunst von Nachbarn hinreichend Notunterkünfte bereitgestellt werden könnten weil diese Frage von Ihnen hat sich überhaupt noch niemand gestellt warum man das überhaupt so machen muss Entsprechende Überlegungen gelten für die Bestimmungen über die Gebäudehöhe zumal bei Gebäuden in Leichtbauweise nämlich Containern über die flächenmäßige Ausnutzbarkeit von vorhandenen Bauplätzen über geltende Bestimmungen der Bebauungspläne hinsichtlich der Fluchtlinien mit anderen Worten selbst wenn nach Umständen Notunterkünfte aufgestellt werden müssten rechtfertigt dies jetzt wenn man das zugespitzt formuliert noch nicht dass diese Notunterkünfte aus noch unmittelbar an der Grundgrenze gerückt oder über die baurechtliche zulässige Gebäudehöhe hinaus errichtet werden da stellt sich eh schon die Frage wenn Sie das hier explizit ausnehmen was wollen Sie da errichten an Containermassen können wir jetzt rechnen wenn explizit ausgeschlossen wird dass wir jetzt hier Container in Höhe von 20 Metern errichtet werden oder Riesencontainer Dörfer errichtet mitten in der Stadt warum wenn Sie ja eh immer behaupten dass Sie nicht Absicht haben solche Riesencontainerdörfer oder Barackendörfer zu zu errichten warum schließen Sie das dann hier genau explizit aus haben Sie bis heute nicht beantworten können weder in den vorigen Wortmeldungen noch bezweifle ich dass es in den nachführenden Wortmeldungen sind ich glaube der Herr Deutsch hat sich dann zu Wort gemeldet vielleicht kann er uns dann morgen nachmittags erklären meine sehr geehrten Damen und Herren so und jetzt führe ich weiter aus nämlich Punkt 4 in diesem Gutachten § 71c Absatz 2 letzter Satz und Absatz 4 letzter Satz des Entwurfs dispensiert von nicht näher bestimmten Leistungen also auch hier gibt es wiederum eine Unbestimmtheit in diesem Initiativantrag die im Zusammenhang mit der Baubewilligung oder Bauausführung vorgeschrieben sind damit sind wohl und das Gesetz ist hier wieder mal sehr 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 unpräzise vielleicht hat man das nicht ja vielleicht hat man das so gehudelt dass es nicht besser gegangen ist oder man war einfach schlampert vielleicht hätte man auch einfach eine Regierungsvorlage nehmen sollen die kann dann zurückgreifen auf einen Apparat dass es vielleicht auch dann besser geschieht man greift hier zu einem Initiativantrag der ist halt schlampert und salopp formuliert unpräzise ungenau vielleicht will man damit hier nur ein mühsiges Begutachtungsverfahren ausschließen oder man weiß schon genau von Anfang an dass eben dieses Gesetz verfassungswidrig ist da bin ich auch gespannt wie uns das dann der Nachredner der SPÖ morgen Nachmittag erklären will meine sehr geehrten Damen und Herren aber es geht eben hier weiter näher bestimmten Leistungen jawohl nicht sehr präzise jedenfalls die morgen Abend könnte man auch schaffen Herr Präsident keine Sorge wir sind gewappnet aber jedenfalls die Anlegerleistung die Anlegerleistung nach dem Paragrafen 50 folgende der Wiener Bauer noch gemeint nämlich insbesondere unsere Kostenbeiträge zu Verkehrsflächen Paragraf 50 oder Kostenbeiträge zur Herstellung von Verkehrsflächen Paragraf 51 sollten Sie sich auch genau anschauen diese Freischreibung von Kostenbeiträgen zu öffentlichen Erschließungsleistungen Erschließungsleistungen ist sachlich nicht gerechtfertigt das heißt auch hier versteht niemand eigentlich und es gibt keine sachliche Gerechtfertigung warum das hier so geregelt ist und begegnet eben daher auch verfassungsrechtlichen Bedenken selbst wenn man nämlich entgegen der unbegründeten Auffassung des Gesetzgebungsvorhaben nämlich die Dispensierung von materiellen Anforderungen der Bauordnung für sachlich gerechtfertigt erachten wollte gilt dies nicht ohne weiteres auch für bauernsrechtliche Kostenbeitragspflichten auch wenn man nämlich für die Errichtung von Notunterkünften aus Gründen des Zeitdrucks oder wegen deren einfachen Bauweise meint es Adaptierungen der Flächenwidmungspläne der Bebauungspläne oder der Einhaltung bautechnischer Anforderungen aus Zeit- und inhaltlichen Gründen nicht machbar sein so trifft es doch nicht auf Geldzahlungspflichten also das können sie uns auch nicht erklären warum hier auch diese Unterkünfte von Geldzahlungspflichten ausgenommen werden auch hier gibt es keine sachliche Begründung in ihrem Initiativantrag und ist auch für Verfassungsgerissen nicht nachvollziehbar warum sie hier eben eine Ausnahme machen im Gutachten heißt es weiter dass es etwa dem Bund als staatlichen Organisator von Notunterkünften gerade hier in finanziellen Leistungstätigkeit mangeln sollte ist nicht erkennbar also der Bund könnte es sich eh leisten warum musste er nicht zahlen oder ist die Stadt Wien vielleicht schon so bankrott dass er nicht mehr diese kleinen Geldzahlungspflichten leisten kann ich weiß es nicht vielleicht meldet sich ja dann auch noch der Herr Strobl als Finanzexperte der SPÖ Wien zu Wort und kann uns dann erklären warum er genau hier eine Ausnahme macht bei Geldbezahlungspflichten die einen privaten nicht treffen würden in dem Gutachten geht es weiter nämlich die in Rede stehende Begünstigung durch Dispensierung von Geldleistungspflichten erscheint daher wie ich schon vorher selber erwähnt habe daher sachlich nicht gerechtfertigt so das waren jetzt vier Punkte warum ihr Gesetz hinkt und verfassungsrechtlich anfächbar ist drei Punkte hat Ihnen der Herr Godenus erklärt unser Landeshauptmann und Vizebürgermeister aber das war jetzt Punkt vier und jetzt folgen noch weitere zwei Punkte weil dieses Gesetz nämlich wirklich militantisch ist es wurde schon vorher erklärt dass es sehr unpräzise ist und ungenau und unscharf formuliert und jeder der sich ein bisschen mit uns auskennt weiß eine Unbestimmtheit im Gesetz ist etwas was einfach nicht passieren darf also kommen wir zu Punkt fünf dieses Gutachtens schließlich sieht § 71c Absatz 7 des Entwurfs vor dass Bescheid Beschwerden an das Verwaltungsgericht in Nämlich Artikel 136 Absatz 1 Bauordnung für Wien keine aufschiebende Wirkung haben sollen das heißt dass die Behörde aber ausnahmsweise aufschiebende Wirkung durchkennen können soll Damit weicht nämlich diese Regelung meine sehr geehrten Damen und Herren Nämlich diese Regelung weichte vehement von der Systementscheidung des § 13 äh 13 VWGVG und Sie können nicht begründen warum Sie das hier so regeln Es weicht also hier systementscheidend ab das heißt es ist ein gravierender Eingriff in dieses Rechtssystem was sonst bis jetzt nie erklärt wurde vollziehen Sie hier ja und es geht weiter der rechtzeitigen zulässigen Beschwerden grundsätzlich die aufschiebende Wirkung einräumt und umgekehrt den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung einer gesonderten behördlichen Entscheidung vorbehält So und nun und das sagt ein Verfassungsjurist weiter und zwar ordnet der Artikel 136 Absatz 2 BVG an dass das Verfahren der Verwaltungsgerichte durch ein besonderes Bundesgesetz einheitlich geregelt werden soll Also das komplette Verfahren der Verwaltungsgerichte soll hier komplett einheitlich geregelt werden und weiter eben das VWGVG das Verwaltungsgericht zu Verfahrensgesetz ist dieses besondere einheitliche Bundesgesetz und dieses behandeln Sie hier ungleich Gemäß Artikel 136 Absatz 2 Dritter Satz BVG darf der Landesgesetzgeber Regelungen über das Verfahren der Verwaltungsgerichte in Ruhr treffen wenn sie zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind und der Verfahrensgerichtshof interpretiert nämlich dieses Erfordernis so dass die abweichende verfahrensrechtliche Regelung im Interesse der Materie unerlässlich sein muss und in diesem Fall meine sehr geehrten Damen und Herren ist es eben nicht unerlässlich Applaus Ja im Gutachten geht es dann weiter dass in § 71c Absatz 7 des Entwurfs eine zum VWGVG abweichende Regelung im Sinne des Artikels 136 Absatz 2 BVG enthält zur Regelung der Materie unerlässlich sein soll und das ist eben nicht ersichtlich Es ist nämlich nicht einzusehen warum nicht das System des § 13 VWGVC nämlich die Möglichkeit zum Ausschluss der aufschiebenden Wirkung im Einzelfall auch für Zwecke des § 71c des Entwurfs ausreichen sollte Der Verfassungsgerichtshof hat bereits darauf hingewiesen dass es Fälle gibt in denen das öffentliche Interesse an einer effektiven Gefahrenabwehr die sofortige Umsetzung einer Entscheidung verlangen kann Diesem öffentlichen Interesse wird jedoch bereits mit der Möglichkeit des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung durch die anordnende Behörde unter den Voraussetzungen des Artikel 13 Absatz 2 VWGVG entbrochen Da haben wir es eben Da diese rechtliche Möglichkeit hinreicht ist der generelle Ausschluss der aufschiebenden Wirkung nicht erforderlich meine sehr geehrten Damen und Herren Und wenn ein Initiativantrag von Ihnen von einem Verfassungsjuristen sowas von zerpflügt wird dann sollten Sie sich wirklich überlegen ob Sie hier nicht doch diesen Tagesordnungspunkt vertagen wollen meine sehr geehrten Damen und Herren Es geht weiter in dem Gutachten nämlich freilich zu einer Regelung die den ausnahmslosen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung vorsah Allerdings hat der Verfassungsgerichtshof zuletzt wie auch die dem § 71c Absatz 7 des Entwurfs strukturell vergleichbare Regelungen in § 56 der obersteuerischen Bauordnung von der Verfassung 1994 hat verfassungsrechtlich zulässig akzeptiert Wir haben auch schon vorher gehört vom Kollegen Pafkwit warum er das hier gemacht hat Freilich gehört § 56 der obersteuerischen Bauordnung das System des § 13 VWG für erteilte Baubewillungen generell um was die Wiener Bauordnung gerade eben nicht als unlässlich erachtet in dem Sinn können Sie vergleichen festschlagen Sie nach § 136 der Wiener Bauordnung vielmehr bezieht sich § 71c Absatz 7 des Entwurfs bloß auf die erfassten Notunterkünfte somit erhebt sich neben Bedenken dass an sich die Möglichkeit des § 13 Absatz 2 VWG genügen sollte deshalb § 71 Absatz 7 des Entwurfs nicht unerlässlich ist das weitere Bedenken und jetzt geht es weiter bei Ihnen gibt es nur Bedenken in Ihrem Initiativantrag nämlich dass die Bauordnung in der Fassung des vorliegenden Entwurfs nicht in anderen Fällen ebenso die Dringlichkeit etwa bei anderen im öffentlichen Interesse liegenden Gebäuden wie Krankenanstalten ebenso die ausschriebene Wirkung ausschließt mit anderen Worten die Abgrenzung des Anwendungsbereiches des § 71 Absatz 7 des Entwurfs unsachlich vornimmt also wir haben schon wieder hier eine Unsachlichkeit § 71 Absatz 7 des Entwurfs begegnet er den verfassungsrechtlichen Bedenken sich in Widerspruch zu Artikel 136 Absatz 2 BVG und zu Artikel 7 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes zu setzen das heißt wir haben hier in Ihrem Initiativantrag einen totalen Widerspruch zur Bundesverfassung meine sehr geehrten Damen und Herren Applaus Wenn man sich dieses Gutachten eben genauer anschaut und ich nehme an dass Sie auch alle sehr aufmerksam zugehört haben muss man eben sagen dass Ihre Bauordnungsnovelle die Sie hier heute zur Beschlussfassung bringen nur so strotzt vor verfassungsrechtlichen Bedenken das was hier passiert ist ein drüberfahren ein drüberfahren über die ja über Nachbarschaftsrechte ein drüberfahren wo es vorprogrammiert wird dass es Konflikte geben wird wenn Sie diese Container wo aufstellen mit den Anrainern und ich sage Ihnen auch eines klipp und klar meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPÖ und von den Grünen so ein drüberfahren hat sich die Wiener Bevölkerung nicht verdient meine sehr geehrten Damen und Herren ja Sie haben dieses Problem verursacht Sie haben durch Ihre undifferenzierte Willkommenspolitik es erst notwendig gemacht dass es Notmaßnahmen geben muss diese Notmaßnahmen wie gesagt widersprechen allerdings unserer Verfassung und das was für mich besonders erschreckend ist dass wenn Sie dieses Problem verursacht haben dann solche Massenasylheime wie zum Beispiel in Leasing hinpflanzen und es eine Petition gibt wo ich glaube über 7000 Menschen alle Fliesingerinnen und Leasinger unterschrieben haben wo es dann eine friedliche Kundgebung gibt gegen dieses Massenzentrum wo sich besorgte Bürger hinbewegen weil sie eine Gefahr sehen weil sie tagtäglich auch konfrontiert werden nicht nur persönlich sondern auch in Medien wo Vergewaltigungen Belästigungen in Schwimmbädern Mord bis Totschlag etc. und das ist ja alles evident das sind alles keine Geschichten die wir finden das ist ja auch alles polizeianhängig und wenn sich diese Menschen Sorgen machen eben gegen so ein Asylzentrum dann kommen Sie daher jetzt nehme ich einmal einen heraus ich nehme jetzt den Herrn Häupl Junior der bis jetzt sehr auffällig war in der Öffentlichkeit vielleicht hat er es nicht geschafft in der Privatwirtschaft jetzt ist er halt in der SPÖ untergekommen als Jugendkoordinator oder was er ist sicher hoch bezahlt Sie können es sich ja noch leisten bis jetzt haben sie noch hohe Parteiförderung aber die schrumpft ja auch von Mal zu Mal aber jedenfalls kommt dann der Herr Häupl Junior daher und beschimpft eine Masse an aufrechten Bürgern die nur ihre Sorgen zum Ausdruck bringen wollen als rechten Abschaum als rechten Abschaum und das sage ich Ihnen solche Wortwahl lehnen wir ab wir stehen hinter den Liesigerinnen und Liesern und lassen sie nicht so einfach abfällig beleidigen von Herrn Häupl Junior weil Sie sagen wir sollen zur Bauordnung sprechen genau dieses Problem dieser Massenunterkünfte ist ja erst aufgrund dieser Änderung der Bauordnung dann noch viel leichter möglich also wenn Sie jetzt meinen ich rede da jetzt nicht zur Sache sage ich Ihnen genau das sind ja die Auswüchse die in Zukunft passieren werden wenn dieses Gesetz hier durchgeht meine sehr geehrten Damen und Herren und wenn man sich jetzt allein die Vorstellung oder sich der Vorstellung hingibt dass es auf der Donauinsel im Sommer und dann gibt es ja auch FKK Bereiche da weiß ich wieder nicht wie dann vielleicht dort reagiert wird von wie sagt man bei interkulturellen Missverständnissen vielleicht also wenn dann auf der Donauinsel Massencontainer und Massenzentren richtet werden weil das wäre nämlich so eine leerstehende Fläche wo man dann sagen könnte gut da stellen wir jetzt hin Container für 700 bis 1000 Menschen bin ich schon gespannt wie das dort ist wenn es im Sommer heiß ist dort vielleicht ja Wienerinnen so wie es bei uns üblich ist in einem Bikini sich dort am Strand legen auf die Donauinsel legen oder vielleicht sogar auf den FKK Platz gehen und dort nackt herumlaufen da bin ich jetzt schon gespannt was dann passieren wird meine sehr geehrten Damen und Herren und drum können wir sagen wie auch dass solche sensiblen Bereiche wo verschiedene Gruppen an Menschen die verschiedene Wertevorstellungen haben die ein verschiedenes Staats die eine verschiedene Staatsvorstellung haben die solchen Zusammentreffen und dass wir zu Konflikten führen wenn sie das ja heute durchsetzen und solche Zusammentreffen sollten wir vermeiden dass es nicht weiter Gewaltexzesse gibt nicht weiter Vergewaltigungen gibt nicht weiter vielleicht Bandsenkriege gibt aber wenn sie dieses Gesetz hier und heute mit Stimmen von Rot und Grün beschließen leisten sie nur diesen Exzessen Vorschub und das lehnen wir ab meine sehr geehrten Damen und Herren vor Ja zurückzukommen auch auf diese Thematik des Provisoriums dass es ja nur eine temporäre Maßnahme ist wir haben es schon erläutert ich habe es Ihnen schon erläutert vorher dass diese Maßnahme die temporär ist ja 15 Jahre dauert und ich möchte nur in Erinnerung rufen vielleicht als kurzer Beisatz wir hatten schon einmal den Container als temporäre Maßnahmen nämlich im Bereich der Schulen und diese temporäre Maßnahme ist so weit gegangen dass glaube ich die erste temporäre Maßnahme nämlich der erste Container der aufgestellt wurde nach 50 Jahren rückgängig gemacht wurde also so viel zu ihrer Formulierung von temporärer Maßnahme meine sehr geehrten Damen und Herren auch die Flächenwidmung wird hier durch den Initiativantrag eigentlich komplett ausgehebelt Bauen jetzt ohne Flächenwidmung wird in Zukunft möglich sein und gerade ich ich komme ja aus Töbling und bin ja dort auch als Parteiobmann tätig weiß wie sensibel Gebiete sind bezüglich der Flächenwidmung wir haben dort Heurigen wir haben Wald- und Wiesengürtel ja wir haben eigentlich sehr schön und sehr ruhig in Grinzinger und ich bin mir ziemlich sicher oder ich bin mir sicher dass ohne diese Änderung der Bauordnung sie auch keine Container zum Beispiel in den Heurigengarten einstellen können oder zwischen die Weinlauben und Weinreben oder auch nicht am Grinzinger Platz wo sie es einstellen können oder in Nussdorf all das wäre nicht möglich aber aufgrund dieser Aushebung durch diese Aushebung hier in diesem Initiativantrag wäre dies in Zukunft möglich und dann bin ich schon gespannt wie sie dann den Bürgern in Töbling erklären wollen warum dann am Grinzinger Platz dort vielleicht zwei Container stehen warum am Nussdorfer Platz und mehrere Container stehen das Kallenberger Dörfer glaube ich wird jetzt verschont weil aufgrund dieser Änderung können sie dann wie man jetzt hört dort aus der besorgten Bevölkerung in die alte Feuerwache ein Asylzentrum hineingeben was ich überhaupt nicht verstehe zuerst sagt man diese Feuerwache ist zu teuer die kann nicht mehr betrieben werden diese Feuerwache muss im Kallenberger Dörfer aufgelöst werden große Aufschrei selbstverständlich der Bevölkerung weil die natürlich wiederum ein subjektives Sicherheitsgefühl verlieren das wird immer weiter gemindert jetzt gibt es schon keine Feuerwehr aber um das zu kompensieren anscheinend jetzt pflanzen wir dort ein Asylzentrum wird der Sicherheit und diesem noch sozialen Frieden den Sie allerdings hier wirklich aufs Spiel setzen aufgrund Ihres Initiativen Antrags setzen Sie diesen sozialen Frieden meine sehr geehrten Damen und Herren aufs Spiel im Bereich des Antrages gehen Sie auch auf die Nachbarschaftsrechte ein und diese Nachbarschaftsrechte werden ich Ihnen vorher erklärt habe dann im Absatz 3 vehement ausgehebelt und ich glaube auch im Sinn eines demokratischen Diskurses sollte man auch erklären eigentlich was diese Nachbarschaftsrechte sind und es gibt in der Bauordnung den Paragraf 134a nämlich darum geht es jetzt hier in dem Sinn um subjektiv öffentliche Nachbarrechte und diese subjektiv öffentlichen Nachbarrechte werden beschnitten und ich erkläre Ihnen gleich um was es hier geht nämlich Paragraf 134a 1 sagt subjektiv öffentliche Nachbarrechte deren Verletzung die Eigentümer bzw. Miteigentümer benachbarter Liegenschaften Paragraf 134 Absatz 3 im Baubewilligungsverfahren Geld machen können werden durch die folgenden Bestimmungen Fernseh ihren Schutz Dienen begründet nämlich und da muss man jetzt wirklich aufmerksam zuhören nämlich A Bestimmung über den Abstand eines Bauwerkes zu den Nachbargrundgrenzen jedoch nicht bei Bauführung unterhalb der Erdroberfläche B Bestimmung über die Gebäudehöhe C Bestimmung über die flächenmäßige Ausnützbarkeit von Bauplätzen Baulosen und Kleingärten D Bestimmung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Fluchtlinien E Bestimmungen die den Schutz vor Emissionen die sich aus der widmungsgemäßen Benutzung eines Bauwerkes ergeben können zum Inhalt haben nämlich die Beeinträchtigung durch Emissionen die sich auf der Benutzung eines Bauwerkes zu Wohnzwecken oder für Stellplätze im gesetzlich vorgeschriebenen Ausmaß ergibt kann jedoch nicht geltend gemacht werden Das gibt es noch auf Fußnote 3 die werde ich Ihnen dann später noch nicht vorenthalten Aber Punkt F Bitte Bestimmungen die den Nachbarn zu Emissionen berechtigen ist dann Nummer 4 werde ich Ihnen auch noch vorlesen damit Sie sich auch alle auskennen nämlich was alles hier von subjektiv subjektiv öffentliche Nachbarrechte beschnitten werden Weiters geht es in 2 Bestimmungen gemäß Absatz 1 Litera e dienen dem Schutz der Nachbar nur insoweit als nicht ein gleichwertiger Schutz bereits durch andere Bestimmungen gegeben ist Ein solcher gleichwertiger Schutz ist jedenfalls gegeben bei Emissionen aus Bauwerken damit handelt es eben Emissionen sollte man aufpassen das wird in Zukunft nicht mehr so sein oder Bauwerksteil mit gewerblicher Nutzung im Industriegebiet im Gebiet für Lager und Ländeflächen in Sondergebieten im Betriebsbaugebiet sowie im sonstigen gemischten Baugebiet sofern auf sie das gewerberechtliche Betriebsanlagenrecht zur Anwendung kommt also das alles gilt dann in Zukunft nicht wenn ihr Initiativantrag beschlossen wird weiter geht es in Punkt 3 Emissionen gemäß Absatz 1 Literer F sind nur solche die auf der Grundlage eines behördlichen Bescheides zulässig sind durch solche Emissionen darf auf der zu bebauenden Liegenschaft keine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit der Benützung der Bewohner entstehen diesen Emissionen kann durch entsprechende Baumaßnahmen der zu bebauenden Liegenschaft oder mit Zustimmung des Eigentümers oder der Miteigentümer auf der Nachbarliegenschaft entgegengetreten werden gibt es auch noch weiter Fußnote 4 und da gibt es jetzt eben erläutende Bemerkungen zu einer Welle von 192 Schrägstrich 34 in der Bauordnung für Wien ich habe dazu die kommentierte Fassung die kommentierte Gesetzesausgabe damit sich nämlich dann auch wirklich jeder genau auskennt weil solche Gesetze sind ja leicht missverständlich vor allem Gesetze die von Ihnen geschrieben werden oder Geschäftsordungen können auch missverständlich interpretiert werden wie ich ja schon vorher erwähnt habe gab es eben die Frage bei der Abstimmung ob jetzt eine Abstimmung beginnt bei der Einleitung des Abstimmungsverhaltens oder ob eine Abstimmung erst dann beginnt wenn man gefragt wird also wer ist jetzt für oder wer dagegen der Herr Präsident hat ja schon angekündigt dass er hier ein ein Gutachten uns auch präsentieren wird wo dann diese sage ich jetzt mal vielleicht missverständliche Begrifflichkeit der Abstimmung dann noch genau erläutert wird damit es eben solche missverständlichen Begrifflichkeiten nicht gibt gibt es zum Glück den Herrn Goider und den Herrn Fuchs der hat nämlich diese kommentierte Gesetzesausgabe herausgebracht und deswegen erläutere ich jetzt das in seinem Kommentar also der Gesetzgeber hat bisher nicht ausgeführt welche Bestimmungen der Bauordnung für Wien dem Schutz der Nachbarn dienen es war daher Sache der Lehre und der Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts diese Frage zu beantworten um für die weitere Zukunft auf diesem Gebiet eine größere Rechtssicherheit zu gewährleisten werden nunme die Bestimmungen dexativ aufgezählt die geeigneten subjektiv öffentliche Nachbarrechte zu begründen nämlich durch diese Aufzählung soll die Rechtssicherheit insofern erhöht werden als einerseits der Bauwerber weiß welche Rechte der Nachbar zu beachten hat die er dann vielleicht in Zukunft nicht mehr zu beachten hat und darum geht es nämlich heute weil sie benignen nämlich diese Nachbarrechte oder subjektiv ständige Nachbarrechte enorm wenn sie es vielleicht noch nicht haben ich kann das ihnen dann vielleicht später auch nochmal vorlesen in ihrem eigenen Antrag wenn sie das auch nicht glauben weil sie oft sagen sie glauben uns nicht was wir hier erzählen also weiter die Aufzählung der Bestimmungen die geeignet sind subjektiv öffentliche Nachbarrechte die begründen orientiert sich im Wesentlichen an der bisherigen Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts jetzt gibt es noch weitere erläutende Bemerkungen nämlich zur Novelle im Landesgesetz 2001-36 die nämlich auch nicht mehr gelten wenn sie diesen Initiativantrag schließen nämlich durch Absatz 1 Literer F und Absatz 3 wird die Problematik der bestehenden Betriebe heranrückenden Wohnbebauung einer Regelung unterzogen damit wird einerseits im Sinne der Judikatur des Verfassungsgerichts sichergestellt dass der Eigentümer des Nachbargründers der denn in Zukunft gar nichts mehr zu sagen hat auf dem sich der Betrieb befindet Parteistellung hat also das wird ja dann alles anders wenn sie das weiter so beschließen andererseits sollen nur legale und sehr schwerwiegende Emissionen welche die Gesundheit oder sogar das Leben der künftigen Bewohner gefährden den Wohnbau unzulässig machen illegale Emissionen sind ohnehin nach den für den Betrieb maßgeblichen Vorschriften zum Beispiel der Gewerbeordnung zu unterbinden die Diktion lehnt sich an jene der Gewerbeordnung 1994 an so dass es damit praktisch auch ausgeschlossen ist dass der Betriebsinhaber später gewerberechtliche Auflagen erhält die seine Betriebsführung unterbinden beziehungsweise erschwert die Abwägung der Interessen an der Wohnbebauung einerseits und des Betriebes an seiner Haltung andererseits führt zu dem hier beschriebenen Emissionsmaß für Wohnungen das jenem nach § 6 Absatz 6 oder 8 vorgeht Sie können auch vergleichen wenn Sie mir folgen auch § 6 Absatz 18 außerdem soll es möglich sein die Gefährdungen durch konkrete bauliche Maßnahmen nämlich Einhausungen oder Schallschutzwände und dergleichen auf der zu bebauenden Liegenschaft und mit Zustimmung des Eigentümers auf der Nachbarliegenschaft auszuschalten Betriebserweiterungen sind zulässig doch sind im Baufalle wie bisher allfällige Belästigungen zu prüfen und korrespondierende Bestimmungen finden Sie auch in den § 6 Absatz 18 und § 128 Absatz 2 Ziffer 7 Die Anmerkungen die ich Ihnen vorher erwähnt habe gehe ich jetzt nur auf Punkt 1 und 2 ein weil es gibt noch andere Bestimmungen nämlich die Anmerkungen Punkt 1 § 134 Absatz § 134 Absatz 1 wurde mit der Novelle des Landesgesetzplatzes für diejenigen die es nicht gewusst haben nämlich das war die Novelle § 1992 § 34 neu eingefügt auch das darf man in dem Fall nicht vergessen die subjektiv öffentlichen Nachbarrechte des Baubewilligungsverfahrens sind nunmehr dem Typus nach erschöpfend aufgezählt nämlich in der Rechtsprechung wurden bisher Nachbarrechte in größerem Umfang bejaht etwa bei Rutschgefahr bei Statikfragen bei Investitionen eine ausdrückliche Regelung dieser schwierigen Abgrenzungsfragen durch den Gesetzgeber ist zu begrüßen also Sie sehen hier dass dieser § 134a nämlich subjektiv öffentliche Nachbarrechte durch Ihren Initiativantrag komplett ausgehebelt werden wie Sie ja selber schreiben gilt ja das Gesetz dann nicht mehr das heißt grundsätzlich könnte ich jetzt einfach aufschlagen den Finger hier drauflegen und ich spreche noch immer zur Sache weil dieses Gesetz dann nicht mehr gilt aber so möchte ich es also nicht machen ich möchte Ihnen dennoch nicht vorenthalten das Thema der Bausperre weil dieses Thema sehr wichtig ist vor allem vor allem in sensiblen Gebieten wie zum Beispiel auch Töbling eine Sie wissen ja sicher da gibt es immer Streitigkeiten ob da jetzt was gebaut werden darf oder nicht da gibt es eine Bausperre die verhängt wird dann gibt es immer die Debatte ist das eingeflogen oder ist das umgerissen worden in Neustiz gab es da ein Haus da haben sie dann so weit abgekramt bis eigentlich die Mauer nur stand dass theoretisch meine sechsjährige Tochter nur so ankommen hätte müssen und das ist eingeflogen und dann ist immer die Frage gewesen nach diesem Windhauch der dieses Haus im Rahmen einer Bausperre dann komplett vernichtet hat ob das dann gewollt ist oder nicht aber die Frage nämlich ob es eine Bausperre gibt die stellt sich nämlich dann gar nicht wenn Ihr Gesetz in Kraft tritt nämlich die Bausperre für alle die es nicht wissen möchte ich jetzt hier wirklich auch noch erklären wenn mir das auch ein persönliches Anliegen ist nämlich § 8.1 für das von Bebauungsplänen nicht erfasste Stadtgebiet besteht bis zur Festsetzung dieser Pläne Bausperre dennoch sind von der Baubehörde Baubehörde gemäß § 70 zu erteilen wobei neu zum Umbau und der Errichtung sonstiger Bauwerke zu Abbrüche oder Veränderungen des äußersten Erscheinungsbildes von Bauwerken Veränderungen der Höhenlage von Grundflächen sowie Grundabteilungen nur unter folgenden Sonnenvoraussetzungen zu bewilligen sind also da gibt es Ausnahmen nämlich erstens das Vorhaben muss mit den gesetzlichen Zielen der Stadtplanung für die Festsetzung der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne unter Berücksichtigung des Baubestandes im betroffenen Stadtgebiet vereinbar sein und auch das örtliche Stadtbild nicht beeinträchtigen das ist ja so weit so löblich bei den Fragen wenn es jetzt hier ein Container aufgestellt wird beeinträchtigt das jetzt das Stadtbild oder nicht ich meine ja eh ich sage es beeinträchtigt aber wissen Sie was diese Frage stellt sich gar nicht mehr weil dieser Paragraf dann gar nicht mehr gilt und somit heben Sie ja wieder die Rechtsordnung aus ob es etwas ins Stadtbild passt oder nicht weil ich sage Ihnen ganz persönlich ich fand Containerschulen schier ja weil dort gab es immer wieder Beschwerden von Lehrern wo es geheißen hat im Sommer ist es zu heiß im Winter ist es zu kalt die Deckenhöhen sind zu nieder die Kinder fühlen sich nicht wohl ein Lernen ist dort gar nicht möglich ja da gab es nur Kritik bei diesen Containerschulen und jetzt auf einmal trotz dieser Kritik ich meine die Kinder stecken immer noch drin was ich nicht gut finde die können ja alle abgebaut und es gehört endlich mal ein neues Schuhbaupaket oder überhaupt ein Schuhbauplan nicht ins Leben gerufen aber jedenfalls diese Container sind schierfpassend nicht ins Stadtbild ja aber jetzt ist es möglich aufgrund der Gesetzesänderung nämlich da wird hier Paragraf 8 1 1 ausgehebelt ist vollkommen wurscht ob es ein Container im Stadtbild passt oder nicht aber ich darf es Ihnen noch weiter vorlesen weil es ist nicht unerheblich was Sie hier alles aushebeln vor der Entscheidung ist eine Stellungnahme des für die Stadtplanung zuständigen Gemeinderatsausschusses einzuholen das ist dann auch wurscht das heißt wir wären dann gar nicht mehr gefragt wenn normalerweise etwas dem Stadtbild widersprechen würde würde der Gemeinderat hier gefragt werden das heißt es ist ja schon wieder eine Frechheit und eine Beschneidung des Parlamentarismus dass sogar der Gemeinderat nicht mehr gefragt wird wenn etwas als Bausperre beziehungsweise nicht ins Ort passt das Ort wird beeinträchtigt wird einfach die Meinung hier des Gemeinderats und das darf Ihnen auch allen nicht wurscht sein Sie sind ja keine Regierungsmitglieder Sie sind ja genauso Gemeinderat und Parlamentarier wie wir Sie machen die gleiche Kontrollfunktion aus wie wir vielleicht stehen Sie das und sehen das als reines Abnickungsorgan für Wünsche der Stadtregierung ist es nicht aber nein auch hier werden wieder Rechte des Gemeinderats aufgrund ihrer Gesetzesinitiative ausgehebelt so weiter geht's nämlich bei Punkt 2 bei Gebäuden müssen eine ausreichende Verbindung mit dem bestehenden Straßennetz durch eine Dienstbarkeit die Versorgung mit gesundheitlichem einwandfreiem Trinkwasser und die Beseitigung der Abwässer sichergestellt werden alles eine spezielle Bestimmung das was Sie hier weiter haben heißt Hygienebestimmungen nach allgemeinen Bestimmungen diese spezielle Bestimmung hebeln Sie hiermit aus und das wäre gesundheitlich einwandfreies Trinkwasser und die Beseitigung der Abwässer muss sichergestellt sein all das hebeln Sie aus ich weiß nicht wie Sie das mit Ihrem guten Gewissen vereinbaren können wenn Sie einen Container aufstellen und wenn dann dort gesundheitlich nicht einwandfreies Wasser den Flüchtlingen illegalen Einwanderern wie man sich jetzt einwillen dann verabreicht wird wie Sie das in Ihrem Sinne als Flüchtling also nicht in Ihrem Sinne als Flüchtling wenn Sie Flüchtlingen gesundheitsschädigendes Wasser verabreichen das ist die Frage die sollten Sie sich einmal stellen weil die ist nicht unerheblich gleich geht es weiter das ist noch gesundheitlich richtiges Wasser wenn wir uns hier in einer Baracke befinden würden in einem Container wäre dieses Wasser vielleicht nicht gesundheitlich okay da brauchen Sie nicht den Kopf schütteln Frau Kollegin es ist so Sie sollten mal wissen was Sie eigentlich hier beschließen wollen ja so jetzt geht es weiter durch das Bauvorhaben dürfen öffentliche Interessen sowie in diesem Gesetz begründete Interessen der Nachbarn nicht verletzt werden auch das ist in Zukunft wurscht im Interesse der Nachbarn gelten als nicht verletzt wenn diese dem Vorhaben ausdrücklich zustimmen oder nicht spätestens bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen die sich ihrer Art nach auf § 134a Absatz 1st erheben diese Einwendungen gibt es in Zukunft nicht mehr es gibt keine Verhandlung es gibt keine Einwendungen es gibt keine Einwendungen die Wiener und Wiener müssen ruhig sein akzeptiert das Fries und Stier du kriegst einen Container vor deinem Haus eingepflanzt danke ihr rot-grüne Staatregierung so dann geht es noch weiter für die Stellung als Nachbar gilt in § 134a Absatz 3 sinngemäß sobald ein Bebauungsplan in Kraft tritt hat bei Bewilligung gemäß § 70 jeder Eigentümer auch Miteigentümer das darf man nie vergessen weil das ist ein erheblicher Teil der Liegenschaft beziehungsweise des Bauwerkes die damit übereinstimmende Grundbuchordnung herzustellen und die Anliegerleistung zu erbringen soweit dies nach Lage des Bauwerks möglich ist auch das ist in Zukunft alles nicht mehr möglich so das war nur ein kleiner Teil den ich Ihnen vorgebracht habe meine Kollegen werden noch weiter ausführen ich möchte Ihnen heute nicht das alles vorlesen werden meine Kollegen dann auch noch teilweise machen denn das alles das alles Herr Kollege gilt dann nicht mehr wenn es sich um Flüchtlinge handelt und wenn es um Container handelt wenn es sich um Baracken handelt und wenn dieses Gesetz das heute hier durchgeht meine sehr geehrten Damen und Herren also wenn man das zusammenfasst muss man sagen dass man jederzeit ohne Bewilligung ein Container dort gebaut werden kann nämlich die Flächenwidmung ist vollkommen wurscht es geht in Parks es geht in Kleingärten es geht auf öffentlichen Plätzen ja Frau Kollegin ich sage Ihnen eines wissen Sie wie viele Wiesen noch vielleicht frei stehen ich kann Ihnen eines ankommen Sie einmal nach Dösling am Hakenberg dort gibt es noch freie Wiesen und ich frage mich was da wohl die Kleingärtner sagen werden in Zukunft wenn er dort diese freien Wiesen die dort vielleicht als Kleingartenverein oder als Kleingarten Widmung dort gewidmet sind oder die vielleicht als Wald- und Wiesengürtel dort gewidmet sind wenn es dort vollkommen wurscht ist diese Menschen dort gar nicht mehr gefragt werden das gibt es nicht mehr und man dort einfach dort auf diese freien Flächen auf diese freien Wiesen Container hinbaut da bin ich gespannt wie Sie das dort der doben Bevölkerung erklären wollen meine sehr geehrten Damen und Herren also ich wiederhole noch einmal weil das ist nämlich wichtig weil es alle Flächen betrifft jederzeit ohne Bewilligung Containerdorf in Parks in Kleingarten auf öffentlichen Plätzen auf großen Innenhöfen von Gemeindebauten wäre es kritisch auch möglich ist die Frage ob Sie das dann machen wollen vielleicht im Kleinmarkshof dort gibt es ja noch eine große Fläche drinnen und dort dann auch Container hin die Leute werden es Ihnen danken es wäre möglich auf der Donauinsel habe ich schon vorher die ja die Problematik erklärt das dann in Zukunft sein wird wenn es diese ständigen interkulturellen Missverständnisse gibt dass man vielleicht leichtbegleitete Frauen nicht so begrapschen darf wie das sich dann ausreitet in der Lobau wäre es möglich am Wienerberg ist es möglich in Oberleis ist es möglich das heißt auf all diesen freien Flächen wäre es möglich und die bisherig gültige Widmung wäre vollkommen wurscht wäre vollkommen wurscht der Park ist ja grundsätzlich kein Park mehr der Begründer Innenhof ist dann in Zukunft wurscht weil das ist kein Begründer Innenhof der Garten ist auch kein Garten und all diese Plätze und das haben Sie dann zu verantworten müssen Sie dann der Bevölkerung erklären sind in Zukunft Plätze wo womöglich auf diesen Grundstücken Container und Baracken für Flüchtlinge stehen das müssen Sie meine sehr geehrten Damen und Herren einmal der Wienerinnen und Wiener erklären meine sehr geehrten meine sehr geehrten und der Herr Kollege Korherr als Vorredner hat er immer abgestritten dass er das nicht will Sie haben ja gesagt das wollen Sie gar nicht dass das irgendwo in der City steht oder irgendwo im Kleingarten auf Wiesen etc jetzt haben Sie aber vorher etwas erwähnt in Ihrer Rede wo wir ganz genau zugehört haben nämlich Sie haben gesagt dass das was Sie wollen wäre ist auch eine Durchmischung haben Sie vorgesagt so dann frage ich mich nur was ist das für eine Durchmischung von Flüchtlingen selbsternannten Flüchtlingen illegalen Einwanderern und Wienerinnen wenn Sie die ja eigentlich laut Ihrem angeblichen Vorhaben ja eh nur separatieren wollen auf Gegenden wo es eben zu keinen Konflikten kommt in keinem Kleingartenverein in keinem Parkset das heißt Sie haben eigentlich entlarvend gesagt dadurch dass Sie diese Durchmischung wollen wollen Sie quer durch Wien Flüchtlingscontainer aufstellen und jetzt ist die Katze auf dem Sack meine sehr geehrten Damen und Herren und dadurch dass Sie sich ja selber glaube ich nicht ganz einig sind was Sie wollen es gibt ja hier auch innerhalb der Regierungsfraktionen widersprüchliche Aussagen da hat einmal der Herr Niedermühlbüchler das eine gesagt der Herr Khor das andere möchte ich Ihnen auch diese kompletten Widersprüche und Artikel die ja wirklich kontrovers geführt werden ja die ja nicht nur wir kontrovers hier führen sondern auch die Bevölkerung draußen kontrovers führt und genau diese Artikel die sich mit ihrem Initiativantrag beschäftigen möchte ich Ihnen jetzt vorlesen weil das eine wichtige Sache ist nämlich auch wie die Öffentlichkeit sich hier ihre Meinung bildet und zwar geht es hier los in der Krone im Winter und zwar gab es hier den Artikel FPÖ will Gesetz vor Gericht anfechten das ist klar das machen wir auch Kritik von der ÖVP das ist super und Rot-Grün um eins und zwar geht es hier um die Aufregung der neuen Bauordnung ich weiß nicht ob Sie alle diesen Artikel kennen aber ich werde ihn jetzt vorlesen damit Sie ihn kennen nämlich die Kritik von allen Seiten hagelt es an der Stadtregierung wie die Krone berichtete will Rot-Grün die Bauordnung ändern das was wir jetzt heute da so lange debattieren um Früchtlingsquartiere ohne Bewilligung das ist unser Kritikpunkt zu errichten schon am Montag soll die umstrittene Änderungen im Bauausschuss auf Schiene gebracht und am 18. März im Landtag beschlossen werden der Kollege Bafkowitz wollte es ja ausreichend debattieren im Ausschuss hat alles dann nur noch mehr die saloppe Antwort bekommen vom Herrn Stürzmacher das diskutieren wir halt dann im Landtag das geht jetzt nicht also bitte schön jetzt diskutieren wir das im Landtag also es war vor im Bauausschuss wurde dort anscheinend auch nicht genügend nach Auskunft von meinem Kollegen Bafkowitz besprochen wir sollen Sie hier debattieren wurde gesagt gut debattieren wir Sie können wir gerne machen und jetzt geht es nämlich um diese Aufregung und um diese Missverhältnis oder Missstimmung zwischen Rot-Grün bezüglich dieses Antrags und zwar geht es los SPÖ und Grüne glauben dass sie in der Stadt einfach tun können was sie wollen so geht das nicht kritisiert ÖVP-Chef Blümel hat er vollkommen recht wenn die Rot-Grünen Willkommensklatscher diese skandalöse Gesetzesordnung im Landtag durchpeitschen wird die Wiener den Weg zum Verfassungsgerichtshof einschlagen und das Gesetz anfechten bekündet Obmann Strache an das werden wir auch machen ich weiß nicht ob Sie es wissen aber wir sind ja jetzt stark genug wir haben jetzt 34 Abgeordnete und stehen jetzt sehr viele Möglichkeiten zu wir können jetzt alleine zum Bundesrechnungshof gehen was wir übrigens schon gemacht haben ich weiß nicht ob Sie es wissen und zwar das Krankenhaus Nordstedt jetzt geprüft weil es ja dort auch abstruse Vorwürfe gibt aber das tut jetzt eigentlich dann in Zukunft dann eh nichts mehr zur Sache bis zum Krankenhaus Nordstedt aber eben bezüglich auf unsere Kontrollrechte und darum gehen wir auch jetzt hier gegen diesen Initiativantrag sofern er dann die Beschlussfassung findet vor dem Verfassungsgerichtshof die haben wir weil wir jetzt eben 34 Monatare haben und die Wähler diese Kontrollrechte verliehen haben und die werden wir auch wahrnehmen es geht jetzt weiter wir werden die Möglichkeit nur im Notfall nutzen beruhigt Christoph Korherr also nur im Notfall ich glaube wir befinden uns in einem Dauernotfall so oft wie Sie das anscheinend in Zukunft nutzen wollen Planungssprecher der Grünen außerdem müsse immer der Liegenschaftsrengtümer bei jedem Form sein Einverständnis geben das stimmt nicht ja stimmt nicht und ohne Baubewilligung können nur Quartiere errichtet werden die maximal 6 Monate betrieben werden stimmt auch nicht ich habe es vorher gerade erläutert außerdem hätten Bürger auch weiterhin ein Mitspracherecht was es in Zukunft nicht mehr gibt verhindern können sie die Projekte allerdings nicht mehr das ist das einzige wahre Wort verhindern können sie diese Projekte in Zukunft nicht mehr kurios und jetzt kommt dieses ja diese Missstimmung anscheinend oder diese ja ja Missstimmung zwischen Rot-Grün der hatte schon viel früher begonnen wenn ich nur erinnern kann schon bei der Abstimmung hat die Frau Vasilakow glaube ich nur 50 Stimmen bekommen von wie vielen Sätzen 54 also nur 50 wäre eigentlich wenn alle Tagwesen wäre glaube ich nicht einmal die Mehrheit gewesen ich glaube zwei haben sich enthalten darum hat es dann geschafft aber man sieht dass anscheinend diese Missstimmung sich ja jetzt nicht nur allein schon seit dem Regierungsstaat hier findet sondern hier auch in diesem Gesetz auch ja sich wiederfindet und zwar steht hier kurios am Freitag hat Rot-Grün die geplante Änderung das ist die Faximile hier unten die ist leider zu klein dass ich sie vorlesen kann in einer Aussendung mit dem Titel Bauordnungsnovelle bringt schlankere Bürokratie bejubelt eigenartig ist auch das SPÖ-Gemeinderat spürt zum Pecher und Korb zugeben dass die Änderung primär wegen der Errichtung von Flüchtlingsquartieren erfolgt während der Rote Lande Parteisekretär der Herr Niedermühlbichl im Gespräch mit der Krone versichert es geht dabei nicht Primär um Flüchtlinge sondern um temporäres Wohnen jetzt weiß ich nicht wer dann nach dem Herrn Niedermühlbichl eigentlich dort wohnen soll wenn es um temporäres Wohnen geht vielleicht sagen Sie jetzt es gibt zu wenig Gemeindebauten oder soziale Wohnungen darum werden wir jetzt auch die Wiener in Container stecken oder Baracken oder nicht ich weiß es nicht vielleicht erklären Sie es uns Sie sagen es aber dann eh weiter weil man muss im Artikel zum Ende lesen damit sollen beispielsweise mobile Studentenheime in Zukunft leichter richtet werden können super also jetzt steckt man die Kinder in Container und wenn die es dann schaffen auf die Uni was eh nicht gesichert ist mit den Umständen die in Wien sind dann steckt man es auf der Uni auch noch weiter in Container das ist ja überhaupt das ganze Leben im Rahmen der Bildungslaufbahn im Container in Zukunft in meinem Chemikarten gibt es auch schon Container super Container Vollgas von früh bis spät im Container also man sieht auch hier ein Versagen Sie kennen sich selber nicht aus Sie wissen nicht was Sie wollen es ja es es riecht nach Husch und Pfusch und Sie können sich selber nicht einmal mehr auf eine Formulierung einigen die nach außen hin gleich lautet ich freue mich halt wie weit es dann schon gekommen ist und wie lang wir hier eigentlich noch ja mit dieser rot-grünen Regierung rechnen können vielleicht müssen wir dann neu wählen gemeinsam im Bund wenn es im Herbst nach den Präsidentschaftswahlen aber jetzt komme ich wieder zurück bevor es heißt ich schweife zu sehr aus meine sehr geehrten Damen und Herren also ich schweife ab danke danke Sie haben auch recht Herr Kohl also fassen wir es zusammen ich gehe Ihren Aussagen die Sie hier getätigt haben ich gehe davon nicht aus dass ja dementsprechend am Stadtrand diese Bauten errichtet werden auf Industriegeländen sondern eben aufgrund Ihrer gewünschten Durchmischung ähm dass es überall hinkommt in Parks Kleingärten vielleicht mitten in der City im Stephansplatz geht jetzt nicht saniert vielleicht am Schwedenplatz wird auch saniert wurscht jede freie Fläche ist in Zukunft möglich mit einem Container verstellt zu werden wie Sie unsensibel mit dieser Auswahl der Flächen umgehen haben Sie ja schon bewiesen im 21. Bezirk im 22. ich habe es vorher erwähnt im 23. Bezirk haben Sie ja unsensibel solche Asylzentren geplant beziehungsweise durchgesetzt und man sieht hier auch eines dass Ihnen meine sehr geehrten Damen und Herren die Sorgen und Ängste der Wiener komplett egal sind also zusammenfassend kann man jetzt sagen wenn wir hier diese Bordnungsnovelle die Sie bringen begutachten Begutachtungsverfahren gab es ja leider nicht ausreichend kann man wirklich sagen dass es hier einen geplanten Anschlag gibt auf eine Gleichberechtigung einen geplanten Anschlag gibt auf die Verfassung Sie stehlen jeden Wiener jeder Wienerin wenn es sich um die Containerdörfer und Barackendörfer handelt jede Form der Mitsprache und des Einspruchs das alles haben Sie Ihnen genommen währenddessen kehren Sie nicht ab von Ihrer Willkommenspolitik vielleicht noch Feinmann und Häupl aber es ist ja auch nicht gerade die ja glaubhaft was die zwei machen die Wesseli Gruppe bei Ihnen ja will ja weiter eigentlich den Rechtsstaat partiell aufgeben beziehungsweise wird auch jetzt weiter der rote Teppich ausgerollt vielleicht kann ich nur sagen im Land da gibt es nur glaube ich eine Vertretungsbefugnis und das ist laut Beschluss des Ausschusses nur der Herr Kollege Stürzenbecher nicht nicht im Gemeinderat wo jeder Berichterstatter wechseln kann Entschuldigung wenn Sie die Verfassung für kindische achten kann ich nichts dafür so tut mir leid es ist nicht kindisch es ist die Verfassung vielleicht ändert man das auch in einer neuen Geschäftsordnung dass man das dann auch da ändert ich verstehe es nicht dass nur einer im Landtag als Berichterstatter den Stadtrat oder dann setzen kann verstehe ich nicht könnten wir vielleicht einmal ändern in Zukunft also hier werden jetzt zusammengefasst noch einmal Gesetze geschafft und dementsprechend auch adaptiert eben um neuen Platz für die von Ihnen gerufenen illegalen Einwanderer Flüchtlinge Asylanten etc. zu schaffen und wie gesagt unser Kritikpunkt ist hier zusammengefasst dass es keine einzige Bestimmung gibt die auch für Wiener in dem Sinne dann gleich gelten außer es sind Container und Bracken wenn sich jemand in einem Kleingartenhaus an Wintergarten erweitern will muss er sämtliche Bauvorhaben durchlaufen wenn er die nicht durchlaufen kommt sofort die Abrissbirne es kommt sofort der Bagger wenn man sage ich jetzt einmal um 5 cm zu hoch baut all das natürlich zu Selbstkosten und hier sehen wir eben diesen Gleichheitsgrundsatz vehement außer Kraft gesetzt wenn man hier Wohnungsfläche oder Eigentum in dem Fall Wohnungsfläche für Flüchtlinge nicht gleich behandelt mit dem Eigentum an Wohnungen von Wienerinnen und Wiener aber Sie sprechen schon selber von Baracken und Leichtbauweise vielleicht möchte ich da noch ein bisschen drauf eingehen weil Leichtbauweise ist eine Konstruktionsphilosophie die man dann schon immer gesagt hat bei den Schulkontainern weil Containers das waren ein bisschen schier wenn man sagt man steckt Schüler in Container dann hat man gesagt man steckt Schüler in Pavillons das gab es dann auch und jetzt hat man dann erfunden Leichtbauweise man schreibt da die maximale Gewichtseinsparung zum Ziel hat das kann im Bauwesen am besten erreicht werden durch eine einfache Metall- und Holzkonstruktion also schreiben Sie es ja auch in Ihrem Gesetz da schreiben Sie weiter in Absatz 2 zu dieser Leichtbauweise Container fertig Teilbauten und dergleichen das heißt wir reden jetzt was Sie den Wienerinnen und Wienern jetzt überall hinpflanzen wollen von Containern mit Fenstern oder sage ich jetzt mal typischen Baracken aus Holz kann sich circa dann vielleicht jeder vergleichen mit solchen Containern die oft vor Baustellen sind als Baubüro etc solche Unterkünfte sage ich laden in dem Fall vielleicht doch niemanden hier zur Niederlassung ein und wenn Sie es verabschiedet haben damit zu rechnen dass man auch vier Wohnungen schaffen muss wenn ich schon an die 90.000 Menschen oder jetzt sage ich jetzt einmal wenn man nimmt wer da vor den Toren steht Europas sind das ein paar Millionen also ich sage wenn ich dann eine Einladung ausspreche dass Millionen kommen dann muss ich aber auch sicherstellen dass ich diese Millionen unterbringe und dadurch dass das der Fall ist sagen auch wir wir müssen mit dieser Willkommenspolitik aufhören unsere Obergrenze ist null meine sehr geehrten Damen und Herren Ja die zusammengefasst noch zu sagen dass diese ja dass diese Baracke uns nicht für adäquat erscheint im Wikipedia steht drin unter Baracke versteht man eine behelfsmäßige Unterkunft nicht unter kellerter leichter Bau besonders aus Holz meistens wurde es gekommen als Soldatenunterkunft das ist ein provisorisches Gebäude was ich schon gesagt habe der provisorisches Gebäude ist schön und gut bei 15 Jahren zur Unterbringung von Personen wie Soldaten Arbeitern Internierten und Zwangsarbeitern Flüchtlingen Ausgebombten und Griffgefangenen so steht das auf Wikipedia ich sage Ihnen diese 15 Jahre sind zu lang in der dritten Welt werden solche Container als Dauerunterkünfte verwendet ich glaube so etwas brauchen wir nicht weil wenn wir uns anschauen wo diese Container oder Maracken als Dauerunterkunft stehen sind das genau in der dritten Welt Slums und Elendsviertel und so etwas wollen wir in Wien nicht Wir verstehen also diese Initiative nicht die Sie hier setzen wir haben jetzt glaube ich noch 64, 62 Redner die Ihnen das in Zukunft oder nicht 62 Redner 62 Wortmeldungen die Ihnen das noch genauso beibringen werden wie ich ich sage Ihnen eines uns sind die Interessen der Wienerinnen und Wiener wichtig Ihnen sind die Interessen der Flüchtlinge wichtig und wir wollen sicher nicht durch dieses Gesetz dass der Rechtsstaat hier in Wien partiell ausgehebelt wird meine sehr geehrten Damen und Herren ein kleines Moment als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Herr Stadtrat Ludwig aber zu beinem zu Geschäftsrat und Herr Kugendichler sehr geehrte Damen und Herren sehr geehrter Herr Vorsitzender sehr geehrter Herr Landesrat wir haben heute am Vormittag eine Fragestunde gehabt und ich darf kurz referieren zur 6. Anfrage das ist grundsätzlich um Umweltverpflichtigkeitsprüfungen was eigentlich aus meiner Sicht kein großes ideologisches Feld ist muss ich ganz ehrlich sagen es hat eine Frage gegeben und die Antwort von der Frau Stadträtin Zimmer war folgt ich zitiere ich glaube das ist ein Missverständnis das ist keine politische Entscheidung sondern ein gültiges Bundesgesetz und ich kann mich noch erinnern als ich im Nationalrat war habe ich sehr heftige Diskussionen damals mit der schwarzbraunen Regierung geführt die sehr viele Ausnahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt hat ich sage ganz ehrlich wir hatten in Europa ganz schreckliche Zeiten und das war in der Zeit zwischen 38 und 45 und eine amtsführende Stadträtin die sich hier ertreistet eine Fraktion eine Partei und eine Regierung in dieses Eck zu stellen die hat einen Ordnungswurf verdient und sie muss sich auch entschuldigen das ist das Mindeste was wir erwarten können diese Sensibilität können wir auch von einer rot-grünen Regierung erwarten das muss ich ganz ehrlich sagen und damit es nicht heißt da Herr Vorsitzender wird das Protokoll nach habe ich ihm das Protokoll früher gegeben als schwarz und weiß schwarz auf weiß vor sich und ich erwarte dass der Ordnungswurf sofort gegeben wird danke sehr Herr Kollege Guggenbichler Sie haben es richtig erwähnt das war in der Vorsitzführung von Kollegen Kopitz ich werde Ihnen das weitergeben insbesondere handelt es sich um das unkorrigierte Exemplar Sie haben vollkommen recht und die Frage ist ob schwarz-braun oder schwarz-blau ist leicht zu unterscheiden ich ersuche ich ersuche könnten Sie bitte ich würde Sie ersuchen etwas Ruhe zu bewahren Nein ich habe Sie ersucht zu akzeptieren dass ich es weitergebe dem Kollegen Kopitz ich habe weiters festgestellt dass es das unkorrigierte Exemplar ist Sie wissen genauso gut wie ich und wie jeder andere Abgeordnete hier im Saal dass jeder einzelne Abgeordneter und jeder Stadtrat jede Stadträtin das Protokoll vorher zum Lesen bekommt sowohl zur Korrektur von stilistischen Sachen als auch bitte als auch Kollege Jung gegenwärtig bin ich Vorsitzender Sie können sich nachher gerne zu Wort ich will es ja nur erklären und vielleicht verstehen Sie es oder auch nicht es gibt Sachen die sind ganz leicht nachzuvollziehen da gibt es auch keine Missverständnisse ich weiß aus eigener Erfahrung und deshalb ist es auch durchaus interessant Frau Uli Siemer zu fragen dass zwischen Schwarz-Blau und Schwarz-Braun oft auch hörmäßig unterschiedliche ich würde ersuchen und ich würde ersuchen und ich würde ersuchen eine Entscheidung treffen und ansonsten danke ich zunächst und erteile das Wort bislang hat sich oder Herr Kugenbicher hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet und erteile ich nur das Wort zur Geschäftsordnung ich halte fest ich halte fest dass es im Protokoll steht und dass von vielen Fraktionen Abgeordnete das genauso gehört haben und da gibt es keine Missverständnisse da brauche ich niemanden fragen und jeder andere bei jedem anderen Ordnungsruf wird auch das unkorrigierte Protokoll nachgefordert und auf Basis dieses Protokolls und ich gehe nicht davon aus dass ich ein Stenograph auf der Frau Stadträtin Simmer was größeres will Sollte es in der Tat so sein wie es hier im vorläufigen Protokoll festgehalten ist Lassen Sie mich bitte einmal ausreden Sollte es tatsächlich so sein dann wird natürlich die Frau Stadträtin Simmer einen Ordnungsruf erhalten nachdem die Schriftführerin nicht genau das gehört habe nach Rückfrage haben wir ein Tonband und das Tonband werde ich mir anhören und dann entscheiden aber ich denke das werden wir so auf diese Art und Weise abhandeln Ich danke für die Klarstellung als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der amtsführende Stadträt Ludwig Also ich habe mir vorgenommen am Ende der gesamte Debatte inhaltlich Stellung zu nehmen weil ich mir denke dass die vielen Meldungen es verdienen dass sie am Ende dann noch zusammengefasst werden und dass ich dann noch als zuständiger Landesrat dazu Stellung nehme Also von daher möchte ich nicht während der Debatte in die inhaltliche Diskussion eingreifen nur zur Frage der Vertretung und inwieweit mich auch ein Landtagsabgeordneter oder eine Landtagsabgeordnete hier vorne vertreten kann möchte ich doch eine Klarstellung treffen weil es hier offensichtlich eine Aufregung gegeben hat Ich habe mich beim Verfassungsdienst erkundigt und es ist so dass die ununterbrochene Anwesenheit des Berichterstatters während der Debatte nicht erforderlich ist Spricht auch nichts dagegen aus diesen Gründen dass der Berichterstatter andere Landtagsabgeordnete mit seiner Vertretung während dieser Zeit betreut Das was Sie gemeint haben was wir beschlossen haben im Ausschuss bezieht sich darauf weil sich als Landesrat verhindert sein sollte dass in diesem Fall der Landtagsabgeordnete Dr. Kurt Stürzenbecher meine Vertretung übernehmen kann um hier als Berichterstatter auch einen Akt einen Gesetzesvorschlag einzubringen Das gilt auch für das Schlusswort da ist der gewählte Berichterstatter verpflichtet auch das Schlusswort hier vorne zu halten das bezieht sich allerdings nicht auf die laufende Anwesenheit hier vorne Ich verspreche aber gern dass ich der Diskussion ohnehin erhaltbar bleibe weil es mich auch inhaltlich sehr interessiert nachdem man aber auf diesem Platz etwas schlechter hört als im Publikum ist es mir immer lieber nachdem ich ja auch dann dazu Stellung nehmen möchte dass ich die Diskussion auch von den Sitzreihen verfolgen kann also es ist wenn man so will nur eine eher räumliche Distanzierung und eine inhaltliche also ich hoffe das war auch eine Klarstellung mit der wir alle leben können Ich danke sehr zur Geschäftsordnung hat sich der Herr Abgeordnete blind gemeldet meine sehr geehrten Damen und Herren wie gesagt die Geschäftsordnungsproblematiken heute sind ja mannigfaltig die ist jetzt relativ einfach wir haben in diesem Haus im Wesentlichen zwei Verfahrensordnungen nämlich die Geschäftsordnung des Gemeinderates und die Geschäftsordnung des Landtags das heißt wir sind ja jeweils zwar Personelsident aber treten in verschiedenen Zusammensetzungen oder Gremien zusammen wir haben auch daher zwei Geschäftsordnungen und die Berichterstattung darf ich zunächst die Berichterstattung des Wiener Gemeinderats vorlesen nämlich Berichterstattung des Gemeinderats ist ein zuständiger amtsführende Staatsrat dieser kann ein Mitglied des zuständigen Gemeinderatsausschusses mit der Berichterstattung betrauen das heißt entweder Stadtrat oder wenn der Stadtrat ein Mitglied betraut nämlich er dann das zuständige Gemeinderatsausschussmitglied hingegen Herr Kollege, Frau Kollegin ich kann ja lesen ja nicht nur weil ich in Wien in die Schule gegangen bin sondern trotzdem ich in Wien in die Schule gegangen bin ja So dann kommen wir zur Berichterstattung im Wiener Landtag zu finden in § 18 als Berichterstattung vom Landtag sowie bei der Vorbereitung dem Ausschuss oder einer vom Landtag eingerichteten Kommission wählt der Ausschuss oder die Kommission das zuständige Mitglied der Landesregierung oder einen Landtagsabgeordneten das heißt nicht der Stadtrat oder in dem Fall der Landesrat selbst ist Berichterstattung automatisch sondern entweder er oder das vom Ausschuss gewählte Mitglied so weit so gut das heißt die Aussage dass wenn es den einen nicht freut den anderen so einfach ist es nicht wie wir gerade gehört haben was aber der Fall ist ist das die gesamte ein Schluck noch nicht privatisierten Wiener Wassers das ja Herr Kollege sind wir es da sind wir dann fertig ja ok was was aber nicht der Fall ist ist dass die Geschäftsordnungen nämlich beide eine Vertretungsregelung ja zum Ausdruck bringen das ist einfach nicht der Fall ja sondern es steht drinnen wer Berichterstatter ist es gibt keine Vertretungsregelung wie sie zum Beispiel beim gewillkürten Vertreter im AVG wiederfinden steht einfach nicht drinnen ja kann man ändern ist aber nicht so ja das heißt die Interpretation des Verfassungsdienstes der sich ja auch schon sagen wir mal beim Wiener Wahlrecht also sagen wir mal kreativ gezeigt hat ja um das jetzt sehr höflich auszudrücken ja würde ich ganz gerne mal nachvollziehen können in dem vielleicht eine Interpretation auch des ersten Herren Vorsitzenden in der Langfassung vorgetragen wird interessant ist es allgemein nachvollziehbar ist es derzeit leider nicht zu Wort gemeldet ist der amtfördernde Stadtrat Ludwig ich glaube wir liegen da nicht so weit auseinander aber ich glaube es ist jetzt da ein bisschen spannend ein bisschen von der Bauordnung weg zu kommen weil da haben ohnehin den Eindruck schon sehr viel inhaltlich diskutiert also von da ist das vielleicht spannend ein neues Fake zu diskutieren es geht ja gar nicht darum dass der Berichterstatter gewechselt werden soll die Berichterstattung ist ja bereits durch mich als zuständigen Landesrat erfolgt denn wirklich da diskutieren wir ja nur die Frage wo ich als Berichterstatter sitze ob das hier ist oder auf einem anderen Platz das ist ja nicht entscheidende Frage das was Sie Herr Landtagsabgeordneter jetzt angesprochen haben ist richtig dass ich mich in der Berichterstattung nicht von irgendwem im Landtag vertreten lassen könnte das will ich auch gar nicht meine Berichterstattung ist erfolgt das Schlusswort das habe ich auch vorgetragen wird auch wieder wird auch wieder durch mich erfolgen und von daher ist es eine rein räumliche Frage ob ich hier in der ersten Reihe sitze in der letzten Reihe oder hier vorne die Berichterstattung selbst und das würde ich mir auch vorbehalten als Landesrat das würde ich auch niemanden außer meiner gewählten Vertretung dem Herrn Dr. Kurt Stürzenbecher überantworten also von daher sehe ich da keinen unmittelbaren Widerspruch denn die Berichterstattung ist in dem Sinn schon durch mich erfolgt und ich kann sicher sein auch das Schlusswort wird von mir erfolgen und da habe ich mir doch ein bisschen eine umfassende Zusammenfassung auch vorgenommen weil da möchte ich doch dann auf jede Meldung auch im besonderen noch eingehen danke ich danke ich danke sehr ich möchte vielleicht auch kurz erwähnen dass ich genauso wie meine anderen Kolleginnen und Kollegen insbesondere gegenwärtig die von der FPÖ die Geschäftsordnung gelesen habe es gibt in dieser Geschäftsordnung keinen einzigen Hinweis darauf dass der Berichterstatter durchgehend hier auf diesem Platz sitzen muss es gibt nicht einmal einen Hinweis darauf dass der Berichterstatter die Berichterstatterin durchgehend anwesend zu sein hat insofern insofern ist es richtig was der Stadtrat Ludwig gesagt hat er hat als Berichterstatter eingeleitet es liegt kein Berichterstatterwechsel vor er wird als Berichterstatter am Ende noch einmal das Wort ergreifen und er steht ihm überdies jederzeit zu das Wort zu ergreifen aber er ist nicht verpflichtet hier auf diesem Sessel Platz zu nehmen ich danke sehr als nächstes zu Wort gemeldet zur Geschäftsordnung hat sich niemand gemeldet ist Abgeordneter Kassar ja gerne Herr Abgeordneter Kassar Kassar Herr Abgeordneter nein zu spät er hat sich nachher gemeldet jetzt sind Sie am Wort sehr geehrter Herr Präsident sehr geehrte Damen und Herren sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor dem Internet die Wogen gehen ein bisschen hoch bei diesem Thema das ist aber klar da du kannst du kannst du kannst dich gerne zu Wort melden es dauert zwar ein bisschen bis du dran kommst aber ich bleibe solange da ich verspreche es dir sehr geehrte Damen und Herren die Schaffung die Schaffung von hochqualitativen und zugleich leistbaren Wohnraum hat die Stadt Wien als eines der wichtigsten Ziele in dieser Legislaturperiode formuliert der Wohnungsdruck wird immer größer alleine in den letzten drei Jahren sind ziemlich genau hunderttausend Menschen nach Wien zugewandert das bedeutet wir benötigen dringend leistbaren Wohnraum wie sieht es aus bei Wiener Wohnern ein Durchschnittswert über die letzten Jahre ergibt dass es immer plus minus 25.000 Wienerinnen und Wiener sind die anspruchsberechtigt auf eine Wohnung von Wiener Wohnern warten im gemeinnützigen Wohnbau geht die Neubauleistung um die Hälfte zurück das sagt der Standard das sagt der Herr Wurm den werden sie auch wahrscheinlich kennen was bedeutet das dass durch die rot-grüne Willkommenskultur die Belastung am Wohnbaumarkt für die Wienerinnen und Wiener sich dramatisch verschlechtern wird sehr geehrte Damen und Herren dramatisch verschlechtern weil die Bauleistung 2016 und 2017 sich um die Hälfte reduzieren wird da hilft kein Kopf in den Sand und ich kenne mich nicht aus und ich weiß es nicht und es wird schon nicht so schlimm werden und jetzt ändere ich die Bauorte schnell einmal damit ich die Menschen die eigentlich gar nicht hier sein dürften viele davon auf illegalen Wegen eingereist sind damit man für die Container aufstellt Container aufstellt und das ist nicht an Plätzen wo sämtliche Bürger und Nachbarrechte negiert werden sehr geehrte Damen und Herren die rote Stadtregierung plant mit der vorliegenden Gesetzesnovelle einen historischen Schritt die Abschaffung von Bürgerrechten aufgrund einer undifferenzierten Zuwanderung wenn dann heute in seiner Rede der Kollege Chorherr versucht Empathisch zu wirken und er zählt die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten und die Bilder von der Flucht die dramatischen Bilder von der Flucht in den Medien dann fällt mir nur ein dramatisches Bild ein aus den Medien in den letzten Tagen nämlich wo eine ich glaube den Grünen relativ nahestehende Ex-Mitarbeiterin oder wer auch immer sie ist ich zitiere jetzt den Namen nicht wir wissen alle worüber wir sprechen festgenommen wurde an der mazetonischen Grenze es einen illegalen Grenzübertritt gegeben hat und es den Anschein erweckt dass das dort organisiert war sehr geehrte Damen und Herren das hat das mit der Bauordnung zu tun dass es den Anschein hat dass manche Menschen die ihnen nahestehen könnten nahestehen könnten organisieren dass die Flüchtlinge zu uns kommen wir keine Beherbergungsmöglichkeiten haben und sie dann die Bauordnung novellieren unter Antworten Sie können gerne rauskommen Frau Kollegin wir sind uns aufgeregt ach sie sind bezaubernd wenn sie sich so aufregen wirklich dass sie dann diese Menschen in Österreich nicht unterbringen können und dass sie dann die Nachbarschaftsrechte die Bauordnung dahingehend novellieren dass sie die Menschen unterbringen können und das nicht kurzfristig sondern mittelfristig bis langfristig bis zu 15 Jahren und ich befürchte in 15 Jahren werden sie auch einen Weg finden wenn es dann nur eine Möglichkeit gibt dass sie eine Mehrheit haben dass sie wiederum eine Novelle zur Bauordnung machen wenn sie nicht schon davor in einem Bauverfahren die Genehmigungen in irgendeiner Art und Weise geschaffen haben sehr geehrte Damen und Herren 80 Prozent der anerkannten Flüchtlinge kommen nach Wien warum kommen die gerade nach Wien die kommen nach Wien weil es in Wien die Sozialleistungen in diesem Ausmaß gibt wie sie eben vorhanden sind daran wird sich auch nichts ändern sehr geehrte Damen und Herren das heißt es werden immer mehr und mehr Menschen nach Wien drängen das heißt es wird keine kurzfristige Maßnahme an ein paar Eckpunkten sein sondern es droht das Entstehen von weitgehenden Slumgebieten was hat der Niederösterreichische Landtag gemacht der Niederösterreichische Niederösterreichische Landtag hat auf ÖVP-Antrag Änderungen bei der Mindestsicherung beschlossen und zwar Subsidiärschutzberechtigte haben künftig keinen Anspruch auf diese Mittel einige Bundesländer haben weiters vor das auch zu ändern und weniger Mittel an Subsidiärschutzberechtigte auszubezahlen was bedeutet das wiederum dass nicht nur neue Menschen nach Wien strömen sondern dass auch die die in Österreich sich bereits befinden auch in hohem Ausmaß versuchen werden sich in Wien anzusiedeln was bedeutet das wiederum für diese Änderung der Baurechtsnovelle das bedeutet dass immer mehr Containerdörfer Barackendörfer etc. an den verschiedensten Stellen in Wien entstehen werden also von kurzfristiger Lösung und einer Notlösung überhaupt keine Spur sehr geehrte Damen und Herren wenn ich mir jetzt die Interviews vom Stadtrat Ludwig in den letzten Tagen und Wochen dazu ansehe dann ist festzuhalten dass der Stadtrat dort wo die Stadt Wien Wohnungen vergibt gewisse Prozentsätze für Menschen aus fremden Kulturen für Wohnanlage für Wohnanlagen festlegen möchte Stadtrat Ludwig ist gerade dabei mit Experten ein soziales Wohnbaumanagement aufzusetzen und die dafür notwendigen Kriterien festzulegen sehr geehrte Damen und Herren wir lehnen eine Migrantenquote für den Gemeindebau entschieden ab auf die Frage die Stadtrat Ludwig die ich im Originaltext zitieren möchte nur um zu vermeiden dass es Missverständnisse gibt die Frage lautete die neue Bauordnung erleichtert die Genehmigungen für die Neuerrichtung temporärer Bauten sind diese Bauten vor allem für die Flüchtlinge gedacht antwortet Stadtrat Ludwig nein ich kann mir durchaus vorstellen dass auch einige Wiener lieber schnell in eine temporäre Wohnung ziehen als noch zwei Jahre auf eine reguläre zu warten außerdem gilt auch hier das Prinzip der Vorreihung wer länger da ist kommt früher dran entschuldige es war nur kurz abgelenkt und dann kommt der entscheidende Satz den der Herr Stadtrat im Interview gesagt hat diese Bauten sind ein Bypass um die Zeit zu überbrücken bis die Wohnbauoffensive greift Herr Stadtrat hat damit die temporären Bauten als Bypass Wohnungen bezeichnet ja was sagt er damit er sagt eigentlich dass es einen Herzinfarkt am Wiener Wohnungsmarkt gibt einen Herzinfarkt durch die rot-grüne Zuwanderungspolitik durch die rot-grüne Willkommenspolitik es gibt einen Herzinfarkt ah sie sind Mediziner ich merke schon ein Herzinfarkt im sozialen Wohnungsmarkt durch diese verfehlte Zuwanderungspolitik meine sehr geehrten Damen und Herren und das dramatische in dieser Wohnungsnot das dramatische ist dass nicht einmal die Menschen die bereits hier sind die die Wohnung die eine Wohnung dringend benötigen auch eine Chance haben eine zu bekommen erlauben sie mir ein kurzes Beispiel eine Partnerschaft hat einen Mietvertrag und bewirbt sich bei Wiener Wohnen um ein Wohnticket dieses Paar erhält ein Wohnticket verliert dann einige Monate später das die Wohnung wendet sich rechtzeitig an die Wohnungskommission und die Wohnungskommission sagt die Gründe sind nicht ausreichend es gibt viele die auf eine neue Wohnung warten und teilt diesem Paar keine Wohnung zu dramatisch ist in dem Fall auch dass die Partnerin sehr schwer krank ist aber das nur am Rande das heißt das Paar räumt die Wohnung ordentlich vertragstreu und meldet sich leider Gottes ist gezwungen sich obdachlos zu melden was ist der nächste Schritt seitens von Wiener Wohnen weil sich dieses Paar obdachlos meldet sehr geehrte Damen und Herren verlieren sie die Anspruchsberechtigung auf das Wohnticket und es wird ihnen dieses Wohnticket wo sie bereits in der Warteschleife waren entzogen und das ist eigentlich der wahre Wahnsinn dass die Menschen in dieser Stadt die Wienerinnen und Wiener die eine Wohnung am dringendsten brauchen die sich bereits in der Obdachlosigkeit erfinden keine Chance haben keine Chance haben keine Chance haben und wenn diese Menschen dann sich an die soziale Schiene wenden bekommen sie auch von der sozialen Schiene eine Ablehnung mit dem Hinweis wenden sie sich wieder an die Wohnungskommission da werden die Menschen im Kreis geschickt Es gibt nichts Schlimmeres wenn man sich in einer Notsituation das erste Mal in seinem Leben befindet nebenbei noch schwer krank ist als wenn man von den Institutionen der Stadt Wien im Kreis geschickt wird Besonders dramatisch sehr geehrte Damen und Herren ist die Situation auch dann ist die Situation auch dann wenn es sich zum Beispiel um eine alleinerziehende Mutter handelt ein mehr oder weniger vergleichbarer Fall Wohntick ist zugestanden die Dame verliert die Wohnung und droht in wenigen Wochen auf der Straße zu liegen das passiert tagtäglich in der Stadt und wir haben dann als Lösung also wir weniger aber die rot-grüne Stadtregierung für Neuankömmlinge die oft auf illegalem Weg hierher gelangt sind Containerdörfer in Leichtbauweise oder wie auch immer in Holzbauweise bevor noch die Menschen die hier aufgewachsen sind die hier ihre familiären Strukturen haben etc. bevor diesen Menschen geholfen werden sehr geehrte Damen und Herren das ist ein Herzinfarkt beim Hirn würde vorsichtig sein Frau Kollegin das ist ein Herzinfarkt für das soziale Gewissen dieser Stadt das ist eine Schande wenn der Herr Schürzenbecher dann in seiner Rede erwähnt ist Verantwortungsbewusstsein und die gesamte Novelle ist nur erforderlich aufgrund von Verantwortungsbewusstsein Herr Schürzenbecher ich sage Ihnen Verantwortungsbewusstsein wäre wenn Sie die Verantwortung für diese Willkommenskultur übernehmen und als Stadtregierung geschlossen zurücktreten und aus unserer aus unserer Sicht ist die Lösung oder ein Lösungsbeitrag zu dieser Situation eine Maßnahme von vielen aber der nachfolgende Beschlussantrag den ich jetzt einbringen werde und zwar der Landtagsabgeordneten meiner Wenigerheit Kollege Mag. Bajowkowicz Michael Niegel Lisa Ullmann Dr. Alfred Wansch Dominik Nepp und Milt Unterzeichner an das zuständige Mitglied der Landesregierung mich erlauben auch kurz über die Begründung zu informieren die Wohnkostenbelastung hat für breite Teile der Wiener bereits ein nicht mehr sozialverträgliches Ausmaß angenommen die Flüchtlingswelle wird diese Situation weiter verschärfen die Situation wird sich zuspitzen wenn demnächst viele Asylberechtigte Anspruch auf eine Gemeindewohnung haben auch beschrieb SPÖ Wohnbaustadtrat Michael Ludwig die Situation gegenüber der Krone im Artikel Wien im Artikel Wohnungen Asylwelle verschärft Situation in Wien Die Binnenmigration nach Wien hat im Vorjahr 42.500 Personen betragen hinzu kommen rund 25.000 Menschen die auf eine Gemeindewohnung warten oder bereits eine innehaben und ihre Wohnung wechseln möchten oder müssen in Summe fehlt folglich leistbarer Wohnraum für zehntausende Wiener Die gegenwärtig anhaltende Einwanderungswelle wird die Belastungen für die Wiener weiter verstärken Geplante Abhilfe in Form des Wohnbaupaketes der Bundesregierung wird durch sozialwohnungsberechtigte Flüchtlinge überkompensiert Um leistbaren Wohnraum für junge Menschen Familien und Senioren sicherstellen zu können muss der Zugang anerkannter Flüchtlinge zum geförderten und mit Wohnbauförderungsmitteln verrichteten Segment ausgesetzt werden Die Flüchtlingskrise kann durch den ohnehin mehr als angespannten Wohnungsmarkt nicht bewältigt werden So ortet etwa Buwock Geschäftsführer eine Angebotslücke von 11.000 Wohneinheiten für das Jahr 2015 bei steigender Tedenz EHL Immobilien Geschäftsführer Michael Ehlmeier attestiert im Rahmen der Pressekonferenz dass es noch nie so ein großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gegeben habe wie in der gegenwärtigen Situation Die gefertigten Landtagsabgeordneten stellen daher gemeinsam mit den Mitunterzeichnern gemäß § 27 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Landtags für Wien nach folgenden Schlussantrag Der Landtag wolle folgendes beschließen das zuständige Mitglied der Wiener Landesregierung für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung wird aufgefordert dem Wiener Landtag schnellstmöglich eine Regierungsvorlage zuzuleiten die vorsieht dass der Zugang für anerkannte Flüchtlinge zu gefördertem Wohnraum sowie mit Mitteln der Wohnbauförderung errichteten Wohneinheiten unverzüglich ausgesetzt wird ausgesetzt wird bitte danke Wir haben bereits ausführlich gehört die Novelle der Wiener Bauordnung wird die Nachbarschaftsrechte sehr sehr stark beeinträchtigen und weitgehend abschaffen zumindest in den ersten fünf Jahren Jetzt muss man sich vorstellen wir haben eine Anfrage gestellt an den Wohnbaustadtrat im Gemeinderat und haben gefragt wie viele Abbruchbescheide in Kleingärten in den letzten Jahren erteilt wurden man muss sich vorstellen Kleingarten wenn jemand auf seiner Terrasse einen kleinen Wintergarten dazu baut und dieser Wintergarten vielleicht um 30 oder 50 cm da oder dort zu groß ist oder vielleicht ein Vermessungsfehler passiert etc. etc. kommt es beinhart seitens der Wirtsstadt Wien zu Abbruchbescheiden Wir haben gefragt wie viele hat es gegeben und sehr geehrte Damen und Herren es gibt verhältnismäßig viele und zwar 2005 50 2006 31 2007 32 2008 58 2009 91 2010 96 2011 78 2012 61 2013 45 2014 56 in Summe 598 Abbruchaufträge im Bereich der Kleingärten und das stellen Sie einmal gegenüber mit der Abschaffung der Nachbarschaftsrechte anhand anhand dieser Novelle der Wiener Bauordnung sehr geehrte Damen und Herren das ist das unverhältnismäßig noch eine wirklich hübsche Formulierung diese Änderung der Bauordnung schafft eine Ungleichheit im Recht die pauschale Erlaubnis zur Errichtung von Flüchtlingschettos abseits der Bestimmungen der Raumordnung für die Raumplanung und Stadtentwicklung ad absurdum hier entsteht ein Gesetz hier entsteht ein Gesetz das mit einem Satz beschrieben werden kann keine Rechte für die Wienerinnen und Wiener und keine Pflichten für die Zuwanderer das haben wir jetzt auch am Beispiel der Kleingärtner erfahren müssen die Zuwanderer beziehungsweise die Stadt Wien die Wohnraum oder besser gesagt wie sie es jetzt formulieren Unterkünfte schafft muss sich um gar nichts mehr kümmern in diesem Gesetz steht wir erlauben Wohncontainer und Holzbaracken überall diese Container und Holzhütten dürfen überall in Wien aufgestellt werden egal wo egal welche Flächen auf dieser Fläche vorhanden ist und niemand darf dagegen sein und selbst wenn er dagegen ist muss er jahrelang warten und ist mehr oder weniger chancenlos und ist mehr oder weniger chancenlos sein Recht durchzusetzen und sehr geehrte Damen und Herren ich habe auch die große Sorge dass wenn es nach 5 Jahren da oder dort die Möglichkeit gebe Nachbarschaftsrechte geltend zu machen dass man bis dahin eine Möglichkeit findet und wiederum eine Novelle der Bauordnung beschließt sehr geehrte Damen und Herren das ist nicht recht Paragraf 71c Absatz 1 sagt folgendes so weit ist zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren Zahl einer größeren Anzahl von Personen aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen insbesondere Naturereignisse oder aufgrund völkerrechtlicher unionsrechtlicher oder Verpflichtungen der Gemeinde beziehungsweise des Landes gegenüber dem Bund oder aus humanitären Gründen notwendig ist ist die Nutzung von Bauwerken und die Durchführung von Baumaßnahmen nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig sehr geehrte Damen und Herren das sagt genau gar nichts aus das ist unspezifisch und undefoniert da kann man eigentlich das Gesetz in jeder möglichen Richtung interpretieren und wenn man jetzt ein bisschen geschult ist mit den Interpretationen seitens von Juristen dann kann man eigentlich davon ausgehen dass das interpretiert wird was die Wiener Stadtregierung von den beamteten Juristen erwartet das bedeutet 15 Jahre lang Barackenlager und Kontänerdörfer in Wien die im Bedarfsfall dann wahrscheinlich auch noch verlängert werden § 71c Absatz 2 legt folgendes fest die Nutzung bestehender Bauwerke sowie die Errichtung von Neu- und Schubauten in Leichtbauweise führt sogar explizit an Container Fertigteilbauten und dergleichen Bedarf für die in Absatz 1 genannten Zwecke für die Dauer von längsten sechs Monaten weder eine Baubewilligung noch eine Bauanzeige wenn diese Nutzung staatlich organisiert ist auch diese Formulierung lässt wiederum jede Interpretation zu was ist staatlich organisiert ist staatlich organisiert wenn ich es jetzt selber veranlasse ist es jetzt staatlich organisiert wenn es eine Magistratsdienststelle beauftragt ist es staatlich organisiert wenn es ein Fördernehmer der Stadt Wien eine NGO oder sonst irgendjemand ist man kann das interpretieren wie man möchte und ich sage jetzt vorsichtig zum den Nachteilen der Wienerinnen und Wiener betreffend Nachbarschaftsrechte sind alle Türen und Tore geöffnet Leistungen die sonst im Zusammenhang mit der Baubewilligung oder Bauausführung vorgeschrieben sind sind nicht zu erbringen der Beginn der Nutzung ist der Behörde innerhalb einer Woche schriftlich zur Kenntnis zu bringen was bedeutet das die Bauordnung die Flächenwidmung und alle anderen Spielregeln für das Wohnen und Bauen in Wien gelten nicht für Maßnahmen zur Unterstützung der Willkommenskultur die Rot-Grün in Wien lebt es gibt keine Einschränkung für jede Form von Zubauten in Leichtbauweise Holzbauten etc. etc. oder aber auch Umbauten von Bürogebäuden die Leichtbauweise ist eine Konstruktionsphilosophie die die maximale Gewichtseinsparung zum Ziel hat das bedeutet das überwiegend Metall und Holzkonstruktionen zur Verwendung kommen mit werden mit anderen Worten wir haben das heute auch schon gehört Barackenbauten Barackenbauten wie sie in der dritten Welt dienen und mittelfristig und langfristig dann auch genutzt werden genau das was auch in Wien zu befürchten ist das heißt die Stadt Wien unterstützt die Errichtung von Elendsvierteln für Menschen die tausende Kilometern von ihrer Heimat entfernt ein neues Leben beginnen wollen und die in den meisten oder sehr sehr vielen Fällen illegal eingereist sind Punkt 3 die Durchführung von Baumaßnahmen für die in Absatz 1 genannten Zwecke sowie die Nutzung rechtmäßig bestehender Bauwerke für einen längeren als den in Absatz 2 genannten Zeitraum bedürfen einer Baubewilligung die die Behörde auf eine bestimmte Zeit längstens 5 Jahre erteilen kann wenn die Durchführung dieser Baumaßnahmen beziehungsweise die Nutzung der Bauwerke staatlich organisiert wird genau derselbe Terminus staatlich organisiert längstens 5 Jahre für Baupunkt 4 sagt dann wiederum der macht es dann wieder rückgängig für Bauvorhaben nach Absatz 3 kann die Behörde im Bescheid auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen verzichten sofern die allgemeinen Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit den Brandschutz die Hygiene und Gesundheit sowie die Nutzungssicherheit bedacht genommen wird das ist genau der Punkt die Verletzung subjektiv öffentlicher Nachbarschaftsrechte steht der Bewilligung nicht entgegen es darf jedoch die Bebaubarkeit von Nachbargrundflächen nicht vermindert werden das ist die einzige Einschränkung und es sei denn dass der Nachbar der Bewilligung ausdrücklich zugestimmt hat Leistungen die sonst im Zusammenhang mit der Bauverwilligung oder Bauausführung vorgeschrieben sind sind nicht zu erbringen und genau mit dem selben Muster geht es dann unter Punkt 5 Absatz 5 weiter die Durchführung von Baumaßnahmen für die in Absatz 1 genannten Zwecke sowie die Nutzung rechtmäßig bestehender Bauwerke für einen längeren als den in Absatz 3 genannten Zeitraum bedürfen einer hopps einer Baubewilligung die die Behörde auf eine bestimmte Zeit längstens auf 15 Jahre erteilen kann Dankeschön wenn die Durchführung dieser Baumaßnahmen beziehungsweise die die Nutzung der Bauwerke staatlich organisiert sind das heißt staatlich organisiert dieser Terminus findet sich auch in diesen Paragraphen Absatz 6 für Bauvorhaben nach Absatz 5 kann die Behörde im Bescheid auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes der aufgrund dieses Gesetzes erlassen Verordnungen verzichten sofern die allgemeinen Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit den Brandschutz die Hygiene und Gesundheit den Wärmeschutz sowie die Nutzungssicherheit bedacht genommen wird und das Erdgeschoss des Bauwerkes barrierefrei zugänglich ist der Bewilligung dürfen durch dieses Gesetz gegebenen subjektiv öffentliche Rechte nicht entgegenstehen und es darf die Bebaubarkeit der Nachbargrundflächen nicht vermindert werden es sei denn dass der Berechtigte der Bewilligung ausdrücklich zugestimmt hat oder keine Parteistellung hat und nach 15 Jahren was passiert dann das sagt der Herr Korherr in der Wiener Zeitung vom 9. März entweder es wird abgerissen oder es wird ein Bauverfahren eingeleitet damit diese Gebäude auch langfristig stehen bleiben können das heißt ich nehme die Nachbarschaftsrechte weg ich stelle einfach auf was ich möchte und dann habe ich ja jahrelang Zeit dass die stadteigenen Beamten eine Bewilligung erteilen und wenn es nicht gleich geht dann zumindest im Verlauf von 15 Jahren damit diese Barackensiedlungen zu einer Dauereinrichtung in dieser Stadt werden das ist eine wirklich unkreative Lösung und es scheint als wäre eine beliebige Verlängerung über 15 Jahre mehr als wahrscheinlich sehr geehrte Damen und Herren Punkt 7 behandelt dann Beschwerden gegen Bescheide gemäß Absatz 3 und Absatz 5 haben keine aufschiebende Wirkung das ist öfter schon zitiert worden genau das ist der Punkt keine aufschiebende Wirkung die Behörde hat jedoch auf Antrag der beschwerdeführenden Partei die aufschiebende Wirkung mit Bescheid zuzuerkennen wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien mit der Ausübung der durch den angefochten Bescheid eingeräumten Berechtigung für die beschwerdeführende Partei ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre sehr geehrte Damen und Herren auch das ist wieder ein Punkt öffentliches Interesse für etwas was die Stadt plant was die Stadt mittels dieser Novelle der Bauordnung ermöglicht wird wahrscheinlich bestehen da ist Tür und Tor geöffnet alles was gemacht wird bleibt für immer und die Nachbarschaftsrechte und die Bürgerrechte werden hier zu Grabe getragen danke für ihre Aufmerksamkeit zur geschäftsordnung hat sich Herr Abgeordneter Magister Kovarik gemeldet bitte Herr Abgeordneter Herr Präsident meine Damen und Herren dann geht es gleich um die Frage der Berichterstattung wo doch erheblich ein Diskussionsbedarf besteht so wie ich das mitbekommen habe an und für sich hat es der Kollege blind also sie bestätigen das Frau Kollegin ist in Ordnung hat es der Kollege blind an und für sich schon vorgelesen der Gesetzestext ist relativ eindeutig und lässt kaum Interpretationen eigentlich gar keine Interpretationen zu § 18 der Geschäftsordnung des Wiener Landtages Absatz 1 als Berichterstatter im Landtag so wie bei Vorberatungen im Ausschuss oder in einer vom Landtag eingerichteten Kommission also bei uns jetzt im Landtag befinden wir uns und jetzt kommt's wählt der Ausschuss oder die Kommission Kommission haben wir keine also Ausschuss das zuständige Mitglied der Landesregierung oder einen Landtag abgehört Punkt ich bin nicht Mitglied dieses Ausschusses ich habe mir sagen lassen dass dort eine Wahl stattgefunden hat aber das wird vielleicht der Vorsitzende des Ausschusses am besten wissen oder der Herr Stadtrat Sie sind auch amtsführer der Stadtrat aber auch heute Landesrat ja bitte schön gerne Geschäftsordnung des Landtages richtig aber Personen ist auch Stadtrat aber wir können gerne darüber diskutieren wir haben genug Zeit das haben Sie offensichtlich schon mitbekommen also noch einmal zur Geschäftsordnung um das konkret und ernst zu machen also wenn gewählt wurde im Ausschuss eine Person dann ist das die Person und sonst niemand anderer eine andere andere Briten wenn Sie wollen gerne wenn Sie spüren Sie mit dem Feuer Herr Kollege wir können das gerne machen also noch einmal noch einmal die Person um das Ganze wieder ernsthaft zu machen Herr Kollege das ist ja alles kann man alles ins Lächerliche ziehen ich habe es gehört Kasperltheater und Kindergarten und sonst irgendwas aus meiner Sicht sind Verfassungsbestimmungen und Geschäftsordnung Bestimmungen nicht sehr lächerlich meine Damen und Herren wenn Sie das ins Lächerliche ziehen wollen weiter so ist in Ordnung dann nehmen wir das zur Kenntnis aber aus meiner Sicht gehören solche Regelungen eingehalten weil wo fangt man an und wo hängt man auf also ich fasse zusammen das gewählte Mitglied aus dem Ausschuss ist Berichterstatter sonst niemand Punkt wenn der Herr Berichterstatter ich bin mir gar nicht sicher ob Sie das sind Herr Landesrat wohl bekommst dann ist ein Berichterstatter es ist aus der Geschäftsordnung wohl nicht herauszulesen dass der Berichterstatter immer da hinten sitzen muss das haben wir auch nie behauptet ja weil es da vorher Aufregung gegeben hat ja warum müsste er da hinten sitzen das kann ich auch nicht herauslesen ist wohl nicht so vorzusehen das ist halt üblicherweise der Platz des Berichterstatters da kann er sich hinsetzen ja und da wird er auch die meiste Zeit zuhören muss es aber nicht Kollege Margolis hat das glaube ich richtig gesagt da hinten hört man gar nicht so gut also wenn er sich der Vorsitzende soll er sich vorsetzen er kann aber nicht ersetzt werden das ist wohl klar wenn der Herr Berichterstatter der Gott hilft uns da auch nicht das müssen wir schon selber zusammenbringen Frau Kollegin da werden wir überhaupt dran glauben wenn der Herr Berichterstatter meint raus geht zu müssen wird ihn keiner daran hindern können auch ganz klar ob er dann wirklich seriös berichterstatten kann ist wieder eine andere Frage liegt aber in der Verantwortung des Berichterstatters also meine Damen und Herren ich glaube es wäre mal gescheit wenn man sich jetzt einmal einigt wer Berichterstatter ist nur weil auf der Tagesordnung womöglich wer Falscher draufsteht ja auch das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen dann heißt das noch lange nicht dass das die falsche Berichterstattung saniert nur weil es auf der Tagesordnung steht ja noch einmal Geschäftsminister eindeutig ja also vielleicht einigen wir uns darauf wer wirklich Berichterstatter ist Dankeschön zu Wort gemeldet ist der Abgeordneter Stark der Herr Stadtrat kann sich jederzeit melden meldet sich zur Geschäftsordnung bitte Herr Stadtrat ja vielleicht nur nachdem ich mich sofort unmittelbar gemeldet habe zur Geschäftsordnung vielleicht noch einmal die Klarstellung wir haben im Ausschuss gewählt dass ich als Berichterstatter tätig bin in meiner Vertretung der Dr. Kurt Spürzenbecher agieren kann wir haben diese Situation heute gar nicht gehabt denn ich habe so wie das vorgesehen war in der Tagesordnung den Akt eingeleitet als Berichterstatter es war gar nicht notwendig dass der Herr Dr. Kurt Stürzenbecher in meiner Abwesenheit hier als Berichterstatter fungiert hat mir ist nicht ganz klar was Ihre Intention ist Herr Landtagsabgeordneter wenn Sie bewirken wollen dass wir die ganze Sitzung von vorn noch einmal beginnen wenn Sie den Eindruck haben dass ich nicht der entsprechende Berichterstatter war dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit nachdem Sie angekündigt haben dass wir bis Mittag ohnehin hier im Raum verbringen ist es ja relativ unerheblich mit welchen Inhalten ich glaube nur man sollte trotzdem man sollte nur trotzdem festhalten wir haben festgelegt im Ausschuss dass wie gesagt in meiner Abwesenheit der Herr Dr. Stürzenbecher mich vertreten würde das ist nicht notwendig denn ich bin hier ich habe auch als Berichterstatter den Akt eingeleitet ich werde Schlusswort halten und ich verspreche Ihnen ich werde auch den ganzen Abend und den Morgen mit Ihnen gemeinsam verbringen bis zu Mittag wenn es notwendig ist also von daher werden wir ja gemeinsam die Tagesordnung noch durchstehen und durchleben und wie gesagt ich verspreche Ihnen ich mache auch gerne Schlusswort Als nächster zur Geschäftsordnung hat Sie Herr Abgeordneter blind gemeldet bitte Herr Abgeordneter ich werde mit kein Fasen meine Damen und Herren ich habe es heute schon mal vorgelesen es hat offensichtlich nichts gefruchtet deswegen machen wir es langsamer also § 18 der Geschäftsordnung des Wiener Landtages als Berichterstatter als Berichterstatter im Landtag das hier sowie bei der Vorberatung im Ausschuss oder in einer vom Landtag eingerichteten Kommission wählt der Ausschuss oder die Kommission das zuständige Mitglied der Landesregierung Herr Kollege das wird jetzt wichtig für Sie oder einen Landtagsabgeordneten oder und und auch nicht an seiner Stelle sondern oder das ist nicht schwer an und für sich ja das müsste an und für sich nachvollziehbar sein das heißt das Herr Kollege was wollen Sie mir jetzt vorwerfen haben wir da eine Art Sippenhaftung oder wie schaut das so aus bei Ihnen ich weiß nicht wie das in Ihrer Familie ist Herr Kollege aber ich bin ganz autonom ja im Gegensatz zu den Autonomen da drüben die leben eigentlich nur vom Geld der Allgemeinheit ja aber wir sind wirklich autonom das heißt unabhängig und ich mache mir meine Gedanken durchaus selber Herr Papst in Ihrem Haus am 14. Herr Doktor bitte Herr Papst in Ihrem Haus am 14. Herr Doktor na wir haben eigentlich nur eins ein großes und Herr Kollege falls Sie es dort vorhaben irgendwelche Container aufzustellen auch wenn nur für sechs Monate können Sie du was mit meiner Unmut rechnen ja das das garantiere ich Ihnen also oder ja nicht und Herr Kollege und daher ist die Ansicht ja dass der Ausschuss den Herrn Stadtrat gewählt hat und in seiner Vertretung irgendjemanden vollkommen unhaltbar wenn man der deutschen Sprache mächtig ist und das zumindestens unterstelle ich Ihnen daher muss ich Ihnen unterstellen dass Sie hier ganz bewusst die Geschäftsordnung missbrauchen als nächster zur Geschäftsordnung hat sich der Abgeordnete Oksunitsch gemeldet bitte Abgeordnete vielleicht nochmal Scheinbauer wird abgestimmt von freiheitlichen Abgeordneten Sie wissen nicht worüber jedes Mal am Beginn einer Periode fassen die Ausschüsse eine Berichterstatter beschlossen nämlich den zuständigen Stadtrat oder in seiner Vertretung des Falles der Verhinderung ein Mitglied es ist jedenfalls mal ich kann für jeden Berichterstatter kann man jedes Mal den Ausschuss wenn Neichen will daher gibt es jedes Mal einen Generalbeschluss für die gesamte Periode wo klargelegt ist das ist der Herr Stadtrat grundsätzlich im Falle seiner Verhinderung dann ein entsprechender Gemeinderat das ist nicht falsch das ist Beschluss den Sie auch und ich nehme an dass es sogar einstimmig war im entsprechenden Ausschuss weil es war immer nur einstimmig in den letzten zumindest 20 Jahren dass dieser Beschluss zu Beginn immer gemacht wurde und das klargelegt wurde im Stadtrechnungshof ist nicht so weil da ist der zuständige Stadtrat oder Berichterstatter bekanntermaßen anders zu sehen aber in den Ausschüssen die Gesetzesvorlagen machen oder Berichterstattungen aus Geschäftsgruppen gibt es in der ersten Sitzung jedes Ausschusses den Beschluss über Berichterstatter und im Falle einer Verhinderung weil der Stadtrat nicht da ist einen Antrag dem haben Sie immer zugestimmt daher ist es völlig okay und völlig klar wer hier Berichterstatter ist weil den Beschluss gibt es für die Gesetzesperiode von 2015 bis 2020 der Herr Landesrat Michael Ludwig Heute Heute ist ein ganz besonderer Tag ich weiß gar nicht ob Vollmond ist sparen wir uns ein bisschen Licht in der Nacht dann käme ich natürlich auch nicht den Biorhythmus aber es ist trotzdem eine lebendige Sitzung ich bin noch nicht lange in diesem Landtag 23 Jahre also die vorher war ich ungefähr sieben Jahre Mitarbeiter dieses Hauses und sehr oft bei Landtagssitzungen dabei es ist geübte Praxis das was der Herr Abgeordneter Oksonitsch vorgetragen hat und das war immer einstimmig dieser Generalbeschluss er ist auch als Generalbeschluss eingeleitet und beschlossen und ich habe noch keine Ausschusssitzung die sich damit beschäftigt hat gemeldet bekommen oder miterlebt wo das nicht einstimmig erfolgte somit darf ich feststellen der Berichterstatter ist derzeit der Landesrat Ludwig als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Stark bitte Herr Abgeordneter sehr geehrter Herr Präsident sehr geehrter Herr Landesrat meine sehr geehrten Damen und Herren das zur Diskussion stehende Geschäftsstück betrifft einen Initiativantrag von Rot und Grün betreffend ein Gesetz mit dem die Bauordnung geändert wird aus Medienberichten entnehme ich dass es aber offensichtlich bei den Sozialdemokraten unterschiedliche Meinungen über das Ziel dieser Gesetzesänderung gibt deshalb die erste Frage was wollen die Antragsteller mit dieser Gesetzesänderung erreichen was steht in der Begründung des Antrages zu dieser Gesetzesänderung ich zitiere aus der Begründung des Antrages aufgrund von Ereignissen wie sie etwa Naturereignisse oder der Zustrom hilfs- und schutzbedürftiger Menschen aus Kriegsgebieten darstellen oder aus humanitären Gründen ist es erforderlich betroffenen Personen rasch vorübergehend eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen dies stößt in der Praxis insofern auf Probleme als oftmals prinzipiell geeignete Unterkünfte aufgrund von bautechnischen Maßnahmen eines rechtmäßigen Zustandes etwa durch Änderung eines Flächenwidmungsplanes zu lange dauern würden da in den genannten Fällen vorübergehender Belegung die Interessen an einer raschen Unterkunft überwiegen soll durch Ergänzung der Bauordnung für Wien die Nutzung von Bauwerken oder die Durchführung von Baumaßnahmen für diese Zwecke auch dann ermöglicht werden wenn die baurechtlichen oder technischen beziehungsweise raumordnungsrechtlichen Vorschriften nicht vollständig eingehalten werden Interesse der Sicherheit und Gesundheit müssen dabei aber jedenfalls gewahrt werden Zwecks Verfahrensbeschleunigung soll den gegen solche bescheide gerichteten Beschwerden an das Verwaltungsgericht grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zukommen Auch wenn es sich bei diesem Initiativantrag um einen gemeinsamen Antrag der Regierungskoalition handelt gibt es wie schon erwähnt offensichtlich Unschärfen innerhalb der SPÖ Warum es bei diesem Antrag tatsächlich geht Ich zitiere einen Artikel der Kronenzeitung betitelt mit Aufregung um die neue Bauordnung Und hier ist angeführt Kurios Am Freitag hat Rot-Grün die geplante Änderung in einer Aussendung mit dem Titel Bauordnungsnovelle bringt schlanke Bürokratie bejubelt Eigenartig ist auch Dass SPÖ-Gemeinderat Stürzenbecher und Chorherr zugeben Dass die Änderung primär wegen der Errichtung von Flüchtlingsquartieren erfolgt Während der Rote Landesparteisekretär Georg Niedermüllbücher im Gespräch mit der Krone versichert Es geht dabei nicht primär um Flüchtlinge sondern um temporäres Wohnen Damit soll beispielsweise mobile Studentenheime in Zukunft leichter errichtet werden können Einig ist man sich allerdings darin, dass keine Besitzer enteignet werden Auch die Tageszeitung Presse widmet sich sehr ausführlich diesem Antrag auf Gesetzesänderung Und verweist ebenfalls auf unterschiedliche Meinungen über das Ziel dieses Gesetzes für den Sozialdemokraten Der Artikel in der Presse ist, zitiert mit gute Idee, schlechtes Baugesetz Und ich zitiere jetzt hier aus der Presse Das Anliegen ist verständlich Rien hat allein im Jahr 2015 einen Zuwachs von 43.200 Personen zu verkraften Ein Guteil davon sind Flüchtlinge Es fehlt an leistbaren Wohnraum Die Stadt möchte das Problem schnell und unbürokratisch lösen Und hat darum unter Zeitdruck eine Gesetzesnovelle entworfen Die temporäres Wohnen ermöglichen soll Am Freitag soll diese im Landtag beschlossen werden So redlich das Anliegen der Stadt sein mag So lässt die Novelle in ihrer jetzigen Form doch Fragen offen Vor allem viel Raum für Willkür und womöglich gar Missbrauch Und ich zitiere weiter aus diesem Artikel Wohnraum soll künftig für 6 Monate, 5 Jahre oder 15 Jahre errichtet werden können Bauordnung und Flächenwidmung können dabei für staatlich beauftragte Gebäude außer Kraft gesetzt werden So will die Stadtregierung ermöglichen Etwa bei einer weiteren Flüchtlingswelle schnell Containersiedlungen aufbauen zu können Die Stadt kommt hier dem Vorschlag von Flüchtlingskoordinator Christian Konrad nach Bürgermeister Michael Weipel hatte sich bis vor kurzem gerühmt Das sei in Wien nicht nötig Dass 80% aller anerkannten Flüchtlinge nach Wien kommen Hat zu einer eingespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt geführt Und die Haltung der Stadt geändert Neben schnellen Maßnahmen in falschen humanitären Ausnahmesituationen Sollen nun auch Massivbauten für bis zu 15 Jahre errichtet werden können Wer diese bewohnen soll, darüber ist man SPÖ intern uneins Landesparteisekretär Georg Niedermühlbüchler sagte zur Presse Dass die Bauten primär für Flüchtlinge seien In der Kronenzeitung ist übrigens das genau gegenteilig gestanden Die Opposition wirft der Stadt vor Mit diesem gesetzgeförderten Wohnbau für alle Zeit ermöglichen zu wollen Niedermühlbüchler streitet das ab Die Regelung sei für den sozialen Wohnbau nicht geeignet Sagt er zur Presse Sein Parteikollege, Wohnbaustadter Michael Ludwig, sieht das anders Im Interview für die Presse am Sonntag sagte er Er glaube, dass auch langjährige Wiener gerne in temporären Bauten einlassen würden Es gelte das Prinzip der Reihung Wiener, die länger hier sind, würden bevorzugt Sprich, zuerst Wiener, dann Flüchtlinge Nachdem nicht klar ist Für wen die künftigen Wohnungen sein sollen Bleibt es unklar, wann Auskommengenehmigungen erteilt werden Dass ein neues Gesetz nun überhaupt notwendig wird Ist zum Teil hausgemacht Über Jahre wurden die aus der Bauordnung festgelegten Standards Weiter nach oben geschraubt Sozialer Wohnbau ist kostenintensiv und zum Wohnraum der Mittelschicht geworden Billiges Bauen und somit günstige Mieten ermöglicht die aktuelle Bauordnung nicht mehr Anstatt die strukturellen Prozesse zu entrümpeln, die Bauern teuer und langjährig machen Will sich die Stadt lieber ein Gesetz geben, das sie, und zwar nur sie, von vielem ausnimmt Neben der Bauordnung, die das Bauen verteuert, ist vor allem die Flächenwidmung, die Bauverfahren in die Länge zieht Es dauert rund 1,5 Jahre, bis diese erfolgt ist Darum will man in Notsituationen künftig ganz darauf verzichten Auch hier ist die Grundidee richtig Flüchtlinge in leer stehende Bürogebäude unterzubringen ist gut und wichtig, aber nicht legal Das neue Gesetz würde das ändern Flächenwidmung und Raumordnung sind wichtige Instrumente, um die Zusammensetzung und Gesellschaft zu gestalten Darauf zu verzichten könnte unangenehme Nebeneffekte haben Wenn etwa größere Siedlungen in Industriegebiet gebaut werden, in denen Infrastruktur fehlt, ist die sonst von der Stadt viel zitierte soziale Durchmischung gefährdet Bisher hat Wien die Strategie verfolgt, soziale Wohnbauten in der ganzen Stadt zu verteilen, um Ghetto-Bildungen zu vermeiden Und genau darum hat Salzburg auch in einer Richtlinie festgehalten, dass Wohnflächen nicht gewidmet werden sollen, wenn diese weiter als 500 Meter von öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt sind Dass die nun errichteten Gebäude in 15 Jahren angekündigt wieder abgerissen werden, bleibt zu bezweifeln Nicht zuletzt, weil die Stadt Prognosen zufolge weiter wach sind und der Wohnraum benötigt werden wird Die temporären Lösungen könnten zu Dauer Lösungen werden, so der Artikel in der Presse Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf die gute soziale Durchmischung wird immer wieder hingewiesen und das ist vollkommen richtig Nur wird diese mit der beantragten Gesetzesänderung sicher nicht verwirklicht Das kann die Folge einer fehlenden sozialen Durchmischung sein Einerseits, wie hier eben angeführt wurde, Ghetto-Bildung oder auch Slums Dies ist nicht nur unsere Meinung, sondern darüber habe ich auch einen Artikel im Wirtschaftsblatt gefunden Wien braucht keine Slums am Stadtrat Und ich darf auch diesen Artikel zitieren Nun ist es offiziell Die Flüchtlingskrise ist auf dem Wohnungsmarkt angekommen Wien wuchs auskommt da immer 23, das ist die Statistik Im Vorjahr um 43.200 Einwohner Ein neuer Rekord Die stärkste Gruppe an Zuwanderern waren Syrer Hier weist die Statistik ein Plus von 6.800 Menschen aus Dahinter folgt Afghanistan mit 4.500 Zuwanderern Auch Iraker haben es mit 2.400 Menschen unter dem Top 5 geschafft Bereits die absolute Zahl zeigt, dass Wien aus allen Nähten platzt 43.000 Neue Wiener Das ist mehr, als wenn alle Menschen aus Eisenstadt, Blutens und Munden auf einmal in die Hauptstadt umziehen würden Doch dass jeder dritte Neue Wiener ein Flüchtling ist, stellt den Wohnungsmarkt vor ganz neue Herausforderungen an Leistbarer Wohnraum ist jetzt wichtiger denn je zuvor Zwar lassen wir das Adjektiv leistbar weg und nennen wir die Dinge beim Namen Günstig muss es sein Familienwohnungen mit maximals 500 Euro Wohnungsmiete sind gefragt Eine Lösung, die von einigen privaten Immobilienentwicklern propagiert leer stehende Bürohäuser zu einfachen Wohnungen umzubauen Eine gute Idee, wenn die Lage passt Wien darf nicht Paris werden, wo Menschen mit niedrigem Einkommen in Slums am Stadtrand gedrängt werden oder früher oder später Autos brennen Das Rote Wien verdankt seine Lebensqualität der sozialen Durchmischung Auch in den Nobelbezirken gibt es geförderte Wohnungen und Gemeindebauten Das ist gut so, denn nur so kann man Integration fördern und sozialen Konflikt vorbeugen Damit günstiger Wohnraum errichtet werden kann, braucht es günstige Grundstücke Der größte Grundbesitzer ist die Stadt selbst Sie muss agieren und gemeinsam mit privaten Immobilienentwicklern rasch die notwendigen Projekte auf die Beine stellen So der Artikel aus dem Wirtschaftsplatz Und ich zitiere nochmals zwei Sätze aus dem vorher herangegangenen Artikel aus der Presse Ich zitiere Wenn so redlich das Anliegen der Stadt sein mag So lässt die Novelle in ihrer jetzigen Form doch Fragen offen und vor allem viel Raum für Willkür und womöglich gar Missbrauch Die Meinung der Zeitung Presse zu ihrer Gesetzesänderung Und der zweite Satz Ich zitiere Dass die nun errichteten Gebäude in 15 Jahren wie angekündigt wieder abgerissen werden, bleibt zu bezweifeln Nicht zuletzt, weil die Stadt Prognosen zur Folge weiter wachsen und der Wohnraum benötigt werden wird Die temporären Lösungen könnten zu Dauerlösungen werden Die Meinung der Zeitung Presse zu ihrer Gesetzesänderung Auch wir haben eine Vielzahl solcher Befürchtungen Hier soll ein Gesetz entstehen Das mit einem Satz beschrieben werden kann Keine Rechte für die Wiener Einschränkungen der Bauordnung für die Stadt zur Errichtung von Containerdörfern Unsere Kritik an diesem Gesetz Kurz zusammengefasst Dieses Gesetz erlaubt Wohncontainer und Holzbraken für Zuwanderer etc. Und diese Container und Holzhütten dürfen überall in Wien aufgestellt werden Egal wo, egal welche Widmung Diese Zuwanderer-Container dürfen dann 15 Jahre lang stehen bleiben und niemand darf dagegen sein, weil die Nachbarrechte außer Kraft gesetzt werden Es ist auch schade dass wir uns erst heute mit dieser Sache so intensiv befassen müssen Hat sich Rot-Grün nicht getraut ein Begutachtungsverfahren mit Diskussion und Stellungnahmen der Behörden bei Körperschaften wie z.B. Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer etc. durchzuführen Verschmutlich war den Antragstellern klar wie diese Stellungnahmen ausgesehen hätten Und wir ziehen unsere Kritikpunkte aus Im Absatz 1 schließt wörtlich So weit dies zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren Anzahl von Personen aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen insbesondere Naturereignissen aufgrund völkerrechtlicher, unionsrechtlicher oder Verpflichtungen der Gemeinden bzw. des Landes gegenüber dem Bund oder aus humanitären Gründen notwendig ist ist die Nutzung von Bauwerken und die Durchführung von Baumaßnahmen nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig Das bedeutet für die derzeitige Situation in Wien Laut Gesetz kann die Stadt Wien bzw. von ihr beauftragte Kontrahenten die Errichtung von Wohncontainern und Holzbaracken z.B. für Zuwanderer ohne gesetzliche Einschränkung durch die Bestimmungen der Bauordnung durchführen Zum Unterschied als Wiener Bürger müssen Sie sich auch weiterhin monatelang auf Ihre Baubewilligung müssen Sie monatelang einmal warten auf Ihre Baubewilligung Sie müssen zum Amt gehen Sie brauchen einen Baumeister oder Architekten der Ihnen erklärt was in der Bauordnung drinnen steht was Sie dürfen was Sie nicht dürfen und wehe wenn Sie alle diese Bestimmungen nicht auf Punkt und Beistrich einhalten dann werden Sie bestraft oder im schlimmsten Fall droht sogar der Abnis Ihres Hauses aber wie gesagt nur wenn Sie Wiener sind besonders großzügig fast ärgerlich ist die allgemeine Formulierung weil man da so ziemlich alles hinein interpretieren kann die Unterbringung einer größeren Anzahl von Personen aufgrund von bereits eingetretenen oder bevorstehenden Ereignissen wir alle kennen die Situation in Wien schreiben Sie doch einfach was Sie meinen nämlich dass die Änderung primär wegen der Errichtung von Flüchtlingsquartieren erfolgt das wurde ja auch in Zeitungsberichten von Abgeordneten in Ihrer Fraktion bestätigt Zuwanderer Container weil Rot-Grün die Wohnsituation anders nicht mehr in den Griff bekommen zu unserem Punkt 2 der Kritik diese Container und Holzhütten dürfen überall in Wien aufgestellt werden egal wo egal welche Widmung das steht im Absatz 2 den ich zitiere die Nutzung rechtmäßig bestehender Bauwerke sowie die Errichtung Neu- und Zubauten in Reichbauweise Container, Fertigbauten und dergleichen Bedarf für die in Absatz 1 genannten Zwecke mit der Dauer von 6 Monaten weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige wenn diese Nutzung staatlich organisiert ist die Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen gelten dafür nicht sofern auch die allgemeinen Anforderungen und die mechanische Festigkeit und Stammensicherheit den Brandschutz die Hygiene und Gesundheit sowie die Nutzungssicherheit bedacht genommen wird Leistungen die sonst im Zusammenhang mit der Baubewilligung oder Bauausführung vorgeschrieben sind sind nicht zu erbringen der Beginn der Nutzung ist der Behörde innerhalb einer Woche schriftlich zur Kenntnis zu bringen im zweiten Satz dieses Absatzes steht ganz klar die Vorschriften dieses Gesetzes gelten dafür nicht mit den Vorschriften dieses Gesetzes ist die Bauordnung gemeint und mit dem einfachen Wort dafür sind die Zuwanderer Container gemeint wenn hier also steht die Vorschriften dieses Gesetzes gelten dafür nicht dann heißt es nichts anderes als die Bauordnung gilt nicht für Zuwanderer Container und zum nächsten Punkt unserer Kritik diese Zuwanderer Container dürfen 15 Jahre lang stehen bleiben wo steht das nun steht im Absatz 5 dieses Paragrafen den wir heute beschließen sollen hier steht wirklich Absatz 5 die Durchführung von Baumaßnahmen für die in Absatz 1 genannten Zwecke sowie die Nutzung rechtmäßig bestehender Bauwerke für einen längeren als mit den im Absatz 3 genannten Zeitraum also diese fünf Jahre bedürfen einer Baubewilligung die die Behörden auf eine bestimmte Zeit längstens jedoch 15 Jahre erteilen kann wenn die Durchführung dieser Baumaßnahme beziehungsweise die Nutzung der Bauwerke staatlich organisiert sind bis zu 15 Jahre soll also dieser Notstand bestehen bleiben und trotz erforderlicher Baubewilligung hat der Nachbar faktisch keine Rechte aber darauf komme ich gleich im nächsten Punkt zurück sarkastisch könnte das bedeuten sechs Monate unkontrollierte Zuwanderung bringen der Stadt Wien 15 Jahre bringen die Stadt Wien 15 Jahre aus dem Gleichgewicht und am schlimmsten ist eben der letzte Punkt dieses Gesetzes der Punkt 4 in meiner Aufzählung niemand darf dagegen sein weil die Nachbarrechte außer Kraft gesetzt sind es gibt grundsätzlich keine Nachbarrechte niemand kann sich gegen so ein Containerdorf vor seiner Haustüre wehren nicht die Nachbarn nicht nicht das Parlament keine Bürgerinitiativen nie mannt so steht es hier im Gesetz einerseits im zweiten Satz des Absatz 2 den ich vorher bereits zitiert habe dort steht die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht als in anderen Worten die Bauordnung gilt nicht für Containerdörfer und das betrifft eben auch die Nachbarrechte weil diese stehen normalerweise in der Bauordnung diese Nachbarrechte gelten in den ersten sechs Monaten überhaupt nicht andererseits steht diese Beschränkung der Nachbarrechte noch ein zweites Mal hier herinnern nämlich im Absatz 4 wo es um die Container geht bis zu fünf Jahre stehen dort heißt es wörtlich im zweiten Absatz im zweiten Satz Absatz 4 die Verletzung subjektiv öffentlicher Nachbarrechte steht der Bewilligung nicht entgegen es darf jedoch die Bebaulichkeit Nachbargrundflächen nicht vermindert werden Entschuldige das war ja noch schöner was bedeutet das die Verletzung der Nachbarrechte steht der Bewilligung nicht entgegen und das heißt nichts anderes es ist egal ob die Nachbarrechte verletzt werden es hat keine Auswirkung weil die Container für Zuwanderer trotzdem gebaut werden dürfen der zweite Teil dieses Absatzes in dem es heißt es darf jedoch die Bebaubarkeit von Nachbargrundstück Grundflächen nicht vermindert werden hilft da auch nicht mit nichts mehr denn diese Bebaubarkeit ist ja dann eingeschränkt wenn der Container an der Grundgrenze steht oder zum Beispiel bestimmte Belichtungsverhältnisse nicht mehr gegeben sind aber alle anderen Nachbarrechte zum Beispiel der Schutz vor Lärm oder Geruchsbelästigung sind auch weiterhin ausgeschlossen und das fünf Jahre lang und erst nach fünf Jahren gibt es dann wieder Nachbarrechte aber anders als normalerweise denn im letzten Absatz dieses Gesetzesentwurfes heißt es Absatz 7 Beschwerden gegen Bescheide gemäß Absatz 3 und Absatz 5 haben keine aufschiebende Wirkung das heißt nichts anderes als wenn der Container länger als fünf Jahre also bis zu 15 Jahre entsteht kann man sich als Nachbar zwar beschweren aber der Container kommt trotzdem nicht weg und die Stadt wartet einmal ab wie das Gericht nach vielen Prozessjahren entscheidet und falls der Nachbarrechte dann nach vielen Jahren Rechte kommt dann baut man den Container wieder ab und stellt den gleichen Container einige Meter daneben wieder auf und das Spiel beginnt wieder von vorne ich zitiere nochmals den Absatz 2 zweiter Satz die Vorschriften dieses Gesetzes nämlich die Bauordnung gelten nicht und wofür und von wem gelten sie nicht sie gelten eben nicht für die Stadt Wien beziehungsweise den Kontrahenten für jene Unterkünfte in denen zum Beispiel Zuwanderer untergebracht werden sollen großzügige Regeln für die Stadt Wien und die Bewohner der Kontesa aber strengste Pflichten und Strafen für Wienerinnen und Wiener die Wienerinnen und Wiener haben sich gefälligst an Gesetze zu halten die Stadt Wien natürlich auch nur macht sich das Land Wien seine Gesetze selbst so wie sie es braucht so wie die Regierenden die Gesetze haben wollen mehrere Absätze dieser Gesetzesänderung es wurde heute schon mehrmals darauf hingewiesen sind ganz geartgleichheitswidrig und deshalb werden wir Freiheitliche diesen Skandal auch vor dem Verfassungsgerichtshof mit aller Kraft bekämpfen als nächster zu Wort gemeldet hat sie Herr Stadtrat Dr. Dr. Schock Bitteschön 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 Bitteschön